Abschnitt 30 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, 27 Anna stand im oberen Stockwerk vor dem Spiegel und steckte mit Annuschkas Hilfe die letzte Schleife an ihr Kleid, als sie vor der Haustür das knirschende Geräusch von Rädern auf dem Kies hörte. Für Betsy ist es noch zu früh, dachte sie, sah durch das Fenster und erblickte den Wagen, aus dem eben Alexej Aleksandrovich seinen Kopf mit dem schwarzen Hute und den ihr so wohlbekannten Ohren heraussteckte. Das kommt mir unerwünscht, er wird doch nicht die Nacht über hierbleiben, dachte sie, und alle die Folgen, die das haben konnte, erschienen ihr so entsetzlich und furchtbar, dass sie, ohne sich auch nur einen Augenblick zu besinnen, mit heiterem, strahlendem Gesichter aus dem Zimmer den beiden Herren entgegenging. Sie fühlte, dass der ihr schon wohlbekannte Geist der Lüge und des Truges in ihr wieder lebendig wurde, überließ sich sofort seinen Eingebungen und begann zu reden, ohne selbst zu wissen, was sie sagen werde. »Ah, das ist einmal nett«, sagte sie, reichte ihrem Manne die Hand und begrüßte Sludin als einen Freund des Hauses mit einem freundlichen Lächeln. »Ich hoffe, du bleibst über Nacht hier.« Das waren die ersten Worte, die ihr der Geist des Truges zuflüsterte. »Und jetzt wollen wir zusammen zum Rennen fahren. Nur schade, dass ich mich mit Betsy verabredet habe. Sie will mich abholen.« Alexej Aleksandrowitsch runzelte bei dem Namen Betsy die Stirn. »Oh, ich werde die Unzertrennlichen nicht trennen«, antwortete er in seinem gewöhnlichen, scherzenden Tone. »Ich werde mit Michael Vassiliewicz zusammenfahren. Auch ist mir ärztlicherseits empfohlen worden, recht viel zu gehen. Ich werde also unterwegs aussteigen und eine Strecke zu Fuß gehen und mir dabei vorstellen, dass ich noch im Badeort sei.« »Wir haben noch viel Zeit«, sagte Anna. »Wünschen die Herren nicht eine Tasse Tee?« Sie klingelte. »Bringen Sie Tee und sagen Sie zu Sergei, dass Alexej Aleksandrowitsch gekommen ist.« »Nun, wie steht es denn mit deiner Gesundheit?« »Mikhail Vassiliewicz, Sie sind in diesem Jahre noch nie bei mir hier draußen gewesen. Sehen Sie nur, wie schön es auf meiner Terrasse ist«, sagte sie, sich bald an den einen, bald an den anderen wendend. Sie sprach ungezwungen und natürlich, aber zu viel und zu schnell. Sie fühlte das selbst und umso mehr, da sie an dem forschenden Blicke, mit dem Michael Vassiliewicz sie ansah, merkte, dass er sie beobachtete. Michael Vassiliewicz trat zugleich auf die Terrasse hinaus. Sie setzte sich neben ihren Mann. »Du siehst nicht recht wohl aus«, sagte sie zu ihm. »Ja«, antwortete er, »heute ist der Arzt bei mir gewesen und hat mir eine Stunde Zeit geraubt. Es kommt mir vor, als hätte ihn einer meiner Freunde zu mir geschickt, so kostbar ist ihnen meine Gesundheit.« »Und was hat er gesagt?« Sie fragte ihn allerlei über seine Gesundheit und über seine Tätigkeit und redete ihm zu, sich mehr Erholung zu gönnen und zu ihr in die Sommerfrische herauszuziehen. Alles dies sagte sie schnell und in heiterem Tone und mit einem besonderen Glanze in den Augen, aber Alexej Aleksandrowitsch maß diesem Tone jetzt keine Bedeutung bei. Er hörte nur ihre Worte und fasste sie nur in ihrem natürlichen Sinne auf. Er antwortete ihr ungezwungen, wenn auch in seiner scherzhaften Art. Dieses ganze Gespräch hatte keine besondere Eigentümlichkeit, aber in der Folgezeit konnte Anna an diese kurze Begebenheit nie ohne ein schmerzhaftes, peinliches Gefühl der Scham zurückdenken. Der kleine Sergei kam von seiner Gouvernante geführt herein. Hätte Alexej Aleksandrowitsch es sich nicht zum Grundsatz gemacht, keine Beobachtungen anzustellen, so würde er den scheuen, verlegenen Blick bemerkt haben, mit dem der Knabe zuerst den Vater und dann die Mutter ansah. Aber er wollte nichts sehen und sah auch wirklich nichts. Ah, junger Mann, er ist gewachsen, wahrhaftig, er wird ordentlich schon ein Mann. Guten Tag, junger Mann. Er reichte dem erschrockenen Kinde die Hand. Sergei hatte sich auch früher schon immer dem Vater gegenüber sehr schüchtern benommen. Jetzt nun gar, wo Alexej Aleksandrowitsch angefangen hatte, ihn junger Mann zu nennen, und wo er die Rätselfrage in seinem Kopf herumwälzte, ob Wronski ein Freund oder ein Feind sei, jetzt hatte er sich dem Vater ganz und gar entfremdet. Wie schutzflehend sah er sich nach der Mutter um. Nur bei der Mutter fühlte er sich wohl. Alexej Aleksandrowitsch knüpfte ein Gespräch mit der Gouvernante an und hielt währenddessen seinen Sohn an der Schulter gefasst, was diesem entsetzlich unbehaglich war. Anna sah, dass er nahe daran war, in Tränen auszubrechen. Als Anna, die bei Sergeis Eintritt errötet war, jetzt bemerkte, wie unbehaglich sich der Knabe fühlte, sprang sie schnell auf, hub Alexej Aleksandrowitschs Hand von der Schulter ihres Sohnes weg, küßte ihren Sohn, führte ihn auf die Terrasse und kehrte sofort wieder zurück. Nun wird es aber Zeit, bemerkte sie nach einem Blicke auf ihre Uhr. Warum nur Betsy nicht kommt? Ja, sagte Alexej Aleksandrowitsch, indem er aufstand, die Finger durcheinander schob und knacken ließ. Ich bin auch noch deshalb hergekommen, um dir Geld zu bringen, da nach dem Sprichworte auch eine Nachtigall vom bloßen Singen nicht satt wird. Ich denke, du wirst welches brauchen. Nein, ich brauche noch kein Geld wieder, oder doch, ja, antwortete sie, ohne ihn anzusehen, und errötete dabei bis an die Haarwurzeln. Aber ich denke, du wirst nach dem Rennen doch noch wieder herkommen. Oh, gewiss, erwiderte Alexej Aleksandrowitsch, da ist ja auch die Zierte von Peterhof, die Fürstin Tverskaya, fügte er hinzu, als er bei einem Blicke durch das Fenster ein englisches Geschirr mit außerordentlich hoch angebrachtem, winzigem Wagenkasten bemerkte. Was für eine Pracht, entzückend! Nun, dann wollen wir auch abfahren. Die Fürstin Tverskaya stieg nicht aus, nur ihr Lakai in Gamaschen, Pelerine und schwarzem Hut sprang an der Haustür ab. Ich gehe, auf Wiedersehen, sagte Anna, küsste ihren Sohn, trat zu Alexej Aleksandrowitsch hin und reichte ihm die Hand. Es war sehr liebenswürdig von dir, dass du hergekommen bist. Alexej Aleksandrowitsch küsste ihr die Hand. Nun, dann auf Wiedersehen. Du kommst also nachher noch einmal, um mit mir Tee zu trinken. Das ist ja prächtig, rief sie heiter und strahlend beim Hinausgehen. Aber sobald sie ihn nicht mehr sah, fühlte sie auf ihrer Hand nach der Stelle, die seine Lippen berührt hatten und zuckte wie vor Ekel zusammen. 28. Als Alexej Aleksandrowitsch beim Rennen erschien, saß Anna bereits auf der Tribüne neben Betsy in der Loge, wo sich die ganze höhere Gesellschaft zu versammeln pflegte. Sie erblickte ihren Mann schon von Weitem. Zwei Menschen, ihr Mann und ihr Geliebter, waren für sie die beiden Brennpunkte des Lebens und ohne Hilfe der äußeren Sinnesorgane spürte sie deren Nähe. Schon von Weitem hatte sie die Annäherung ihres Mannes gefühlt und sie verfolgte ihn unwillkürlich mit den Augen in den Menschenwogen, durch die er sich hinbewegte. Sie sah, wie er der Loge näher kam, indem er bald untertänige Verbeugungen leutselig erwiderte, bald gleichgestellte, freundschaftlich und zerstreut begrüßte, bald eifrig bemüht war, einen Blick von den Mächtigen dieser Welt zu erhaschen und dabei seinen großen, runden Hut abnahm, der ihm die oberen Ränder der Ohrmuscheln niederdrückte. Sie kannte alle diese Angewohnheiten und sie waren ihr alle widerwärtig. Nur Ehrgeiz, nur der Wunsch, etwas in der Welt zu erreichen, das ist alles, was in seiner Seele vorhanden ist, dachte sie, aber jedes höhere Streben, Religiosität, Interesse für die Verbreitung der Bildung, das ist ihm alles nur Mittel, um etwas zu erreichen. An den Blicken, die er nach der Damenloge richtete, er schaute gerade auf Anna hin, konnte sie aber in dem Meere von Tüll, Bändern, Federn, Sonnenschirmen und Blumen nicht erkennen, merkte sie, dass er sie suchte, aber sie tat absichtlich, als sähe sie ihn nicht. »Alexei Alexandrovich«, rief ihn die Fürstin Betsy an, »Sie suchen gewiss ihre Frau, hier ist sie!« Er lächelte in seiner kühlen Art. »Hier ist so viel Glanz, dass die Augen geblendet umherirren«, erwiderte er und trat in die Loge hinein. Er lächelte seiner Frau so zu, wie eben ein Ehemann lächeln muss, wenn er seiner Frau wieder begegnet, mit der er vor kurzem noch zusammen gewesen ist, und begrüßte die Fürstin und seine anderen Bekannten, indem er einem jeden zukommen ließ, was ihm gebührte, also an die Damen Scherzworte richtete und mit den Männern Begrüßungen austauschte. Unten neben der Loge stand ein von Alexei Alexandrovich Hochgeschätzter, durch seinen Verstand und seine Bildung bekannter Generaladjudant. Alexei Alexandrovich knüpfte ein Gespräch mit ihm an. Es war gerade eine Pause zwischen zwei Rennen, und daher wurde die Unterhaltung durch nichts gestört. Der Generaladjudant äußerte sich missbilligend über den Rennsport. Alexei Alexandrovich trat dem entgegen und verteidigte ihn. Anna horchte, ohne ein Wort zu verlieren, auf seine hohe, gleichmäßige Stimme, und jedes seiner Worte schien ihr unaufrichtig, und ihr Ohr empfand gleichsam einen physischen Schmerz davon. Als das Vier-Werst-Rennen mit Hindernissen begann, beugte sie sich vor und blickte unverwandt zu Wronski hin, der zu seinem Pferde ging und es bestieg, und gleichzeitig hörte sie die widerwärtige, gleichmäßig weitersprechende Stimme ihres Mannes. Die Angst um Wronski peinigte sie, aber noch mehr peinigte sie die hohe Stimme ihres Mannes mit dem ihr so wohlbekannten Tonfall. Es schien ihr, als wolle diese Stimme überhaupt nie verstummen. Ich bin eine schlechte Frau, ein verworfenes Weib, dachte sie. Aber ich verabscheue die Lüge. Ich kann die Lüge nicht ausstehen. Ihm hingegen ist die Lüge geradezu das tägliche Brot. Er weiß alles, er sieht alles. Wie mag es mit seinem Gefühl, mit seiner Empfindung stehen, wenn er sich dabei mit solcher Ruhe unterhalten kann? Wenn er mich tötete, wenn er Wronski tötete, so würde ich ihn dafür achten. Aber nein, was er will, ist nur Unwahrhaftigkeit und Wahrung des äußeren Anstandes. So sprach Anna bei sich, ohne Recht zu überlegen, was für ein Verhalten sie denn eigentlich von ihrem Manne verlangte und welche Eigenschaften sie an ihm zu sehen wünschte. Auch das entging ihr, dass Alexej Aleksandrowitschs jetzige, besonders große Gesprächigkeit, die ihr so sehr missfiel, lediglich ein Ausdruck seiner inneren Erregung und Unruhe war. Wie ein Kind, das sich gestoßen hat, durch Springen seine Muskeln in Bewegung setzt, um dadurch den Schmerz zu betäuben, so bedurfte auch Alexej Aleksandrowitsch notwendig einer geistigen Bewegung, um jene Vermutungen über seine Frau zu betäuben, die sich ihm bei Anwesenheit seiner Frau und bei Anwesenheit Wronskis und wenn er dessen Namen immer wieder hören musste, gewaltsam aufdrängten. Und wie es dem Kinde die Natur eingibt, zu springen, so gab sie es ihm ein, ein hübsches, verständiges Gespräch zu führen. Er äußerte sich folgendermaßen. Die Gefährlichkeit ist bei militärischen Rennen, bei Kavalerierennen eine notwendige Bedingung. Wenn England in der Kriegsgeschichte auf die glänzendsten Reitertaten hinweisen kann, so wird dies nur dem Umstande verdankt, dass dieses Land sowohl bei den Tieren wie bei den Menschen diese Kraft im Laufe der Zeit zielbewusst ausgebildet hat. Der Sport ist meiner Ansicht nach von hoher Bedeutung, aber wir sehen bei ihm wie bei allen Dingen eben nur das Alleräußerlichste. Doch nicht bloß das Äußerliche, warf die Fürstin Tverskaya dazwischen. Ein Offizier soll sich soeben zwei Rippen gebrochen haben. Auf Alexej Alexandrovichs Gesicht erschien das ihm eigentümliche Lächeln, das nur die Zähne sichtbar werden ließ, aber im Übrigen völlig nichtssagend war. Allerdings, Fürstin, versetzte er, ist das nichts Äußerliches, sondern etwas Innerliches. Aber darum handelt es sich nicht. Hier wandte er sich wieder an den General, mit dem er das Gespräch in ernstem Tone fortsetzte. Sie dürfen nicht vergessen, dass bei dem Rennen Offiziere reiten, die sich für diesen Beruf nach freier Wahl entschieden haben, und sie werden zugeben müssen, dass ein jeder Beruf auch seine Kehrseite hat. Der gefährliche Sport gehört geradezu zu den Pflichten eines Offiziers. Der rohe Sport des Faustkampfes oder der spanischen Toreadors ist ein Zeichen von Barbarei, aber der auf ein besonderes Ziel gerichtete Sport ist ein Zeichen kultureller Entwicklung. »Nein, ich komme ein andermal nicht wieder her, das regt mich doch gar zu sehr auf«, sagte die Fürstin Betsy. »Nicht wahr, Anna?« »Aufregend ist es, aber man kann sich doch nicht davon losreißen«, meinte eine andere Dame. »Wäre ich eine Römerin gewesen, so hätte ich an keinem Kampftage im Zirkus gefehlt.« Anna erwiderte nichts und blickte, ohne das Opernglas abzusetzen, immer nach einer Stelle hin. In diesem Augenblick ging ein hoher General durch die Loge. Alexej Aleksandrowitsch unterbrach seine Auseinandersetzung, stand eilig, aber dabei doch würdevoll auf und verbeugte sich tief vor dem vorübergehenden Offizier. »Sie reiten das Rennen nicht mit?« fragte ihn der Offizier scherzend. »Mein Rennen ist schwieriger«, antwortete Alexej Aleksandrowitsch achtungsvoll. Und obgleich diese Erwiderung eigentlich keinen rechten Sinn hatte, machte der hohe Offizier doch eine Miene, als habe er von einem geistreichen Mann ein geistreiches Wort vernommen und verstehe völlig »la pointe de la sauce«. »Es sind da zwei Standpunkte zu unterscheiden«, fuhr Alexej Aleksandrowitsch von Neuem in seiner Darlegung fort. »Der, der aktiv Beteiligten und der, der Zuschauer.« »Die Lust an solchen Schauspielen ist bei den Zuschauern, das muss ich zugeben, ein sicheres Zeichen eines niedrigen Bildungsgrades. Aber...« »Nun, Fürstin, wollen wir wetten?« erscholl von unten her die Stimme Stepan Arkadjewitschs, der sich an Betsy wandte. »Auf wen halten Sie?« »Anna und ich halten auf den Fürsten Kusowlyev«, erwiderte Betsy. »Ich auf Wronski, um ein paar Handschuhe?« »Es gilt?« »Wie hübsch das Rennen ist, nicht wahr?« Alexej Aleksandrowitsch hatte einen Augenblick geschwiegen, während dies dicht neben ihm gesprochen wurde. Aber dann begann er sogleich wieder. »Ich muss zugeben, dass unmännliche Spiele...« Aber er konnte nicht weiterreden, da in diesem Augenblicke die Reiter starteten und alle Gespräche abgebrochen wurden. Auch Alexej Aleksandrowitsch verstummte. Alle waren aufgestanden und hatten sich nach dem Flüsschen hingewandt. Für das Rennen hatte Alexej Aleksandrowitsch kein Interesse, und daher blickte er nicht nach den Reitern hin, sondern er ließ seine müden Augen durch die Reihen der Zuschauer wandern. Sein Blick blieb auf Anna haften. Ihr Gesicht war blass und tief ernst. Sie sah offenbar nichts und niemanden, außer einem einzigen. Ihre Hand presste sich krampfhaft um den Fächer zusammen, und sie atmete kaum. Er betrachtete sie einen Augenblick, dann wandte er sich eilig ab und sah nach anderen Gesichtern hin. »Da, diese Dame da«, sagte er zu sich selbst, »und dort noch andere Damen sind auch sehr aufgeregt. Das ist etwas sehr Natürliches.« Er wollte seine Frau nicht noch einmal ansehen, aber er fühlte seinen Blick unwillkürlich wieder dorthin gezogen. So schaute er denn von Neuem in dieses Gesicht, bemüht, das nicht zu lesen, was doch so deutlich darauf geschrieben stand, und gegen seinen Willen las er darauf mit Entsetzen, was zu wissen er sich sträubte. Der erste Sturz eines Reiters, Kusowlew war am Flüsschen gestürzt, setzte alle in Aufregung, aber an Annas blassem, triumphierendem Gesichter sah Alexej Aleksandrowitsch deutlich, dass der, nachdem sie hinsah, nicht gestürzt war. Als dann Machotin und Wronski die große Hürde genommen hatten und darauf der ihnen folgende Offizier an dieser selben Stelle auf den Kopf stürzte und schwer verletzt besinnungslos liegen blieb und ein dumpfes Gemurmel des Schreckens durch die ganze Zuschauerschaft ging, da sah Alexej Aleksandrowitsch, dass Anna diesen Vorfall gar nicht einmal bemerkt hatte und nur mit Mühe begriff, wovon um sie herum gesprochen wurde. Aber immer häufiger und häufiger und mit immer größerer Hartnäckigkeit betrachtete er sie. Obgleich Anna in den Anblick des dahinjagenden Wronski ganz versunken war, fühlte sie doch den Blick der kalten Augen ihres Mannes von der Seite her auf sich gerichtet. Sie sah sich einen Augenblick um, blickte ihn fragend an, zog gleich die Brauen zusammen und wandte sich wieder von ihm ab. Es war, als ob sie zu ihm sagte, »Ach, mir ist alles gleich« und von nun an blickte sie kein einziges Mal mehr nach ihm hin. Es war ein Unglücksrennen. Von den siebzehn Reitern stürzten und verletzten sich mehr als die Hälfte. Am Schluss des Rennens waren alle Zuschauer in großer Erregung, die noch dadurch erhöht wurde, dass der Kaiser sich missfällig geäußert hatte. Ende von Abschnitt 30 Gelesen von Eva K. Abschnitt 31 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil Alle sprachen laut ihre Missbilligung aus. Alle wiederholten die von irgendjemand gebrauchte Wendung, »Nun fehlt nur noch der Zirkus mit den Löwen«, und alle waren dermaßen von Entsetzen erfüllt, dass, als Wronski stürzte und Anna laut aufstöhnte, darin nichts Auffallendes lag. Aber gleich darauf ging auf Annas Gesicht eine Veränderung vor, die denn doch unbedingt eine Verletzung des Anstandes bildete. Sie war vollständig außer sich. Sie bewegte zuckend die Glieder wie ein ergriffener Vogel, mehrmals wollte sie aufstehen und weggehen, ohne selbst recht zu wissen, wohin. Dann wieder wandte sie sich an Betsy. »Wir wollen wegfahren, wir wollen wegfahren«, sagte sie. Aber Betsy hörte nicht nach ihr hin. Sich über die Brüstung der Loge hinabbeugend, sprach sie mit einem General, der zu ihr herangetreten war. Alexei Alexandrovich ging zu Anna hin und bot ihr höflich seinen Arm. »Wenn es Ihnen recht ist, wollen wir gehen«, sagte er auf Französisch, aber Anna horchte darauf hin, was der General sagte und beachtete ihren Mann gar nicht. »Wie es heißt, hat er sich ebenfalls das Bein gebrochen«, sagte der General. »Eine ganz unerhörte Geschichte.« Anna hob ohne ihrem Manne zu antworten das Glas an die Augen und blickte nach der Stelle hin, wo Wronski gestürzt war. Aber die Entfernung war so weit und das Menschengedränge dort so groß, dass sich nichts unterscheiden ließ. Sie setzte das Glas wieder ab und wollte gehen, aber in diesem Augenblicke galoppierte ein Offizier herbei und machte dem Kaiser eine Meldung. Anna beugte sich vor, um zu hören. »Stiva! Stiva!« rief sie ihrem Bruder zu, aber dieser hörte sie nicht. Wieder wollte sie aus der Loge hinaus. »Ich biete Ihnen noch einmal meinen Arm an, wenn Sie weggehen wollen«, sagte Alexej Aleksandrowitsch, indem er ihre Hand berührte. Mit einer Miene des Widerwillens wich sie von ihm zurück und antwortete, ohne ihm ins Gesicht zu sehen, »Nein, nein, lassen Sie mich nur. Ich bleibe hier.« Sie sah jetzt, dass von dem Orte, wo Wronski gestürzt war, ein Offizier quer durch die Bahn zu der Tribüne eilte. Betsy winkte ihm mit dem Taschentuche, dass er zu ihr herankommen möchte. Der Offizier brachte die Nachricht, der Reiter sei unverletzt, aber das Pferd habe sich das Rückgrat gebrochen. Sobald Anna dies gehört hatte, setzte sie sich schnell wieder hin und verbarg das Gesicht hinter dem Fächer. Alexej Aleksandrowitsch sah, dass sie weinte und nicht imstande war, ihre Tränen zurückzuhalten oder das Aufschluchzen zu unterdrücken, unter dem sich ihre Brust hob. Er stellte sich als Deckung vor sie hin und wollte ihr so Zeit geben, die Herrschaft über sich wieder zu gewinnen. »Ich biete Ihnen zum dritten Male meinen Arm an,« sagte er nach einiger Zeit. Anna blickte ihn an und schwankte, was sie ihm erwidern sollte, aber die Fürstin Betsy kam ihr zu Hilfe. »Nein, Alexej Aleksandrowitsch, ich habe Anna hergebracht und ich habe versprochen, sie auch wieder zurückzubringen. «, mischte sie sich ein. »Verzeihen Sie, Fürstin,« versetzte er. Er lächelte höflich, blickte ihr jedoch fest in die Augen. »Aber ich sehe, dass Anna nicht ganz wohl ist und möchte daher, dass sie mit mir fährt.« Anna blickte erschrocken um sich, erhob sich gehorsam und legte ihre Hand in den Arm ihres Mannes. »Ich will zu ihm schicken und mich erkundigen lassen und sende Ihnen dann Nachricht. «, flüsterte Betsy ihr zu. Beim Hinausgehen aus der Loge sprach Alexej Aleksandrowitsch genauso wie sonst immer mit Bekannten, auf die sie trafen, und auch Anna sah sich genötigt, zu antworten und zu reden, wie immer, aber sie war halb bewusstlos und schritt wie im Traume am Arme ihres Mannes dahin. »Ist er verletzt oder nicht? Ist es wahr, dass er unbeschädigt ist? Wird er kommen oder nicht? Werde ich ihn heute wiedersehen?« dachte sie. Schweigend setzte sie sich in Alexej Aleksandrowitschs Wagen und schweigend fuhren sie aus dem Gedränge der Wagen hinaus. Trotz allem, was Alexej Aleksandrowitsch gesehen hatte, vermied er es auch jetzt, über den wahren Seelenzustand seiner Frau nachzudenken. Er hatte nur äußere Merkmale gesehen. Er hatte gesehen, dass sie sich unpassend benommen hatte und hielt es für seine Pflicht, ihr dies zu sagen. Aber es wurde ihm sehr schwer, nicht noch mehr zu sagen, sondern nur eben dies. Er öffnete den Mund, um ihr zu sagen, wie unpassend sie sich benommen habe. Aber unwillkürlich sagte er etwas ganz anderes. »Es ist doch seltsam, wie wir alle uns zu diesen schrecklichen Schauspielen hingezogen fühlen«, sagte er. »Ich bemerke...« »Was? Ich verstehe nicht.« unterbrach ihn Anna in geringschätzigem Tone. Er fühlte sich gekränkt und begann nun sogleich von dem, was er eigentlich zu sagen beabsichtigt hatte. »Ich muss Ihnen sagen«, fing er an. »Jetzt kommt es, jetzt kommt die Aussprache«, dachte sie, und es wurde ihr bange zumute. »Ich muss Ihnen sagen, dass Sie sich heute unpassend benommen haben«, sagte er zu ihr auf Französisch. »Inwiefern habe ich mich unpassend benommen?«, fragte sie laut. Sie wandte rasch den Kopf zu ihm und blickte ihm gerade in die Augen, aber ganz und gar nicht mehr mit der früheren heuchlerischen Heiterkeit, sondern mit einer entschlossenen Miene, unter der sie nur mit Mühe ihre Angst verbarg. »Vergessen Sie nicht«, sagte er und deutete auf das offene Fenster hinter dem Rücken des Kutschers hin. Er erhob sich halb und zog die Scheibe in die Höhe. »Was haben Sie unpassend gefunden?«, fragte sie noch einmal. »Die Verzweiflung, die Sie bei dem Sturzer eines der Reiter nicht zu verbergen vermochten.« Er wartete, was sie wohl erwidern werde, aber sie schwieg und blickte vor sich hin. »Ich habe Sie schon früher einmal gebeten, sich in Gesellschaft so zu benehmen, daß auch die bösen Zungen nichts Nachteiliges über Sie sagen können. Es hat eine Zeit gegeben, da ich von dem innerlichen Verhältnis zwischen uns beiden sprach. Davon spreche ich jetzt nicht mehr. Ich rede jetzt nur noch von unserem äußeren Verhältnis, Sie haben sich unpassend benommen und ich möchte wünschen, daß sich das nicht wiederholt.« Sie hatte kaum die Hälfte von dem gehört, was er gesagt hatte. Sie fürchtete sich vor ihm. Auch waren ihre Gedanken damit beschäftigt, ob es wohl wahr sei, daß Wronski sich nicht beschädigt habe. Hatte sich das auf ihn bezogen, als gesagt wurde, der Reiter sei unverletzt, aber das Pferd habe sich das Rückgrat gebrochen? Als ihr Mann zu Ende gesprochen hatte, beschränkte sie sich auf ein gekünsteltes, spöttisches Lächeln und gab ihm keine Antwort, weil er das, was er gesagt hatte, gar nicht zum Verständnis gekommen war. Alexej Alexandrovich war, als er anfing zu sprechen, festen Mutes gewesen, aber als er sich dann in voller Klarheit bewusst wurde, worüber er eigentlich sprach, da teilte sich die Furcht, die sie empfand, auch ihm mit. Er sah ihr Lächeln und geriet in einen seltsamen Irrtum. Sie lächelt über meinen Verdacht? Ja, sie wird im nächsten Augenblick dasselbe sagen, was sie mir damals gesagt hat, dass mein Verdacht unbegründet ist, dass er lächerlich ist. Jetzt, wo die Enthüllung der ganzen Wahrheit wie ein Schwert über ihm schwebte, wünschte er nichts so sehr, als dass sie, wie das erste Mal ihm spöttisch antworten möge, sein Verdacht sei lächerlich und ermangle jeder Begründung. Das, was er wusste, war so furchtbar, dass er jetzt bereit war, sich zu stellen, als ob er alles glaube. Aber der Ausdruck ihres Gesichtes, das angstvoll und finster aussah, benahm ihm die Hoffnung, dass sie wieder zur Lüge greifen werde. Vielleicht irre ich mich, sagte er. In diesem Falle bitte ich um Verzeihung. Nein, sie irren sich nicht, erwiderte sie langsam und blickte voll Verzweiflung in sein kaltes Gesicht. Ich war wirklich in Verzweiflung und auch jetzt kann ich mich vor der Verzweiflung nicht retten. Ich höre sie reden und denke an ihn. Ich liebe ihn. Ich bin seine Geliebte. Sie sind mir unerträglich. Ich fürchte mich vor ihnen. Ich hasse sie. Machen sie mit mir, was sie wollen. Sie lehnte sich in eine Ecke des Wagens zurück, bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und schluchzte. Alexej Aleksandrovich saß da ohne sich zu regen und blickte unverändert wie vorher gerade aus. Aber sein ganzes Gesicht nahm plötzlich die feierliche Starrheit einer Leiche an und behielt diesen Ausdruck während der ganzen Fahrt bis zum Landhause bei. Als sie sich dem Hause näherten, wendete er seinen Kopf immer noch mit dem gleichen Ausdruck nach ihr hin. Nun wohl, aber ich verlange die Beobachtung des äußeren Anstandes bis zu dem Zeitpunkte, hier begann seine Stimme zu zittern, wo ich die nötigen Maßnahmen zur Wahrung meiner Ehre getroffen und ihnen mitgeteilt haben werde. Er stieg zuerst aus und war ihr beim Aussteigen behilflich. Mit Rücksicht auf die Dienerschaft drückte er ihr die Hand, dann stieg er wieder in den Wagen und fuhr nach Petersburg. Gleich nach seiner Abfahrt kam ein Diener von der Fürstin Betsy und überbrachte Anna eine Karte. Ich habe zu Wronski hingeschickt und mich nach seinem Befinden erkundigen lassen. Er schreibt mir, er sei gesund und unverletzt, aber in Verzweiflung. Also wird er kommen, sagte sie sich. Wie gut habe ich daran getan, dem anderen alles zu sagen. Sie blickte auf die Uhr. Es fehlten noch drei Stunden und die Erinnerung an die Einzelheiten ihres letzten Beisammenseins erhitzte ihr Blut. Mein Gott, wie hell es ist! Das ist ja ängstlich. Aber dann habe ich es auch wieder gern, wenn ich sein Gesicht sehen kann. Und ich liebe das märchenhafte Licht dieser hellen Nächte. Mein Mann, ach ja! Nun Gott sei Dank, dass ich mit ihm völlig fertig bin. 30 Wie an allen Orten, wo Menschen einigermaßen zahlreich zusammenkommen, so vollzog sich auch in dem kleinen deutschen Badeorte, den die Familie Scherbatsky aufgesucht hatte, der übliche, sozusagen, soziale Kristallisationsprozess, der jedem Mitglied der menschlichen Gesellschaft einen festen, unveränderlichen Platz anweist. Wie nach festem, unveränderlichem Gesetze ein Wasserteilchen bei Kälte die bestimmte Form eines Schneekristalls erhält, so nahm auch jede neue Persönlichkeit, die in dem Badeorte ankam, sofort den ihr zukommenden Platz ein. Fürst Scherbatsky samt Gemahlin und Tochter kamen aufgrund der von ihnen gemieteten Wohnung und aufgrund ihres Namens und aufgrund des Ranges der Bekannten, die sie dort vorfanden, durch diese Kristallisation sofort an ihren bestimmten, gottgewollten Platz. In dem Badeorte befand sich in diesem Jahre eine wirkliche deutsche Fürstin und infolgedessen vollzog sich die Kristallisation der Gesellschaft noch wirksamer als zu anderen Zeiten. Die Fürstin Scherbatsky wünschte durchaus, ihre Tochter der Hohen Frau vorzustellen und vollzog diesen Akt wirklich schon am zweiten Tage. Kitty verneigte sich tief und anmutig in ihrem aus Paris verschriebenen, sehr einfachen, das heißt höchst eleganten Sommerkleide. Die deutsche Fürstin sagte, ich hoffe, dass die Rosen bald auf dieses hübsche Gesichtchen zurückkehren werden. Und nun waren die Scherbatskys sofort auf ein bestimmtes Geleise der Lebenshaltung gestellt, aus dem herauszukommen nicht mehr möglich war. Scherbatskys wurden auch mit einer englischen Lady und ihrer Familie bekannt und mit einer deutschen Gräfin und ihrem Sohne, der im letzten Kriege verwundet worden war, und mit einem schwedischen Gelehrten und mit einem Monsieur Canu und seiner Schwester. Hauptsächlich aber verkehrten Scherbatskys, das hatte sich ganz von selbst so gemacht, mit einer Moskauer Dame, Maria Evgeniewna Rtischtschewa und ihrer Tochter, die Kitty unsympathisch war, weil sie ebenso wie sie selbst an Liebeskummer krankte, und mit einem Moskauer Obersten, den Kitty von ihrer Kindheit an nur in Uniform und mit Achselstücken gesehen und gekannt hatte, und der hier mit seinen kleinen Augen und dem offenen Hals und der bunten Krawatte recht komisch aussah und außerdem seinen Bekannten dadurch langweilig wurde, dass man sich gar nicht wieder von ihm losmachen konnte, wenn man sich einmal in ein Gespräch mit ihm eingelassen hatte. Als alles dies eine so feste Form angenommen hatte, begann Kitty sich sehr zu langweilen, umso mehr, da ihr Vater, der Fürst, nach Karlsbad gereist und sie mit der Mutter allein zurückgeblieben war. Sie hatte kein Interesse an den Leuten, die sie schon kannte, da sie wusste, dass sie an ihnen nichts Neues mehr entdecken werde. Ihre hauptsächlichste und liebste Beschäftigung in diesem Badeorte bestand darin, die, die sie noch nicht kannte, zu beobachten und zu erraten, was das wohl für Leute sein möchten. Es lag in Kittys Charakter von allen Menschen das Beste zu denken und ganz besonders von denen, die sie nicht kannte. Auch während sie jetzt zu erraten suchte, wer und was diese Leute wohl seien und was für Beziehungen zwischen ihnen beständen, malte sie sich die schönsten, edelsten Charaktere aus und glaubte in dem, was sie beobachtete, eine Bestätigung ihrer Mutmaßungen zu finden. Ihre besondere Teilnahme erregte unter diesen Persönlichkeiten ein russisches Fräulein, das zusammen mit einer älteren, kranken russischen Dame nach dem Badeorte gekommen war, mit einer Madame Stahl, wie sie von allen genannt wurde. Madame Stahl gehörte zur obersten Schicht der Gesellschaft, war aber so krank, dass sie nicht gehen konnte und nur ganz selten an besonders schönen Tagen in einem Rollstuhl am Brunnen erschien. Indessen sprach die Fürstin Scherbatskaya ihrer Ansicht dahin aus, dass Madame Stahl nicht sowohl infolge ihrer Krankheit wie aus Stolz den Verkehr mit den anwesenden Russen meide. Das russische Fräulein versah bei dieser Madame Stahl die Stelle einer Pflegerin und war auch mit allen anderen Schwerkranken, deren es in dem Badeorte eine ganze Menge gab, bekannt und nahm sich ihrer in der unbefangensten, natürlichsten Weise an. Dieses russische Fräulein war nach Kittys Beobachtungen keine Verwandte der Madame Stahl, dabei aber auch keine für Lohn angenommene Pflegerin. Sie wurde von Madame Stahl Varyenka genannt, von anderen Mademoiselle Varyenka. Mit lebhaftem Interesse stellte Kitty ihre Beobachtungen an über die Beziehungen dieses Fräuleins zu Frau Stahl und zu anderen ihr unbekannten Personen. Ja noch mehr, Kitty empfand, wie das nicht selten vorkommt, eine unerklärliche Neigung zu dieser Mademoiselle Varyenka und fühlte, wenn ihre Blicke sich trafen, dass auch jene an ihr gefallen fand. Mademoiselle Varyenka sah nicht so aus, als habe sie die erste Jugend bereits hinter sich, sondern eher wie ein Wesen, dem die Jugend überhaupt versagt ist. Man konnte sie auf 19 Jahre schätzen, aber auch auf 30 Jahre. Betrachtete man ihre Gesichtszüge, so konnte man sie trotz ihrer kränklichen Hautfarbe eher hübsch als hässlich nennen. Auch eine schöne Gestalt hätte man ihr zusprechen können, wäre nicht ihr Körper allzu mager und ihr Kopf für ihre mittlere Größe unverhältnismäßig groß gewesen. Aber auf Männer konnte sie keine Anziehungskraft ausüben. Sie glich einer schönen, zwar noch vollblättrigen, aber doch schon verblühten, duftlosen Blume. Außerdem konnte sie auch noch deswegen auf die Männer nicht anziehend wirken, weil ihr das mangelte, was Kitty im Übermaße besaß, das tiefinnerliche Lebensfeuer und das Bewusstsein der eigenen Anziehungskraft. Sie schien stets mit Dingen von entschieden ernstem Charakter beschäftigt zu sein und es machte daher den Eindruck, als könne sie für nichts andersartiges Sinn haben. Auf Kitty übte sie gerade durch diesen starken Gegensatz zu ihrer eigenen Person eine besondere Anziehungskraft aus. Kitty fühlte, dass sie bei diesem Mädchen und dessen ganzer Lebensgestaltung ein vorbildliches Beispiel für das finden werde, wonach sie jetzt so schmerzlich suchte. Ernste Lebensinteressen und Lebenswerte außerhalb der ihr jetzt so zuwidergewordenen gesellschaftlichen Beziehungen eines jungen Mädchens zum männlichen Geschlechte, die ihr jetzt als eine schmähliche Ausstellung einer auf einen Käufer wartenden Ware erschienen. Je länger Kitty ihre unbekannte Freundin beobachtete, umso mehr kam sie zu der Überzeugung, dass dieses Mädchen wirklich das ideale Wesen sei, als dass es ihr erschien und umso sehnlicher wünschte sie mit ihr bekannt zu werden. Die beiden Mädchen begegneten einander mehrmals täglich und bei jeder Begegnung fragten Kittys Augen, wer sind sie, was sind sie? Nicht wahr, sie sind wirklich das prächtige Wesen, für das ich sie halte. Aber glauben sie ja nicht, fügte ihr Blick hinzu, dass ich so dreist bin, ihnen meine Bekanntschaft aufdringen zu wollen. Ich freue mich einfach ihres Anblicks und habe sie sehr gern. Ich habe sie auch sehr gern, erwiderte der Blick des unbekannten Mädchens, und sie sind sehr, sehr lieb und nett, und ich würde sie noch lieber haben, wenn ich nur mehr Zeit hätte. Und in der Tat, Kitty sah, dass sie stets beschäftigt war. Entweder führte sie die Kinder einer russischen Familie vom Brunnen nach Hause, oder sie brachte einer Kranken ein Umschlagtuch und wickelte sie darin ein, oder sie war bemüht, einen nervösen Kranken zu unterhalten und zu zerstreuen, oder sie kaufte für jemand Backwerk zum Kaffee. Bald nach der Ankunft der Familie Scherbatsky begannen beim morgendlichen Brunnentrinken noch zwei Personen regelmäßig zu erscheinen, die die allgemeine Aufmerksamkeit jedoch nicht in freundlichem Sinne auf sich zogen. Es waren dies ein Mann von hohem Wuchse, aber gebückter Haltung, mit gewaltig großen Händen, in einem kurzen, für seine Gestalt nicht passenden, alten Überzieher, mit schwarzen, naiv blickenden und dabei doch furchterregenden Augen, und eine sehr schlecht und geschmacklos gekleidete Frau mit pockennarbigem, aber sehr gutem, freundlichem Gesicht. Als Kitty diese beiden Personen als Russen erkannt hatte, begann sie sofort, sich über sie in ihrer Fantasie einen schönen, rührenden Roman zurechtzumachen. Aber die Fürstin, die aus der Kurliste ersehen hatte, dass dies Nikolaj Ljewin und Maria Nikolajewna waren, klärte Kitty darüber auf, was für ein schlechter Mensch dieser Ljewin sei, und so lösten sich denn alle ihre fantastischen Träumereien über dieses Paar in nichts auf. Nicht nur, weil die Mutter ihr mancherlei über diesen Menschen erzählt hatte, sondern auch, weil dieser Mensch Konstantins Bruder war, erschienen ihr diese beiden Personen auf einmal im höchsten Grade abstoßend. Dieser Ljewin erregte ihr jetzt durch seine Gewohnheit, mit dem Kopf herzuzucken, ein unüberwindliches Gefühl des Widerwillens. Es schien ihr, als ob in seinen großen, schrecklichen Augen, die ihr hartnäckig folgten, ein Ausdruck von Hass und Spott liege, und sie bemühte sich, Begegnungen mit ihm zu vermeiden. Ende von Abschnitt 31 Eines Tages war ein recht garstiges Wetter. Den ganzen Vormittag regnete es und die Kranken drängten sich mit Schirmen im Wandelgang. Kitty wandelte dort mit ihrer Mutter und dem Moskauer Obersten hin und her, der vergnügt in seinem europäischen Oberrock ein Heer stolzierte, den er sich in Frankfurt fertig gekauft hatte. Sie gingen auf der einen Seite des Wandelganges und bemühten sich, einem Zusammentreffen mit Lerwin auszuweichen, der auf der anderen Seite ging. Varyenka, die wie gewöhnlich ein dunkles Kleid und einen schwarzen Hut mit hinuntergebogenen Krempen trug, wanderte mit einer blinden Französin den Wandelgang in seiner ganzen Länge auf und ab. Und jedes Mal, wenn sie und Kitty einander begegneten, warfen sie sich wechselseitig einen freundlichen Blick zu. »Mama, darf ich Sie anreden?« sagte Kitty, sie war ihrer unbekannten Freundin mit den Blicken gefolgt und hatte bemerkt, dass diese zum Brunnen ging, wo sich ein Zusammentreffen leicht ermöglichen ließ. »Nun, wenn das so sehr dein Wunsch ist, so will ich mich zunächst nach ihr erkundigen und dann selbst mit ihr anknüpfen,« erwiderte die Mutter. »Was hast du denn Besonderes an ihr gefunden? Wahrscheinlich ist sie eine Gesellschafterin. Wenn du es gern möchtest, will ich mich mit Madame Stahl bekannt machen, ich habe ihre Belle-Sœur gekannt,« fügte die Fürstin stolz den Kopf erhebend hinzu. Kitty wusste, dass ihre Mutter sich dadurch verletzt fühlte, dass Frau Stahl es anscheinend vermied, ihre Bekanntschaft zu machen. So drang Kitty nicht weiter in sie. »Nein, wie lieb und gut sie ist,« sagte sie, als sie nach Varenka gerade in dem Augenblicke hinschaute, da diese der Französin einen Becher Brunnen reichte. »Sehen Sie nur, wie natürlich und lieb alles an ihr ist.« »Mit deinen Arguments bist du höchst komisch,« versetzte die Fürstin. »Aber wir wollen lieber umkehren,« fügte sie hinzu, da sie bemerkte, dass ihnen Lévin mit seiner Begleiterin und einem deutschen Arzte entgegenkam und zu diesem laut und in ärgerlichem Tone redete. Sie wandte sich gerade um, um zurückzugehen, als sie plötzlich nicht mehr nur ein lautes Reden, sondern geradezu ein Schreien hörten. Lévin war stehen geblieben und schrie, und auch der Arzt war nun in Erregung gekommen. Eine Menge Menschen sammelten sich um die Streitenden. Die Fürstin und Kitty entfernten sich eilig, der Oberst aber gesellte sich zu dem Menschenschwarm, um zu hören, was es denn gäbe. Nach einigen Minuten holte der Oberst sie wieder ein. Was ging da eigentlich vor? fragte die Fürstin. Es ist eine wahre Schande, antwortete der Oberst, wovor man sich geradezu fürchten muss, das ist, mit Russen im Auslande zusammenzutreffen. Dieser lange Herr hat sich mit dem Arzte gezankt, ihm Grobheiten gesagt, weil er ihn falsch behandle und sogar mit dem Stocke ausgeholt, es ist geradezu eine Schande. Ach, wie gräulich, sagte die Fürstin. Nun, und wie hat denn die Sache geendet? Zum Glück hat da eine Dame eingegriffen, diese Dame mit dem pilzförmigen Hute, sie scheint eine Russin zu sein, antwortete der Oberst. Mademoiselle Varenka, fragte Kitty freudig, jawohl, jawohl, die fand schneller als die anderen Leute das richtige Mittel, sie fasste diesen Herrn unter den Arm und führte ihn weg. Sehen Sie wohl, Mama, sagte Kitty zu ihrer Mutter, und da wundern Sie bemerkte Kitty bei der Beobachtung ihrer unbekannten Freundin, dass Mademoiselle Varenka nunmehr auch schon zu Lewin und der Frauens Person, die dieser bei sich hatte, in demselben Verhältnis stand, wie zu ihren anderen Protegés. Sie trat zu ihnen, redete mit ihnen und diente der Frau, die keine einzige fremde Sprache sprach, als Dolmetscherin. Kitty setzte nun ihrer Mutter noch mehr mit Bittend zu, sie möchte ihr doch erlauben, mit Varenka eine Bekanntschaft anzuknüpfen. Und so unangenehm es der Fürstin auch war, sozusagen den ersten Schritt zu einer Bekanntschaft mit dieser Frau Stahl zu tun, die sich so viel zu dünken schien, so stellte sie nun doch Nachfragen über Varenka an, und nachdem sie von verschiedenen Seiten eine Auskunft erhalten hatte, aus der sich war, so ging sie selbst zuerst bei Gelegenheit auf Varenka zu und machte sich mit ihr bekannt. Sie hatte dazu einen Augenblick gewählt, da ihre Tochter zum Brunnen gegangen, Varenka aber vor einem Bäckerladen stehen geblieben war. Gestatten sie mir ihre Bekanntschaft zu machen, sagte sie mit ihrem würdevollen Lächeln. Meine Tochter ist ordentlich verliebt in sie, sie kennen mich vielleicht nicht ich. Oh doch, das ist ja auch viel natürlicher als dass ich ihnen bekannt sein könnte, Fürstin, erwiderte Varenka eilig. Was haben sie gestern für ein gutes Werk an unserem bedauernswerten Landsmann getan, sagte die Fürstin. Varenka errötete. Ich wüsste nicht, ich habe ja wohl eigentlich gar nichts getan, versetzte sie. Gewiss doch, sie haben diesen Herrn Lewin vor ernsten Unannehmlichkeiten bewahrt. Ach, sa Compagne rief mich an und da suchte ich ihn zu beruhigen. Er ist sehr krank und war mit seinem Arzt unzufrieden. Ich bin es gewohnt, mit solchen Kranken umzugehen. Ja, ich habe gehört, dass sie in Mentone mit Madame Stahl, wenn ich recht unterrichtet bin ihrer Frau Tante zusammen wohnen. Ich habe ihre Belle Sir gekannt. Nein, sie ist nicht meine Tante. Ich nenne sie Maman, bin aber nicht verwandt mit ihr. Ich bin nur von ihr erzogen worden, antwortete Warenka und errötete dabei wieder. Das sagte sie so schlicht und natürlich und auf ihrem lieben guten Gesicht lag ein solcher Ausdruck von Wahrhaftigkeit und Offenheit, dass die Fürstin begriff, warum Kitty dieses Fräulein Warenka so lieb gewonnen hatte. Nun und was wird dieser Lewin jetzt tun? fragte die Fürstin. Er reißt ab, erwiderte Warenka. In diesem Augenblicke kam Kitty vom Brunnen her hinzu, strahlend vor Freude darüber, dass ihre Mutter eine Bekanntschaft mit ihrer unbekannten Freundin angeknüpft hatte. Nun siehst du Kitty, dein heißer Wunsch die Bekanntschaft von Mademoiselle Warenka, half Warenka lächelnd ein, so werde ich allgemein genannt. Kitty war ganz rot geworden vor Freude und drückte lange ihrer neuen Freundin schweigend die Hand, die dann regungslos in der ihrigen lag. Aber wenn auch die Hand den Druck nicht erwiderte, so glänzte doch Mademoiselle Warenkas Gesicht von einem stillen, frohen, wie wohl ein wenig trüben Lächeln, das ihre großen, aber schönen Zähne sichtbar werden ließ. Ich habe das selbst schon lange gewünscht, sagte sie, aber sie sind so in Anspruch genommen. Ach, im Gegenteil, ich habe gar nichts zu tun, versetzte Warenka, aber in demselben Augenblicke musste sie sich von ihren neuen Bekannten trennen, weil zwei kleine Mädchen die Töchter eines kranken Russen auf sie zugelaufen kamen. Warenka, Mama ruft, schrien sie, und Warenka folgte ihnen. 32 Die Einzelheiten, die die Fürstin über Warenkas Vergangenheit und über ihre Beziehungen zu Madame Stahl in Erfahrung gebracht hatte, waren folgende. Madame Stahl, von der die einen sagten, sie habe ihren Mann zu Tode gequält, die anderen, er habe sie durch seinen sittenlosen Lebenswandel unglücklich gemacht, war immer eine kränkliche, überspannte Frau gewesen. Als sie bereits nach der Scheidung von ihrem Manne ihr erstes Kind gebar, starb dieses gleich nach der Geburt und ihre Verwandten, die ihre hochgradige Erregbarkeit kannten und fürchteten, dass diese Nachricht ihr den Tod bringen könnte, schoben ihr ein anderes Kind unter. Sie wählten dazu, dass in derselben Nacht und in dem selben Hause in Petersburg geborene Töchterchen eines Hofkoches. Dies war Varenka. Madame Stahl erfuhr in der Folge, dass Varenka nicht ihre Tochter sei, aber sie zog sie dennoch weiter auf, umso mehr, da Varenka bald darauf ihre beiden Eltern verlor und auch sonst keine nahen Verwandten hatte. Madame Stahl lebte nun schon mehr als zehn Jahre ununterbrochen im Auslande, im Süden und verließ fast nie das Bett. Manche sagten, Madame Stahl habe sich geflissentlich eine Stellung in der Gesellschaft als tugendhafte, tief religiöse Frau geschaffen. Andere waren überzeugt, dass sie wirklich im Grunde ihres Herzens jenes sittlich hochstehende nur für das Wohl der Mitmenschen lebende Wesen sei, als das sie sich darstellte. Niemand wusste, welcher Konfession sie angehörte, ob der katholischen oder der protestantischen oder der rechtgläubigen, aber eins war unzweifelhaft, sie stand in freundschaftlichen Beziehungen zu den höchsten Persönlichkeiten aller Kirchen und Bekenntnisse. Warenka lebte mit ihr beständig im Auslande und alle, die Madame Stahl kannten, kannten auch Mademoiselle Warenka, wie alle sie nannten und hatten sie gern. Nachdem die Fürstin alle diese Einzelheiten erfahren hatte, fand sie in einer Annäherung ihrer Tochter an Warenka nichts Bedenkliches, umso weniger, Warenka gute Manieren und eine vortreffliche Bildung besaß. Sie sprach ausgezeichnet Französisch und Englisch und was die Hauptsache war, sie überbrachte von Frau Stahl den Ausdruck ihres Bedauerns, dass sie wegen ihrer Krankheit das Vergnügen entbehren müsse, die Bekanntschaft der Fürstin zu machen. Nachdem Kitty so mit Warenka einmal bekannt geworden war, fühlte sie sich von ihrer Freundin immer mehr und mehr bezaubert und entdeckte an ihr alle Tage neue Vorzüge. Die Fürstin, die gehört hatte Warenka singe sehr gut, bat sie, ob sie nicht am Abend zu ihnen kommen und etwas vorsingen wolle. Kitty spielt und wir haben hier ein Klavier, allerdings kein sehr gutes, aber sie würden uns eine so große Freude damit machen, sagte die Fürstin mit einem gemachten Lächeln, durch das sich Kitty jetzt besonders unangenehm berührt fühlte, da sie schon gemerkt hatte, dass Warenka überhaupt nicht gern sang. Indessen kam Warenka am Abend und brachte ein Notenheft mit. Die Fürstin hatte auch Maria Evgeniewna mit ihrer Tochter und den Oberst eingeladen. Warenka schien in keiner Weise darüber verlegen zu sein, dass auch Personen, die sie nicht kannte, zugegen waren und trat zugleich ans Klavier. Sie konnte sich nicht selbst begleiten, sang aber sehr gut vom Blatte. Kitty, die gut spielte, begleitete sie. Sie besitzen ein ungewöhnliches Talent, sagte die Fürstin zu Warenka, nachdem diese das erste Lied sehr schön vorgetragen hatte. Auch Maria Evgeniewna und ihre Tochter bedankten sich bei ihr und lobten ihren Gesang. Sehen Sie nur, sagte der Oberst bei einem Blick durch das Fenster, welch ein Publikum sich angesammelt hat, um ihnen zuzuhören. In der Tat hatte sich eine ziemlich große Menschenmenge unter den Fenstern zusammengeschart. Ich freue mich sehr, dass es ihnen Vergnügen macht, erwiderte Warenka schlicht. Kitty blickte mit Stolz auf ihre Freundin. Sie war entzückt über Warenkas Kunst und über ihre Stimme und über ihre Miene, am allermeisten aber über ihr ganzes Wesen. Darüber, dass Warenka sich offenbar auf ihren Gesang nichts einbildete und den Lobsprüchen gegenüber vollständig gleichmütig blieb. In ihrer Haltung schien nur die Frage zu liegen, soll ich noch mehr singen oder ist es nun genug? Wenn ich das wäre, dachte Kitty im Stillen, wie stolz würde ich darauf sein, wie würde ich mich freuen, auf diese Menschenmenge unter den Fenstern hinab zu blicken, aber ihr ist das alles ganz gleichgültig? Sie lässt sich nur von dem Wunsch leiten, meiner Maman keine abschlägige Antwort zu geben, sondern ihr einen Gefallen zu tun. Was hat sie nur für eine eigenartige Seele? Woher nimmt sie die Kraft, auf alles mit Gleichmut hinzublicken und eine sichere Ruhe zu bewahren? Ach, wenn ich das doch auch verstände, wenn ich doch nicht betrachtete. Die Fürstin bat Varinka noch etwas zu singen und Varinka sang ein anderes Lied, ebenso fließend, untadelig und schön, während sie in gerader Haltung neben dem Klaviere stand und mit ihrer mageren, gebräunten Hand den Takt darauf angab. Die folgende Nummer im Hefte war ein italienisches Lied. Kitty spielte das Vorspiel und blickte Varinka an. Wir wollen dieses Lied weglassen, sagte Varinka errötend. Erschrocken und fragend hielt Kitty ihre Augen auf Varinkas Gesicht geheftet. Nun dann also ein anderes, versetzte sie hastig und schlug die Blätter um. Sie hatte sofort durchschaut, dass mit diesem Liede für Varinka irgendeine Erinnerung verknüpft sein musste. Nein, antwortete Varinka und legte lächelnd ihre Hand auf die Noten. Nein, wir wollen es doch singen. Und sie sang dieses Lied ebenso schön und mit der gleichen kühlen Ruhe wie die vorhergehenden. Als sie geendet hatte, bedankten sich wieder alle bei ihr und gingen dann zum Tee. Kitty und Varinka aber begaben sich in das Gärtchen neben dem Hause. Nicht wahr? Mit diesem Liede verknüpft sich für sie irgendeine Erinnerung? fragte Kitty. Teilen sie mir nichts darüber mit, fügte sie hasstig hinzu, sagen sie mir nur, ob es der Fall ist. Warum sollte ich es ihnen nicht mitteilen? Ich will es ihnen sagen, erwiderte Varinka schlicht und einfach und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort, Ja, es ist eine Erinnerung damit verbunden und sie ist mir früher sehr schmerzlich gewesen. Ich habe einen Mann geliebt und ihm dieses Lied oft gesungen. Kitty blickte sie ohne ein Wort zu sagen, mit großen, weit geöffneten Augen gerührt an. Ich liebte ihn und er liebte mich, aber seine Mutter wollte es nicht und so heiratete er eine andere. Er wohnt jetzt nicht weit von uns und ich sehe ihn manchmal. Sie hätten wohl nicht gedacht, dass auch ich einen Roman erlebt habe, sagte sie und auf ihrem hübschen Gesichte flackerte flüchtig ein Rest von jenem Feuer auf, das, davon war Kitty überzeugt, einst gewiss ihr ganzes Inneres durchleuchtet und durchglüht hatte. Warum hätte ich glauben sollen, dass das nicht der Fall gewesen wäre? Wäre ich ein Mann, so würde mehr lieben können. Es ist mir unbegreiflich, wie er seiner Mutter zu Gefallen von ihnen lassen und sie unglücklich machen konnte. Er muss kein Herz gehabt haben. Oh nein, er ist ein sehr guter Mensch und ich bin ja auch gar nicht unglücklich, im Gegenteil, ich bin sehr glücklich. Nun, wie ist's? Heute singen wir wohl nicht mehr, fügte sie hinzu, indem sie sich nach wie gut sie sind, rief Kitty aus, hielt sie zurück und küsste sie, wenn ich ihnen doch nur ein klein wenig ähnlich sein könnte. Wozu brauchen sie jemandem ähnlich zu sein? So wie sie sind, sind sie gut, erwiderte Varianca mit ihrem sanften, müden Lächeln. Nein, ich bin gar nicht gut, aber sagen sie mir doch, bitte bleiben sie noch einen Augenblick, wir wollen uns noch einmal hinsetzen, sagte Kitty und zog sie neben sich auf die Bank nieder. Sagen sie mir doch, ist es ihnen nicht kränkend, denken zu müssen, dass ein Mann ihre Liebe verschmäht, ihre Liebe nicht hat haben mögen? Aber er hat sie ja gar nicht verschmäht, ich glaube, dass er mich wirklich geliebt hat, aber er war ein gehorsamer Sohn. Das mag sein, aber wenn er es nun nach seinem eigenen Willen, sagte Kitty und wurde sich bewusst, dass sie ihr Geheimnis verraten hatte und ihr vor Schamröte erglühendes Gesicht sie überführte. Dann hätte er schlecht gehandelt und ich würde mich um ihn nicht grämen, antwortete Varenka, die offenbar durchschaute, dass es sich jetzt nicht mehr um sie, sondern um Kitty handelte. Aber die Kränkung, sagte Kitty, die Kränkung kann man doch nicht vergessen, die kann man nicht vergessen. Sie dachte an ihren Blick auf den letzten Balle in dem Augenblick, da die Musik plötzlich aufgehört hatte. Worin liegt denn die Kränkung? Sie haben doch nicht schlecht gehandelt. Schlimmer als schlecht, so dass ich mich schämen muss. Varenka wiegte den Kopf hin und her und legte ihre Hand auf Kittys Arm. Schämen? Worüber? fragte sie. Sie werden doch einem Mann, dem sie gleichgültig waren, nicht gesagt haben, dass sie ihn liebten? Selbstverständlich nicht, ich habe nie auch nur ein Wort gesagt, aber er wusste es doch, aus Blicken, aus dem ganzen Benehmen, nein, nein, und wenn ich hundert Jahre alt werde, kann ich es nicht vergessen. Was meinen sie denn eigentlich, ich verstehe sie nicht, es kommt doch nur darauf an, ob sie ihn jetzt noch lieben oder nicht, sagte Varenka, die alles beim richtigen Namen nannte. Ich hasse ihn, ich kann mir selbst nicht verzeihen. Was können sie sich denn nicht verzeihen? Dass ich mir eine solche Beschämung, eine solche Kränkung zugezogen habe. Ach, wenn alle so empfindlich sein wollten wie sie, erwiderte Varenka, es gibt kein Mädchen, das nicht hätte so etwas durchmachen müssen, und all das ist doch so unwichtig. Ja, was ist denn dann aber wichtig? fragte Kitty und blickte ihr mit neugieriger Verwunderung ins Gesicht. Ach, es gibt viel Wichtiges, versetzte Varya lächelnd. Nun, was denn? Ach, es gibt vieles, was weit wichtiger ist, antwortete Varenka, wusste aber nicht recht, was sie sagen sollte, aber in diesem Augenblick hörten sie aus dem Fenster die Stimme der Fürstin. Kitty, es wird kühl, nimm ein Tuch um oder komm ins Zimmer. Es ist wirklich Zeit, dass ich gehe, sagte Varenka und stand auf. Ich muss auch noch zu Madame Bert gehen, sie hat mich darum gebeten. Kitty hielt ihre Hand gefasst und ihr stummer Blick fragte bittend mit leidenschaftlicher Neugier, was ist es denn, was ist denn dieses Wichtigste, das einem solche Ruhe des Gemütes verleiht, sie wissen es, sagen sie mir es doch. Aber Varenka verstand gar nicht, wonach Kittys Blick sie fragte. Sie dachte nur noch daran, dass sie heute noch Madame Bert besuchen und sich so einrichten müsse, dass sie rechtzeitig um zwölf zu Hause bei Maman zum Tee sei. Sie ging ins Zimmer, nahm ihre Noten, verabschiedete sich von allen und schickte sich an zu gehen. Erlauben sie, ich werde sie begleiten, sagte der Oberst. Gewiss, sie können doch jetzt bei Nacht nicht allein gehen, stimmte ihm die Fürstin zu, oder wenigstens möchte ich meine Parasha mit ihnen mitschicken. Kitty sah, Varenka nur mit Mühe ein Lächeln unterdrückte, als sie hörte, dass man für sie eine Begleitung als notwendig erachtete. Nicht doch, ich gehe immer allein und es ist mir noch nie etwas zugestoßen, sagte sie und griff nach ihrem Hute. Sie küsste Kitty noch einmal und ohne gesagt zu haben, was denn nun jenes Wichtige sei, verschwand sie festen, flinken Schrittes mit den Noten unter dem Arm in dem Halbdunkel der Sommernacht und nahm ihr Geheimnis mit sich, was das Wichtige sei, dem sie diese beneidenswerte Ruhe und Würde zu verdanken hatte. Ende von Abschnitt 32 Gelesen von Eva K. Abschnitt 33 von Anna Karenina von Liev Nikolaevich Dostoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil 33 Kitty wurde auch mit Frau Stahl bekannt und diese Bekanntschaft im Verein mit der Freundschaft zu Varyenka übte nicht nur einen starken Einfluss auf ihre Lebensanschauungen aus, sondern tröstete sie auch in ihrem Kummer. Sie fand diesen Trost darin, dass sich ihr dank dieser Bekanntschaft eine völlig neue Welt erschloss, die mit ihrer Vergangenheit nichts gemein hatte, eine erhabene schöne Welt, von deren Höhe man mit ruhigem Gemüte auf diese Vergangenheit hinblicken konnte. Es erschloss sich ihr die Erkenntnis, dass es außer dem triebmäßigen Leben, dem sie sich bisher hingegeben hatte, auch ein geistiges Leben gebe. Dieses Leben erschloss sich ihr in der Religion, aber in einer Religion, die nichts gemein hatte, mit der, die ihr von Kindheit an bekannt war, und ihren Ausdruck darin fand, dass man die Mittagsmesse besuchte, und den Abendgottesdienst im Witwenhause, wo man sich mit seinen Bekannten treffen konnte, und dass man beim geistlichen Bibelstellen in altslawischer Sprache auswendig lernte. Dies war im Gegensatze dazu eine erhabene, geheimnisvolle Religion, die mit einer ganzen Reihe schöner Gedanken und Gefühle verknüpft war, eine Religion, an die man nicht nur glauben konnte, weil es befohlen war, sondern die man auch lieben konnte. Kitty lernte dies alles nicht aus Worten. Madame Stahl sprach mit ihr wie mit einem lieben Kinder, auf das man mit Freude hinblickt, wie auf eine Erinnerung an die eigene Jugendzeit und deutete nur einmal darauf hin, dass bei allem menschlichen Leide nur Liebe und Glaube Trost gewähren und dass Christus mit jedem menschlichen Kummer auch mit dem nichtigsten Mitleid habe. Aber dann lenkte sie sofort das Gespräch auf ein anderes Gebiet. Aber Kitty lernte aus jeder ihrer Bewegungen, aus jedem ihrer Worte, aus jedem ihrer, wie Kitty sie nannte, himmlischen Blicke und namentlich aus ihrer ganzen Lebensgeschichte, die sie durch Varienka erfuhr, aus alledem lernte sie, was das Wichtige war, das sie bis dahin nicht gekannt hatte. Aber wie edel auch Frau Stahls Charakter war, wie rührend ihre ganze Lebensgeschichte, wie hochsinnig und zärtlich ihre Worte, so nahm Kitty doch an ihr auch einzelne Züge wahr, die sie befremdeten. Sie bemerkte, dass, als sie von Madame Stahl nach ihren Angehörigen befragt wurde und Auskunft gab, diese geringschätzig lächelte, was doch der christlichen Liebe zuwiderlief. Ferner bemerkte sie, als sie einmal Madame Stahl in ihrer Wohnung im Gespräche mit einem katholischen Priester antraf, dass diese geflissentlich ihr Gesicht im Schatten des Lampenschirmes hielt und in eigentümlicher Weise lächelte. So unbedeutend diese beiden Beobachtungen auch waren, so machten sie Kitty doch ganz betroffen und ließen in ihr Zweifel über Frau Stahl aufsteigen. Varenka dagegen, die so einsam dastand ohne Verwandte, ohne Freunde, mit einer traurigen Enttäuschung im Herzen, Varenka, die sich nichts wünschte, über nichts klagte, die war für Kitty jenes schlechthin vollkommene Wesen, von dem sie sich bisher nur in ihrer Einbildungskraft ein Bild geschaffen hatte. An Varenka hatte sie einsehen gelernt, dass man nur sich selbst zu vergessen und andere zu lieben brauchte, um ruhig, glücklich und gut zu sein. Und so zu sein, war Kittys Streben. Nachdem Kitty jetzt erkannt hatte, was jenes wichtigste war, begnügte sie sich nicht damit, begeistert dafür zu schwärmen, sondern sie gab sich sofort mit ganzer Seele diesem neuen Leben hin, das sich vor ihr aufgetan hatte. Aufgrund von Varenkas Mitteilungen über das viele Gute, was Madame Stahl und andere von ihr mit Namen genannte Frauen wirkten, arbeitete Kitty sich schon jetzt einen Plan für ihr künftiges Leben aus. Sie viel erzählt hatte, wo auch immer sie ihren Wohnsitz haben würde, die Unglücklichen aufsuchen, ihnen helfen, so viel als nur irgend möglich, neue Testamente verteilen, den Kranken, den Verbrechern und den Sterbenden aus den Evangelien vorlesen. Der Gedanke, Verbrechern das Evangelium vorzulesen, wie dies Aline tat, hatte für Kitty etwas besonders Reizvolles, aber alles dies waren geheime Zukunftsträumereien, über die Kitty weder mit ihrer Mutter noch mit Varianca sprach. Übrigens fand Kitty in Erwartung der Zeit, da sie ihre Pläne würde in größerem Maßstabe zur Ausführung bringen können, auch bereits jetzt in diesem Badeorte, wo es so viele Kranke und Unglückliche gab, mühelos mancherlei Gelegenheit, ihre neuen Lebensgrundsätze in die Tat umzusetzen und so ihrer Freundin Varianca nachzueifern. Anfangs bemerkte die Fürstin nur, dass Kitty sich unter dem starken Einfluss ihres Engouments, wie sie es nannte, für Frau Stahl und besonders für Varianca befand. Sie sah, dass Kitty ihre bewunderte Varianca nicht nur in deren Tätigkeit nachahmte, sondern diese Nachahmung sich unwillkürlich auch auf deren Art zu gehen, zu sprechen und mit den Augen zu blinzeln erstreckte. Aber später nahm die Fürstin wahr, dass sich bei ihrer Tochter unabhängig von dieser Bezauberung eine ernste seelische Umwandlung vollzog. Die Fürstin sah, dass Kitty abends oft in einem französischen Neuen Testament las, dass sie von Frau Stahl geschenkt worden war, während sie doch früher dergleichen nie getan hatte, dass sie ihre Bekannten aus den vornehmeren Kreisen mied und mit den Kranken umging, die sich unter Variancas Pflege befanden und namentlich mit der armen Familie eines kranken Malers Petrov. Kitty war augenscheinlich stolz darauf, dass sie bei dieser Familie die Pflichten einer barmherzigen Schwester erfüllte. Alles dies war ganz schön und gut und die Fürstin hatte nichts dagegen, umso weniger, da Frau Petrova eine durchaus anständige Frau war und die deutsche Fürstin der Kittis Tätigkeit bekannt geworden war, sie gelobt und einen Engel des Trostes genannt hatte. Es wäre alles sehr schön gewesen, wenn dabei keine Übertreibung stattgefunden hätte, aber die Fürstin Scherbatskaya sah, dass ihre Tochter in Übertreibung hineingeriet und sprach sich darüber auch zu ihr aus. Il ne faut jamais rien outré, sagte sie zu ihr, aber die Tochter gab ihr keine Antwort. Sie dachte nur in ihrem Herzen, dass man von einem Übermaß im christlichen Handeln doch nicht reden könne. Was für ein Übermaß sei denn möglich, bei der Befolgung einer Lehre die Befehle, die andere Backe hinzuhalten, wenn man auf die eine einen Schlag erhalte und auch den Rock hinzugeben, wenn einem der Mantel genommen werde. Der Fürstin aber missfiel diese Übertreibung. Und noch mehr missfiel es ihr, dass, wie ihr nicht entging, Kitty nicht ihr ganzes Herz vor ihr aufschließen mochte. Denn in der Tat machte Kitty aus ihren neuen Ansichten und Gefühlen der Mutter gegenüber ein Geheimnis. Und sie tat das nicht etwa, weil sie ihre Mutter nicht verehrt und geliebt hätte, sondern lediglich deshalb, weil das eben ihre Mutter war. Sie hätte von dieser ihrer neuen Gemütsrichtung jedem anderen eher Kenntnis gegeben als gerade der Mutter. Ich wundere mich, dass Anna Pavlovna schon so lange nicht bei uns gewesen ist, sagte eines Tages die Fürstin. Anna Pavlovna war Frau Petrovas Name. Ich habe sie aufgefordert, aber ich hatte den Eindruck, als ob sie uns etwas übel genommen hätte. Ich habe nichts bemerkt, Mama, antwortete Kitty, aber sie war dunkelrot geworden. Bist du in der letzten Zeit bei ihnen gewesen? Wir haben vor, morgen eine Spazierfahrt in die Berge zu machen, erwiderte Kitty. Nun schön tut das, antwortete die Fürstin. Sie blickte der Tochter in das verlegene Gesicht und bemühte sich, die Ursache dieser Verwirrung zu erraten. An dem selben Tage kam Varyenka zum Mittagessen und brachte die Mitteilung, Anna Pavlovna habe den Gedanken, morgen in die Berge zu fahren, wieder aufgegeben. Die Fürstin bemerkte, dass Kitty wieder errötete. Kitty, hast du vielleicht irgendwelche Misshelligkeit mit Petrovs gehabt? fragte die Fürstin, als sie beide wieder allein waren. Warum schickt sie ihre Kinder nicht mehr her und kommt auch selbst nicht mehr zu uns? Kitty erwiderte, es sei zwischen ihnen nichts vorgefallen und sie könne durchaus nicht begreifen, warum Anna Pavlovna, wie es allerdings scheine, auf sie böse sein sollte. Kittys Antwort entsprach durchaus der Wahrheit. Sie kannte den Grund für Anna Pavlovnas verändertes Benehmen ihr gegenüber nicht, aber allerdings ahnte sie ihn. Sie ahnte etwas, was sie der Mutter nicht sagen konnte, ja, was sie nicht einmal sich selbst eingestehen mochte. Es war eine von den Sachen, die man zwar zu wissen glaubt, über die man aber nicht einmal mit sich reden mag, so schrecklich und beschämend wäre es, wenn man sich geirrt hätte. Wieder und wieder ging sie in ihrer Erinnerung alle ihre Beziehungen zu dieser Familie durch. Sie gedachte der unverstellten Freude, die sich immer auf Anna Pavlovnas rundem gutmütigen Gesicht gemalt hatte, so oft sie einander trafen. Sie gedachte ihrer geheimen Beratungen über den Kranken, der Verabredungen darüber, wie sie ihn von der ihm ärztlich verbotenen Arbeit abhalten und ihn zu fleißigem Spazierengehen veranlassen könnten. Sie dachte an die Anhänglichkeit des jüngsten Knaben, der sie meine Kitty nannte und ohne sie nicht schlafen gehen wollte. Wie schön das alles gewesen war. Dann vergegenwärtigte sie sich Petroffs entsetzlich abgemagerter Gestalt mit dem langen Halse in dem braunen Oberrocke, sein spärliches gelocktes Haar, seine fragenden blauen Augen, die ihr in der ersten Zeit so schrecklich gewesen waren, und seine peinlichen Anstrengungen in ihrer Gegenwart frisch und munter zu erscheinen. Sie erinnerte sich, wie schwer es ihr anfangs geworden war, den Widerwillen zu überwinden, den sie gegen ihn wie gegen alle Schwindsüchtigen empfand und wie sie sich bemüht hatte, einen Stoff zu ersinnen, über den sie mit ihm reden könnte. Sie dachte auch an die schüchternen gerührten Blicke, mit denen er sie anzusehen pflegte, und an ihre seltsame, aus Mitleid und Unbehaglichkeit gemischte Empfindung, und wie sie dann bei dieser Tätigkeit sich ihrer eigenen Tugendhaftigkeit bewusst gewesen war. Wie schön war das alles gewesen, aber alles nur in der ersten Zeit. Jetzt seit einigen Tagen war alles plötzlich zunichte geworden. Anna Pavlovna benahm sich gegen sie mit gekünstelter Liebenswürdigkeit und ließ sie und ihren Mann keinen Augenblick unbeobachtet. Sollte vielleicht seine rührende Freude, so oft er sie sah, die Ursache zu Anna Pavlovnas kühlem Verhalten sein? Ja, sagte sich Kitty in ihren Erinnerungen herumsuchend. Anna Pavlovna hatte in ihrem Wesen etwas Unnatürliches, was gar nicht zu ihrer Herzensgüte stimmte, als sie vorgestern ganz ärgerlich sagte, da hat er nun die ganze Zeit auf sie gewartet und hat nicht wollen Kaffee trinken, ehe sie nicht da wären, obgleich er darüber ganz schwach geworden ist. Ja, vielleicht war es ihr auch nicht recht, als ich ihm neulich das Umschlagtuch reichte. Das war doch etwas so Unbedeutendes, Gleichgültiges, aber er nahm das in einer so ungeschickten Weise auf und bedankte sich so lange dafür, dass auch ich ganz verlegen wurde. Und dann die Geschichte mit meinem Bild, das ihm so gut gelungen war. Und besonders seine verwirrten, zärtlichen Blicke. Ja, ja, es ist so, dachte Kitty entsetzt. Aber nein, das kann, das darf nicht sein, er ist so bejammernswert, sagte sie bei sich. Dieser Zweifel verdarb ihr die Freude an ihrer neuen Lebenseinrichtung. 34 Noch vor dem eigentlichen Ende seiner Kurzeit kehrte Fürst Scherbatsky zu den Seinigen zurück. Nach dem Kuraufenthalte in Karlsbad hatte er noch in Baden und Kissingen russische Bekannte besucht, um, wie er sich ausdrückte, einmal wieder russischen Duft zu riechen. Die Ansichten des Fürsten und der Fürstin über das Leben im Auslande standen zueinander in schroffstem Gegensatze. Die Fürstin fand draußen alles schön und herrlich und obwohl sie in der russischen Gesellschaft eine fest begründete Stellung hatte, bemühte sie sich im Ausland einer europäischen Dame zu gleichen, was sie eben nicht war, da sie doch Russin war und blieb, und verstellte sich daher, was ihr zum Teil recht unbequem wurde. Der Fürst dagegen fand im Ausland alles gräulich. Das europäische Leben war ihm widerwärtig, er blieb seinen russischen Gewohnheiten treu und bemühte sich im Auslande absichtlich, sich noch weniger europafreundlich zu zeigen, als er es in Wirklichkeit war. Der Fürst kehrte magerer zurück, die Haut an seinen Backen hing sackartig herunter, aber er befand sich in höchst vergnügter Stimmung. Seine vergnügte Stimmung steigerte sich noch mehr, als er sah, dass Kitty vollständig wiederhergestellt war. Die Nachricht von Kittys Freundschaft mit Frau Stahl und Warenka und die Mitteilungen der Fürstin über die von ihr beobachtete Veränderung, die mit Kitty vorgegangen war, machten den Fürsten allerdings stutzig und erregten bei ihm das gewöhnliche Gefühl der Eifersucht gegen alles, wofür sich seine Tochter außer ihm interessierte und die Befürchtung, die Tochter könnte sich auf ein unzugängliches Gebiet begeben und sich so seinem Einfluss entziehen. Aber diese unangenehmen Nachrichten gingen unter in dem Meere jener Gutmütigkeit und Heiterkeit, die in seinem Wesen lag und durch die Karlsbader Kur noch zugenommen hatte. Am Tage nach seiner Ankunft ging der Fürst in seinem langen Überrock mit seinen russischen Runzeln und seinen schwammigen Hängebacken, die von einem steif gestärkten Kragen gestützt wurden, in heiterster Gemütsstimmung mit seiner Tochter zum Brunnen. Es war ein wunderschöner Morgen, die sauberen, freundlichen Häuschen mit den Gärtchen davor, der Anblick der rotbackigen, rotarmigen, vom Bier trinken kräftigen, fröhlich arbeitenden deutschen Dienstmädchen, dazu die helle Sonne, alles machte das Herz lustig, aber je mehr sie sich dem Brunnen näherten, umso häufiger trafen sie auf Kranke, und ihr Anblick wirkte noch trauriger in dem gewöhnlichen Strom des wohlgeordneten deutschen Lebens. Kitty fühlte sich durch diesen Gegensatz nicht mehr überrascht. Der helle Sonnenschein, das heiter glänzende Grün der Bäume und Grasflächen, die Klänge der Musik bildeten nach ihrer Auffassung den natürlichen Rahmen für alle diese bekannten Gesichter und für die Veränderungen zum Schlimmeren oder zum Besseren, die sie an ihnen verfolgte. Dem Fürsten dagegen erschien dieser strahlende Glanz des Junimorgens und die Klänge des Orchesters, das einen flotten Modewalzer spielte und besonders der Anblick der von Gesundheit strotzenden Dienstmädchen als etwas Unpassendes und Ungeheuerliches mit diesen traurig einherschleichenden Leichnamen, die sich hier von allen Enden Europas zusammengefunden hatten. Obgleich er ein Gefühl des Stolzes empfand und ihm sogar beinahe zumute war, wie wenn seine eigene Jugend wiedergekehrt sei, als er so mit seiner Lieblingstochter am Arme einher schritt, so scheute und schämte er sich doch gewissermaßen wegen seines kräftigen Ganges und seiner kernigen wohlgenährten Glieder. Er hatte eine ähnliche Empfindung, wie wenn jemand unbekleidet in eine Gesellschaft träte. Mach mich mit deinen neuen Freunden bekannt, sagte er zu seiner Tochter und drückte dabei mit dem Ellbogen ihren Arm. Ich habe sogar dieses garstige Sodenlieb gewonnen, weil es dich wieder so zurecht gebracht hat. Nur traurig, sehr traurig ist es hier bei euch. Wer ist das hier? Kitty nannte ihm die Namen der Begegnenden mit denen sie Bekanntschaft gemacht oder auch nicht gemacht hatte. Dicht am Eingang in den Kurgarten trafen sie die blinde Madame Bert mit einer Führerin und der Fürst freute sich über den gerührten Gesichtsausdruck der alten Französin, als sie Kittys Stimme hörte. Sie zog ihn sofort mit dem echt französischen Überschwanger von Liebenswürdigkeit in ein Gespräch, pries ihn glücklich, weil er eine so allerliebste Tochter habe und erhob Kitty geradezu in den Himmel, indem sie sie, obwohl sie dabei stand, einen wahren Schatz, eine Perle, einen Engel des Trostes nannte. Nun, dann ist sie Engel zweiten Grades, erwiderte der Fürst lächelnd. Als den Engel ersten Grades bezeichnet sie selbst Mademoiselle Varenka. Oh, Mademoiselle Varenka, das ist ein wahrhaftiger Engel, stimmte Madame Baird bei. Allee! In der Wandelbahn trafen sie auch Varenka selbst. Sie kam sehr eilig aus der entgegengesetzten Richtung. In der Hand trug sie ein elegantes rotes Täschchen. Sehen Sie, nun ist auch mein Papa angekommen, sagte Kitty zu ihr. Varenka machte so ungezwungen und natürlich, wie sie alles tat, eine Bewegung, die eine Art Mittelding zwischen Verbeugung und Knicks war und begann sofort, ganz schlicht und ohne Verlegenheit, wie sie mit allen Leuten sprach, mit dem Fürsten zu reden. Selbstverständlich kenne ich sie und sehr genau, sagte der Fürst zu ihr mit einem Lächeln, an dem Kitty zu ihrer Freude erkannte, dass ihre Freundin dem Vater gefiel. Wohin wollen sie denn so eilig? Maman ist hier, antwortete sie, sich zu Kitty wendend. Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen und der Arzt hat ihr geraten, in ihrem Stuhl an die Luft zu fahren. Ich bringe ihr ihre Arbeit. Das ist also der Engel ersten Grades, sagte der Fürst, nachdem Varenka sich entfernt hatte. Kitty sah, dass er Lust hatte, über Varenka seine Späßchen zu machen, dies aber doch nicht fertig brachte, Nun werde ich hier ja wohl alle deine Freunde kennenlernen, fügte er hinzu, auch Madame Stahl, wenn sie mir die Ehre erweist, mich wieder zu erkennen. Hast du sie denn früher gekannt, Papa? fragte Kitty ängstlich, da sie bemerkt hatte, dass bei Erwähnung der Madame Stahl ein spöttisches Leuchten in den Augen des Fürsten aufgezuckt war. Ich habe ihren Mann und sie einigermaßen gekannt, noch ehe sie unter die Pietisten ging. Was sind das Pietisten, Papa? fragte Kitty. Sie war schon darüber ganz erschrocken, dass das, was sie an Frau Stahl so hoch schätzte, überhaupt eine bestimmte Benennung haben sollte. Ich weiß es selbst nicht genau. Ich weiß nur, dass sie Gott für alles dankt, für jedes Unglück, selbst dafür, dass ihr sehr schlecht miteinander gelebt haben. Wer ist das da? Eine Jammergestalt, fragte er, als er auf einer Bank einen Kranken bemerkte, einen Mann von hohem Wuchs in einem braunen Überrock und weißen Beinkleidern, die an seinen fleischlosen knochigen Beinen seltsame Falten schlugen. Dieser Herr lüftete den Strohhut, den er auf dem spärlichen lockigen Haare trug. Es wurde eine hohe Stirn sichtbar, über die sich von dem Druck des Hutes ein roter Streifen hinzog. Das ist der Maler Petrov, antwortete Kitty errötend. Und da ist seine Frau, fügte sie hinzu und zeigte auf Anna Pavlovna, die wie mit Absicht gerade in dem Augenblicke, als sie näher kamen, ihrem kleinen Kind nacheilte, das auf einem Steige davon lief. Wie jammervoll er aussieht und was für ein liebes gutes Gesicht er hat, sagte der Fürst. Warum bist du nicht zu ihm hingegangen? Er schien dir etwas sagen zu wollen. Nun, dann wollen wir hingehen, versetzte Kitty und wandte sich entschlossen um. Wie steht es heute mit ihrem Befinden? fragte sie den Kranken. Petrov stand sich auf einen Stock stützend auf und blickte den Fürsten schüchtern an. Das ist meine Tochter sagte der Fürst gestatten sie mir ihre Bekanntschaft zu machen. Der Maler verbeugte sich und lächelte wobei seine weißen sonderbar glänzenden Zähne sichtbar wurden. Wie haben sie gestern erwartet Prinzessin sagte er zu Kitty Er wankte als er das sagte und suchte dann durch eine Wiederholung dieser Bewegung den Anschein zu erwecken als hätte er sie auch zuerst absichtlich gemacht. Ich wollte kommen aber Varyenka sagte mir Anna Pavlovna lasse bestellen dass sie die Spazierfahrt aufgegeben hätten. Wie denn aufgegeben versetzte Petrov der ganz rot im Gesicht wurde und sofort zu husten begann. Er suchte mit den Augen seine Frau. Anna Anna rief er laut und an seinem dünnen weißen Halse traten dicke Adern wie Stricke hervor. Anna Pavlovna kam herbei. Wie konntest du der Prinzessin sagen lassen wir würden nicht ausfahren? flüsterte er ihr stimmlos geworden mit gereiztem Wesen zu. Guten Morgen Prinzessin sagte Anna Pavlovna mit einem gemachten Lächeln das von ihrem früheren Benehmen so grundverschieden war. Es ist mir sehr angenehm ihre Bekanntschaft zu machen wandte sie sich zu dem Fürsten Sie wurden schon lange hier erwartet Fürst. Wie konntest du der Prinzessin sagen lassen wir würden nicht ausfahren? flüsterte der Maler noch einmal heiser und in noch zornigerem Tone Seine Erregung war offenbar dadurch noch gesteigert worden dass ihm die Stimme versagte und er dem was er sagen wollte nicht den gewünschten Ausdruck zu geben vermochte Mein Gott ich dachte wir würden nicht fahren antwortete die Frau ärgerlich Wie konntest du das denken da ich doch Er kam ins Husten hinein und machte eine still ergebene Bewegung mit der Hand dass er nicht weiter reden könne Der Fürst lüftete den Hut und ging mit seiner Tochter weiter Oh diese Unglücklichen sagte er schwer seufzend Ja Papa erwiderte Kitty und dabei musst du wissen dass sie drei Kinder haben und keinen Dienst boten und so gut wie gar keine Mittel Er bekommt eine kleine Summe von der Akademie erzählte sie lebhaft und suchte dadurch ihre Erregung über Anna Pavlovnas so sonderbar ihr gegenüber verändertes Benehmen zu übertäuben Und da ist ja auch Madame Stahl sagte Kitty und zeigte auf einen Rollstuhl auf dem von Kissen umgeben in ein grau und blaues Tuch gehüllt unter einem Sonnenschirme etwas lag Es war Frau Stahl Hinter ihr stand ein kräftiger deutscher Dienstmann mit mürrischer Miene schob Neben ihr stand ein blonder schwedischer Graf den Kitty nur dem Namen nach kannte Mehrere Kranke waren in einiger Entfernung von dem Rollstuhl stehen geblieben und blickten nach dieser Dame wie nach einer außerordentlichen Erscheinung hin Der Fürst ging auf sie zu und sogleich bemerkte Kitty wieder in seinen Augen das spöttische Aufleuchten das ihr französisch das heutzutage nicht mehr viele zu sprechen verstehen mit vollendeter Höflichkeit und Liebenswürdigkeit an Ich weiß nicht ob sie sich meiner noch erinnern aber ich muss mich ihnen ins Gedächtnis zurückrufen um ihnen für die Güte die sie meiner Tochter erwiesen haben zu danken sagte er wobei er den Hut abgenommen hatte und nicht wieder aufsetzte Fürst Alexander Scherbatsky antwortete Madame Stahl und hob ihre himmlischen Augen zu ihm in die Höhe in denen Kitty aber einen gewissen Ausdruck von Missvergnügen zu bemerken glaubte Ich freue mich sehr ich habe ihre Tochter so sehr lieb gewonnen Ihr Befinden ist noch immer nicht nach Wunsch Ach daran bin ich schon gewöhnt erwiderte Madame Stahl und stellte den Fürsten und den schwedischen Grafen einander vor Sie haben sich sehr wenig verändert sagte der Fürst zu ihr Ich habe seit zehn oder elf Jahren nicht die Ehre gehabt sie zu sehen Ja Gott legt uns das Kreuz auf aber er verleiht uns auch die Kraft es zu tragen Man wundert sich oft wozu sich dieses Leben so lange hinzieht Von der anderen Seite wandte sie sich ärgerlich an Varenka die es ihr beim Einhüllen der Beine in ein Tuch nicht nach Wunsche machte Doch gewiss damit sie noch viel Gutes tun können versetzte der Fürst seine Augen lachten Darüber zu urteilen steht uns nicht zu erwiderte Frau Stahl der die leise Färbung in dem Gesichtsausdruck des Fürsten nicht entgangen war Also sie werden mir dieses Buch schicken lieber Graf ich bin ihnen sehr dankbar dafür wandte sie sich an den jungen Schweden Ah rief der Fürst als er den Moskauer Obersten erblickte der in ihrer Nähe stand er verbeugte sich vor Frau Stahl trat mit seiner Tochter von ihr zurück und ging mit dem Obersten der sich ihnen anschloss weiter Das ist nun unsere Aristokratie Fürst bemerkte in dem Wunsche sarkastisch zu sein der Moskauer Oberst der über Frau Stahl scharf urteilte weil er nicht zu ihren Bekannten gehörte Sie ist immer noch dieselbe antwortete der Fürst Sie haben sie wohl noch vor ihrer Krankheit gekannt Fürst ich meine bevor sie sich für die Dauer hingelegt hat Ja ich besinne mich noch auf die näheren Umstände als sie sich legte Es heißt sie stände seit zehn Jahren nicht mehr auf Sie steht nicht auf weil sie sehr kurze Beine hat sie ist recht schlecht gebaut Papa das ist nicht möglich rief Kitty Böse Zungen wollen das behaupten mein Herzchen und deine Varenka hat auch bei ihr ein schweres Dasein fügte er hinzu Ja ja diese kranken Damen Oh nein Papa erwiderte Kitty eifrig Varenka vergöttert sie und dann tut sie so viel Gutes da kannst du fragen wen du willst sie und Aline Stahl sind überall bekannt Das kann ja sein sagte er und drückte mit seinem Ellbogen ihren Arm Aber noch besser ist es das Gute so zu tun dass niemand man mag fragen wen man will davon weiß Kitty schwieg sie hätte wohl etwas zu erwidern gehabt aber auch dem Vater mochte sie ihre geheimsten Gedanken nicht enthüllen aber seltsam obwohl sie sich dagegen sträubte sich der Ansicht ihres Vaters unterzuordnen und sie in ihr innerstes Heiligtum aufzunehmen so fühlte sie doch das jenes gottähnliche Bild der Frau Stahl das sie einen ganzen Monat lang in ihrer Seele getragen hatte unwiederbringlich verschwunden war so wie eine Gestalt die wir in einem hingeworfenen Kleide zu sehen glaubten verschwindet sobald wir uns darüber klar werden wie das leere Kleid in Wirklichkeit da liegt es blieb nur eine kurzbeinige Frau übrig die dauernd lag weil sie eine schlechte Figur hatte und die fügsame Varenka quälte wenn sie ihr das Tuch nicht nach Wunsch umwickelte Kraft anstrengte es war ihr nicht mehr möglich sich das frühere Bild der Madame Stahl wieder herzustellen Ende von Abschnitt 33 gelesen von Eva K Abschnitt 34 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Dostoy übersetzt von Hermann Röhl Zweiter Teil 35 Der Fürst steckte alle Leute mit seiner fröhlichen Stimmung an seine Angehörigen seine Bekannten und sogar den deutschen Wirt bei dem Scherbatskis wohnten Als er mit Kitty vom Brunnen zurückgekehrt war wo er auch den Obersten Maria Evgeniewna und Varenka eingeladen hatte den Kaffee bei ihm zu Hause zu trinken ließ der Fürst einen Tisch und Stühle in das Gärtchen unter einen Kastanienbaum bringen und dort das Frühstück auftragen Auch der Wirt und die Dienerschaft wurden unter der Einwirkung seiner frohen Laune ganz munter und lebendig Sie kannten seine Freigebigkeit und eine halbe Stunde später blickte der kranke Hamburger Doktor der im oberen Stockwerk wohnte mit Neid durch das Fenster nach dieser lustigen russischen Gesellschaft von gesunden Menschen hinunter die sich da unter dem Kastanienbaum versammelt hatte In dem geringelten zitternden Schatten des Laubwerks stand der weißgedeckte Tisch besetzt mit dem Kaffeegeschirr mit Brot Butter Käse und kaltem Wildbrett An dem einen Ende saß die Fürstin in einem Häubchen mit lila Bändern und verteilte die Tassen und die Butter Brötchen Am anderen Ende saß tüchtig essend und heiter plaudernd der Fürst Neben sich hatte er seine Einkäufe ausgebreitet Geschnitzte Kästchen Berlocken Papiermesser der verschiedensten Art Kurz einen ganzen Haufen von Dingen die er in allen Badeorten erstanden hatte nach denen und verschenkte sie nun nach allen Seiten Auch das Dienstmädchen Lieschen wurde bedacht ebenso wie der Wirt mit dem er in seinem komischen schlechten Deutsch scherzte nicht das Brunnentrinken habe Kitty gesund gemacht sondern seine vorzügliche Beköstigung ganz besonders die Suppe mit Backpflaumen Die Fürstin zog ihren Mann ein bisschen auf wegen seiner russischen Gewohnheiten war aber so lebhaft und vergnügt wie sie es während des ganzen Badeaufenthaltes noch nicht gewesen war Der Oberst lächelte wie immer zu den Späßen des Fürsten nur in der Beurteilung des nichtrussischen Europas dass er seiner Ansicht nach genau studiert hatte stand er auf Seiten der Fürstin Die gutmütige Maria Evgeniewna schüttelte sich vor Lachen bei allem was der Fürst Komisches vorbrachte und Varjen Kavar was Kitty noch nie gesehen hatte ganz matt geworden von dem leisen aber anhaltenden Lachen zu dem die Späßchen des Fürsten sie reizten Auch Kitty hatte an alledem ihre Freude ohne dass sie jedoch vermocht hätte ihre sorgenvolle Stimmung loszuwerden Sie konnte das Rätsel nicht lösen dass ihr der Vater ohne es eigentlich zu beabsichtigen durch seine lustige Ansicht über ihre Freunde und über die ihr so lieb gewordene Lebensweise aufgegeben hatte zu diesem Rätsel trat noch die Veränderung ihres Verhältnisses zu Petrovs die heute in so zweifelloser und unangenehmer Weise zu Tage getreten war alle waren heiter nur Kitty konnte nicht heiter sein und das quälte sie noch mehr sie hatte eine ähnliche Empfindung wie sie sie als Kind gehabt hatte wenn sie zur Strafe in ihr Zimmer eingeschlossen war und das vergnügte Lachen ihrer Schwestern hörte wozu hast du denn eigentlich diese Unmenge von Sachen gekauft fragte die Fürstin lächelnd und reichte ihrem Manne eine Tasse Kaffee hin ja man geht so spazieren und da kommt man an einen Laden und da fordern Lennons durchlaucht na und wenn sie erst sagen durchlaucht dann kann ich nicht mehr widerstehen und so sind Zehntaler hin das kommt nur davon dass du dich langweilst meinte die Fürstin natürlich nur davon man langweilt sich so dass man gar nicht weiß was man anfangen soll wie kann man sich überhaupt nur langweilen Fürst es gibt jetzt so viel interessantes in Deutschland bemerkte Maria Evgeniewna aber ich kenne alles Interessante schon die Suppe mit Backpflaumen kenne ich und die Erbswurst kenne ich alles kenne ich nein aber das müssen sie doch selbst sagen Fürst die gesamte Einrichtung des Lebens hier in Deutschland ist wirklich interessant sagte der Oberst was ist denn daran interessant alle sind sie hier mit sich zufrieden wie ein Kupfer Dreier sie haben alle ihre Gegner besiegt aber was habe ich denn für einen Grund zur Zufriedenheit ich habe niemanden besiegt wohl aber muss ich mir hier die Stiefel allein ausziehen und sie obendrein noch selbst vor die Tür stellen am am morgen heißt es früh aufstehen sich schleunigst anziehen und in den Speisesaal gehen um scheußlich schlechten Tee zu trinken wie anders bei uns zu hause man wacht auf ohne sich damit im geringsten zu beeilen dann ärgert man sich ein bisschen über irgendetwas man brummt ein bisschen dann sammelt man so allmählich seine Gedanken man überlegt sich alles in Ruhe man überhastet sich nicht aber sie vergessen Zeit ist Geld wandte der Oberst ein ja ja aber kommt es darauf an was es für Zeit ist manche Zeit ist von der Art dass man einen ganzen Monat davon gut und gern für einen halben Rubel hingeben möchte und dann wieder manchmal ist einem eine halbe Stunde für alle Schätze der Welt nicht feil meinst du nicht auch Katinka was hast mir fehlt nichts wo wollen sie denn schon hin bleiben sie doch noch ein weichen wandte er sich an Varenka ich muss nach Hause antwortete Varenka und stand auf sie musste immer noch von neuem lachen indessen zwang sie sich zu einer ruhigen Haltung empfahl sich und ging in das Haus um ihren Hut zu holen Kitty begleitete sie sogar Varenka erschien ihr sie war zwar in ihren Augen nicht schlechter geworden aber sie war jetzt doch eine andere als die die sie früher in Kittys Vorstellung gewesen war ach ich habe schon seit langer Zeit nicht mehr so gelacht sagte Varenka indem sie ihren Sonnenschirm und ihr Täschchen zusammensuchte wie nett ihr Papa ist Kitty schwieg wann sehen wir uns wieder fragte Varenka Maman wollte nachher zu Petrovs gehen werden sie nicht auch da sein fragte Kitty um Varenka auszuhorchen ja ich werde da sein antwortete Varenka sie machen sich zur Abreise fertig und da habe ich versprochen ihnen beim Einpacken behilflich zu sein nun dann will ich auch hinkommen ach nicht doch wozu denn das warum nicht warum nicht warum nicht rief Kitty mit weit geöffneten augen und hielt Varenka um sie nicht weg zu lassen an ihrem sonnenschirm fest nein warten sie warum nicht ach ich meinte nur so ihr Papa ist doch angekommen und dann ist es Petrovs auch nur peinlich wenn sie da helfen wollen nein sagen sie mir warum mögen sie es nicht dass ich Petrovs öfter besuche nicht war sie mögen es nicht warum also nicht das habe ich nicht gesagt erwiderte Varenka ruhig nein bitte antworten sie mir soll ich alles sagen fragte Varenka jawohl alles alles antwortete Kitty hastig etwas besonderes ist ja eigentlich gar nicht zu sagen es ist nur dies michael Alexievich so hieß der maler hatte ursprünglich die absicht schon früher abzureisen und jetzt möchte er am liebsten gar nicht fort antwortete Varenka lächelnd weiter weiter drängte Kitty und blickte Varenka finster an ja und da hat nun Anna Pavlovna ich weiß nicht wie das gekommen ist aber sie hat gesagt er wolle nur deswegen nicht fort weil sie hier wären das hätte sie ja natürlich nicht sagen sollen aber daher ist der streit gekommen ihretwegen sie wissen ja wie reizbar solche kranke sind Kitty machte ein immer finsteres Gesicht und schwieg Varenka sprach allein weiter bemüht sie zu besänftigen und zu beruhigen denn sie sah dass sich ein Ausbruch sie wusste nicht wovon ob von Tränen oder von Worten vorbereitete es ist also wohl besser wenn sie nicht hingehen und sie verstehen mich gewiss und nehmen es mir nicht übel es geschieht mir recht es geschieht mir recht stieß Kitty hastig hervor riss ihrer Freundin den Sonnenschirm den Sonnenschirm aus den Händen und starrte an ihr vorbei Varenka wollte lächeln als sie den kindischen Zorn ihrer Freundin sah fürchtete aber sie dadurch zu beleidigen inwiefern geschieht ihnen recht ich verstehe sie nicht erwiderte sie jawohl ich habe das verdient weil das alles von mir nur Heuchelei war weil das alles nur kläglich ausgesonnen war und nicht von Herzen kam was ging mich dieser fremde Mensch an und das Ergebnis ist nun dass ich schuld an einem Streite geworden bin und getan habe worum ich kein Mensch gebeten hatte weil eben alles nur Heuchelei war jawohl Heuchelei Heuchelei aber wozu sollten sie denn geheuchelt haben fragte Varenka leise ach wie dumm wie schändlich von mir und ich hatte es ja gar nicht nötig alles nur Heuchelei rief sie und machte dabei den Sonnenschirm immer auf und zu aber wozu denn wozu denn also um besser zu scheinen vor den Menschen und vor mir selbst und vor Gott um alle zu betrügen nein nie wieder lasse ich mich auf so etwas ein wenn ich auch schlecht bin aber wenigstens will ich keine Lügnerin keine Betrügerin sein aber wer ist denn hier eine Betrügerin fragte Varynka vorwurfsvoll sie reden ja so als ob aber Kittys Anfall von jäher Hitze war noch nicht zu Ende sie ließ Varynka nicht ausreden sie meine ich nicht sie meine ich ganz und gar nicht sie sind ein Wesen von idealer Vollkommenheit ja ja ich weiß dass sie ein solches Wesen sind aber was ist dagegen zu machen dass ich schlecht bin das wäre alles nicht geschehen wenn ich nicht schlecht wäre nun dann will ich eben sein wie ich bin aber heucheln will ich nicht mehr was geht mich Anna Pavlovna an mögen sie leben wie sie wollen und ich will auch leben wie ich will ich kann mich nicht anders machen als ich bin und all das ist nicht das richtige nicht das richtige was ist denn nicht das richtige fragte Varynka verständnislos das alles ist nicht das richtige ich kann nicht anders leben als mein Herz es mir eingibt aber sie und die anderen leben nach regeln und grundsätzen ich habe sie lieb gewonnen ganz einfach ohne jede absicht sie aber mich wohl nur um mich zu retten und zu belehren sie sind ungerecht versetzte Varynka ich sage ja nichts über andere ich rede nur von mir kitty erscholl die stimme der mutter komm doch einmal her und zeige dem papa deine blutapfelsinen mit stolzer miene nahm kitty ohne sich mit ihrer freundin versöhnt zu haben das körbchen mit dem blutapfelsinen vom tische und ging zu ihrer mutter hin was ist dir warum bist du so rot fragten vater und mutter wie aus einem munde tische nichts antwortete sie ich komme gleich wieder damit lief sie zurück sie ist noch da dachte sie was soll ich ihr nur sagen oh mein gott was habe ich getan was habe ich gesagt warum habe ich sie so gekränkt was soll ich nun machen was soll ich ihr sagen dachte kitty und blieb an der tür stehen war den k saß mit dem hute auf dem kopfe am tische in den händen hatte sie den sonnenschirm und betrachtete die feder die kitty zerbrochen hatte sie hob den kopf in die höhe war verzeihen sie mir bitte verzeihen sie mir flüsterte kitty zu ihr tretend ich weiß gar nicht mehr was ich gesagt habe ich ich hatte sie wirklich nicht kränken wollen meinte war den k lächelnd der friede war geschlossen aber mit der ankunft des vaters hatte sich für kitty jene ganze welt in der sie zuletzt gelebt hatte verändert sie sagte sich zwar nicht von allem los was sie kennengelernt hatte aber sie sah ein dass sie sich getäuscht hatte als sie geglaubt hatte sie könne das sein was sie sein wollte sie erwachte gleichsam aus einer betäubung sie wurde sich der ganzen schwierigkeit bewusst sich ohne heuchelei und prahlerei auf der höhe zu erhalten zu der sie sich hatte erheben wollen außerdem drückte auf ihr gemüt diese ganze umgebung voller kummer krankheiten und sterbender in der sie jetzt lebte die anstrengungen mit denen sie sich hatte zwingen wollen all dies zu lieben erschienen ihr als eine qual und sie sehnte sich danach sobald wie möglich wieder in frische luft zu kommen nach russland nach jergushova wohin wie sie aus einem briefe erfahren hatte ihre schwester dolly mit den kindern bereits übergesiedelt war aber ihre liebe zu war hatte sich nicht vermindert beim abschied bat kitty sie inständig doch zu ihnen nach russland zu besuch zu kommen ich komme wenn sie verheiratet sein werden erwiderte war ich heirate nie nun dann komme ich auch niemals nun dann will ich nur deswegen heiraten aber denken sie auch an ihr versprechen hören sie wohl betonte kitty die voraussage des arztes hatte sich bewahrheitet kitty kehrte in die heimat nach russland geheilt zurück sie war zwar nicht mehr so sorglos und heiter wie früher aber sie war ruhig in ihrem gemüte der moskauer kummer war nur noch eine erinnerung ende von abschnitt 34 ende des zweiten teils gelesen von eva k abschnitt 35 von anna karenina von lew nikolaevich tolstoi übersetzt von hermann rohl diese librivox aufnahme ist in der public domain dritter teil eins sergei ivanovich kasniuschev wollte sich von der geistigen arbeit erholen und reiste daher statt sich nach seiner gewohnheit ins ausland zu begeben ende mai zu seinem bruder aufs land nach seiner überzeugung war das leben auf dem lande das beste das man sich überhaupt nur denken konnte um dieses leben gründlich zu genießen kam er jetzt zu seinem bruder konstantin lewin war über seine ankunft sehr erfreut umso mehr da er seinen bruder nikolai für diesen sommer nicht mehr erwartete aber trotz all seiner liebe und verehrung für sergei ivanovich war ihm das zusammenleben mit diesem auf dem lande nicht recht behaglich es war ihm unbehaglich ja geradezu peinlich zu sehen welche Stellung sein bruder dem land leben gegenüber ein nahm für konstantin lewin war das platte land die städte seines daseins das heißt seiner freuden seiner leiden seiner arbeit für sergei ivanovich war das landleben einerseits eine erholung von der arbeit andererseits ein nützliches gegengift gegen die städtische verderbtheit das er mit genuss und mit dem bewusstsein seiner nützlichkeit einnahm für konstantin lewin war das platte land deswegen so schön weil es ihm ein arbeitsfeld darbot und zwar ein feld für eine unzweifelhaft nützliche arbeit für sergei ivanovich besonders deswegen weil es einem dort möglich ja sogar eine art pflicht war sich dem müßig gange hinzugeben außerdem war auch sergei ivanovichs verhältnis zum landvolk nicht nach konstantins geschmack sergei ivanovich pflegte zu sagen er liebe das landvolk und kenne es genau und unterhielt sich oft mit den bauern was er sehr gut ohne verstellung und heuchelei fertig brachte und aus jedem derartigen gespräche zog er allgemeine schlussfolgerungen zum beweise der vortrefflichkeit des landvolkes und zum beweise seiner genauen kenntnis des bauernlebens eine solche stellungnahme dem landvolk gegenüber missfiel konstantin lewin für ihn war das landvolk nur der wichtigste teilnehmer an der gemeinsamen arbeit und trotz seiner achtung vor dem bauern stande und seiner sozusagen verwandtschaftlichen liebe zu ihm die er wie er selbst sagte wahrscheinlich mit der milch seiner bäuerlichen amme eingesogen hatte war er mit diesem mitarbeiter keineswegs zufrieden mitunter zwar geriet er in entzücken über die kraft die sanftmut und das gerechtigkeitsgefühl dieser leute aber sehr oft wenn bei der gemeinsamen arbeit auch noch andere eigenschaften erfordert wurden packte ihn ein wahrer ingrimm über dieses volk wegen seiner achtlosigkeit unordentlichkeit als dass er als dass er sie nicht liebte und gerade so war es deshalb auch mit seiner stellung dem landvolke gegenüber aber das landvolk wie ein besonderes wesen zu lieben oder nicht zu lieben dazu war er nicht imstande nicht nur weil er mit dem landvolke lebte und alle seine interessen mit denen des landvolkes eng verknüpft waren sondern auch weil er sich selbst als einen teil des landvolkes betrachtete zwischen sich und dem landvolke keinen eigentlichen unterschied in bezug auf gute und schlechte eigenschaften wahrnahm und seine person dem landvolke nicht als etwas grundsätzlich verschiedenes gegenüberzustellen vermochte dazu kam noch folgendes obgleich er lange zeit in den engsten beziehungen mit den bauern gelebt hatte als gutsherr und als schiedsrichter und ganz besonders als ratgeber denn die bauern hatten vertrauen zu ihm und kamen von vierzig werst weit her um ihn um rat zu fragen so hatte er trotzdem ganz und gar kein bestimmtes urteil über das landvolk und würde durch die frage ob er das landvolk kenne ebenso in verlegenheit gesetzt worden sein wie durch die frage ob er das landvolk liebe zu behaupten dass er das landvolk kenne hätte für ihn auf derselben stufe gestanden wie zu behaupten dass er die menschen kenne er stellte beständig seine beobachtungen an und lernte menschen von jeder art kennen darunter auch aus dem bauern stande leute die er für brave interessante menschen halten musste entdeckte unaufhörlich an ihnen neue charakter züge änderte sein früheres urteil über sie und bildete sich ein neues gerade anders sergij ivanovic gerade wie er das landleben liebte und pries im gegensatz zu seinem leben das er nicht liebte genau ebenso liebte er auch das landvolk im gegensatze zu einer menschenklasse die er nicht liebte und ebenso sah er das landvolk als etwas der menschheit im allgemeinen gegenüberstehendes an in seinem geiste der alles gern in einen gewissen zusammenhang brachte hatte er sich bestimmte scharf umrissene vorstellungen vom leben des landvolkes zurecht gemacht die er allerdings zum teil aus dem wirklichen leben des landvolkes abgeleitet hauptsächlich aber aus dem gegensatze gebildet hatte niemals änderte er seine meinung über das landvolk und niemals geriet sein wohlwollen für dieses ins wanken wenn zwischen den brüdern meinungsverschiedenheiten in der beurteilung des landvolkes zur sprache kam so war sergei ivanovic seinem bruder immer gerade dadurch überlegen dass er fest bestimmte begriffe vom landvolke von seinem charakter von seinen eigenschaften und bestrebungen hatte konstantin lewin hingegen besaß hiervon keine bestimmten unveränderlichen begriffe so dass er bei diesen erörterungen sich leicht auf widersprüchen mit sich selbst ertappen ließ nach sergei ivanovic urteil war sein jüngerer bruder ein prächtiger junger mensch der wie er sich auf französisch ausdrückte das herz auf dem rechten flecke habe dessen denken aber bei allerdings ziemlich rascher auffassung doch gar zu sehr von den eindrücken des augenblicks abhängig und darum nicht frei von widersprüchen sei mit der freundlichen herablassung des älteren bruders erklärte er ihm manchmal die eigentliche bedeutung der dinge konnte aber an einem meinungsaustausch mit ihm kein vergnügen finden weil dieser ihm den sieg gar zu leicht machte konstantin lewin hielt seinen bruder für einen mann von gewaltigem verstande und hervorragender bildung für einen edlen menschen im höchsten sinne des wortes dazu noch mit der fähigkeit ausgestattet für das wohl der gesamtheit zu wirken aber je älter er wurde und je genauer er seinen bruder kennenlernte umso häufiger kam ihm im tiefsten grunde der seele der gedanke dass diese fähigkeit für das wohl der gesamtheit zu wirken eine fähigkeit deren er sich selbst völlig bar wusste vielleicht gar kein vorzug sondern im gegenteil ein mangel sei nicht ein mangel an guten ehrlichen edlen wünschen und bestrebungen sondern ein mangel an lebenskraft ein mangel an dem was man herz nennt ein mangel an jenem streben das den menschen zwingt aus all den zahllosen sich darbietenden lebenswegen einen einzigen zu wählen und diesem sein ganzes interesse zuzuwenden je mehr er seinen bruder kennenlernte umso deutlicher nahm er war dass sergei ivanovich ganz ebenso wie viele andere männer die für das beste der gesamtheit wirkten nicht durch sein herz zu diesem interesse am besten der gesamtheit hingeführt sondern durch die tätigkeit des verstandes zu der überzeugung von der zweckmäßigkeit dieser beschäftigung gelangt war und sich eben nur deshalb dieser beschäftigung widmete in dieser auffassung wurde levin noch durch die beobachtung bestärkt dass seinem bruder die fragen nach dem besten der gesamtheit und nach der unsterblichkeit der seele nicht in höherem gerade zu herzen gingen als die fragen die eine schachpartie oder die sinnreiche bauart einer neuen maschine betrafen außerdem brachte für konstantin levin das zusammenleben mit seinem bruder auf dem lande auch insofern eine unbequemlichkeit mit sich als levin auf dem lande namentlich im sommer beständig mit der wirtschaft zu tun hatte und der lange sommertag nicht ausreichte um alles was nötig war zu schaffen sergei ivanovic dagegen sich ausruhte aber obgleich er sich jetzt ausruhte das heißt nicht an seinem buche arbeitete so war er doch an geistige tätigkeit dermaßen gewöhnt dass er gern die gedanken die ihm kamen in schöner gedrängter form aussprach und gern einen zuhörer dafür hatte der gegebene und natürliche zuhörer aber war sein bruder und darum war es trotz der freundschaftlichen zwanglosigkeit ihres verkehrs konstantin peinlich ihn allein zu lassen sergei ivanovic liebte es sich in der prallen sonne aufs gras zu legen und während er sich so braten ließ gemächlich zu plaudern du glaubst gar nicht sagte er zu seinem bruder welch ein genuss dieses faulenzer leben für mich ist im kopf habe ich keinen einzigen gedanken alles ist wie ausgefegt aber dem jüngeren war es langweilig so da zu sitzen und ihm zu zu hören besonders da er wusste dass die leute wenn er nicht dabei wäre den dünger auf das feld bringen würden ohne das feld vorher ordentlich in bete abzuteilen und und ihn wenn er es nicht beaufsichtig gott weiß wie hinwerfen würden und dass sie die pflugmesser an den neuen pflügen nicht ordentlich anschrauben würden so dass sie losgingen und dann sagen würden diese neuen pflüge das sei doch eine törichte erfindung da seien die alten haken pflüge eine ganz andere sache und so weiter lauf doch nicht so viel in der hitze umher sagte Sergej Ivanovic zu ihm ach ich möchte nur für einen augenblick mal ins kontor gehen antwortete levin und lief aufs feld 2 anfang juni ereignete sich ein unfall die alte kinderfrau und wirtschafterin agafia michailowna trug einen steintopf mit pilzen die sie soeben eingesalzen hatte in den keller glitt dabei aus fiel und verstauchte sich das handgelenk man ließ den landschaftsarzt kommen einen jungen geschwätzigen menschen der erst vor kurzem die universität verlassen hatte er untersuchte die hand erklärte sie sei nicht ausgerenkt und ließ sich mit größtem vergnügen in ein gespräch mit dem berühmten sergei ivanovic kasniuschev ein um dabei seine aufgeklärten anschauungen zum ausdruck zu bringen erzählte er ihm klage über die schlechten zustände in der verwaltung auf dem lande sergei ivanovic hörte ihm aufmerksam zu und stellte seinerseits manche fragen angeregt dadurch dass er einmal einen neuen zuhörer hatte wurde auch er gesprächig machte einige scharf betonte gewichtige bemerkungen die der junge arzt mit achtungsvoller wertschätzung aufnahm und geriet so in jene seinem bruder wohlbekannte angeregte stimmung die sich bei ihm gewöhnlich nach einem lebhaften geistsprühenden gespräche einstellte nachdem der arzt wieder weggefahren war bekam sergei ivanovic lust nach dem flusse zu fahren um dort zu angeln er angelte gern und war gewissermaßen stolz darauf dass er es fertig brachte an einer so stumpfsinnigen beschäftigung geschmack zu finden konstantin lewin der zum flügen und auf die wiesen musste erbot sich den bruder mit dem einspänner hinzubringen es war die zeit des jahres wo der sommer auf seiner höhe ist wo die getreideernte des laufenden jahres sich bereits veranschlagen lässt wo die sorgen um die aussaat für das künftige jahr beginnen und die heuernte heranrückt wo der roggen schon ganz in ähren steht und grau grün mit seinen noch leichten nicht vollen ähren im winde wo der grüne hafer mit den dazwischen verstreuten gelben grasbüscheln ungleichmäßig auf den spätsaaten herauskommt wo der frühe buchweizen schon aufblüht und den erdboden verdeckt wo die vom vieh steinhart gestampften brachfelder zur hälfte umgepflügt sind mit auslassung der wege in deren erdboden der hakenpflug nicht eindringt wo die ausgefahrenen schon etwas angetrockneten düngerhaufen bei sonnenuntergang ihren geruch mit dem des wiesenklees vereinen und in den niederungen der sense harrend wie ein zusammenhängendes meer die wohlbehüteten wiesen daliegen mit den schwärzlichen haufen von ausgejäteten saueramper stauden darin es war die zeit da in der feldarbeit vor beginn der alljährlich sich wiederholenden und alljährlich alle kräfte der landbevölkerung in anspruch nehmenden ernte eine kurze ruhepause eintritt das getreide stand prächtig und es waren nun die hellen warmen sommertage mit den taureichen kurzen nächten gekommen die brüder mussten durch einen wald fahren um zu den wiesen zu gelangen voll bewunderung betrachtete sergei ivanovic die ganze zeit hindurch die schönheit des dicht belaubten waldes bald zeigte er seinem bruder eine alte linde die auf der schattenseite ganz dunkel nur mit lauter gelben nebenblättchen gesprenkelt aussah und nahe daran war aufzublühen bald die wies maragdglänzenden jungen heurigen schößlinge an den bäumen konstantin lewin sprach nicht gern über die schönheit der natur und hörte nicht gern darüber sprechen die worte beeinträchtigten nach seinem gefühle die schönheit dessen was er sah er sagte zu allem was sein bruder sprach ja begann aber unwillkürlich an andere dinge zu denken als sie aus dem walde heraus kamen wurde seine ganze aufmerksamkeit durch den anblick des sich einen hügel hinauf ziehenden brach feldes in anspruch genommen das stellenweise mit gelbem grase bestanden stellenweise umgeworfen und schachbrettartig zerschnitten stellenweise mit düngerhaufen besetzt und stellenweise auch schon geackert war über das feld hin fuhr eine lange reihe von fuhren lewin zählte die wagen und sah mit befriedigung dass die nötige menge angefahren wurde beim anblick der wiesen gingen seine gedanken dann zur frage der heuernte über die heuernte hatte für ihn immer etwas was sein herz besonders nahe anging als sie bei der wiese angelangt waren hielt lewin das pferd an der morgentau lag noch reichlich im tieferen grunde des grases und daher bat sergei ivanović um sich nicht die füße nass zu machen seinen bruder ihn im einspänner über die wiese nach dem weiden gebüsch hin zu fahren wo viele barsche vorhanden zu sein pflegten so leid es auch konstantin lewin war sein gras zu zerdrücken so fuhr er doch in die wiese hinein das hohe gras wickelte sich weich um die räder des wagens und um die füße des pferdes und ließ seinen samen an den nassen speichen der räder und an den fesseln des pferdes zurück der bruder setzte sich unter einen busch und brachte seine angeln in ordnung lewin aber führte das pferd beiseite band es an und ging in das von keinem windhauch bewegte gewaltige graugrüne meer der wiese hinein das seidige gras mit dem reifenden samen reichte ihm in dieser gegend die durch das jährliche austreten des flusses bewässert wurde fast bis zum gürtel nachdem er die wiese quer durch schritten hatte trat er wieder auf den weg hinaus und begegnete dort einem alten manne mit einem verschwollenen auge der einen korb mit einem bienenschwarm trug nun hast du wieder einen neuen schwarm gefangen vor mit fragte er gott bewahre konstantin dmitri man kann froh sein wenn da dieser schwarm hier ist mir schon zum zweiten mal davon gegangen ein glück noch dass die kinder ihm nachgerannt sind und ihn eingeholt haben bei uns wird gerade gepflügt da haben sie ein pferd ausgespannt und sind ihm nachgejagt nun was meinst du vor mit sollen wir mähen oder sollen wir noch warten na ja nach unserer Regel muss man bis zum Peterstag warten aber sie na so Gott will wird es eine schöne Heuernte werden das Vieh wird die Hülle und Fülle haben aber wie denkst du über das Wetter das steht in Gottes Hand vielleicht wird auch das Wetter gut bleiben Lewin ging wieder zu seinem Bruder dieser hatte noch nichts gefangen aber er langweilte sich nicht und schien in heiterster Stimmung zu sein Lewin sah dass er durch das Gespräch mit dem Arzte angeregt Lust hatte ein bisschen zu reden Lewin hingegen wollte möglichst schnell nach Hause zurück um das erforderliche wegen der Beschaffung von Meeren für den nächsten Tag anzuordnen und so seinem Zweifel über die Heuernte der ihn stark beschäftigte ein Ende zu machen Nun komm dann wollen wir wieder fahren sagte er Wozu sollen wir denn so eilen erwiderte jener lass uns doch noch ein Weilchen sitzen aber was bist du nass geworden wenn ich auch nichts fange es ist doch schön jede Art von Jagd hat das Gute dass man dabei mit der Natur in innige Berührung kommt sieh nur wie wunderhübsch dieses stahlgraue Wasser ist diese Wiesenufer fuhr er fort erinnern mich immer an ein Rätsel besinnst du dich das Gras spricht zum Wasser wir und schwanken ich kenne das Rätsel nicht antwortete Lewin in gedrücktem Tone Ende von Abschnitt 35 gelesen von Eva K Abschnitt 36 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dritter Teil 3 Weißt du ich habe eben an dich gedacht hob Sergej Ivanovic von neuem an Nach den Erzählungen dieses Arztes zu urteilen muss es ja bei euch hier im Kreise ganz toll zu gehen und er ist ein ganz intelligenter junger Mensch ich habe es dir schon früher einmal gesagt und wiederhole es dir es ist nicht gut dass du die Versammlungen nicht mehr besuchst und dich überhaupt von der ganzen Kreisverwaltung zurückgezogen hast wenn wenn sich die anständigen leute davon fernhalten dann wird natürlich alles gott weiß was für einen verlauf nehmen wir bezahlen eine ganze masse geld aber das geht für die gehälter drauf und von schulen heilgehilfen hebammen apotheken ist keine rede nichts davon ist vorhanden ich habe es ja versucht antwortete levin leise und widerwillig aber ich kann es nicht was soll ich da machen aber was kannst du denn nicht ich muss gestehen dass ich das nicht begreife gleichgültigkeit oder verständnislosigkeit sind ja doch bei dir ausgeschlossen ist es wirklich nur trägheit von dir weder das erste noch das zweite noch das dritte ich habe es versucht und habe eingesehen dass ich dabei nichts zu leisten vermag erwiderte levin er hörte ohne rechte aufmerksamkeit was sein bruder sagte er blickte über den fluss hinüber nach dem ackerlande und bemerkte da etwas schwarzes konnte aber nicht erkennen ob es nur ein pferd oder der verwalter zu pferde sei warum vermagst du denn nichts zu leisten du hast einen versuch gemacht und deiner ansicht nach kein glück damit gehabt und nun hast du gleich die flinte ins korn geworfen wie kann man nur so wenig ehrgeiz haben ehrgeiz versetzte levin bei dem dieses wort einen wunden punkt getroffen hatte was hier der ehrgeiz soll verstehe ich nicht hätte man mir auf der universität gesagt dass andere die integral rechnung verständen und ich sie nicht verstände da wäre der ehrgeiz in frage gekommen hier aber muss man doch zunächst die überzeugung haben dass man die für diese tätigkeit erforderlichen fähigkeiten besitzt und namentlich dass diese ganze tätigkeit wirklich so wichtig ist na sag mal ist denn das etwa nicht wichtig rief sergei ivanovich etwas verstimmt darüber dass sein bruder etwas wofür er selbst sich interessierte unwichtig fand und ganz besonders darüber dass der bruder ihm offenbar fast gar nicht zuhörte mir scheint es nicht wichtig und mich interessiert es nicht also was verlangst du da weiter von mir antwortete levin er hatte unterdessen erkannt dass das was er in der ferne sah der verwalter war und dass der verwalter wahrscheinlich die bauern vom pflügen entließ da sie ihre hakenflüge umstürzten so sollten so wirklich schon mit dem pflügen fertig sein dachte er na aber so höre doch zu sagte der ältere bruder und verzog missmutig sein schönes kluges gesicht es muss doch alles seine grenzen haben es ist ja sehr schön ein original zu sein und die aufrichtigkeit zu lieben und alle falschheit zu hassen das weiß ich alles sehr wohl aber das was du da sagst hat entweder gar keinen Sinn oder es hat einen sehr schlimmen Sinn wie kannst du es für unwichtig erachten dass das land volk das du deiner versicherung nach liebst das habe ich nie versichert dachte konstantin lewin ohne hilfe dahin stirbt rohe unwissende bauernweiber die als geburtshelferinnen dienen martern die kinder zu tode und das volk verharrt in tiefster unwissenheit und ist des schreibers preisgegeben dir aber ist das mittel dem abzuhelfen in die hand gelegt und doch schaffst du keine abhilfe weil das alles deiner meinung nach nicht wichtig ist und sergei ivanovic stellte ihm die wahl entweder bist du so wenig intelligent dass du nicht zu beurteilen vermagst was du alles leisten kannst oder du bist nicht geneigt deine bequemlichkeit deinen stolz oder ich weiß um dies zu leisten konstantin lewin fühlte dass ihm nichts übrig blieb als entweder zu kreuze zu kriechen oder sich zu einem mangel an interesse für das gemeinwohl zu bekennen und das kränkte und ärgerte ihn es trifft sowohl das eine wie das andere zu sagte er in entschlossenem tone ich sehe keine Möglichkeit wie ist es denn unmöglich bei vernünftiger Verwendung der verfügbaren Geldmittel dem Landvolke ärztliche Beihilfe zugänglich zu machen meines Erachtens ist das unmöglich unser Kreis umfasst 4000 Quadrat Werst und bei der Beschaffenheit unserer Wege zur Zeit der Schneeschmelze bei unseren Schneestürmen bei unserer Arbeitszeit sehe ich keine Möglichkeit an jeder Stelle ärztliche Hilfe darzubieten und ich Na erlaube mal das ist aber doch ungerecht ich könnte dir tausende von Beispielen anführen nun und die Schulen Wozu brauchen wir Schulen Was redest du da kann etwa ein Zweifel an dem Nutzen der Bildung bestehen wenn sie für dich gut und nützlich ist so ist sie es auch für jeden Konstantin Lerwin fühlte sich moralisch an die Wand gedrückt daher geriet er in Hitze und kam unwillkürlich mit dem Hauptgrunde seiner Gleichgültigkeit gegen das Beste der Gesamtheit heraus Es mag sein dass das alles ganz gut ist aber wozu soll ich mir Sorge machen um die Einrichtung ärztlicher Beratungsstellen die ich doch nie benutzen werde und um die Einrichtung von Schulen wohin ich meine Kinder nicht schicken werde und wohin auch die Bauern ihre Kinder nicht werden schicken wollen und ich bin mir noch nicht einmal sicher ob es zweckmäßig ist dass die Bauern Kinder hingehen fügte er hinzu Sergei war war einen Augenblick ganz überrascht über diese unerwartete Anschauungsweise dann aber entwarf er sofort einen neuen Angriffsplan er schwieg ein Weilchen nahm eine Angel heraus warf sie an einer anderen Stelle hinein und wandte sich dann lächelnd zu seinem Bruder na erlaube mal erstens eine ärztliche Beratungsstelle hat sich als ein notwendiges Bedürfnis herausgestellt wir haben doch eben erst für Agafja Mikhailovna den Landschaftsarzt von wer weiß wie weit her holen lassen müssen na ich glaube dass ihre Hand doch krumm bleiben wird da ist doch noch die Frage ferner wird ein Bauer ein Arbeiter der lesen und schreiben kann für dich dadurch brauchbarer und wertvoller nein da kannst du fragen wen du willst antwortete Konstantin Lehrwin in entschiedenem Tone ein Mensch der lesen und schreiben kann ist als Arbeiter erheblich schlechter na und die Wege die lassen sich nicht ausbessern und die Brücken kaum dass sie fertig sind werden sie auch schon gestohlen übrigens erwiderte mit zusammengezogenen brauen Sergej Ivanovic der Einreden nicht leiden konnte und namentlich nicht solche die unerführlich von einem punkte zum anderen hin und her sprangen und ohne allen zusammenhang neue gesichtspunkte einführten so dass man nicht mehr wusste worauf man antworten sollte übrigens darum handelt es sich nicht erlaube einmal gibst du zu dass die bildung für das volk ein segen ist ja das gebe ich zu erwiderte Lehrwin ohne zu überlegen und wurde sich gleich darauf bewusst dass er etwas gesagt hatte was seiner Ansicht nicht entsprach er merkte dass nachdem er dies zugegeben hatte ihm bewiesen werden würde dass er vorher leeres Zeug geredet habe das eines vernünftigen Sinnes entbehre auf auf welche weise ihm das bewiesen werden würde wusste er noch nicht aber dass es ein unzweifelhafter logischer Beweis sein werde das wusste er und nun erwartete er diesen Beweis die Widerlegung gestaltete sich weit einfacher als es Konstantin Lehrwin erwartet hatte wenn du sie als einen Segen anerkennst sagte Sergej Ivanovic so kannst du als Ehrenmann nicht umhin ein solches Werk zu lieben und dich dafür zu interessieren und daher muss es dir eine Herzenssache sein dabei mitzuarbeiten aber ich gebe ja noch gar nicht zu dass dieses Werk gut ist warf Konstantin Lehrwin errötend ein wie aber du sagtest doch eben erst ich meine ich erkenne es weder als gut noch als möglich an das letzte kannst du nicht wissen ehe du nicht dafür alle Anstrengungen gemacht hast nach wollen mal annehmen die Sache verhielte sich so so sehe ich trotzdem nicht ein warum ich mir damit Mühe machen soll wie meinst du das nein wenn wir nun doch einmal in ein Gespräch darüber gekommen sind sagte Lehrwin so erkläre mir die Sache auch vom philosophischen Standpunkte aus ich verstehe nicht was hier bei die Philosophie soll versetzte Sergej Ivanovic und zwar wie es Lehrwin vorkam in einem tone als wolle er dem Bruder nicht das Recht zu erkennen über Philosophie mitzureden und darüber ärgerte sich Lehrwin was sie hierbei soll das will ich dir gleich sagen begann er hitzig ich glaube dass die Triebfeder aller unserer Handlungen doch immer das persönliche Glück ist hier nun in unseren Verwaltungseinrichtungen auf dem Lande vermag ich als Edelmann nichts zu erblicken was zu meinem Wohlbefinden beitragen könnte die Wege sind nicht besser geworden und können nicht besser werden meine Pferde fahren mich auch auf schlechten Wegen Ärzte und ärztliche Beratungsstellen habe ich nicht nötig den Friedensrichter habe ich nicht nötig ich habe mich noch nie an ihn gewendet und werde mich nie an ihn wenden Schulen sind für mich nicht nur entbehrlich sondern sogar wie ich dir schon gesagt habe nachteilig ich habe von den Verwaltungseinrichtungen auf dem Lande weiter nichts als die Verpflichtung 18 Kopeken die Desjardine zu bezahlen nach der Stadt zu fahren dort in einem Bette zu schlafen wo ich unterbrach ihn Sergei Ivanovic lächelnd ein persönliches Interesse war es auch nicht das uns dazu antrieb für die Aufhebung der Leibeigenschaft zu wirken und wir haben doch dafür gewirkt nein unterbrach ihn seinerseits wieder Konstantin der immer hitziger wurde die Aufhebung der Leibeigenschaft das war eine ganz andere Sache dabei lag allerdings ein persönliches Interesse vor jene Zustände lasteten wie ein schwerer Druck auf uns rechtlich denkenden Menschen und diesen Druck wollten wir gern loswerden aber dazu habe ich keine Lust als Kreistags Mitglied dazusitzen darüber zu verhandeln wie viel Arbeiter zur Ausräumung der Abortgruben erforderlich sind und wie die Wasserleitung in der Stadt angelegt werden soll wo ich doch gar nicht wohne oder geschworener zu sein und über einen Bauern zu Gericht zu sitzen der einen Schinken gestohlen hat und sechs Stunden Verteidiger und Staatsanwälte zusammendreschen und wie der Vorsitzende meinen alten dämlichen Aljoschka fragt gestehen sie zu Herr Angeklagter die in Entwendung eines Schinkens bestehende Handlung begangen zu haben und wie der dann antwortet hä Konstantin Lewin war von dem eigentlichen Thema bereits ganz abgekommen und fing an den Vorsitzenden und den dämlichen Aljoschka nachzuahmen aber seiner Meinung nach gehörte das alles zur Sache Sergej Iwanowitsch jedoch zuckte mit den Achseln Nun was willst du denn eigentlich mit alledem sagen Ich will damit nur sagen dass ich die Rechte die mich und mein eigenes Interesse berühren jederzeit mit meiner ganzen Kraft verteidigen werde wie ich denn damals als bei uns Studenten Haussuchungen gehalten und unsere Briefe von den Gendarmen gelesen wurden bereit war mit aller Kraft diese Rechte zu verteidigen und für mein Recht auf Bildung und Freiheit einzutreten Ich habe Verständnis für die Wehrpflicht die das Schicksal meiner Kinder meiner Brüder sowie mein eigenes berührt Über alles was mich selbst angeht bin ich bereit ernstlich nachzudenken Aber über die Verwendung der 40.000 Rubel Landschaftsgelder mitzuberaten oder über den halbblödsinnigen Aljoschka zu Gericht zu sitzen dafür habe ich kein Verständnis und dazu bin ich nicht imstande Konstantin Lewin sprach als ob ein Damm der seine Worte bisher gehemmt hatte plötzlich gebrochen wäre Sergej Ivanovic lächelte Aber es kann doch kommen dass du selbst morgen vor Gericht gezogen wirst Nun würde es dir dann angenehmer sein von dem alten Kriminal Gericht abgeurteilt zu werden Ich werde nicht vor Gericht gezogen werden Ich schneide niemandem den Hals ab und habe kein Gericht nötig Weißt du fuhr er fort und sprang wieder auf etwas ganz fremdartiges über Unsere landschaftlichen Einrichtungen und was so drum und dran hängt das kommt mir alles gerade so vor wie die Birken Stämmchen die wir zu Pfingsten in die Erde zu stecken pflegten damit es aussehen sollte wie ein Wäldchen und ich kann diese Birken Stämmchen nicht von Herzen um durch diese Gebärde seine Verwunderung darüber auszudrücken woher in aller Welt auf einmal diese Birken Stämmchen in ihre Erörterungen hineingeraten seien obwohl er sofort verstanden hatte was sein Bruder damit sagen wollte entschuldige aber auf diese Weise ist keine Auseinandersetzung möglich bemerkte er aber Konstantin Lewin legte Wert darauf sich wegen jenes Mangels zu rechtfertigen den er an sich kannte nämlich wegen seiner Gleichgültigkeit gegen das Wohl der Gesamtheit und fuhr fort ich glaube sagte er dass keine Tätigkeit dauerhaft und ersprießlich sein kann wenn sie nicht im persönlichen Interesse wurzelt das ist eine allgemeine eine philosophische Wahrheit er betonte mit Entschiedenheit das Wort philosophische wie wenn er zeigen wollte dass er wie jeder andere das Recht habe über Philosophie zu sprechen Sergei Ivanovic lächelte abermals auch der da hat so eine Art von eigener Philosophie die seinen Neigungen dienen muss dachte er na weißt du von der Philosophie bleib lieber davon sagte er die Hauptaufgabe der Philosophie aller Zeiten hat gerade darin bestanden jene notwendige Verbindung zu erkennen die zwischen dem persönlichen Interesse und dem allgemeinen Interesse besteht aber das gehört nicht zur Sache folgendes jedoch gehört dazu ich brauche den Vergleich dessen du dich bedienst nur ein wenig zu ändern um ihn für mich zu verwerten die Birkenstämmchen um die es sich hier handelt sind keineswegs einfach in die Erde hineingestoßen sondern sondern manche von ihnen sind eingepflanzt andere aus Samen gezogen und man muss mit ihnen recht sorgsam und vorsichtig umgehen nur die Völker haben eine Zukunft nur die Völker kann man geschichtliche Völker nennen die ein deutliches Gefühl dafür haben was an ihren Einrichtungen von Wichtigkeit und Bedeutung ist und denen diese Einrichtungen lieb und wert sind und nun trug Sergej Ivanovic die Untersuchung auf das philosophisch historische Gebiet hinüber auf das ihm Konstantin Lewin nicht folgen konnte und wies ihm die ganze Verkehrtheit seiner Ansicht nach was nun den Umstand anlangt dass dir diese neuen Einrichtungen nicht gefallen so liegt das nimm mir es nicht übel an unserer russischen Trägheit und an unserem Herren Dünkel ich bin aber überzeugt dass das bei dir nur eine zeitweilige Verirrung ist und vorüber gehen wird Konstantin schwieg er fühlte dass er auf der ganzen Linie geschlagen war hatte aber zugleich die Empfindung dass das was er hatte sagen wollen von seinem Bruder nicht verstanden worden war er wusste nur nicht warum es nicht verstanden worden war ob deshalb weil er es nicht verstand seine Meinung klar zum Ausdruck zu bringen oder weil der Bruder ihn nicht verstehen wollte oder weil er nicht imstande war ihn zu verstehen aber er vertiefte sich nicht weiter in diese Überlegungen sondern begann ohne seinem Bruder etwas zu erwidern über eine ganz andere ihn persönlich betreffende Angelegenheit nachzudenken Sergei Ivanovic wickelte die letzte Angel auf band das Pferd los und sie fuhren heim Ende von Abschnitt 36 Gelesen von Eva K Abschnitt 37 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Die persönliche Angelegenheit die Lewin während des Gesprächs mit seinem Bruder sich hatte im Kopfe herumgehen lassen war folgende Als er im vorigen Jahre einmal hinausgefahren war um das Heumähen zu besichtigen und sich dabei über den Verwalter hatte ärgern müssen da hatte er sein beliebtes Beruhigungsmittel angewandt Er hatte einem Bauern die Sense weggenommen und selbst zu mähen angefangen Diese Arbeit hatte ihm so gut gefallen dass er nachher noch mehrmals zu ihr gegriffen hatte er hatte die ganze Wiese vor dem Hause gemäht und sich in diesem Jahre gleich bei Frühlingsanfang vorgenommen mehrere volle Tage mit den Bauern zusammen zu mähen Aber mit der Ankunft des Bruders war er wieder unschlüssig geworden ob er mähen solle oder nicht Es war ihm peinlich den Bruder ganze Tage lang allein zu lassen Auch fürchtete er der Bruder werde sich wegen dieser Arbeit über ihn lustig machen Als er jedoch über die Wiese gegangen war und sich der fröhlichen Stimmung erinnert hatte in die ihn damals das Mähen versetzt hatte da war er in seinem Vorsatze zu mähen beinahe wieder fest geworden Nun nach dem aufregenden Gespräche mit dem Bruder kam ihm sein Vorhaben wieder ins Gedächtnis Ich bedarf dringend körperlicher Bewegung sonst verschlechtert sich entschieden mein Charakter sagte er sich und beschloss zu mähen ohne Rücksicht auf die peinliche Empfindung seinem Bruder und dem Bauernvolke gegenüber Am Abend ging Konstantin Lerwin ins Kontor traf Anordnungen für die bevorstehenden Arbeiten und schickte nach den Nachbardörfern um für morgen mehr zu bestellen damit die Kalinovi Wiese die größte und beste von allen gemäht werden könne Ja und dann schicken sie doch auch bitte meine Sense zu Titt er soll sie dengeln und morgen mit hinaus bringen vielleicht mähe ich auch mit sagte er bemüht seiner Verlegenheit Herr zu werden der Verwalter antwortete lächelnd wie sie befüllen abends beim Tee teilte Lewin es auch seinem Bruder mit es scheint wir werden jetzt anhaltend gutes Wetter haben sagte er morgen fange ich an zu mähen das das eine Arbeit die ich sehr gern habe erwiderte Sergej Ivanovic ich habe sie außerordentlich gern ich habe schon früher manchmal mit den Bauern zusammen gemäht und morgen habe ich vor den ganzen Tag zu mähen Sergej Ivanovic hob den Kopf in die Höhe und sah seinen Bruder neugierig an wie meinst du das ganz ebenso wie die Bauern den ganzen Tag Ja das macht viel Vergnügen antwortete Lewin jedenfalls eine vorzügliche körperliche Übung nur wirst du es schwerlich aushalten können erwiderte Sergej Ivanovic ohne allen Spott ich habe es schon versucht am Anfang ist es ja schwer nachher findet man sich hinein ich denke ich werde hinter den anderen nicht zurück bleiben na sowas aber sag mal was machen denn die Bauern dazu für Gesichter die spötteln gewiss darüber dass der Herr solche sonderbaren Einfälle hat nein das glaube ich nicht und dann ist es auch eine so lustige und zugleich eine so schwere Arbeit dass man gar keine Zeit hat sich Gedanken zu machen aber wie wirst du es denn mit dem Mittagessen halten wenn du da mit ihnen zusammen bist dir eine Flasche Laffit und eine gebratene Pute hinschicken zu lassen würde doch nicht recht passend sein nein während ihrer Ruhepausen will ich nach Hause kommen sonst nicht am anderen Morgen stand Konstantin Ljewin früher als sonst auf aber allerlei Wirtschaftssachen hielten ihn auf und als er auf seinem Pferde zur Wiese hinaus kam gingen die Mäher schon in der zweiten Reihe schon von der Anhöhe aus erblickte er unter sich den im Schatten liegenden bereits gemähten Teil der Wiese mit den grauen durch das Mähen entstandenen Streifen und mit schwarzen Haufen die von den Röcken der Mäher gebildet wurden die Mäher hatten ihre Röcke an der Stelle niedergelegt wo sie die erste Reihe begonnen hatten in dem Maße wie er näher kam wurden ihm immer deutlicher die Bauern sichtbar die in lang gestreckter Reihe einer hinter dem anderen einher schritten und in verschiedener Art die Sensen schwangen manche hatten die Röcke anbehalten andere waren in Hemd und Hose er zählte ihrer 42 Mann sie bewegten sich langsam über den unebenen Wiesengrund hin wo ehemals ein Teich gewesen war einige von seinen eigenen Bauern erkannte Lerwin da war der alte Jermiel der ein sehr langes weißes Hemd nach Bauernsitte über der Hose trug und sich bei jedem Schwunge der Sense tief bückte da war der junge Vasili Lerwins früherer Kutscher der bei jedem Streiche weit ausholte da war auch Tit in der Kunst des Mähens Lerwins Berater ein kleines mageres Männchen er schritt ohne sich zu bücken als erster vor den anderen dahin und schnitt als ob er mit der Sense spiele seine breite Reihe nieder Lerwin stieg vom Pferde band es neben dem Wege an und begab sich zu Tit der aus einem Busche eine zweite Sense hervorholte und ihm hinreichte sie ist in Ordnung Herr scharf wie ein Rasiermesser sie mäht ganz von selbst sagte Tit indem er lächelnd die Mütze abnahm und ihm die Sense übergab Lerwin nahm die Sense und holte ein paar mal damit aus nach Beendigung ihrer reihen traten die schweißbedeckten Mäher einer nach dem anderen fröhlich auf den Weg und begrüßten ein wenig spöttisch lächelnd ihren Herrn sie blickten ihn alle an aber keiner sagte etwas bis ein hochgewachsener unterdrücktes lachen unter den mähern ich werde mir mühe geben nicht zurück zu bleiben antwortete er stellte sich hinter Tit auf und wartete auf den neuen beginn der Arbeit vergiss nicht was ich gesagt habe sagte der alte noch einmal Tit machte einen Platz frei und Lerwin trat hinter ihn das Gras neben dem Wege war wie in der Regel niedrig und Lerwin der lange nicht gemäht hatte und den die vielen auf ihn gerichteten Blicke befangen machten mähte in den ersten Augenblicken schlecht obgleich er kräftig ausholte hinter sich hörte er stimmen er setzt die sense ungeschickt an der stiel liegt zu hoch sieh mal wie er sich bücken muss sagte einer drück mehr mit dem sensenhacken an ermahnte ihn ein anderer schadet nichts lass nur gut sein er wird schon hinzukommen meinte der alte sieh nur wie er drauf los geht du nimmst den strich zu breit du wirst müde werden ja ja es heißt ganz richtig wenn sich der gutsherr plagt so hat er den segen davon aber sieh mal was hast du für einen kamm stehen lassen dafür könnte unser einer einen Buckel voll Prügel besehen jetzt kamen sie in weicheres gras und levin der auf die bemerkungen hörte aber nicht antwortete ging immer hinter tit her und gab sich mühe möglichst gut zu mähen sie hatten ungefähr hundert schritte zurückgelegt tit ging stets gleichmäßig vorwärts ohne stehen zu bleiben und ohne die geringste müdigkeit merken zu lassen bei levin aber regte sich bereits die besorgnis ob er auch werde bis zu ende aushalten können so müde war er schon er fühlte dass er die sense mit seiner letzten kraft schwang und beschloss tit zu bitten dass er anhalten möchte aber in diesem augenblick blieb tit von selbst stehen bückte sich nahm eine handvoll gras wischte die sense ab und begann sie zu wetzen levin reckte sich zurecht und blickte sich tief aufatmend um hinter ihm kam ein bauer der offenbar ebenfalls müde geworden war denn er blieb sogleich ohne zu levin ganz heranzukommen stehen und machte sich an das wetzen tit wetzte seine eigene sense und die sense lewins und dann gingen sie weiter bei diesem zweiten angriff wiederholte sich derselbe vorgang tit schritt einen hieb nach dem anderen führend dahin ohne stehen zu bleiben und ohne müde zu werden lewin ging hinter ihm her und gab sich alle mühe nicht zurück zu bleiben und es wurde ihm immer schwerer und schwerer es kam der augenblick wo er fühlte dass er keine kraft mehr hatte aber gerade in diesem augenblick blieb tit stehen und wetzte so mähten sie die erste Reihe herunter diese lange Reihe hatte lewin besonders schwer gefunden aber dafür fühlte er sich auch sehr glücklich als sie an das ende der Reihe gelangt waren und tit die sense auf die schulter nahm und langsamen schrittes auf den stapfen zurückging die seine stiefel hacken auf dem gemähten streifen hinterlassen hatten und er lewin ebenso auf dem von ihm gemähten streifen zurückging und seine frohe stimmung wurde auch dadurch nicht beeinträchtigt dass ihm der schweiß nur so über das gesicht strömte und von der nase tropfte und sein ganzer rücken so nass war als wenn er im wasser gelegen hätte namentlich freute er sich darüber dass er jetzt wusste er werde bis zu ende aushalten können getrübt wurde sein vergnügen nur dadurch dass seine Reihe nicht gut ausgefallen war ich will weniger mit dem arm schwingen und mehr mit dem ganzen oberkörper dachte er als er tits schnurgerade gemähte reihe mit seiner eigenen zackig und ungleichmäßig darliegenden reihe verglich bei der ersten reihe war tit wie lewin bemerkte besonders schnell vorwärts gegangen wohl um den herrn auf die probe zu stellen und diese reihe war gerade besonders lang gewesen die folgenden reihen wurden lewin schon leichter aber er musste trotzdem alle seine kräfte anspannen um nicht hinter den bauern zurück zu bleiben er hatte keinen anderen gedanken und keinen anderen wunsch als nicht hinter den bauern zurück zu bleiben und die arbeit so gut wie möglich auszuführen er hörte nichts als das zischen der sensen und sah nur vor sich die gerade aufgerichtete von ihm wegschreitende gestalt tits den ausgebuchteten halbkreis den der sensenhieb auf der wiese bildete die langsam und wellenartig sich neigenden gräser und blumenköpfchen an der schneide seiner sense und in einiger entfernung das ende der reihe wo die ruhepause eintreten würde ohne sich rechenschaft geben zu können was das war und woher es kam empfand er auf einmal mitten in der arbeit ein angenehmes gefühl von kühle an seinen heißen schweißbedeckten gliedern er blickte nach dem himmel hinauf während seine sense gewetzt wurde eine tief herabhängende schwere wolke war herbeigezogen und schickte einen tüchtigen regen herab manche von den bauern gingen zu ihren röcken hin und zogen sie an andere regten gerade wie lewin nur erfreut die schultern bei der angenehmen erfrischung eine reihe nach der anderen legten sie so zurück lange und kurze reihen folgten aufeinander mit gutem und mit schlechtem grase lewin hatte jedes gefühl für die zeit verloren und wusste schlechterdings nicht ob es jetzt spät oder früh war in seiner arbeit vollzog sich jetzt eine veränderung die ihm einen außerordentlichen genuss gewährte mitten in der arbeit kamen in minuten in denen er vollständig vergaß was er tat er fühlte sich so leicht und gerade in solchen minuten fiel seine reihe fast ebenso schön und gleichmäßig aus wie die reihe tits aber sobald er sich wieder dessen bewusst wurde was er tat und anfing sich mühe zu geben um es recht gut zu machen empfand er sofort den ganzen schweren druck der arbeit und die reihe fiel schlecht aus als er so wieder einmal eine reihe hinter sich gebracht hatte wollte er die folgende in angriff nehmen aber tit blieb stehen trat an den alten heran und sprach leise etwas mit ihm beide blickten nach der sonne wovon mögen sie wohl reden und warum macht er sich nicht an die nächste reihe dachte lewin ohne darauf zu verfallen dass die bauern bereits ohne unterbrechung nicht weniger als vier stunden gemäht hatten und nun ihre frühstückszeit da war nun wollen wir frühstücken herr sagte der alte ist es denn schon zeit na schön dann tut das lewin übergab tit seine sense und ging mit den bauern die zu ihren röcken gingen um ihr brot herauszuholen über die leicht vom regen übersprühten schwaden der langen abgemähten fläche zu seinem pferde erst jetzt wurde er sich darüber klar dass seine wetter voraussage falsch gewesen war und der regen ihm sein heu nass gemacht hatte der regen wird das heu verderben sagte er nein herr der schadet nicht erwiderte der alte mehr wenn der himmel weint harker wenn die sonne scheint lewin band das pferd los und ritt nach hause um kaffee zu trinken sergei ivanovic war soeben aufgestanden nachdem lewin kaffee getrunken hatte ritt er gleich wieder nach der wiese hinaus noch ehe sergei ivanovic mit seiner toilette fertig geworden und ins esszimmer gekommen war fünf nach dem frühstück erhielt lewin in der reihe der meer seinen platz nicht mehr an der früheren stelle sondern zwischen jenem spaßliebenden alten der ihn gleich anfangs ermahnt und jetzt aufgefordert hatte sein nebenmann zu werden und einem jungen bauern der sich erst im herbst verheiratet hatte und für den dies der erste sommer war wo er an der heuernte teilnahm der alte schritt in gerader haltung voraus gleichmäßig und breit setzte er die etwas auswärts gedrehten füße von einer stelle auf die andere und mit einer genauen sich unverändert wiederholenden bewegung die ihn anscheinend nicht mehr mühe kostete als das schlenkern mit den armen beim gehen legte er wie spielend einen gleichmäßigen hohen schwaden nieder es war nicht als ob er arbeitete sondern als ob die scharfe sense ganz von selbst durch das saftige gras zischte hinter lewin ging der junge michael in seinem hübschen jugendlichen gesichte über dem er um die haare ein aus frischem grase gedrehtes seil gebunden hatte arbeiteten alle muskeln vor anstrengung mit aber sobald man ihn ansah lächelte er er war augenscheinlich bereit eher zu sterben als dass er zugestanden hätte dass ihm die arbeit schwerfalle lewin ging zwischen den beiden gerade in der größten hitze erschien ihm das mähen nicht so anstrengend der schweiß der an ihm herunter floss kühlte ihn ab und die sonne die ihm auf dem rücken dem kopfe und den bis zum ellbogen entblößten armen brannte verlieh ihm kraft und ausdauer bei der arbeit und immer häufiger stellte sich bei ihm jener mehrere minuten währende bewusstlose zustand ein in dem er gar nicht anders dachte was er tat die sense mähte ganz von selbst das waren glückliche augenblicke noch vergnüglicher waren die augenblicke wenn sie an den fluss gelangten auf den die reihen stießen und dann der alte mit einem festen nassen grasbüschel die sense abwischte ihre stählerne klinge in dem frischen wasser des flusses abspülte den wetzsteinköcher vollschöpfte und ihn lewin zum trinken anbot na trink mal von meinem quas der schmeckt hä sagte er mit den augen zwinkernd und in der tat hatte lewin noch nie wie ein getränk mit solchem genuss geschlürft wie dieses laue wasser mit dem darin schwimmenden grün und dem rostgeschmack von der blechdose und gleich darauf folgte das glückselige langsame dahinschlendern mit der sense im arm wobei man sich den herabrinnenden schweiß abtrocknen aus vollster brust atem holen und die ganze sich lang hinziehende reihe der mär und alles was ringsum im walde und auf dem felde geschah betrachten konnte je länger lewin mähte umso häufiger wurden für ihn diese zeiten der selbstvergessenheit wo nicht mehr die hände die sense schwangen sondern die sense selbst hinter sich den ganzen von bewusstsein und leben erfüllten körper bewegte und die arbeit ohne dass er an sie dachte wie durch zauberei ordnungsmäßig und regelrecht ganz von selbst vor sich ging das waren die glückseligsten augenblicke schwer wurde es nur dann wenn es erforderlich war diese unbewusst gewordene bewegung zu unterbrechen und zu denken wenn zum beispiel ein bewachsener erdhöcker oder eine nicht ausgejätete sauer am verstaude ummäht werden musste der alte bewerkstelligte das mit größter leichtigkeit kam er an einen höcker so änderte er die bewegung und mähte bald mit dem sensenhacken bald mit dem spitzen ende den höcker von beiden seiten mit kurzen hieben rein und während er der gleichen tat sah und beobachtete er doch alles worauf er traf bald pflückte er eine siegwurz ab und aß sie auf oder gab sie lewin zum essen bald warf er mit dem spitzen ende der sense einen zweig beiseite bald betrachtete er ein wachtelnest von dem das weibchen erst dicht unter der sense aufgeflogen war bald fing er eine kleine schlange die ihm in den weg kam hob sie wie auf einer gabel mit der sense in die höhe zeigte sie lewin und schleuderte sie zur seite sowohl lewin wie dem jungen burschen hinter ihm fielen solche veränderungen der bewegungen schwer sie befanden sich beide nachdem sie sich einmal in eine bestimmte kräftige bewegung eingearbeitet hatten in einer art von arbeitswut und waren nicht imstande die bewegung zu verändern und gleichzeitig auch noch zu beobachten was vor ihnen war lewin merkte gar nicht wie die zeit verging hätte ihn jemand gefragt wie lange er schon gemäht habe so würde er gesagt haben eine halbe stunde und doch rückte die mittagszeit schon heran als sie die reihe zurückgingen um eine neue anzufangen lenkte der alte lewins aufmerksamkeit auf eine menge kleiner mädchen und knaben die von verschiedenen seiten her kaum sichtbar durch das hohe gras und auf dem wege nach den meeren hin strebten und bündel mit brot sowie oben mit lappen verstopfte krüge mit quars schleppten so dass die last ihnen die schwachen ärmchen herunterzog sie mal da kommen die käferchen angekochen sagte er indem er auf sie hin zeigte und blickte die augen mit der hand beschützend nach der sonne sie erledigten noch zwei reihen dann blieb der alte stehen na herr jetzt kommt das mittagessen sagte er in entschiedenem tone und sobald die meer beim flusse angelangt waren begaben sie sich über die schwaden hinweg zu ihren röcken wo die kinder die das mittagessen gebracht hatten saßen und auf sie warteten die bauern setzten sich zusammen die von weit her gekommenen in den schatten ihrer wagen die aus der nähe stammenden unterweiden gebüsch über das sie gras geworfen hatten lewin setzte sich zu ihnen er hatte keine lust wegzureiten alle befangenheit vor dem herrn war schon längst verschwunden die bauern schickten sich an ihre mahlzeit einzunehmen manche wuschen sich von den jüngeren männern badeten einige im flusse andere machten sich ihr ruhe plätzchen zurecht banden die brotbündel auf und öffneten die krüge mit quars der alte brockte brot in eine schüssel mit wasser zerdrückte es mit dem löffelstiel goss noch wasser aus dem wetzsteinköcher hinzu schnitt noch etwas brot hinein und streute salz dazu dann wandte er sich nach osten um zu beten nun wie ist's herr willst du meine brotsuppe kosten fragte er und ließ sich vor seiner schüssel auf die knie nieder die brotsuppe war so schmackhaft dass lewin seine absicht nach hause zu reiten um dort mittag zu essen aufgab er aß mit dem alten zusammen und unterhielt sich mit ihm über dessen häusliche angelegenheiten die sein lebhaftes interesse erregten auch teilte er von seinen eigenen angelegenheiten dem alten allerlei mit was diesen interessieren konnte er fühlte sich ihm näher als seinem bruder und die zuneigung die er gegen diesen menschen empfand rief auf seinem gesicht unwillkürlich ein freundliches lächeln hervor als der alte dann wieder aufstand sein gebet verrichtete und sich gleich an derselben stelle unter dem busche niederlegte wobei er einen haufen gras als kopfkissen benutzte da legte sich lewin gleichfalls hin und trotz der lästigen fliegen und käfer die bei dem hellen sonnenschein besonders zudringlich waren und ihn an dem schweißbedeckten gesicht und am übrigen körper kitzelten schlief er sofort ein und erwachte erst als die sonne nach der anderen seite des busches herumgegangen war und ihn mit ihren strahlen traf der alte schlief schon längst nicht mehr er saß aufrecht da und dengelte die sensen der jüngeren leute lewin blickte rings um sich und erkannte den ort gar nicht wieder so sehr hatte sich alles verändert die gewaltige fläche der wiese war abgemäht und schimmerte mit ihren bereits stark duftenden schwaden geschnittenen grases von den schrägen strahlen der abendsonne beleuchtet in einem eigentümlichen neuen glanze die durch das mähen freigelegten büscher am flusse und der fluss selbst der vorher nicht sichtbar gewesen war aber jetzt wie stahl in seinen krümmungen glänzte und die mäher die sich wieder regten und aufstanden und die steile graswand an dem noch nicht gemähten teile der wiese und die habichte die über der kahlen wiese kreisten alles das bot ein ganz neues bild dar als lewin seine gedanken wieder gesammelt hatte begann er zu überlegen wie viel bereits gemäht sei und wie viel an diesem tage noch geschafft werden könne die geleistete arbeit war für 42 mann außerordentlich groß die ganze große wiese an der früher zur zeit der frohen arbeit 30 sensen zwei tage lang gemäht hatten war schon abgemäht ungemäht waren nur die ecken mit kurzen reihen übrig aber lewin hatte den dringenden wunsch dass an diesem tage möglichst viel gemäht werden möchte und ärgerte sich über die sonne die sich so schnell hinab senkte er verspürte keine müdigkeit er wünschte nur dass noch recht schnell recht viel geschafft werden möchte nun wie denkst du darüber mähen wir noch die maschkin höhe fragte er den alten wie gott will hoch steht die sonne ja nicht mehr du gibst doch wohl den leuten ein schnäpschen während des vesper brotes als die mär sich wieder hingesetzt und die raucher zu rauchen angefangen hatten verkündete der alte den leuten wenn die maschkin höhe noch fertig gemäht wird gibt's schnaps na nun warum sollten wir die nicht fertig kriegen los tit das schaffen wir schnell essen können wir noch in der nacht los riefen sie durcheinander und während die mär noch ihr brot zu ende kauten traten sie schon wieder an na kinder haltet euch dran rief tit und mähte fast im trabe als erster los zu zu rief der alte der eilig hinter ihm her schritt und ihn mühelos einholte nimm dich in acht ich werde dich schneiden jung und alt mähte um die wette aber obgleich sie so eilten verdarben sie doch das gras nicht und die schwaden wurden ebenso sauber und ordentlich hingelegt wie vorher die letzte noch übrige ecke wurde in fünf minuten erledigt die letzten mehr gingen noch in ihren reihen als die vordersten schon ihre röcke über die schultern nahmen und über den weg hinüber nach der maschkin höhe wanderten die sonne senkte sich schon zu den bäumen herab als sie mit ihren klappernden wettsteinköchern in die kleine waldschlucht bei der maschkin höhe kamen das gras reichte ihnen in der mitte der schlucht bis an den gürtel es war zart und weich und breithalmig stellenweise im walde bunt durchwachsen von stiefmütterchen nach kurzer beratung ob man beim mähen längs oder quer gehen solle nahm brojo jermilin gleichfalls ein berühmter mehr ein riesenhafter schwarzhaariger bauer die spitze er schritt eine reihe ab kehrte dann wieder um und mähte ein stückchen rein und nun ordneten sich alle hinter ihm in langer linie jeder ging zuerst in der schlucht bergab und stieg dann drüben allmählich den berg hinan bis an den saum des waldes die sonne sank schon hinter den wald hinab und es fiel bereits tau nur auf der höhe waren die männer noch in der sonne unten hingegen wo schon die dünnste aufstiegen und auf der anderen seite gingen sie im frischen tauigen schatten es wurde mit aufgebot aller kraft gearbeitet das mit saftigem tone abgehauene würzig duftende gras legte sich in hohen schwaden nieder bei der kürze der reihen drängten sich die mäher überall die wetzsteinköcher klapperten die aufeinander stoßenden sensen klirrten die wetzsteine fuhren zischend an den sensen hin mit fröhlichen zurufen trieben die leute einander wechselseitig zur eile an levin ging auch jetzt wieder zwischen dem jungen burschen und dem alten der alte der seine schaffelljacke wieder angezogen hatte war noch ebenso lustig spaßliebend und leicht beweglich wie vorher im walde stießen sie fortwährend auf birken pilze die in dem saftigen grase üppig gewachsen waren und nun von den sensen zerschnitten wurden aber der alte bückte sich jedes mal wenn er auf einen pilz stieß und schob ihn sich an der brust unter das hemd den bringe ich meiner alten auch noch mit sagte er dabei so leicht es auch war das feuchte weiche gras zu mähen so schwierig war es an den steilen abhängen der schlucht hinunter und hinauf zu steigen aber dem alten machte das nichts aus immer gleichmäßig die sense schwingend stieg er in seinen großen bastschuhen mit kleinen festen schritten langsam die steile böschung hinan und obgleich er am ganzen leibe zitterte und die unter dem hemde herabgerutschten hosen schlotterten ließ er doch auf seinem wege keinen grassalm ungemäht und keinen pilz ungepflückt und machte mit den bauern und mit lewin seine späßchen ganz wie vorher lewin ging hinter ihm und dachte oft er werde sicher zu fall kommen da er mit der sense einen abhang hinan stieg der so steil war dass es auch ohne sense nicht leicht gewesen wäre hinauf zu kommen aber er kam doch hinauf und verrichtete seine arbeit ordnungsmäßig er hatte ein gefühl als ob irgendeine äußere gewalt ihn in bewegung setzte Ende von abschnitt 37 gelesen von eva k abschnitt 38 von anna karinina von lief nikolaevich tarstoi übersetzt von hermann rühl diese librivox aufnahme ist in der public domain dritter teil 6 die maschkin höhe war gemäht die letzten reihen fertig gebracht die mäher zogen ihre röcke an und machten sich fröhlich auf den heimweg lewin setzte sich auf sein pferd nahm mit bedauern von den bauern abschied und ritt nach hause vom berge aus sah er sich noch einmal um die leute waren in dem nebel der sich aus der niederung erhob nicht mehr zu sehen er hörte nur ihre munteren derben stimmen ihr lachen und den klang der aneinander stoßenden sensen sergei ivanovich hatte schon längst seine mittagsmahlzeit beendet trank auf seinem zimmer zitronenlimonade mit eis und sah dabei die soeben von der post gekommenen zeitungen und zeitschriften durch als lewin zu ihm hereingestürzt kam aber wie sah lewin aus die wirren haare klebten ihm feucht von schweiß an der stirn auch die kleidung an rücken und brust war von schweiß nass und dunkel sehr vergnügt rief er seinem bruder zu wir haben die ganze wiese fertig bekommen ach wie schön war das ganz wundervoll und wie hast du den tag verlebt das gestrige unangenehme gespräch hatte lewin vollständig vergessen um des himmels willen wie siehst du aus rief sergei ivanovich und betrachtete im ersten augenblick seinen bruder mit lebhafter missbilligung und die tür die tür mach doch die tür zu schrie er du hast sicher ein ganzes dutzend hereingelassen sergei ivanovich konnte die fliegen nicht ausstehen daher öffnete er in seinem zimmer die fenster nur des nachts und hielt die türen immer sorgsam geschlossen gott bewahre nicht eine einzige und wenn ich wirklich welche hereingelassen haben sollte so werde ich sie dir wieder wegfangen du glaubst gar nicht was das für ein genuss war na und du wie hast du denn den tag verbracht oh ganz gut aber hast du wirklich den ganzen tag gemäht ich denke mir du wirst hungrig sein wie ein wolf dein kusma hat alles für dich bereitgestellt nein ich habe überhaupt keine lust zu essen ich habe schon da draußen gegessen aber ich will gehen und mich waschen na dann geh nur geh nur ich werde auch gleich zu dir ins esszimmer kommen sagte sergei ivanovich und sah seinen bruder kopfschüttelnd an geh doch mach schnell fügte er lächelnd hinzu packte seine drucksachen zusammen und schickte sich auch seinerseits an hinaus zu gehen er war selbst auf einmal so vergnügt geworden und mochte sich gar nicht von seinem bruder trennen aber wo bist du denn während des regens gewesen ach das war ja eigentlich gar kein regen kaum getröpfelt hat es also ich komme sofort also du hast den tag angenehm verbracht na das ist ja prächtig und lewin ging fort um sich umzukleiden fünf minuten darauf fanden sich die brüder im esszimmer wieder zusammen lewin glaubte zwar gar keinen appetit zu haben und setzte sich nur um kusma nicht zu kränken an den gedeckten tisch aber sobald er zu essen anfing kamen ihm die speisen ungewöhnlich schmackhaft vor sergei ivanovich sah ihm lächelnd zu ach ja es ist auch ein brief für dich da sagte er kusma bitte hole ihn doch von unten herauf aber vergiss nicht die tür ordentlich zu zu machen der brief war von oblonski lewin las ihn laut vor oblonski schrieb aus petersburg ich habe einen brief von dolly erhalten sie ist in jerguschow und kann da gar nicht zurecht kommen bitte fahre doch einmal zu ihr hin und unterstütze sie mit deinem rate du weißt ja mit all solchen sachen bescheid sie wird sich außerordentlich freuen dich wiederzusehen sie ist da ganz allein die ärmste meine schwiegermutter ist mit der übrigen familie immer noch im auslande das ist ja ausgezeichnet ich will auf jeden fall zu ihr hinüberfahren sagte lewin oder wir könnten auch beide zusammen hinfahren sie ist eine ganz prächtige frau nicht wahr sie wohnt wohl nicht weit von hier etwa dreißig wärst es mögen auch vierzig sein aber ausgezeichneter weg wir werden sehr gut fahren ich werde mit großem vergnügen mitkommen erwiderte sergei ivanovich noch immer lächelnd der anblick seines jüngeren bruders versetzte ihn unwillkürlich in eine heitere stimmung na an appetit fehlt es dir ja nicht bemerkte er während er sein über den teller gebeugtes braunrot gebranntes gesicht und den gleichfarbigen hals betrachtete es schmeckt mir vorzüglich du glaubst gar nicht welch ein nützliches gegenmittel gegen alle möglichen torheiten eine derartige lebensweise ist ich möchte die ärztliche wissenschaft mit einem neuen terminus technicus bereichern arbeitskur na du hast eine solche kur ja doch wohl nicht nötig nein aber bei allerlei nerven leiden würde sie gute dienste tun ja das müsste man praktisch erproben ich wollte eigentlich auch zum mähen nach der wiese kommen um dir zuzusehen aber die hitze war so unerträglich dass ich nicht weiter als bis zum walde gekommen bin da habe ich ein weilchen gesessen und bin dann durch den wald nach dem dorfe gegangen dort traf ich deine alte amme und sondierte bei ihr ein bisschen über die ansichten die die bauern über dich haben so viel ich habe merken können findet dein treiben nicht den beifall der bauern sie sagte das ist keine arbeit für einen herrn überhaupt scheint mir dass in der auffassung der bauern die merkmale der tätigkeit die nach ihrer meinung nach den herren zukommt sehr genau festgestellt sind und sie wollen nichts davon wissen dass die herren die grenzen überschreiten die sie ihnen mit ihrem begriffsvermögen gesetzt haben das mag sein aber ich habe von dieser arbeit einen solchen genuss wie ich ihn in meinem ganzen leben noch nicht gekostet habe und es ist ja doch nichts böses dabei nicht wahr versetzte lewin wenn es ihnen nicht gefällt kann ich ihnen nicht helfen übrigens glaube ich dass es mit dieser unzufriedenheit nicht gar so schlimm ist wie du bist fuhr sergei ivanovich fort wie ich sehe überhaupt mit diesem tage zufrieden sehr zufrieden wir haben die ganze wiese gemäht und mit einem ganz prächtigen alten manne habe ich mich da angefreundet du kannst dir gar keine vorstellung davon machen wie nett und interessant das war na also du bist mit deinem heutigen tagewerk zufrieden und ich desgleichen mit dem meinigen erstens habe ich zwei schachaufgaben gelöst und eine davon war recht hübsch es wird zuerst ein bauer gezogen ich werde es dir noch zeigen und dann habe ich über unser gestriges gespräch nachgedacht worüber über unser gestriges gespräch fragte lewin er kniff nach beendeter mahlzeit glückselig die augen zusammen und stöhnte wohlig vermochte sich aber schlechterdings nicht zu besinnen was das gestern für ein gespräch gewesen sein sollte ich finde dass du teilweise recht hast unsere meinungsverschiedenheit besteht darin dass du das persönliche interesse als die treibende kraft hinstellst ich dagegen der ansicht bin dass jeder mensch der auf einer gewissen bildungsstufe steht interesse für das gemeinwohl haben muss vielleicht hast du darin recht nicht dass eine durch ein materielles interesse hervorgerufene tätigkeit wünschenswerter wäre im allgemeinen aber bist du deinem ganzen wesen nach zu sehr prime saute wie die franzosen sagen du willst eine leidenschaftliche kraftvolle tätigkeit oder gar keine lewin hörte seinem bruder zu verstand aber gar nichts und wollte auch nichts verstehen er fürchtete nur der bruder könnte eine frage an ihn richten bei der sich dann herausstellen würde dass er gar nicht aufgepasst habe ja so ist das mein lieber konstantin sagte sergei ivanovich und klopfte ihm auf die schulter ja gewiss selbstverständlich ich bin ja nicht auf meine ansicht versessen antwortete lewin mit dem lächeln eines schuldbewussten kindes worüber hatten wir eigentlich miteinander gestritten dachte er natürlich ich habe recht und er hat auch recht und alles ist in schönster ordnung und laut fuhr er fort ich muss nur noch ins kontor gehen und allerlei anordnen er stand auf reckte sich und lächelte sergei ivanovich lächelte gleichfalls wenn du noch ein bisschen spazieren gehen willst so können wir ja zusammen gehen sagte er denn das zusammensein mit seinem bruder von dem ordentlich ein hauch von frische und tatkraft ausging machte ihm wirklich freude komm wir können ja auch noch zum kontor gehen wenn du dahin musst ach herrgott rief lewin so laut dass sergei ivanovich erschrocken zusammenfuhr was hast du was hast du denn was macht denn agafia michailovnas hand fragte lewin und schlug sich gegen die stirn die hatte ich ja ganz und gar vergessen sie ist bedeutend besser na ich will aber doch noch einmal zu ihr hinlaufen ehe du unten deinen hut aufgesetzt hast bin ich wieder da seine stiefelabsätze schlugen als er die treppe hinunter stürmte so schnell an die stufen dass es wie eine klapper klang 7 während stepan arkadjevic nach petersburg gereist war um eine ganz selbstverständliche allen beamten bekannte wie wohl den nicht beamten unverständliche unerlässliche pflicht zu erfüllen ohne deren erfüllung man überhaupt nicht beamter sein kann nämlich sich im ministerium in erinnerung zu bringen und während er zur erfüllung dieser pflicht fast alles im hause vorhandene geld mitgenommen hatte und die zeit lustig und vergnügt bei pferderennen und mit besuchen in den landhäusern verbrachte unterdessen war dolly mit den kindern aufs land über gesiedelt um die ausgaben nach möglichkeit zu verringern sie war nach dem gute jerguschevo gezogen das sie bei ihrer verheiratung als mitgift bekommen hatte nach eben dem gute wo im frühjahr der wald verkauft worden war es lag von lewinsgut pakrovskoje ungefähr 50 werst entfernt in jerguschevo war das große alte herrenhaus schon seit langer zeit völlig verfallen und schon dollys vater hatte zum ersatz ein nebengebäude vergrößern und einrichten lassen dieses nebengebäude war vor 20 jahren als dolly noch ein kind war für die familie geräumig genug und ganz behaglich gewesen wenn es auch wie alle nebengebäude der anfahrtsallee und dem süden seine flanke zukehrte aber jetzt war dieses nebengebäude alt und muffig schon als stepan arkadjevic im frühjahr wegen des wald verkaufs nach dem gute gefahren war hatte ihn dolly gebeten das haus nachzusehen und die erforderlichen ausbesserungen anzuordnen stepan arkadjevic der wie alle schuldbewussten ehemänner sehr um die bequemlichkeit seiner frau besorgt war hatte das haus selbst besichtigt und alles was nach seiner ansicht nötig war angeordnet nach seiner auffassung mussten die sämtlichen möbel mit kretonen überzogen gardinen aufgehängt der garten gesäubert blumen darin gepflanzt und über den teich eine kleine brücke gebaut werden aber er vergaß viele andere notwendige dinge deren mangel daria alexandrovna nachher sehr schmerzlich empfand obgleich sich stepan arkadjevic die größte mühe gab ein sorglicher vater und gatte zu sein so vermochte er doch schlechterdings nicht den gedanken festzuhalten dass er eine frau und kinder habe er hatte die neigungen eines junggesellen und richtete sich in seinem ganzen tun nur nach diesen nach moskau zurückgekehrt erklärte er seiner frau voll stolz alle vorbereitungen seien getroffen das haus werde wie ein putzkästchen aussehen und er rate ihr dringend dort hin über zu siedeln dass seine frau aufs land zog war für stepan arkadjevic in vieler hinsicht sehr angenehm und erwünscht für die kinder war es gesund die ausgaben wurden dadurch geringer und er selbst fühlte sich dann freier daria alexandrovna ihrerseits war der ansicht dass ein sommeraufenthalt auf dem lande für die kinder geradezu notwendig sei namentlich für das kleine mädchen das nach dem scharlachfieber noch gar nicht wieder zurecht kommen wollte auch freute sie sich darauf von all den kleinen demütigungen erlöst zu werden den kleinen schulden beim holzhändler beim fischhändler beim schuhmacher denn diese schulden waren ihr eine pein außerdem war ihr die reise aufs land noch deshalb erwünscht weil sie ihre schwester kitty zu bewegen hoffte zu ihr aufs land zu kommen diese sollte um die mitte des sommers aus dem auslande zurückkehren und es waren ihr kalte bäder verordnet worden kitty schrieb aus dem badeorte nichts könne ihr reizvoller erscheinen als den sommer mit dolly zusammen in jergushova zu verleben wo alles für sie beide voll von kindheitserinnerungen sei zuerst hatte dolly auf dem lande eine recht schwere zeit durchzumachen sie hatte als kind auf dem lande gelebt und sich aus jener zeit die vorstellung bewahrt dass das leben auf dem lande eine erlösung von allen städtischen unannehmlichkeiten bedeute dass das leben dort wenn auch nicht unterhaltsam darüber tröstete sich dolly leicht so doch dafür billig und bequem sei man habe da alles es sei alles billig alles könne man sich verschaffen und es tue den kindern gut aber jetzt wo sie als hausfrau auf das land kam sah sie dass die dinge ganz anders lagen als sie gedacht hatte am tage nach ihrer ankunft kam ein gehöriger platzregen und in der nacht kam das wasser auf dem vorflur und im kinderzimmer durch die decke so dass die bettchen in die wohnstube hinüber getragen werden mussten eine gesindeköchin war nicht vorhanden von den neuen kühen waren nach aussage der viehmarkt einige noch fersen andere waren mit dem ersten kalbe trächtig wieder andere waren schon zu alt oder auch hartäutrig weder butter noch milch war in genügender menge vorhanden nicht einmal für die kinder eier gab es nicht eine henne war nirgends zu bekommen zum braten und kochen wurden alte zähe hähne mit violettem fleisch verwendet weiber zum scheuern waren nicht zu haben sie hatten alle auf den kartoffelfeldern zu tun spazieren zu fahren war unmöglich weil das deichselpferd städtisch war und in der gabeldeichsel ausschlug auch zum baden war nirgends eine möglichkeit das ganze ufer des flusses war vom vieh zerstampft und lag nach der landstraße hin frei da man konnte nicht einmal im garten spazieren gehen weil das vieh durch den zerbrochenen zaun in den garten hinein kam darunter auch ein furchtbarer stier der entsetzlich brüllte und von dem man sich daher wohl auch versehen konnte dass er stieß ordentliche kleiderschränke gab es nicht die die da waren ließen sich nicht zumachen und öffneten sich von selbst wenn jemand an ihnen vorbei ging es mangelte an eisernen und erdenen kochtöpfen desgleichen fehlte ein waschkessel und in der mädchenstube fand sich nicht einmal ein plättbrett als darja alexandrowna in dieses von ihrem standpunkte aus furchtbare elend hinein geraten war befand sie sich in der ersten zeit statt ruhe und erholung zu finden geradezu in verzweiflung sie quälte und plackte sich so weit ihre kraft nur irgend reichte sie fühlte dass es aus dieser lage keine rettung gab und musste fortwährend die tränen zurückdrängen die ihr in die augen traten der verwalter ein ehemaliger wachtmeister an dem stepan arkadjewitsch wegen seines hübschen äußeren und seines achtungsvollen benehmens gefallen gefunden und den er deshalb vom fördner zum verwalter befördert hatte zeigte für darja alexandrownas nöte keinerlei teilnahme er sagte nur achtungsvoll es ist nichts zu machen die leute sind gar zu unbrauchbar und leistete ihr nicht die geringste hilfe die lage schien hoffnungslos aber es gab im oblonskischen hause wie in vielen familien eine wenig hervortretende und doch sehr wichtige und nützliche persönlichkeit und das war hier matrona filimonowna sie beruhigte ihre herrin versicherte ihr es werde sich schon wieder einrenken das war ein lieblingsausdruck bei ihr und von ihr hatte ihn matvey erst übernommen und griff selbst ohne hast und aufregung wacker mit zu sie hatte sich sofort an die frau des verwalters herangemacht und gleich am ersten tage mit ihr und dem verwalter unter den akazien tee getrunken und alle möglichen wirtschaftsangelegenheiten durchgesprochen bald bildete sich unter den akazien ein von matrona filimonowna geleiteter club und durch diesen club dessen mitglieder die frau des verwalters der dorf schulze und der gutsschreiber waren wurden allmählich die schwierigkeiten des daseins behoben und nach einer woche hatte sich tatsächlich alles eingerenkt das dach war ausgebessert eine gevatterin des dorf schulzen als köchin angenommen hühner waren gekauft die kühe hatten angefangen milch zu geben die lücken des gartenzaunus waren durch stangen geschlossen der zimmermann hatte eine wäschemangel angefertigt an den schränken waren vorlegehaken angebracht so dass sie sich nicht mehr von selbst öffneten und ein plättbrett mit zeug von einem soldatenmantel bezogen ruhte nun mit dem einen ende auf einer stuhllehne mit dem anderen auf einer kommode und in der mädchenstube hatte es angefangen nach heißem plätteisen zu riechen na sehen sie wohl und sie waren schon ganz in verzweiflung sagte matrona filimonowna stolz auf das plättbrett weisend sogar ein badehäuschen wurde aus rahmen mit strohmatten erbaut lilly begann zu baden und daria alexandrovnas hoffnung auf ein wenn auch nicht ruhiges so doch bequemes leben auf dem lande ging nun wenigstens teilweise in erfüllung ruhig wirklich ruhig konnte daria alexandrovna mit ihren sechs kindern überhaupt nicht sein das eine wurde krank ein anderes konnte krank werden einem dritten fehlte irgendetwas an der kleidung ein viertes zeigte anzeichen eines schlechten charakters und so weiter zeiten der ruhe kamen nur äußerst selten vor und waren immer nur von ganz kurzer dauer aber diese geschäftigkeit und unruhe bildete für daria alexandrovna das einzige mögliche glück wäre ihr geist nicht in dieser weise beschäftigt gewesen so hätte sie nichts weiter gehabt als ihre gedanken an den gatten der sie nicht liebte und dazu kam noch dies wie schwer auch die befürchtung möglicher krankheiten die krankheiten selbst und der kummer bei der wahrnehmung von anzeichen übler neigungen der kinder auf der mutter lasteten so vergalten ihr doch schon jetzt die kinder selbst alle ihre bekümmernisse durch kleine freuden diese freuden waren so klein dass sie leicht unbeachtet blieben wie goldkörner im sande und in schlimmen augenblicken sah die mutter nur die bekümmernisse den sand aber es gab auch gute augenblicke in denen sie nur die freuden sah nur das gold jetzt in der einsamkeit des lebens auf dem lande wurde sie sich dieser freuden immer öfter und öfter bewusst oft wenn sie ihre kinder ansah machte sie alle möglichen anstrengungen um sich selbst zu der überzeugung zu bringen dass sie sich irre und nach mutterart von ihren kindern zu sehr eingenommen sei aber trotzdem konnte sie nicht umhin sich zu sagen dass ihre kinder doch ganz prächtige kinder seien alle sechs jedes auf andere art aber sämtlich kinder wie man sie selten findet und sie war glücklich über sie und stolz auf sie Ende von Abschnitt 38 Gelesen von Ifa K. Abschnitt 39 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Dritter Teil 8 Ende Mai als alles schon mehr oder weniger in Ordnung gekommen war erhielt Darja Alexandrovna von ihrem Manne eine Antwort auf ihre Klagen über die auf dem Gute vorgefundenen Übelstände Er bat sie in dem Briefe um Verzeihung dass er nicht alles bedacht habe und versprach sobald sich eine Möglichkeit dazu bieten werde selbst zu kommen aber eine solche Möglichkeit bot sich nicht und so war sie bis Anfang Juni allein auf dem Gute in den Petri Fasten an einem Sonntage fuhr Darja Alexandrovna zur Messe um mit allen ihren Kindern das Abendmahl zu nehmen sie hatte früher in vertraulichen philosophischen Gesprächen mit der Mutter der zweiten Schwester und Freundinnen diese sehr oft durch den freigeistigen Standpunkt den sie der Religion gegenüber einnahm in Erstaunen versetzt sie hatte eine eigene sonderbare Religion für sich und glaubte namentlich ganz fest an eine Seelenwanderung während sie sich um die Dogmen der Kirche wenig kümmerte aber in ihrer eigenen Familie erfüllte sie und zwar nicht etwa nur um damit ein Beispiel zu geben sondern von ganzem Herzen streng alle Forderungen der Kirche und der Umstand dass ihre Kinder ungefähr seit einem Jahr nicht zum Abendmahl gegangen waren beunruhigte sie sehr und mit Matrona Filimonovnas vollster Zustimmung und Billigung beschloss sie dies jetzt im Sommer mit den Kindern zu tun Darja Alexandrovna überlegte mehrere Tage vorher was sie allen Kindern anziehen solle es wurden Kleider angefertigt, umgeändert und gewaschen Säume und Stufen ausgelassen, Knöpfe angenäht und Bänder zurecht gemacht über Tanjas Kleid, das die Engländerin zu Schneidern übernommen hatte musste Darja Alexandrovna sich furchtbar ärgern die Engländerin hatte beim Umändern die Abnäher an falscher Stelle angebracht die Armlöcher zu weit ausgeschnitten und das Kleid beinahe vollständig verdorben das Kleid saß dem Kinde so schlecht in den Achseln, dass es einem weh tat wenn man es nur ansah aber Matrona Filimonovna kam auf den guten Gedanken es sollten Keile eingesetzt und dann ein kleiner Überwurf angefertigt werden die Sache wurde auf diese Weise in Ordnung gebracht aber mit der Engländerin hätte es beinahe einen bösen Zank gegeben jedoch am Sonntagmorgen war alles fertig und bereit und um 9 Uhr, Darja Alexandrovna hatte den geistlichen gebeten mit der Messe bis zu diesem Zeitpunkte zu warten standen die Kinder vor Freude strahlend in ihrem Staate vor der Haustür beim Wagen und warteten auf ihre Mutter vor den Wagen war statt des störrischen Raben dank der Fürsprache Matrona Filimonovnas der Braune des Verwalters gespannt und Darja Alexandrovna, die sich mit der Sorge um ihre Kleidung etwas länger aufgehalten hatte kam nun in einem weißen Muslankleider heraus und stieg in den Wagen Darja Alexandrovna hatte sich mit großer Sorgfalt und nicht ohne innere Erregung frisiert und angekleidet Früher hatte sie sich um ihrer Selbstwillen geputzt um hübsch auszusehen und zu gefallen aber dann war es ihr, je älter sie wurde immer unangenehmer geworden sich zu putzen weil sie sah, wie unschön sie geworden war jetzt indessen hatte sie sich wieder einmal mit Vergnügen und mit einer Art von Aufregung geputzt jetzt hatte sie sich nicht um ihrer Selbstwillen nicht um schön auszusehen geputzt sondern um nicht als Mutter dieser reizenden Kinder den Gesamteindruck zu verderben und als sie zum letzten Male in den Spiegel geblickt hatte war sie mit sich zufrieden gewesen sie sah gut aus nicht in der Weise gut, wie sie früher auf Bällen gut auszusehen gewünscht hatte aber gut für den Zweck, den sie jetzt im Auge hatte in der Kirche war niemand außer einigen Bauern und Gutsknechten mit ihren Weibern aber Darja Alexandrovna sah oder glaubte wenigstens zu sehen dass sie und ihre Kinder das Entzücken aller Anwesenden hervorriefen die Kinder waren nicht nur äußerlich schön in ihren festlichen Kleidern sondern auch ihr artiges Benehmen machte einen sehr hübschen Eindruck Alexei stand allerdings nicht ganz untadelig da er drehte sich fortwährend um und wollte sein Jäckchen von hinten sehen aber er war trotzdem ganz allerliebst Tanja stand da wie eine Erwachsene und gab auf die Kleinen acht aber die kleinste Lilli war geradezu entzückend in ihrem kindlichen Staunen über alles und es war schwer ein Lächeln zu unterdrücken als sie nach Empfang des Abendmahls sagte Please some more bei der Heimfahrt hatten die Kinder das Gefühl dass etwas Feierliches vor sich gegangen sei und verhielten sich sehr ruhig und artig auch zu Hause ging zunächst alles gut aber beim Frühstück fing Grigori an zu pfeifen und was das Schlimmste war er gehorchte der Engländerin nicht diese teilte ihm daher nichts von der süßen Pastete zu Daria Alexandrovna hätte es an einem solchen Tage nicht bis zu einer Bestrafung kommen lassen wenn sie zugegen gewesen wäre aber sie musste die Anordnung der Engländerin aufrecht erhalten und so bestätigte sie deren Urteil dass Grigori keine Pastete bekommen solle dies brachte in die allgemeine Freude eine kleine Störung Grigori weinte und sagte Nikolai habe auch gepfiffen und der werde nicht bestraft und er weinte nicht um die Pastete das sei ihm ganz egal sondern weil sie ungerecht gegen ihn seien das war nun doch gar zu traurig und Daria Alexandrovna beschloss mit der Engländerin über den Fall Rücksprache zu nehmen und dann dem kleinen Grigori zu verzeihen sie wollte sich daher zu ihr begeben aber als sie dabei durch den Saal ging erblickte sie eine Szene die ihr Herz mit solcher Freude erfüllte dass ihr die Tränen in die Augen traten und sie dem Übeltäter ohne weiteres selbst verzieh der Bestrafte saß im Saale auf dem Fensterbrett des Eckfensters vor ihm stand Tanja mit einem Teller unter dem Vorwande dass sie gern ihren Puppen etwas zu essen bringen möchte hatte sie sich von der Engländerin die Erlaubnis erbeten ihre Pastete nach dem Kinderzimmer zu tragen und hatte sie stattdessen ihrem Bruder gebracht während er fortfuhr über die Ungerechtigkeit der erlittenen Strafe zu weinen aß er von der Pastete die ihm Tanja gebracht hatte und sagte unter Schluchzen isst du auch mit wir wollen zusammen essen beide zusammen auf Tanja wirkte zunächst das Mitleid mit Grigori dann auch das Bewusstsein ihrer tugendhaften Tat beides trieb auch ihr die Tränen in die Augen aber sie aß ohne sich zu weigern ihren Teil beim Anblick der Mutter erschraken sie aber als sie ihr ins Gesicht sahen merkten sie dass ihr Tun günstig aufgefasst werde fingen an zu lachen wischten sich den Mund noch immer voll Pastete die lächelnden Lippen mit den Händen ab und beschmierten dabei ihre strahlenden Gesichter über und über mit Tränen und Eingemachtem um Gottes Willen das neue weiße Kleid Tanja Grigori rief die Mutter bemüht das Kleid zu retten aber sie lächelte glückselig und entzückt mit Tränen in den Augen sie ließ den Kindern die neuen Kleider ausziehen den Mädchen Blusen den Knaben alte Jäckchen anziehen und den Wagen anspannen und zwar zum Verdruss des Verwalters wieder mit dem braunen in der Gabel Deichsel um mit den Kindern zum Pilzesuchen und nach dem Badehäuschen zu fahren ein kreischendes Jubelgeschrei erhob sich im Kinderzimmer und dauerte bis zur Abfahrt fort es wurde ein ganzer Korb voll Pilze gesammelt sogar Lilli fand einen Birkenpilz früher pflegte es dabei so zuzugehen dass Miss Hall einen Pilz fand und ihn ihr dann zeigte aber jetzt hatte sie selbst einen großen Birkenpilz gefunden und es gab ein allgemeines Jubelgeschrei Lilli hat einen Birkenpilz gefunden dann fuhren sie zum Flusse die Pferde wurden unter die Birken gestellt und man ging in das Badehäuschen der Kutscher Terrenti band die Pferde die sich mit den Schweifen die Bremsen davon scheuchten an einen Baum legte sich das hohe Gras plattdrückend im Schatten einer Birke nieder und rauchte seinen Bauerntabak das fröhliche Kreischen der Kinder tönte aus dem Badehäuschen ohne auch nur einen Augenblick zu verstummen zu ihm herüber obgleich es viel Mühe machte alle Kinder zu beaufsichtigen und ihren Mutwillen zu zügeln und obgleich es eine schwere Aufgabe war alle diese zu den verschiedenen Beinen gehörigen Strümpfchen Höschen und Schuhchen im Kopf zu behalten und nicht zu verwechseln alle die Bändchen und Knöpfchen aufzubinden und aufzuknöpfen so war doch für Darja Alexandrovna die selbst immer gern gebadet hatte und es für sehr zuträglich für die Kinder hielt nichts ein so großer Genuss wie dieses Baden mit allen Kindern zusammen alle diese dicken Beinchen anzufassen indem sie ihnen die Strümpfe auszog diese nackten Körperchen auf die Arme zu nehmen und ins Wasser zu tauchen und ihr bald fröhliches bald erschrockenes Kreischen zu hören und diese atemlosen Gesichter mit den weit offenen ängstlichen lustigen Augen und alle ihre munter umher spritzenden kleinen Engelchen zu sehen das war für sie der größte Genuss als schon die Hälfte der Kinder wieder angekleidet war kamen einige Bauernweiber in ihrem Sonntagsstaat die ausgegangen waren um Bärenklau und Bibernell zu suchen zu dem Badehäuschen und blieben schüchtern an der Tür stehen Matrona Filimonowna hatte eine von ihnen herbeigerufen um ihr ein Laken und ein Hemdchen die ins Wasser gefallen waren zum Trocknen zu geben und Darja Alexandrovna ließ sich nun mit den Weibern in ein Gespräch ein die Weiber die anfangs die Fragen nicht verstanden und in die vor den Mund gehaltene Hand hinein lachten wurden bald dreister und fingen an zu reden von vornherein gewannen sie Darja Alexandrovnas Gunst dadurch dass sie ihr aufrichtiges Entzücken über die Kinder aussprachen sieh mal du nettes Mädel du bist ja weiß wie Zucker sagte die eine indem sie Tanja bewundernd betrachtete und den Kopf hin und her wiegte aber mager mager ja sie ist krank gewesen na sowas das Würmchen haben sie auch gebadet sagte eine andere mit Bezug auf den Säugling nein die ist nicht mit gebadet sie ist erst drei Monate alt antwortete Darja Alexandrovna stolz hei sie mal an hast du auch Kinder ich habe vier gehabt zwei sind mir davon am Leben geblieben ein Knabe und ein Mädchen vor den Fasten habe ich das Mädchen entwöhnt wie alt ist sie denn im zweiten Jahr warum hast du sie denn so lange genährt das ist bei uns so üblich drei Fastenzeiten und nun wurde das Gespräch für Darja Alexandrovna sehr interessant wie es mit der Entbindung gegangen sei was für Krankheiten das Kind durchgemacht habe wo der Mann sei ob er viel zu Hause sei Darja Alexandrovna mochte sich von den Weibern gar nicht trennen so lebhaft interessierte sie das Gespräch mit ihnen so völlig stimmten die beiderseitigen Interessen überein am meisten Vergnügen machte es ihr dass sie deutlich sah wie sie von all diesen Frauen besonders deswegen angestaunt und bewundert wurde weil sie so viele und so hübsche Kinder hatte auch brachten die Weiber Darja Alexandrovna durch ihr Erstaunen über die Engländerin zum Lachen während diese sich gekränkt fühlte weil sie sah dass man über sie lachte ohne dass sie den Grund begriff eine der jungen Frauen nämlich beobachtete die Engländerin die sich zuletzt nach den anderen wieder ankleidete und als diese sich nun schon den dritten Unterrock anzog konnte sich die Bauernfrau einer Bemerkung nicht enthalten seht mal bloß sie zieht sich einen Rock nach dem anderen an immer mehr und wird nie fertig sagte sie und alle brachen in lautes Gelächter aus 9 umgeben von all ihren frisch gebadeten Kindern mit den nassen Köpfen war Darja Alexandrovna die sich ein Tuch um den Kopf gebunden hatte bei der Heimfahrt schon nicht mehr weit von ihrem Hause entfernt als der Kutscher zu ihr sagte da kommt ein Herr gegangen ich glaube es ist der aus Pakrovskoye Darja Alexandrovna blickte nach vorn und freute sich als sie in grauem Überrock und mit grauem Hute die wohlbekannte Gestalt Lewins erblickte der ihnen entgegen kam sie freute sich ja auch sonst immer wenn sie mit ihm zusammentraf aber augenblicklich war es ihr besonders lieb dass er sie in ihrer ganzen mütterlichen Herrlichkeit zu sehen bekam und in der Tat konnte niemand dies verständnisvoller würdigen als Lewin als er sie erblickte meinte er eines jener Bilder vor sich zu sehen wie er sie sich über sein eigenes zukünftiges Familienleben ausgemalt hatte sie sehen ja ganz wie eine Gluckhenne aus Darja Alexandrovna ach wie freue ich mich sagte sie und streckte ihm die Hand entgegen so sie sagen sie freuen sich und haben mich gar nicht wissen lassen dass sie jetzt hier wohnen ich habe meinen Bruder zu Besuch eben erst habe ich von Stiva die Nachricht erhalten dass sie hier sind von Stiva fragte Darja Alexandrovna verwundert ja er schreibt dass sie hierher übergesiedelt seien und meint sie würden mir erlauben ihnen in der einen oder anderen Weise behilflich zu sein erwiderte Lewin aber sobald er das gesagt hatte wurde er plötzlich verlegen brach ab und ging nun schweigend neben dem Wagen her wobei er junge Linden triebe abriss und an ihnen herumkaute was ihn verlegen gemacht hatte war der Gedanke es könne Darja Alexandrovna unangenehm sein dass ein Fremder ihr Hilfe anbiete in einer Sache die eigentlich ihr Mann hätte in Ordnung bringen müssen und in der Tat fand Darja Alexandrovna dieser Arzt Stepan Arkadjewitsch nicht sehr passend Geschäfte die ihm im Interesse seiner Familie oblagen den Fremden aufzuladen und sie merkte sofort dass Lewin das durchschaute eben wegen dieser Feinheit des Verständnisses und wegen dieses Zartgefühls mochte sie ihn so gern leiden ich habe mir natürlich gesagt fuhr Lewin endlich fort dass das nur bedeuten sollte sie wünschten mich zu sehen und habe mich sehr darüber gefreut ich kann mir selbstverständlich denken dass ihnen ihrem städtischen Haushalte gegenüber hier manches fremd vorkommt und wenn sie irgendetwas bedürfen sollten so stehe ich ganz zu ihren Diensten oh nein danke erwiderte Dolly in der ersten Zeit gab es allerdings manche Unbequemlichkeit aber jetzt ist alles wunderschön in Ordnung gekommen das ist das Verdienst meiner alten Kinderfrau fügte sie hinzu und wies auf Madrona Filimonowna diese merkte dass von ihr die Rede sei und lächelte Lewin vergnügt und freundlich zu sie kannte ihn und wußte dass das ein guter Mann für das Fräulein wäre und wünschte dass die Sache zustande käme belieben sie sich in den Wagen zu setzen wir rücken hier ein bißchen zusammen sagte sie zu ihm danke ich gehe lieber Kinder wer kommt zu mir her dann wollen wir mit den Pferden um die Wette laufen die Kinder kannten Lewin nur sehr wenig und erinnerten sich nicht wann sie ihn wohl gesehen haben mochten aber sie zeigten ihm gegenüber nicht jene auffällige Scheu und Abneigung die Kinder sich verstellenden Erwachsenen gegenüber so oft bekunden und wofür sie so oft streng gescholten werden Verstellung auf irgendwelchen Gebiete kann den klügsten scharfsichtigsten Mann täuschen aber das beschränkteste Kind erkennt sie mag sie auch noch so kunstvoll versteckt sein und wendet sich voll Widerwillen ab Lewin mochte ja sonst viele Mängel an sich haben aber von Heuchelei war keine Spur an ihm und daher bezeigten ihm die Kinder dieselbe Freundlichkeit die sie auf dem Gesichte der Mutter wahrnahmen auf seine Aufforderung sprangen die beiden Ältesten sofort zu ihm hinunter und liefen mit ihm ebenso unbefangen wie sie es mit der Kinderfrau oder mit Miss Hall oder mit der Mutter getan hätten auch Lilly wollte gern zu ihm hin und die Mutter reichte sie ihm hinaus er setzte sie sich auf die Schulter und lief so mit ihr haben sie keine Angst haben sie keine Angst rief er der Mutter heiter lächelnd zu es ist ganz unmöglich dass ich ihr wehtue oder sie fallen lasse und da sie sah mit welcher Kraft und Behändigkeit mit welcher sorglichen Achtsamkeit ja übermäßigen Vorsicht er sich beim Laufen bewegte beruhigte sich die Mutter und lächelte ihm gleichfalls vergnügt und beifällig zu hier auf dem Lande und im Verkehr mit den Kindern und der ihm sehr sympathischen Darja Aleksandrovna kam Lewin in jene bei ihm nicht seltene kindlich fröhliche Gemütsstimmung hinein die Darja Aleksandrovna an ihm ganz besonders gern hatte während er mit den Kindern lief gab er ihnen tonerische Anweisungen brachte zugleich Miss Hall durch sein schlechtes Englisch zum Lachen und erzählte Darja Aleksandrovna allerlei von seiner Beschäftigung hier auf dem Lande nach dem Mittagessen saß Darja Aleksandrovna mit ihm allein auf der Veranda und begann nun von Kitty zu reden wissen sie es Kitty wird herkommen und bei mir den Sommer verleben wirklich erwiderte er er war dunkelrot geworden und fügte um den Gegenstand des Gespräches zu wechseln sogleich hinzu darf ich ihnen also zwei Kühe schicken wenn sie mir darüber abzurechnen wünschen so können sie mir ja fünf Rubel monatlich bezahlen wenn sie sich kein Gewissen daraus machen mich so zu behandeln nein ich danke bestens diese Sache ist bei uns schon in guter Ordnung nun dann möchte ich einmal ihre Kühe ansehen und wenn sie gestatten Anweisungen geben wie sie gefüttert werden sollen die Hauptsache ist eine zweckmäßige Fütterung und um nur das Gespräch in eine andere Bahn zu bringen setzte er ihr seine Theorie der Milchwirtschaft auseinander die darin gipfelte dass die Kuh nur die Maschine zur Umwandlung des Futters in Milch sei und so weiter er redete über diesen Gegenstand und wünschte dabei leidenschaftlich genaueres über Kitty zu hören bangte aber gleichzeitig davor er fürchtete dass seine so mühsam erworbene Ruhe wieder vernichtet werden könne das mag ja sein aber all dergleichen muss beaufsichtigt werden und wer wird das hier bei mir tun antwortete daria alexandrovna nur widerstrebend sie hatte ihre wirtschaft jetzt mit matrona filimonownas beihilfe so weit in ordnung gebracht dass sie nichts darin ändern mochte und zudem traute sie auch lewins landwirtschaftlichen kenntnissen nicht recht seine auseinandersetzung dass die Kuh eine Maschine zur Milcherzeugung sei war ihr verdächtig sie meinte derartige vorschläge könnten im betriebe der wirtschaft nur störend wirken nach ihrer auffassung lag die sache viel einfacher man brauche nur wie matrona filimonowna ihr erklärt hatte der buntschäckigen und der weißbauchigen mehr Futter und Trank zu geben und nicht zulassen dass der koch das spüllicht aus der küche für die Kuh der waschfrau wegtrage das war ihr verständlich dagegen erschienen ihr vorschläge über kleinfütterung und grasfütterung unsicher und unklar und was die hauptsache war sie wollte jetzt über kitty sprechen Ende von Abschnitt 39 Gelesen von Eva K. Abschnitt 40 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dritter Teil 10 Kitty schreibt mir sie wünsche nichts sehnlicher als Einsamkeit und Ruhe sagte Dolly nachdem beide ein Weilchen geschwiegen hatten und wie ist es mit ihrer Gesundheit geht es besser fragte Lewin in merklicher Aufregung Gott sei Dank sie ist völlig wieder hergestellt ich habe nie daran geglaubt dass sie brustkrank wäre Ach das freut mich recht rief Lewin und Dolly fand während er das sagte und sie dann schweigend ansah auf seinem Gesichte einen Ausdruck rührender Hilflosigkeit Hören sie mal Konstantin Dmitrievich sagte Daria Alexandrovna und sie lächelte dabei in ihrer gutmütigen und zugleich ein wenig spöttischen Weise Warum sind sie eigentlich auf kitty böse Ich Ich bin nicht böse auf sie versetzte Lewin Doch doch sie sind böse auf sie Warum sind sie denn als sie in Moskau waren weder zu uns noch zu ihnen gekommen Daria Alexandrovna erwiderte er und errötete bis an die Haarwurzeln Ich muss mich wundern dass sie bei ihrer Herzensgüte das nicht fühlen Sie müssten doch Mitleid mit mir haben da sie wissen Was weiß ich denn Sie wissen dass ich ihr einen Antrag gemacht habe und abgewiesen worden bin Brachte Lewin heraus und die ganze Zärtlichkeit die er noch einen Augenblick vorher für kitty empfunden hatte wich in seiner Seele dem Gefühle des Ingrims über die erlittene Kränkung Warum glauben sie dass ich das weiß Weil es alle wissen Darin irren sie sich denn doch Ich für meine Person habe es nicht gewusst wie wohl ich es vermutete So nun dann wissen sie es jetzt Ich wusste nur so viel dass irgendetwas geschehen war worüber sie sich schrecklich grämte Sie hat mich gebeten ich möchte nie mit ihr davon zu reden anfangen Nun und wenn sie es mir nicht gesagt hat So hat sie es niemandem gesagt Aber was ist denn zwischen ihnen beiden eigentlich vorgefallen Sagen sie es mir doch Ich habe ihnen ja schon gesagt was vorgefallen ist Wann ist denn das vorgefallen Als ich zum letzten Mal bei ihnen war Wissen sie ich muss ihnen sagen Erwiderte Daria Alexandrovna Sie tut mir furchtbar leid Ganz furchtbar leid Aber sie Sie leiden ja nur aus verletzten Stolz Kann sein Versetzte Levin Aber Sie unterbrach ihn Aber sie die Ärmste tut mir furchtbar ganz furchtbar leid Jetzt ist mir alles verständlich geworden Nun entschuldigen sie mich Daria Alexandrovna sagte er und stand auf Leben sie wohl Daria Alexandrovna auf Wiedersehen Aber nicht doch Bleiben sie noch Versetzte sie und fasste ihn am Ärmel Bleiben sie noch Setzen sie sich Ich bitte inständigst Wir wollen über diesen Gegenstand nicht weiter sprechen Sagte er und setzte sich wieder hin Aber er fühlte zugleich dass in seinem Herzen eine Hoffnung Die er schon für tot und begraben gehalten hatte Wieder erwachte und sich regte Wenn ich sie nicht so gern hätte sagte Daria Alexandrovna und die Tränen traten ihr dabei in die Augen Wenn ich sie nicht kennte wie ich sie kenne Das Gefühl das er für tot gehalten hatte lebte immer mehr und mehr auf Gewann an Kraft und nahm Levins Herz wieder in Besitz Ja jetzt ist mir alles verständlich geworden fuhr Daria Alexandrovna fort Sie können das nicht verstehen euch Männern die ihr frei seid und wählen könnt Euch ist immer klar wen ihr liebt Aber ein Mädchen das darauf angewiesen ist zu warten und von ihrem weiblichen mädchenhaften Schamgefühl zurückgehalten wird Ein Mädchen das euch Männer nur so von weitem zu sehen bekommt und alles auf Treu und Glauben hin nimmt Bei einem Mädchen kann manchmal ein Gefühl so unklar sein dass sie nicht weiß was sie darüber sagen soll Ja wenn das Herz nicht spricht Nicht doch das Herz spricht Aber überlegen sie nur Ihr Männer wenn ihr ein Auge auf ein junges Mädchen geworfen habt Dann verkehrt ihr in dem betreffenden Hause Ihr nähert euch ihr Seht sie euch genau an Und wartet ab ob ihr auch an ihr die Eigenschaften findet die ihr gern mögt Und dann wenn ihr überzeugt seid dass ihr das Mädchen wirklich liebt macht ihr euren Antrag Nun ganz so ist es nicht Das tut nichts jedenfalls macht ihr euren Antrag erst dann wenn eure Liebe völlig zur Reife gelangt ist Oder wenn bei euch zwischen zwei zur Wahl stehenden sich ein Übergewicht nach der einen oder der anderen Seite herausgestellt hat Aber ein junges Mädchen wird nicht gefragt welchen Mann sie wohl am liebsten haben möchte Da verlangt man nun sie solle sich selbst einen wählen und sie ist doch gar nicht in der Lage einen zu wählen sondern kann nur ja und nein antworten Ja die Wahl zwischen mir und Wronski dachte Lewin und der in seiner Seele auferstandene Leichnam starb wieder und sank als qualvoll drückende Last auf sein Herz zurück Darja Alexandrovna sagte er in dieser Weise wählt man ein Kleid oder sonst etwas was man kaufen will Aber bei der Liebe geht es doch anders zu die Wahl ist vollzogen nun gut eine Wiederholung ist unmöglich Ach dieser Stolz immer dieser Stolz Erwiderte Darja Alexandrovna wie wenn sie ihn wegen der Niedrigkeit dieses Gefühls im Vergleich mit jenem anderen Gefühle das nur den Frauen bekannt sei verachtete Damals als die Kitty einen Antrag machten da befand sie sich gerade in einer Lage die ihr die Antwort erschwerte Es war bei ihr ein Zustand des hin und her schwankens sie schwankte sie oder Wronski Ihn sah sie täglich sie hatte sie seit längerer Zeit nicht mehr gesehen Allerdings wenn sie älter gewesen wäre Für mich zum Beispiel wäre an ihrer Stelle ein Schwanken ausgeschlossen gewesen Er ist mir immer zuwider gewesen und der Ausgang hat mir recht gegeben Lewin dachte an Kittys Antwort sie hatte gesagt es kann nicht sein Darja Alexandrovna antwortete er trocken ich weiß das gute Zutrauen das sie zu mir haben zu schätzen Aber ich glaube sie irren sich Indessen ob ich nun Recht oder Unrecht habe jedenfalls hat dieser von ihnen so verachtete Stolz die Wirkung Das für mich jeder Gedanke an Katharina Alexandrovna ein Ding der Unmöglichkeit ist Verstehen sie wohl geradezu ein Ding der Unmöglichkeit Ich möchte nur noch eins sagen Bedenken sie dass ich von meiner Schwester rede die ich ebenso lieb habe wie meine eigenen Kinder Ich sage nicht dass sie sie liebt ich wollte nur sagen dass ihre abschlägige Antwort in jenem Augenblicke nichts beweist Das weiß ich denn doch nicht rief Lewin aufspringend Wenn sie wüssten wie wehe sie mir tun es ist dasselbe wie wenn ihnen ein Kind gestorben wäre und jemand zu ihnen sagte so und so hätte das Kind sein sollen dann hätte es können am Leben bleiben und sie hätten ihre Freude an ihm gehabt aber es ist doch nun tot 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 Wie komisch sie sind sagte Daria Alexandrovna mit trübem Lächeln da sie Lewins Erregung sah Ja ja jetzt wird mir alles immer besser verständlich fuhr sie nachdenklich fort Sie werden also wohl nicht zu uns kommen wenn Kitty hier ist Nein ich werde nicht kommen Natürlich werde ich Katerina Alexandrovna nicht ängstlich vermeiden aber soweit ich kann werde ich mich bemühen ihr die Unannehmlichkeit meiner Anwesenheit zu ersparen Sie sind sehr sehr komisch sagte Daria Alexandrovna noch einmal und blickte ihm dabei voll herzlicher Freundlichkeit ins Gesicht Also gut wir wollen dieses ganze Gespräch als ungeschehen betrachten Nun was wünschst du Tanja? fragte Daria Alexandrovna auf Französisch ihr Töchterchen das in die Veranda kam Wo ist meine Schaufel Mama? Ich spreche Französisch dann musst du es auch tun Die Kleine wollte ihre Frage auf Französisch wiederholen hatte aber vergessen wie die Schaufel auf Französisch heißt Die Mutter half ihr ein und sagte ihr dann auf Französisch wo sie die Schaufel suchen müsse Das machte auf Lewin einen unangenehmen Eindruck Jetzt kam ihm an Daria Alexandrovnas Haushalt und an ihren Kindern alles gar nicht mehr so hübsch und nett vor wie vorher Und warum spricht sie mit den Kindern Französisch? dachte er Wie unnatürlich das ist Es liegt eine Art von Unwahrhaftigkeit darin Und auch die Kinder haben ein Gefühl dafür Man bringt ihnen das Französische bei und entwöhnt sie dabei von der Aufrichtigkeit Dachte er bei sich selbst ohne zu wissen dass Daria Alexandrovna all das schon 20 mal überlegt Und dennoch ob auch zum Schaden der Aufrichtigkeit es für notwendig erachtet hatte ihre Kinder in dieser Weise zu bilden Aber warum wollen sie denn schon fort bleiben sie doch noch ein Weilchen Lewin blieb noch zum Tee aber seine Heiterkeit war verschwunden und er fühlte sich unbehaglich Nach dem Tee ging er ins Vorzimmer um Befehl zum Anspannen zu geben und als er zurückkehrte fand er Daria Alexandrovna in höchster Aufregung mit verstörtem Gesicht und Tränen in den Augen Während Lewin hinausgegangen war hatte sich ein Ereignis zugetragen durch das plötzlich ihre ganze heutige Glückseligkeit und ihr Stolz über die Kinder zunichte geworden war Grigori und Tanja hatten sich wegen eines Balles geprügelt Daria Alexandrovna hatte gehört dass in der Kinderstube ein furchtbares Geschrei war Sie war hingelaufen und hatte die beiden Kinder in einem schrecklichen Zustande gefunden Tanja hielt Grigori an den Haaren gepackt und er dessen Gesicht von Wut ganz entstellt war schlug auf sie mit den Fäusten los wohin es gerade traf Daria Alexandrovna hatte bei diesem Anblick eine Empfindung als ob in ihrem Herzen etwas zerrisse Es war ihr als senke sich ein tiefes Dunkel auf ihr Leben herab Sie erkannte auf einmal dass diese ihre Kinder auf die sie so stolz gewesen war Nicht nur Kinder der allergewöhnlichsten Art sondern sogar unartige übel erzogene Kinder mit rohen gewalttätigen Trieben Mit einem Wort schlechte Kinder waren Sie konnte von nichts anderem sprechen und an nichts anderes denken und musste ihrem Gaste ihr schweres Leid erzählen Levin sah wie unglücklich sie über den Vorfall war und bemühte sich sie zu trösten Indem er sagte das sei noch gar kein Beweis von schlechtem Charakter Prügeln täten sich alle Kinder Aber während er so redete dachte er doch in seinem Herzen Nein ich werde nicht Komödie spielen und mit meinen Kindern Französisch sprechen Aber meine Kinder werden auch von anderer Art sein Man muss seine Kinder nur nicht verderben und verbilden Dann werden es prächtige Kinder sein Ja meine Kinder werden von anderer Art sein Er empfahl sich und fuhr ab und sie suchte ihn nicht zurückzuhalten Mitte Juli stellte sich bei Levin der Dorfschulze von dem Dorfe seiner Schwester ein Das ungefähr 20 Verst von Pakrovskoye entfernt lag Und brachte einen Rechenschaftsbericht über den Gang der Wirtschaftsangelegenheiten und über die Heuernte Die Haupteinnahme lieferten bei dem Gute seiner Schwester die Überschwemmungswiesen am Flusse In früheren Jahren waren diese Wiesen für 20 Rubel die Desiartine an die Bauern auf Teilung verpachtet worden Als Levin die Verwaltung des Gutes übernahm Fand er bei einer Besichtigung der Wiesen, dass sie mehr wert seien Und setzte den Preis für die Desiartine auf 25 Rubel fest Auf diesen Preis gingen die Bauern nicht ein und verscheuchten, wie Levin argwöhnte, auch andere Pachtlustige Darauf fuhr Levin selbst hin und richtete es so ein, dass die Wiesen teils für Tagelohn, teils für einen Teil des Ertrags gemäht wurden Die Bauern des Dorfes selbst bereiteten dieser Neuerung Hindernisse, so viel sie nur irgend konnten Aber die Sache gelang trotzdem und gleich im ersten Jahre wurde aus den Wiesen fast die doppelte Einnahme erzielt Im dritten Jahre, das heißt im Letztvergangenen, hatte dieser Widerstand der Bauern noch fortgedauert Und die Heuernte war in derselben Weise vor sich gegangen Im laufenden Jahre nun hatten die Bauern das Einernten des Heus auf allen Wiesen für den dritten Teil des Ertrags übernommen Und jetzt kam der Dorfschulze, um zu melden, dass die Heuernte beendet sei Und dass er aus Furcht vor Regen unter Zuziehung des Gutschreibers in dessen Gegenwart Die Teilung vorgenommen und bereits elf herrschaftliche Schober aufgestellt habe Aber aus seinen unbestimmten Antworten auf die Frage, wie viel Heu auf der Hauptwiese geerntet sei Aus der Eilfertigkeit des Dorfschulzen, der die Teilung des Heus ohne vorherige Anfrage ausgeführt hatte Und aus dem ganzen Tone des Bauern Schloss Lewin, dass bei dieser Teilung des Heues etwas nicht richtig sei Und er beschloss, selbst hinzureiten und die Sache zu untersuchen Er kam gegen Mittag im Dorfe an, stellte sein Pferd in dem Gehöft eines ihm befreundeten alten Bauern unter Des Mannes, der Amme seines Bruders Und suchte diesen selbst auf seinem Bienenstande auf Da er von ihm gern Näheres über die Heuernte erfahren hätte Der gesprächige, stattliche Alte, er hieß Parmyonov Begrüßte Lewin, hoch erfreut Zeigte ihm seine ganze Wirtschaft und erzählte sehr eingehend von seinen Bienen und von dem Schwärmen in diesem Jahre Aber Lewins Fragen nach der Heuernte beantwortete er nur unbestimmt und mit sichtlichem Widerstreben Dadurch fühlte sich Lewin in seinen Vermutungen nur noch mehr bestärkt Er ging auf die Wiesen und sah sich die Schober an Unmöglich konnten diese Schober je 50 Fuhren enthalten Und um die Bauern zu überführen, ließ Lewin sofort einige mit dem Heu einfahren beschäftigte Gespanne heranholen Das Heu eines Schobers aufladen und in die Scheune fahren Aus dem Schober kamen nur 32 Fuhren heraus Trotz der Beteuerungen des Dorfschulzen, das Heu sei sehr locker gewesen Und habe sich dann in den Schobern gesackt Und obwohl er Gott zum Zeugen anrief, dass er mit der größten Gewissenhaftigkeit verfahren sei Ließ sich Lewin doch nicht von seinem Standpunkte abbringen Das Heu sei ohne seine Anweisung geteilt Und er nehme daher dieses Heu nicht als 50 Fuhren für den Schober an Nach langem Hin- und Herstreiten wurde die Sache in der Weise entschieden Dass die Bauern diese elf Schober, jeden auf 50 Fuhren berechnet Mit auf ihren Anteil nehmen sollten Für den herrschaftlichen Anteil sollte eine neue Zuteilung vorgenommen werden Die Verhandlungen und das Verteilen der Haufen dauerte bis zur Vesperzeit Als das letzte Heu verteilt war, beauftragte Lewin mit der weiteren Beaufsichtigung den Gutschreiber Setzte sich auf einen durch eine hineingesteckte Weidenrute als herrschaftlich bezeichneten Heuhaufen Und betrachtete mit Vergnügen die von geschäftigen Menschen wimmelnde Wiese Vor ihm an der Krümmung des Flusses, jenseits eines kleinen Sumpfes Bewegte sich mit helltönenden Stimmen lustig schnatternd eine bunte Reihe von Bauersfrauen Und aus dem ausgebreitet daliegenden Heu wurden schnell auf dem graugrünen Untergrunde Graue, unregelmäßig gekrümmte Welle zusammengeharkt Hinter den Weibern her gingen die Bauern mit Heugabeln Und aus den Wellen entstanden breite, hohe, lockere Haufen Zur Linken rasselten über die schon abgeerntete Wiese die Wagen dahin Und die Heuhaufen in riesigen Ballen mit Gabeln auf die Wagen hinaufgereicht Verschwanden einer nach dem anderen Und dafür türmten sich auf den Wagen schwere Ladungen duftigen Heues auf Die tief auf die Hinterteile der Pferde niederhingen Ist das ein Wetter zum Heuen, und ein Heu wird es, wie Tee so zart Sagte der Alte und ließ sich neben Levin nieder Gerade wie wenn man den Entenkorn hinschüttet, so räumen sie auf Fügte er hinzu auf die Leute deutend, die die Heuhaufen aufluden Seit Mittag ist gut die Hälfte eingefahren Holst wohl die letzte Fuhre, was? Rief er einen jungen Burschen an, der vorn vor dem Wagenkasten stehend Und mit den Enden seiner hänfenden Leinen schwenkend vorbeifuhr Jawohl, die letzte Väterchen, schrie der Bursche, hielt das Pferd an Blickte sich lächelnd nach einer heiteren, gleichfalls lächelnden, rotbackigen Frau um Die im Wagenkasten saß und jagte dann weiter Wer ist das, ein Sohn von dir? fragte Levin Mein Jüngster, erwiderte der Alte mit freundlichem Lächeln Ein frischer, strammer Bursche Ja, es macht sich Ist er schon verheiratet? Ja, am Philippstage waren es schon zwei Jahre Na und, sind Kinder da? Kinder? Gott bewahre, ein ganzes Jahr lang hat er überhaupt nichts verstanden Eine wahre Schande, antwortete der Alte Aber das ist ein Heu der reine Tee, sagte er noch einmal Um das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu bringen Levin betrachtete nun aufmerksamer Ivan Parmyonov und seine Frau Sie luden nicht weit von ihm einen Heuhaufen auf Ivan Parmyonov stand auf dem Wagen, nahm die gewaltigen Heuballen, die ihm seine hübsche junge Frau Anfangs mit den Armen, dann mit der Gabel geschickt hinreichte in Empfang Verteilte sie gleichmäßig und trat sie fest Die junge Frau verrichtete ihre Arbeit leicht, munter und behände Das Heu, das sich durch das Liegen zu einer festen Masse zusammengepresst hatte Ließ sich nicht so ohne weiteres auf die Gabel nehmen Sie lockerte es zuerst, schob die Gabel hinein Legte sich dann mit einer elastischen, schnellen Bewegung Und mit dem ganzen Gewichte ihres Körpers auf den Stiel der Gabel Richtete sich sofort, den von einem roten Gürtel umspannten Rücken zurückbiegend Wieder in die Höhe Und indem sie die volle Brust unter dem weißen Latze stark nach vorn drückte Fasste sie mit geschicktem Griffe die Gabel anders Und schwang den Heuballen hoch nach der Fuhre hinauf Eilig, da er sich offenbar bemühte, seinem Weibe jeden Augenblick unnötiger Mühe zu ersparen Ergriff Ivan mit weit ausgebreiteten Armen das ihm hingehaltene Heu und legte es auf der Fuhre zurecht Nachdem die junge Frau das letzte Heu mit der Harke hinaufgereicht hatte Schüttelte sie den Gruß, der ihr in den Nacken gefallen war, ab Rückte das rote Tuch zurecht, das sich über der weißen von der Sonne nicht verbrannten Stirn verschoben hatte Und kroch unter den Wagen, um die Ladung festzubinden Ivan gab ihr von oben Anweisung, wie sie den Strick am Langbaum anbinden müsse Und lachte laut über etwas, was sie sagte In dem Ausdruck der beiden Gesichter war eine kräftige, junge, erst vor kurzem erwachte Liebe deutlich zu erkennen Ende von Abschnitt 40 Gelesen von Eva K. Die Ladung war festgeschnürt Ivan sprang herunter und führte das tüchtige, wohlgenährte Pferd am Zügel Die junge Frau warf die Harke oben auf die Fuhre hinauf und ging, rüstig ausschreitend Und mit den Armen schlenkernd zu den anderen Weibern hin, die sich versammelten, um ihr Reigenlied zu singen Ivan fuhr von der Wiese auf den Weg und rückte in die Reihe der übrigen Heuwagen ein Die Weiber mit den Haken auf der Schulter in hellleuchtenden, bunten Kleidern gingen hinter den Wagen her und schwatzten laut und lustig miteinander Eine derbe, naturwüchsige Weiberstimme stimmte das Lied an und sang eine Strophe vor Dann fielen auf einmal gleichzeitig etwa 50 verschiedene, teils derbe, teils feine, gesunde Stimmen ein und sangen dasselbe Lied noch einmal von Anfang Die singenden Weiber kamen Lewin näher und er hatte eine Empfindung, als ob eine dichte Wolke von lautschallender Fröhlichkeit sich auf ihn zubewege Die Wolke erreichte ihn und umfing ihn Und der Heuhaufen, auf dem er lag und die anderen Heuhaufen und die Fuhren und die ganze Wiese mitsamt den fernen Feldern Alles drehte und wiegte sich im Takte dieses kunstlosen, ausgelassen, lustigen Liedes, das von Schreien, Pfeifen und Jauchzen begleitet wurde In Lewin regte sich ordentlich der Neid auf diese gesunde Fröhlichkeit Und er hätte sich am liebsten an diesem Ausbruche von Lebenslust mitbeteiligt Aber das ging selbstverständlich nicht und er musste da liegen bleiben und sich darauf beschränken zuzusehen und zuzuhören Als das singende Völkchen so weit weg war, dass er es nicht mehr sah und nicht mehr hörte Da überkam ihn ein drückendes Gefühl des Grames über sein einsames Dasein Über seine körperliche Untätigkeit und über die feindselige Stellung, die er dieser Welt gegenüber einnahm Einige Bauern, gerade von denen, die am allerhartnäckigsten mit ihm um das Heu gestritten hatten, also Leute, die nach ihrer Behauptung von ihm benachteiligt worden waren Oder vielmehr ihn hatten betrügen wollen Eben diese Bauern grüßten ihn jetzt ganz vergnügt Sie hegten offenbar keinen Groll gegen ihn, wozu sie ja auch eigentlich keinen Anlass hatten Verspürten aber augenscheinlich auch keine Reue Ja, sie hatten sichtlich überhaupt keine Erinnerung mehr daran, dass sie ihn hatten betrügen wollen All das war in dem Meere der frohen, gemeinsamen Arbeit untergegangen Gott hatte den Tag gegeben Gott hatte die Kräfte gegeben Und den Tag und die Kräfte hatten sie der Arbeit gewidmet Und in der Arbeit selbst ihren Lohn gefunden Für wen die Arbeit stattfand, welches die Früchte der Arbeit sein würden Das war Nebensache Das war von keiner Bedeutung Lewin hatte oft mit Bewunderung auf dieses Leben hingeblickt Und oft ein Gefühl des Neides gegen die Menschen empfunden, die dieses Leben führten Aber heute zum ersten Male Namentlich auch unter dem Eindruck, den Ivan Parmyonovs hübsches Verhältnis zu seiner Frau auf ihn gemacht hatte Heute zum ersten Male kam ihm klar und deutlich der Gedanke Dass es ja nur von ihm abhänge Jenes drückende, müßige, gekünstelte, selbstsüchtige Leben, das er jetzt führte aufzugeben Und dafür dieses arbeitsame, reine, dem Gemeinwohle dienende, wundervolle Leben einzutauschen Der Alte, der mit ihm auf dem Heuhaufen gesessen hatte, war schon längst nach Hause gegangen Das Arbeitervolk hatte sich geteilt Die Näherwohnenden waren nach Hause gefahren Die Fernerwohnenden trafen auf der Wiese ihrer Anstalten zum Abendessen und zum Nachtlager Lewin blieb von ihnen unbemerkt auf dem Heuhaufen liegen Und fuhr fort, nach ihnen hinzuschauen und hinzuhören und seinen Gedanken nachzuhängen Die Leute, die zum Übernachten auf der Wiese geblieben waren, schliefen während der kurzen Sommernacht fast gar nicht Zuerst während des Abendessens hörte Lewin ihr allgemeines lustiges Geplauder und Gelächter Dann folgten wieder Lieder und wieder Lachen Der ganze lange Arbeitstag hatte bei ihnen keine andere Wirkung hinterlassen Als dass er sie in die fröhlichste Stimmung versetzt hatte Erst kurz vor der Morgenröte wurde alles still Nur das nächtliche Quaken der unermüdlichen Frösche im Sumpfe war zu hören Und das Schnauben der Pferde auf der Wiese in dem Nebel, der vor dem Anbruch des Tages aufsteigt Lewin ermunterte sich, erhob sich von seinem Heuhaufen Und ein Blick nach den Sternen zeigte ihm, dass die Nacht vergangen war Was werde ich also tun und wie werde ich es tun? Sagte er zu sich selbst in dem Bemühen zu seinem eigenen Nutzen einen klaren Ausdruck für das zu finden, was er in dieser kurzen Nacht gedacht und empfunden hatte Alle diese Gedanken und Empfindungen verteilten sich auf drei voneinander gesonderte Gedankengänge Der erste betraf die Abkehr von seinem alten Leben und von seiner Bildung, die niemandem etwas nützte Diese Abkehr gewährte ihm schon in der Vorstellung einen großen Genuss Und ihre Durchführung erschien ihm leicht und einfach Die zweite Gruppe von Gedanken und Vorstellungen betraf das Leben, das er von nun an zu führen wünschte Dass es ein schlichtes, reines, streng rechtliches Leben sein müsse, fühlte er mit vollster Klarheit Und er war überzeugt, dass er in ihm diejenige Befriedigung, Gemütsruhe und selbstbewusste Festigkeit finden werde Deren Mangel er jetzt so schmerzlich empfand Sein dritter Gedankengang jedoch bezog sich auf die Frage Wie sich dieser Übergang vom alten zum neuen Leben bewerkstelligen lasse Und hierüber vermochte er schlechterdings nicht zur Klarheit zu kommen Ich muss heiraten, ich muss eine Arbeit haben und einen äußeren Zwang zur Arbeit Soll ich Pakrofskoje verlassen? Anderswo Land kaufen? Mich in eine Bauerngemeinde aufnehmen lassen? Ein Bauernmädchen heiraten? Wie soll ich es angreifen? Fragte er sich von Neuem und fand darauf keine Antwort Übrigens habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen Und bin daher jetzt nicht imstande, mir über solche Dinge klare Rechenschaft zu geben Sagte er zu sich Darüber werde ich später schon ins Klare kommen Aber eins ist sicher Diese Nacht hat über mein Schicksal entschieden Alle meine früheren Träumereien von der Gestaltung des Familienlebens sind töricht Sind nicht das Richtige Sagte er zu sich Das lässt sich alles weit einfacher und besser ausführen Wie schön, dachte er, als er auf einmal ein seltsames Gebilde von weißen Lämmerwölkchen erblickte Das einer Perlmuttermuschel, ähnlich, gerade über seinem Kopfe mitten am Himmel stand Wie entzückend alles in dieser wundervollen Nacht ist Wann hat sich nur diese Muschel gebildet? Ich habe doch noch eben erst zum Himmel hinauf gesehen und da war an ihm nichts vorhanden als zwei weiße Streifen Ja, ganz ebenso unvermerkt haben sich auch meine Lebensanschauungen geändert Er verließ die Wiese und schritt auf dem breiten Landwege dem Dorfe zu Ein leichter Wind erhob sich und der Himmel wurde grau und düster Es kam jetzt die trübe Spanne Zeit, die gewöhnlich der Morgendämmerung und dem vollen Siege des Lichtes über die Finsternis vorangeht Vor Kälte sich ein wenig zusammenkrümmend, den Blick auf den Boden geheftet, schritt Levinhutig aus Was ist das? Da kommt jemand gefahren? Dachte er, als er Schellengeläute hörte und hob den Kopf in die Höhe Etwa noch vierzig Schritte von ihm entfernt kam ihm auf dem breiten, grasigen Fahrwege, auf dem er ging, ein vierspänniger Wagen entgegen, auf dem er mehrere Koffer erblickte Die Deichselpferde drängten von den Geleisen nach der Deichsel zu, aber der geschickte Kutscher, der seitwärts auf dem Bocke saß, hielt die Deichsel zwischen den Geleisen, sodass die Räder auf den glatten Streifen liefen Weiter hatte Levinh auf nichts geachtet und blickte nun zerstreut in den Wagen hinein, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wer da wohl gefahren kam In einer Ecke des Wagens schlief eine alte Dame Am Fenster aber saß ein junges Mädchen, das offenbar eben erst aufgewacht war und mit beiden Händen die Bänder eines weißen Häubchens angefasst hielt Hellen, sinnenden Blicks, ganz erfüllt von einer schönen, bunten, inneren Gedankenwelt, die Levin fremd war, schaute sie über ihn hinweg in die Morgenröte Gerade in dem Augenblicke, da diese Erscheinung bereits verschwand, blickten die treuherzigen Augen des jungen Mädchens ihn an Sie erkannte ihn, und ein frohes Erstaunen leuchtete auf ihrem Gesichter auf Er konnte sich nicht irren Solche Augen gab es nur einmal auf der Welt Es gab auf der ganzen Welt nur ein Wesen, das imstande war, für ihn alles Licht und seinen gesamten Lebensinhalt in sich zusammenzudrängen Das war sie, das war Kitty Er sagte sich sofort, dass sie auf der Fahrt von der Eisenbahnstation nach Yarkushova begriffen sei Und alles, was ihn in dieser schlaflosen Nacht so erregt hatte, alle die Entschlüsse, die er gefasst hatte, das alles war in einem Nu verschwunden Nur mit Widerwillen erinnerte er sich an seinen Gedanken, ein Bauernmädchen zu heiraten Dort allein in diesem Wagen, der sich schnell entfernte und eben nach der anderen Seite des Weges hinüberfuhr Dort allein war für ihn die Möglichkeit einer Lösung seines Lebensrätsels, das in der letzten Zeit mit so peinvollem Druck auf ihm gelastet hatte Sie hatte nicht mehr aus dem Wagen herausgeschaut Das Geräusch der Federn des Wagens war nicht mehr vernehmbar Kaum konnte Lewin noch das Schellengeklingel hören Hundegebell ließ ihn erkennen, dass der Wagen durch das Dorf fuhr Und nun waren wieder rings um ihn nur die menschenleeren Felder Vor ihm das Dorf und er selbst, ein einsamer Fremdling, wanderte allein auf dem verwahrlosten breiten Landwege dahin Er blickte zum Himmel hinauf in der Hoffnung, dort noch jene Muschel wiederzufinden, die er mit solcher Freude betrachtet hatte Und die ihm eine Art von Sinnbild seines Denkens und Empfindens in dieser Nacht gewesen war Aber am Himmel war nichts zu sehen, was mit einer Muschel Ähnlichkeit gehabt hätte Dort in der unerreichbaren Höhe war bereits eine geheimnisvolle Veränderung vorgegangen Von der Muschel war keine Spur mehr vorhanden, sondern über die ganze eine Hälfte des Himmels Breitete sich ein gleichmäßiger Teppich immer kleiner und kleiner werdender Lämmerwölkchen aus Der Himmel war blau und hell geworden und antwortete auf seinen fragenden Blick ebenso freundlich, aber auch ebenso unnahbar wie vorher Nein, sagte er sich, mag auch dieses einfache, arbeitsvolle Leben noch so schön sein Ich kann doch zu diesem Gedanken nicht zurückkehren Sie, liebe ich, Sie 13 Niemand außer den allernächststehenden wusste, dass Alexei Alexandrovich anscheinend ein so kühler verstandes Mensch Eine Schwäche hatte, die mit seinem ganzen sonstigen Wesen im Widerspruch zu stehen schien Er konnte es nicht ruhig mit anhören und mit ansehen, wenn ein Kind oder eine Frau weinte Der Anblick von Tränen machte ihn verwirrt und er verlor dann vollständig die Fähigkeit vernunftmäßiger Überlegung Sein Subdirektor und sein Sekretär wussten das und warnten Bittstellerinnen, sie möchten unter keinen Umständen weinen, wenn sie nicht ihre ganze Sache verderben wollten Er wird dann zornig und hört sie gar nicht weiter an, sagten sie zu solchen Damen Und in der Tat bekundete sich in solchen Fällen die seelische Verstimmung, die bei Alexei Alexandrovich durch die Tränen hervorgerufen war, durch einen plötzlichen Zornesausbruch Ich kann dabei nichts tun, bitte gehen Sie, rief er in solchen Fällen gewöhnlich Als Anna auf der Heimfahrt vom Wettrennen ihm ihre Beziehungen zu Wronski aufgedeckt hatte und unmittelbar darauf das Gesicht in den Händen verbarg und in Tränen ausbrach Da fühlte Alexei Alexandrovich, trotz des Ingrims, der in seinem Herzen gegen sie aufwallte, doch gleichzeitig, dass wieder jene seelische Verwirrung über ihn kam, die Tränen stets bei ihm hervorrufen Da er dies wusste und sich bewusst war, dass er in diesem Augenblick nicht imstande sei, seine Gefühle in einer der Lage entsprechenden Weise zum Ausdruck zu bringen So gab er sich Mühe, jede Lebensäußerung zurückzuhalten und deshalb rührte er sich nicht und sah Anna nicht an Und daher kam denn auch der sonderbare leichenhafte Ausdruck seines Gesichtes, der Anna so betroffen machte Als sie bei dem Landhause angelangt waren, half er ihr beim Aussteigen aus dem Wagen, zwang sich dazu, mit gewohnter Höflichkeit von ihr Abschied zu nehmen und sagte ihr einige Worte, durch die er sich in keiner Weise band Er sagte, er werde ihr am folgenden Tage seinen Entschluss mitteilen Die Worte seiner Frau, die seine schlimmsten Befürchtungen bestätigten, hatten Alexei Alexandrovichs Herz sich in furchtbarem Schmerze zusammenziehen lassen Diesen Schmerz steigerte noch das durch ihre Tränen bei ihm hervorgerufene sonderbare Gefühl eines physischen Mitleids mit ihr Aber als Alexei Alexandrovich im Wagen allein geblieben war, fühlte er zu seiner Verwunderung und Freude eine vollständige Befreiung sowohl von diesem Mitleid, wie auch von den Zweifeln und den Qualen der Eifersucht, die ihn in der letzten Zeit gepeinigt hatten Er hatte eine ähnliche Empfindung wie jemand, der sich einen Zahn, der ihn lange geschmerzt hat, endlich hat ausziehen lassen Nach einem furchtbaren Schmerze und nach einer Empfindung, als werde etwas ungeheuer Großes, größer als der Kopf selbst aus seiner Kinnlade herausgerissen fühlt der Patient, der an sein Glück noch gar nicht recht zu glauben wagt, auf einmal, dass das, was ihm so lange das Leben verbitterte und ihn an nichts anderes denken ließ, nicht mehr in seinem Munde vorhanden ist und dass er wieder leben und denken und sich wieder für andere Dinge als immer nur für seinen Zahn interessieren kann Eine derartige Empfindung machte Alexei Alexandrovich durch Der Schmerz war seltsam und furchtbar gewesen, aber jetzt war er vorbei Alexei Alexandrovich fühlte, dass er wieder leben könne, ohne immer nur an seine Frau zu denken Ein verworfenes Weib, ohne Gefühl für Ehre und Anstand, ohne Herz, ohne Religion Das habe ich immer gewusst und immer gesehen, obgleich ich aus Mitleid mit ihr mir Mühe gab, mich selbst zu täuschen sagte er zu sich, und er hatte wirklich die Vorstellung, dass er das immer gesehen habe Er erinnerte sich an kleine Vorfälle aus den früheren Zeiten der Ehe, die ihm damals nicht als etwas Schlimmes erschienen waren Jetzt aber bewiesen diese Vorfälle deutlich, dass sie von jeher ein grundschlechtes Weib gewesen war Ich bin in einem Irrtum befangen gewesen, als ich mein Leben mit dem Ihrigen verknüpfte Aber in meinem Irrtum liegt nichts moralisch Schlechtes, und daher kann ich nicht unglücklich sein Nicht ich bin schuldig, sagte er zu sich, sondern sie, aber ich habe mit ihr nichts mehr zu tun Sie ist für mich nicht mehr vorhanden Was nun weiter mit ihr und dem Sohne geschehen werde, gegen den sich seine Gefühle ebenso wie gegen sie verwandelt hatten Das kümmerte ihn nicht mehr Das Einzige, was ihn jetzt beschäftigte, war die Frage, wie er auf die beste, anständigste, für ihn selbst bequemste und daher gerechteste Weise den Schmutz, mit dem sie ihn durch ihren Fall bespritzt habe von sich abschütteln und dann seinen arbeitsvollen, ehrenhaften, der Menschheit nützlichen Lebensweg fortsetzen könne Ich kann dadurch nicht unglücklich werden, dass ein verachtenswertes Weib ein Verbrechen begangen hat Es kommt nur darauf an, den besten Ausweg aus der schwierigen Lage zu finden, in die sie mich versetzt hat Und ich werde ihn finden, sagte er zu sich, indem er die Stirn immer mehr in Falten zog Ich bin nicht der Erste und werde nicht der Letzte sein Und ganz abgesehen von den aus der Weltgeschichte zu entnehmenden Beispielen von Menelaus an der durch die schöne Helena damals allen wieder von neuem ins Gedächtnis zurückgerufen war vergegenwärtigte Alexej Aleksandrowitsch sich eine ganze Reihe von Fällen aus der Gegenwart in denen Frauen aus den höchsten Gesellschaftskreisen ihren Männern untreu geworden waren Darjalev, Paltavski, Fürst Karibanov, Graf Paskudin, Dram, ja, auch Dram, so ein ehrenhafter, tüchtiger Mann Semyonov, Chagin, Sigournin All diese betrogenen Ehemänner stellte Alexej Aleksandrowitsch sich im Gedächtnis zusammen Allerdings fällt auf diese Männer ein der gesunden Vernunft widerstreitendes Ridikül Aber ich meinerseits habe darin nie etwas anderes als ein ihnen zugestoßenes Unglück gesehen und sie stets wegen eines solchen Unglücks bedauert sagte Alexej Aleksandrowitsch zu sich wie wohl das der Wahrheit nicht entsprach und er Unglückliche dieser Art nie bedauert sondern nur sich selbst in seiner Selbstachtung immer mehr gehoben gefühlt hatte je mehr sich die Beispiele von Frauen häuften, die ihren Gatten die Treue brachen Es ist das ein Unglück, das einen jeden treffen kann und dieses Unglück hat nun auch mich getroffen Es handelt sich jetzt nur darum, wie man diese Lage am besten übersteht Und nun durchdachte er eingehend die verschiedenen Wege des Handelns die Männer in derselben Lage wie er eingeschlagen hatten Daryalov hat sich duelliert Über das Duell Betrachtungen anzustellen Dazu hatte Alexej Aleksandrowitsch, als er noch ein junger Mensch war sich immer ganz besonders hingezogen gefühlt weil er seinem ganzen Wesen nach ein furchtsamer Mensch war und dies auch recht wohl wusste Nicht ohne Entsetzen vermochte er an eine auf ihn gerichtete Pistole zu denken und hatte nie in seinem Leben von irgendeiner Waffe Gebrauch gemacht Diese Ängstlichkeit hatte ihn in seiner Jugend oft veranlasst an ein Duell zu denken und sich in eine Lage hinein zu versetzen wo er gezwungen sein würde, sein Leben einer solchen Gefahr preiszugeben Als er in seiner Laufbahn Erfolg gehabt und eine feste Stellung im Leben erlangt hatte war diese Überlegung bei ihm lange Zeit in Vergessenheit geraten Aber doch war sie ihm immer noch so geläufig, dass sie auch jetzt noch ihren Platz behauptete und die Besorgnis wegen seiner Feigheit erwies sich auch jetzt noch als so stark, dass Alexej Aleksandrowitsch die Frage eines Duells lange von allen Seiten erwog und gleichsam liebkosend damit spielte wiewohl er im Voraus wusste, dass er sich in keinem Falle duellieren werde Zweifellos ist bei uns die obere Gesellschaftsschicht noch so wenig zivilisiert Anders als in England, dass sehr viele, und unter diesen vielen waren auch Männer auf deren Meinung Alexej Aleksandrowitsch besonderen Wert legte Dem Duell eine gute Seite abgewinnen Aber was für ein Erfolg kann durch ein Duell erzielt werden Nehmen wir an, ich fordere ihn fuhr Alexej Aleksandrowitsch in seinen Überlegungen fort Aber als er sich nun lebhaft die Nacht vorstellte, die er nach der Forderung verleben würde und dann die auf ihn gerichtete Pistole, da zuckte er zusammen und wurde sich klar darüber, dass er das nie tun werde Nehmen wir an, ich fordere ihn Nehmen wir an, man leitet mich an dachte er weiter Man stellt mich auf meinen Platz Ich drücke auf den Abzug sagte er bei sich und machte die Augen zu Und es stellt sich heraus, dass ich ihn getötet habe sagte Alexej Aleksandrowitsch zu sich und schüttelte mit dem Kopf um diese törichten Gedanken zu verscheuchen Welchen Sinn hat es einen Menschen zu töten um das eigene Verhältnis zu einer verbrecherischen Gattin und einem Sohn zu ordnen Ich werde mir nachher ganz ebenso darüber schlüssig werden müssen, was ich mit ihr machen soll Oder was noch wahrscheinlicher ist Ja, zweifellos eintreten wird Ich werde getötet oder verwundet Ich, ein schuldloser Mensch ein Opfer fremder Schlechtigkeit werde getötet oder verwundet Das ist noch sinnloser Und damit noch nicht genug Eine Forderung von meiner Seite würde eine unehrenhafte Handlung sein Als ob ich nicht voraus wüsste, dass meine Freunde es nie zulassen werden dass ich mich duelliere Es nie zulassen werden dass ein Staatsmann den Russland braucht sein Leben einer solchen Gefahr aussetze Was würde also die Folge sein Die Folge würde sein, dass es schiene, als hätte ich Voraus wissend, dass es nie zu einer wirklichen Gefahr kommen werde Mich durch diese Forderung nur mit einem falschen Ruhm umgeben wollen Eine solche Handlungsweise ist nicht ehrenhaft Das ist eine Unwahrhaftigkeit Ein Versuch, andere und sich selbst zu täuschen Ein Duell ist hier ganz ausgeschlossen Und niemand erwartet ein solches von mir Meine Aufgabe besteht darin meinen guten Ruf zu wahren dessen ich zur ungehinderten Fortsetzung meiner amtlichen Tätigkeit bedarf Die amtliche Tätigkeit die schon früher in Alexej Alexandrovics Augen eine große Bedeutung gehabt hatte erschien ihm jetzt ganz besonders wichtig Nachdem er ein Duell erwogen und verworfen hatte machte Alexej Alexandrovic nunmehr die Scheidung zum Gegenstande seines Nachdenkens den zweiten Weg, für den einige jener Männer deren er sich erinnerte, sich entschieden hatten Aber indem er in seinem Gedächtnisse alle ihm bekannten Fälle von Ehescheidungen durchmusterte es waren ihrer gerade in der höchsten ihm wohl bekannten Gesellschaft recht viele fand er auch nicht einen einzigen Fall wo der Zweck bei der Scheidung der gewesen wäre den er selbst im Auge hatte In allen diesen Fällen hatte der Ehemann die treulose Gattin abgetreten oder verkauft und gerade der Teil, der als der Schuldige nicht das Recht gehabt hatte eine neue Ehe einzugehen hatte von der Scheidung Vorteil gehabt Er war in ein künstlich ausgeklügeltes quasi gesetzliches Verhältnis zu einem quasi Gatten eingetreten und was seinen eigenen Fall anlangte so sah Alexej Alexandrovic ein dass eine gesetzliche Scheidung das heißt eine solche bei der einfach auf Verstoßung der Frau erkannt wurde unmöglich sei Er sah ein, dass die verwickelten Lebensbeziehungen in denen er sich befand die Anwendung solcher groben Beweismittel wie sie das Gesetz zum Erweise der Schuld der Frau forderte ausschlossen Er sah ein, dass die über feineren Ton geltenden Anschauungen die Anwendung dieser Beweismittel auch wenn sie wirklich vorhanden waren nicht zuließen und dass durch die Anwendung dieser Beweismittel er selbst in der Meinung der höheren Kreise mehr erniedrigt werden würde als seine Frau Der Versuch eine Scheidung zu erlangen konnte nur zu einem Skandal Prozesse führen der seinen Feinden eine erwünschte Gelegenheit gewesen wäre um ihn zu verleumden und von seiner hohen Stellung in der Welt herabzuziehen Sein Hauptzweck die Sache mit möglichst geringem Nachteil für sich zu ordnen wurde auch durch eine Scheidung nicht erreicht Außerdem war es klar dass bei einer Scheidung ja auch schon bei dem Versuche eine solche herbeizuführen seine Frau ihre Beziehungen zu ihm abbrechen und sich mit ihrem Liebhaber verbinden würde In Alexej Aleksandrowitschs Seele aber war trotz seiner, wie es ihm schien jetzt völligen Verachtung und Gleichgültigkeit gegen seine Frau dennoch in Bezug auf sie ein Gefühl zurückgeblieben Der Wunsch sie nach Möglichkeit daran zu hindern dass sie sich mit Wronski verbinde und so von ihrem Verbrechen Vorteil habe Schon jener Gedanke versetzte Alexej Aleksandrowitsch in eine solche Erregung dass er bei der bloßen Vorstellung davon vor innerem Schmerz aufstöhnte sich halb erhob und seinen Platz im Wagen wechselte und noch eine Weile nachher mit finster zusammengezogener Stirn seine frierenden, knochigen Beine mit dem dicken, weichen Tuch umwickelte Außer einer förmlichen Scheidung könnte ich auch so verfahren wie Karibanov, Paskudin und dieser gute Dram das heißt mich von meiner Frau trennen fuhr er, nachdem er sich etwas beruhigt hatte in seinen Erwägungen fort aber er fand, dass auch diese Maßregel mit demselben Übelstande verbunden sei wie eine Scheidung dass sie nämlich schmähliches Aufsehen errege und was die Hauptsache war dass sie genau wie eine förmliche Scheidung seine Frau ihrem Liebhaber in die Arme warf nein, das ist unmöglich unmöglich sagte er laut vor sich hin und griff wieder nach seinem Tuch um es fester umzuwickeln mich kann die Sache nicht unglücklich machen aber andererseits sollen er und sie nicht glücklich sein das Gefühl der Eifersucht das ihn während der Zeit der Ungewissheit gepeinigt hatte war in dem Augenblicke verschwunden als ihm durch die Worte seiner Frau unter argen Schmerzen sein Zahn herausgerissen war aber an die Stelle jenes Gefühles war ein anderes getreten der Wunsch, dass sie nicht nur nicht siegen sondern auch den Lohn für ihr Verbrechen erhalten möge er wollte sich dieses Gefühl nicht recht eingestehen aber in der Tiefe seiner Seele wünschte er, sie möchte dafür leiden dass sie seine Ruhe und seine Ehre beeinträchtigt hatte und nachdem Alexei Alexandrovitsch von neuem alles erwogen hatte was für oder gegen ein Duell, eine Scheidung, eine Trennung in die Waagschale fiel und von neuem all diese drei Wege verworfen hatte gelangte er zu der Überzeugung dass es nur einen Ausweg gebe sie bei sich zu behalten das Geschehene vor der Welt zu verbergen und alle in seiner Macht liegenden Maßregeln zur Anwendung zu bringen um jener Liebschaft ein Ende zu machen und, dies war der Hauptzweck den er sich aber nicht eingestand sie zu bestrafen ich muss ihr als meinen Entschluss eröffnen dass ich nach Erwägung der schwierigen Lage in die die Familie durch sie gekommen ist alle anderen Wege dem Interesse beider Seiten für Nachteilige erachten muss als die Bewahrung des äußeren Status Quo und dass ich mit dessen Bewahrung einverstanden sein will aber nur unter der strengen Bedingung dass sie ihrerseits meine Forderung erfüllt ihr Verhältnis zu ihrem Liebhaber zu lösen nachdem Alexei Alexandrovitsch diesen Beschluss bereits endgültig gefasst hatte fiel ihm noch ein wichtiger Umstand ein der ihn noch darin bestärkte nur bei einem solchen Verfahren sagte er sich werde ich auch in Übereinstimmung mit den Geboten der Religion handeln nur bei diesem Verfahren stoße ich das verbrecherische Weib nicht von mir sondern gebe ihr die Möglichkeit sich zu bessern ja ich will sogar so schwer es mir auch werden mag einen Teil meiner Kraft ihrer Besserung und Rettung widmen obgleich Alexei Alexandrovitsch wusste dass er keine moralische Einwirkung auf seine Frau auszuüben in der Lage war und dass dieser ganze Besserungsversuch lediglich auf Unwahrhaftigkeit und Verstellung hinauslaufen werde und obgleich er in den schweren Augenblicken die er jetzt durchlebte auch nicht ein einziges Mal daran gedacht hatte in der Religion eine Richtschnur zu suchen so gewährte ihm doch jetzt wo sein Entschluss nach seiner Ansicht mit den Forderungen der Religion zusammenfiel diese religiöse Bestätigung seines Entschlusses eine große Befriedigung und beruhigte ihn sogar zum Teil es war ihm angenehm zu denken dass auch bei einer so ernsten Lebensangelegenheit niemand werde sagen können er habe nicht gemäß den Geboten jener Religion gehandelt deren Fahne er inmitten der allgemeinen Erkaltung und Gleichgültigkeit stets hochgehalten hatte bei weiterer eingehender Überlegung vermochte Alexei Alexandrovitsch nicht einmal abzusehen warum sein Verhältnis zu seiner Frau nicht beinahe dasselbe bleiben könne wie bisher allerdings werde er zweifellos nie imstande sein ihr seine Achtung wieder zuzuwenden aber seiner Ansicht nach gab es keinen Grund und konnte auch keinen geben weshalb er leiden und sich sein Leben zerstören sollte nur weil sie eine schlechte treulose Gattin war ja es wird die Zeit dahin wandeln die alles ausgleichende Zeit und unsere Beziehungen werden wieder die früheren werden sagte sich Alexei Alexandrovitsch wenigstens insoweit dass ich keine Störung im ruhigen Flusse meines Lebens empfinde sie wird notwendigerweise unglücklich sein aber ich habe keine Schuld und daher kann ich nicht unglücklich sein Ende von Abschnitt 41 gelesen von Eva K. Abschnitt 42 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dritter Teil 14 Als Alexei Alexandrovitsch in Petersburg ankam war er nicht nur in diesem Entschlüsse vollkommen fest geworden sondern er hatte auch bereits in seinem Kopf den Brief entworfen den er an seine Frau schreiben wollte in die Loge des Pförtners tretend warf er einen Blick auf die eingegangenen Briefe und die aus dem Ministerium geschickten Akten und gab Befehl alles nach seinem Arbeitszimmer zu bringen Ausspannen und niemand vorlassen antwortete er auf die Frage des Pförtners mit einem gewissen Behagen aus dem man auf seine gute Stimmung schließen konnte einen besonderen Nachdruck legte er dabei auf die Worte Niemand vorlassen In seinem Arbeitszimmer ging Alexei Alexandrovitsch zweimal auf und ab und blieb dann vor seinem gewaltigen Schreibtische stehen auf dem der Kammerdiener sobald er ihn hatte Vorfahren sehen bereits sechs Kerzen angezündet hatte knackte mit den Fingern setzte sich und legte Papier und Feder zurecht Die Ellbogen auf den Tisch stützend neigte er den Kopf zur Seite dachte etwa eine Minute lang nach und begann dann zu schreiben ohne auch nur eine Sekunde innezuhalten Er schrieb ohne sich eine Anrede an seine Frau zu bedienen und zwar französisch wobei er das Fürwort vous verwendete das nicht so kalt klingt wie das entsprechende russische Fürwort Bei unserer letzten Unterredung sagte ich Ihnen dass ich die Absicht hätte Ihnen meinen Entschluss über den Gegenstand unseres Gespräches mitzuteilen Nachdem ich alles sorgsam durchdacht habe schreibe ich jetzt um dieses Versprechen zu erfüllen Mein Entschluss ist folgender von welcher Art auch immer ihr Verhalten gewesen sein mag so halte ich mich doch nicht für berechtigt die heiligen Bande zu zerreißen mit denen eine höhere Macht uns verknüpft hat die Zusammengehörigkeit der Familie kann nicht durch eine Laune durch die Willkür ja nicht einmal durch ein Verbrechen eines der Gatten zerstört werden und unser Leben muss auch in Zukunft denselben Gang nehmen den es bisher genommen hat dies ist um meinet Willen um ihret Willen und um unseres Sohnes Willen notwendig ich bin der festen Überzeugung dass Sie das was den Anlass des vorliegenden Briefes bildet bereut haben und noch bereuen und dass Sie mir helfen werden die Ursache unseres Zwistes mit der Wurzel auszureißen und das Vergangene zu vergessen andernfalls werden Sie sich selbst sagen können was Sie und Ihren Sohn erwartet ich hoffe dass ich bei einer persönlichen Zusammenkunft alles dies eingehender mit Ihnen werde besprechen können da die Hauptzeit für die Sommerfrische zu Ende geht so möchte ich Sie bitten möglichst bald jedenfalls nicht später als Dienstag wieder nach Petersburg überzusiedeln alle für Ihren Umzug erforderlichen Anordnungen werden getroffen werden ich bitte Sie zu beachten dass ich auf die Erfüllung dieser meiner Bitte besonderen Wert lege A. Karenin P.S. Anbei eine Geldsumme die Sie für Ihre Ausgaben vielleicht benötigen werden er las den Brief noch einmal durch und war mit ihm zufrieden namentlich auch damit dass er daran gedacht hatte Geld beizufügen der Brief enthielt kein scharfes Wort und keinen Vorwurf war aber auch nicht in freundlichem Tone gehalten die Hauptsache aber war er hatte damit seiner Frau eine goldene Brücke zur Rückkehr gebaut er faltete den Brief zusammen strich ihn mit einem großen kräftigen elfenbeinernen Papiermesser glatt und steckte ihn mit den Banknoten in einen Umschlag all das tat er mit jenem Behagen dass die Handhabung seiner vorzüglich beschaffenen Schreibgeräte immer bei ihm hervorrief darauf klingelte er gib das dem Kurier damit er es morgen zu Anna Arkadina nach dem Landhause hinausbringt sagte er und erhob sich zu Befehl Exzellenz befehlen Sie den Tee hier im Arbeitszimmer Alexej Alexandrovich befahl den Tee ins Arbeitszimmer zu bringen und ging indem er das kräftige Papiermesser spielend in der Hand bewegte zu einem Lehnsessel neben dem auf einem Tische eine Lampe brannte und ein französisches Buch über die eugubinischen Inschriften lag dessen Lektüre er begonnen hatte über dem Sessel hing in einem ovalen Goldrahmen ein Bild Annas von einem berühmten Künstler vorzüglich ausgeführt Alexej Alexandrovich betrachtete es die rätselhaften Augen blickten ihn spöttisch und keck an wie an jenem letzten Abend als er ihr Vorhaltungen gemacht hatte unerträglich keck und herausfordernd wirkte auf Alexej Alexandrovich der Anblick der von dem Künstler vortrefflich gemalten schwarzen Spitzen auf dem Kopfe sowie der Anblick des schwarzen Haars und der weißen schönen Hand mit dem von Ringen bedeckten Goldfinger nachdem Alexej Alexandrovich das Bild etwa eine Minute lang angesehen hatte schauerte er so zusammen dass seine Lippen einen Laut des Unwillens hervorbrachten er wendete sich ab setzte sich eilig in den Sessel und öffnete das Buch er versuchte zu lesen vermochte aber nicht das Interesse für die eugobinischen Inschriften wiederzugewinnen das vorher bei ihm so lebendig gewesen war er blickte in das Buch hinein und dachte an ganz andere Dinge er dachte aber nicht an seine Frau sondern an eine hemmende Schwierigkeit die vor kurzem in seiner staatsmännischen Tätigkeit eingetreten war und ihn jetzt in höherem Grade als alle seine anderen dienstlichen Angelegenheiten in Anspruch nahm er fühlte dass er jetzt tiefer als je mit seinem Verstande in diesen schwierigen Fall eindrang und dass in seinem Kopf vereinen das konnte er ohne Selbstüberhebung sagen ausgezeichneter Gedanke in der Bildung begriffen war der diese ganze Angelegenheit entwirren ihn in seiner dienstlichen Laufbahn fördern seine Feinde zu Boden schmettern und somit auch dem Staate den größten Nutzen bringen musste sobald der Diener den Tee aufgetragen und das Zimmer wieder verlassen hatte stand Alexei Alexandrovich auf und trat an seinen Schreibtisch nachdem er die Mappe mit den laufenden Angelegenheiten in die Mitte der Platte geschoben hatte nahm er mit einem ganz leisen selbstzufriedenen Lächeln einen Bleistift aus dem Ständer und vertiefte sich in die Lektüre eines von ihm eingeforderten umfangreichen und schwierigen Aktenstückes das sich auf den gegenwärtigen Fall bezog der aber war folgender Art eine vermeintliche Eigentümlichkeit Alexei Alexandrovichs in seiner staatsmännischen Tätigkeit ein nach seiner Überzeugung ihm besonders eigener Charakterzug den sich aber jeder hervorragende Beamte zuschreibt ein Charakterzug der im Verein mit seinem hartnäckigen Ehrgeiz seiner klugen Zurückhaltung seiner Ehrenhaftigkeit und seinem Selbstvertrauen ihm zu seiner glänzenden Laufbahn verholfen hatte bestand in der Geringschätzung des amtlichen Aktenwesens in dem dringen auf Einschränkung des amtlichen Hin- und Herschreibens zwischen den Behörden in der Absicht nach Möglichkeit unmittelbar an den Kern einer jeden Frage heranzutreten und in seiner Sparsamkeit nun hatte sich in der berühmten Kommission vom 2. Juni etwas Eigenartiges zugetragen die Angelegenheit der Berieselung der Felder im Gouvernement Zaraisk die zum Dienstbereich des Ministeriums gehörte in dem Alexei Alexandrovich arbeitete und die allerdings ein krasses Beispiel unfruchtbarer Ausgaben und Papierner Behandlungsweise bot diese Angelegenheit war von einem anderen Ministerium zur Sprache gebracht worden Alexei Alexandrovich wusste dass die tadelnde Kritik begründet war diese Berieselung der Felder im Gouvernement Zaraisk war von dem Vorgänger seines Vorgängers eingerichtet worden und in der Tat eine Menge Geld war für diese Sache bereits aufgewandt worden und wurde noch fortdauernd dafür aufgewandt und zwar völlig ertraglos es war klar dass die ganze Sache zu nichts führen konnte Alexei Alexandrovich hatte als er in sein jetziges Amt eintrat dies sofort erkannt und sich vorgenommen die Sache in Angriff zu nehmen aber in der ersten Zeit wo er sich in seiner Stellung noch nicht hinreichend befestigt fühlte hatte er bedacht dass ein Eingreifen die Interessen gar zu vieler Leute verletzen würde und daher unklug sei und später hatte er stark mit anderen Dingen beschäftigt diese Sache einfach vergessen sie ging wie all solche Sachen nach dem Beharrungsgesetze von selbst in demselben Geleise weiter viele Leute hatten davon ihren Lebensunterhalt so namentlich auch eine sehr moralische und musikalische Familie deren sämtliche Töchter Seiteninstrumente spielten Alexei Alexandrovich kannte diese Familie und war Brautvater bei einer der älteren Töchter gewesen dass ein feindliches Ministerium diese Angelegenheit aufrührte betrachtete Alexei Alexandrovich als eine wenig ehrenhafte Handlungsweise da es in jedem Ministerium noch ganz andere Sachen gebe an denen dennoch aus einer Art von dienstlichem Anstandsgefühl niemand rühre da man ihm aber nun einmal den Federhandschuh hingeworfen hatte so hatte er ihn kühn aufgenommen und die Einsetzung einer besonderen Kommission verlangt zum Zwecke des Studiums und der Revision der Arbeiten der Kommission für Berieselung der Felder im Gouvernement Saraisk aber zur Vergeltung hatte er nun auch seinerseits diesen Herren nichts durchgehen lassen er hatte auch noch die Einsetzung einer besonderen Kommission in Sachen der Verwaltungseinrichtungen bei den kleinen Volksstämmen nichtrussischer Nationalität verlangt diese Angelegenheit der Verwaltungseinrichtungen der Fremdvölker war zufällig in der Kommission vom 2. Juni zur Sprache gekommen und Alexei Alexandrovich hatte mit allem Nachdruck betont, dass diese Angelegenheit bei der bedauernswerten Lage der Fremdvölker schlechterdings keinen Aufschub dulde In der Komiteesitzung hatte diese Angelegenheit die Veranlassung zu einem scharfen Wortwechsel zwischen mehreren Ministerien gegeben Das gegen Alexei Alexandrovich feindlich gesinnte Ministerium hatte darauf den Beweis geführt dass die Fremdvölker sich in einem geradezu blühenden Zustande befinden und dass die vorgeschlagene Umgestaltung der Verwaltungseinrichtungen diesen blühenden Zustand möglicherweise vernichten könne Wenn aber wirklich etwas nicht in guter Ordnung sei so komme das lediglich daher dass Alexei Alexandrovichs Ministerium die durch das Gesetz vorgeschriebenen Maßregeln nicht zur Anwendung gebracht habe Jetzt also beabsichtigte Alexei Alexandrovich Folgendes zu fordern Erstens, es solle eine neue Kommission eingesetzt werden mit dem Auftrage den Zustand der Fremdvölker an Ort und Stelle zu untersuchen Zweitens, wenn es sich erweise dass die Lage der Fremdvölker tatsächlich eine solche sei wie sie nach den in den Händen des Komitees befindlichen amtlichen Unterlagen erscheine so solle noch eine andere neue, wissenschaftliche Kommission gebildet werden zur Untersuchung der Ursachen dieses unerfreulichen Zustandes der Fremdvölker und zwar von folgenden Gesichtspunkten aus a. vom politischen b. vom administrativen c. vom ökonomischen d. vom ethnografischen e. vom materiellen und f. vom religiösen Drittens, es solle dem feindlichen Ministerium aufgegeben werden einen Bericht vorzulegen über die Maßregeln die dieses Ministerium während der letzten zehn Jahre zur Verhütung der ungünstigen Verhältnisse getroffen habe in denen sich die Fremdvölker jetzt befinden und endlich Viertens, das Ministerium solle zu einer Erklärung darüber aufgefordert werden weshalb es wie sich aus den dem Komitee zugegangenen Berichten unter Nr. 17.015 und Nr. 18.303 vom 5. Dezember 1863 und vom 7. Juni 1864 ergebe dem Sinne des organischen Grundgesetzes Band Punkt 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 Artikel 18 und Artikel 36 Anmerkung direkt zuwidergehandelt habe Die röte lebhafte Erregung überzog Alexej Aleksandrowitschs Gesicht, als er sich schnell eine kurze Übersicht dieser Gedanken niederschrieb Nachdem er einen Bogen vollgeschrieben hatte stand er auf und klingelte Dann schrieb er einen Zettel und schickte ihn an den Subdirektor um sich die Auskünfte zu verschaffen deren er noch bedurfte Nun stand er wieder auf ging im Zimmer auf und ab blickte nochmals nach dem Bild zog die Brauen zusammen und lächelte geringschätzig Darauf las er noch ein Weilchen in dem Buche über die eugubinischen Inschriften für die er wieder Interesse gewann Um 11 Uhr ging er schlafen und als er im Bett liegend sich den Vorfall mit seiner Frau ins Gedächtnis zurückrief da erschien er ihm gar nicht mehr in so trübem Lichte 15 Anna hatte zwar hartnäckig und erregt widersprochen als Fronski ihr gesagt hatte dass ihre Lage auf die Dauer unmöglich sei aber in der Tiefe ihrer Seele hatte doch auch sie ihre Lage für unwahrhaft und unehrenhaft gehalten und von ganzem Herzen gewünscht sie zu ändern Als sie dann mit ihrem Manne vom Rennen nach Hause fuhr hatte sie ihm in einem Augenblicke der Auffallung alles gesagt und war trotz des Schmerzes den sie dabei empfunden hatte froh gewesen es getan zu haben nachdem dann ihr Mann sie allein gelassen hatte sie sich gesagt sie sei froh dass jetzt alles ins Klare komme und wenigstens die Lüge und Verstellung aufhöre es war ihr als zweifellos erschienen dass jetzt ihre Lage für immer geregelt werden würde sie hatte sich gesagt diese neue Lage könne ja möglicherweise übel sein aber sie werde doch geregelt sein und frei von Unklarheit und Lüge der Schmerz den sie sich und ihrem Mann dadurch bereitet habe dass sie so offen gesprochen habe werde jetzt dadurch wieder ausgeglichen werden dass nun alles in einen geregelten Zustand komme an diesem Abend hatte sie dann noch ein Zusammensein mit Fronski gehabt hatte ihm aber nicht gesagt was zwischen ihr und ihrem Manne vorgegangen war obgleich sie zur Klärung und Regelung der Lage es ihm hätte sagen müssen als sie am anderen Morgen aufwachte waren die Worte die sie zu ihrem Manne gesprochen hatte das erste was ihr in den Sinn kam und diese Worte erschienen ihr so schrecklich dass sie jetzt gar nicht begreifen konnte wie sie es hatte über sich gewinnen können diese seltsamen rohen Worte auszusprechen so schrecklich dass sie sich nicht vorzustellen vermochte was nun die Folge sein werde aber gesprochen waren die Worte nun einmal und Alexei Aleksandrowitsch war weggefahren ohne etwas gesagt zu haben ich habe Wronski gesehen sagte sich Anna und ihm nichts davon gesagt noch in dem Augenblicke als er fortging wollte ich ihn zurückrufen und es ihm sagen aber ich gab diese Absicht wieder auf weil er es doch seltsam gefunden hätte dass ich es ihm nicht gleich im ersten Augenblick gesagt hatte wie kam das nur dass ich es ihm zwar sagen wollte es ihm aber doch nicht sagte und als Antwort auf diese Frage übergoß glühende Scham röte ihr Gesicht sie sah ein was sie davon zurückgehalten hatte sie sah ein dass es die Scham gewesen war ihre Lage die sie am Abende des vorhergehenden Tages für geklärt gehalten hatte erschien ihr als noch ganz ungeklärt sondern geradezu als verzweifelt sie fürchtete die Schande an die sie früher überhaupt nicht gedacht hatte und als sie jetzt überdachte was ihr Mann wohl tun könne da kamen ihr die schrecklichsten Vermutungen es kam ihr der Gedanke es werde unverzüglich der Geschäftsführer erscheinen und sie aus dem Hause treiben und so werde dann ihre Schande der ganzen Welt offenbar werden sie fragte sich wohin sie sich begeben solle wenn man sie aus dem Hause triebe und fand auf diese Frage keine Antwort wenn sie an Wronski dachte so hatte sie jetzt die Vorstellung er liebe sie nicht mehr er fange schon an sie als eine Last zu betrachten und ihr stolz raunte ihr zu sie könne sich ihm doch nicht anbieten so erwachte in ihr geradezu ein Gefühl der Feindschaft gegen ihn es war ihr als ob sie die Worte die sie zu ihrem manne gesagt hatte und die sie sich in Gedanken unaufhörlich wiederholte zu allen Menschen gesagt hätte und als ob alle Menschen sie gehört hätten sie wagte nicht den Leuten die sie um sich hatte in die Augen zu sehen sie wagte nicht ihre Kammerjungfer zu rufen und noch weniger hinunter zu gehen und ihrem Sohne und seiner Gouvernante gegenüber zu treten die Kammerjungfer die schon lange an der Tür gehorcht hatte kam nun von selbst zu ihr ins Zimmer Anna blickte ihr fragend in die Augen und errötete erschrocken die Kammerjungfer bat um Entschuldigung dass sie hereingekommen sei sie habe geglaubt es sei geklingelt worden sie brachte ein Kleid und ein Briefchen das Briefchen war von Betsy Betsy erinnerte sie daran dass an diesem Vormittage Lisa Merkalova und die Baronin Stolz mit den beiden Verehrern jener dem Fürsten Kalurski und dem alten Stremov sich zu einer Kroket Partie bei ihr zusammen finden würden kommen sie wenigstens zum Zusehen zum Zwecke des Studiums der Sittenlehre ich und seufzte schwer ich brauche weiter nichts sagte sie zu Anushka die damit beschäftigt war die Fläschchen und Bürsten auf dem Toilettentische handlich zu ordnen geh nur ich werde mich gleich anziehen und hinunter kommen ich brauche nichts weiter Anushka ging hinaus Anna aber kleidete sich nicht an sondern blieb in derselben Haltung mit gesenktem Kopfer und schlaff herabhängenden Armen sitzen ab und zu zuckte sie mit dem ganzen Körper zusammen als ob sie eine Handbewegung machen etwas sagen wollte aber sofort versank sie auch wieder in denselben Zustand der Starrheit sie wiederholte unaufhörlich mein Gott mein Gott aber weder das Wort Gott noch das Wort mein hatte für sie irgendwelchen Sinn der Gedanke für ihre Lage Hilfe in der Religion zu suchen war ihr obgleich ihr nie Zweifel an der Religion gekommen waren in der man sie erzogen hatte doch genau ebenso fremd wie der bei Alexei Alexandrovich Selbsthilfe zu suchen sie sie wusste im voraus dass Hilfe durch die Religion für sie nur unter der Bedingung möglich sei dass sie auf das verzichtete was doch für sie den gesamten Lebensinhalt ausmachte es war ihr nicht nur schwer ums Herz sondern sie begann sich auch vor diesem neuen Seelenzustande den sie bisher noch nie kennengelernt hatte zu fürchten sie hatte eine Empfindung als ob sich in ihrer Seele alles verdopple so wie sich mit unter vor ermüdeten Augen die Gegenstände verdoppeln sie wusste zeitweilig nicht was sie eigentlich fürchtete und was sie eigentlich wünschte ob sie das was war oder das was die Zukunft bringen werde fürchtete und wünschte und was sie denn nun eigentlich wünschte das wusste sie nicht ach was tue ich da sagte sie zu sich als sie auf einmal einen Schmerz an beiden Seiten des Kopfes empfand nachdem sie ihre Gedanken gesammelt hatte merkte sie dass sie ihre Haare an den Schläfen mit beiden Händen gepackt hielt und zusammen zog sie sprang auf und ging im Zimmer hin und her der Kaffee ist fertig und Mamsel und Sergei warten meldete Anuschka die zurückkehrte und Anna noch nicht weiter angekleidet fand Sergei was macht Sergei fragte Anna auf einmal lebhafter werdend zum ersten Mal an diesem ganzen Morgen erinnerte sie sich an das Dasein ihres Sohnes er hat etwas begangen glaube ich antwortete Anuschka lächelnd was heißt dass er hat etwas begangen im Eckzimmer hatten sie eine Schale mit Pfirsichen stehen davon hat er einen heimlich gegessen glaube ich durch den Gedanken an ihren Sohn wurde Anna auf einmal aus der Verzweiflung herausgerissen in der sie sich über ihre Lage befand sie gedachte der zum Teil aufrichtigen wenn auch stark übertriebenen Rolle der nur für ihren Sohn lebenden Mutter die sie in den letzten Jahren durchgeführt hatte und wurde sich mit Freude bewusst dass sie trotz ihrer üblen Lage doch ein Gebiet hatte das von ihrem Verhältnisse zu ihrem Manne und zu Wronski unabhängig war dieses Gebiet war ihr Sohn wie sich ihre eigene Lage auch gestalten mochte ihren Sohn konnte sie nicht verlassen mochte ihr Mann sie auch der Schande preisgeben und verstoßen mochte auch Wronski gegen sie kalt werden und sein unabhängiges Leben fortsetzen wieder war die Erinnerung an ihn mit Vorwürfen und mit Bitterkeit verbunden von ihrem Sohne konnte sie sich nicht lossagen sie hatte einen Lebenszweck und sie musste handeln handeln um dieses Verhältnis zu ihrem Sohne zu sichern damit man ihn ihr nicht nehmen könne sie musste sogar schnell handeln so schnell wie nur irgend möglich ehe man ihn ihr noch genommen hatte sie musste ihren Sohn nehmen und mit ihm weg reisen das war das einzige was sie jetzt tun konnte und musste sie musste zur Ruhe gelangen und aus dieser qualvollen Lage heraus kommen der Gedanke an ein eigenes Handeln das ihren Sohn betraf und an die sofortige Abreise mit ihm nach einem noch unbestimmten Ziele verlieh ihr diese notwendige Ruhe sie kleidete sich schnell an ging hinunter und trat mit festem Schritt in das Wohnzimmer wo wie gewöhnlich der Kaffee und Sergej mit seiner Gouvernante auf sie warteten Sergej in weißem Anzuge stand an einem Tisch unter dem Spiegel den Rücken und den Kopf herabbeugend mit dem Ausdruck gespannter Aufmerksamkeit den sie an ihm Vater ähnlich machte nahm er mit den Blumen die er mitgebracht hatte irgendetwas vor die Gouvernante machte eine besonders strenge Miene Sergej rief überlaut wie er das öfters tat ah Mama und blieb unschlüssig stehen sollte er die Blumen hinlegen und zu seiner Mutter gehen um sie zu begrüßen oder sollte er erst den Kranz fertig machen und dann mit diesem zu ihr gehen die Gouvernante begann nach der Begrüßung langsam und ausführlich das Vergehen zu berichten das Sergej begangen hatte aber Anna hörte ihr nicht zu sie überlegte unterdessen ob sie die Gouvernante mitnehmen solle solle nein ich will sie nicht mitnehmen war das Ergebnis ihrer Überlegung ich will mit meinem Sohn allein reisen ja das war sehr unartig sagte Anna fasste ihren Sohn an der Schulter sah ihn nicht mit einem strengen sondern vielmehr mit einem schüchternen Blicke an der den Knaben in Verlegenheit setzte und erfreute und küsste ihn lassen sie ihn nur bei mir sagte sie zu der verwunderten Gouvernante und setzte sich ohne die Hand ihres Sohnes loszulassen an den Kaffeetisch auf dem alles bereit war Mama ich ich wollte nicht sagte er und versuchte aus ihrem Gesichtsausdruck zu erraten was seiner für den Pfirsich warte Sergei sagte sie sobald die Gouvernante das Zimmer verlassen hatte das war unartig aber du wirst es nicht wieder tun nicht wahr du hast mich doch lieb sie fühlte dass ihr die tränen in die augen traten ist es denn denkbar dass ich ihn jemals nicht mehr lieben sollte sagte sie zu sich selbst während sie in seine erschrockenen und zugleich freudig aufleuchtenden augen tief hinein schaute solle er wirklich je mit seinem vater eines sinnes darin werden über mich den stab zu brechen wird er wirklich mit mir kein mitleid haben die tränen liefen ihr schon über das gesicht und um sie zu verbergen stand sie plötzlich auf und eilte fast laufend auf die terrasse hinaus nach dem gewitter regen der letzten tage war kühles klares wetter eingetreten trotz des hellen sonnenscheins der durch das vom regen blank gewaschene laubwerk der bäume drang war es in der luft kalt sie schauderte zusammen sowohl vor kälte wie auch infolge der inneren angst die sie in der reinen luft mit neuer kraft überfiel geh zu mariet geh sagte sie zu sergei der hinter ihr her heraus gekommen war und begann auf der strommatte die auf der terrasse lag auf und ab zu gehen werden die menschen mir denn wirklich nicht verzeihen und nicht verstehen dass das alles so kommen musste musste fragte sie sich selbst sie blieb stehen und blickte nach den im winde schwankenden wipfeln der eichen mit den reingewaschenen im kalten sonnenschein glänzenden blättern und sie war überzeugt dass die menschen ihr nicht verzeihen würden dass alles und alle jetzt gegen sie ebenso erbarmungslos sein würden wie dieser himmel und wie dieses grün und wieder hatte sie die empfindung dass sich in ihrer seele etwas zu verdoppeln anfange nur nicht denken nur nicht denken sagte sie bei sich ich muss mich zur reise fertig machen wohin soll ich reisen wann wen soll ich mitnehmen ja ich will nach Moskau fahren mit dem abenzug anuska und sergei will ich mitnehmen und nur die notwendigsten sachen aber vorher muss ich an beide schreiben schnell ging sie ins Haus in ihr zimmer setzte sich an den Tisch und schrieb an ihren Mann nach dem was vorgefallen ist kann ich nicht länger in ihrem Hause bleiben ich reise ab und nehme meinen Sohn mit ich kenne die gesetzlichen bestimmungen nicht und weiß daher nicht bei wem von den Eltern der Sohn bleiben muss aber ich nehme ihn mit weil ich ohne ihn nicht leben kann seien seien großmütig und lassen sie ihn mir bis dahin hatte sie schnell und wie es ihr in die Feder kam geschrieben aber der Appell an seine Großmut die sie bei ihm gar nicht für ein mögliches Gefühl hielt und andererseits die Notwendigkeit dem Briefe irgendeinen rührenden Schluss zu geben brachten sie zum Stocken von meiner Schuld und meiner Reue kann ich nicht reden weil wieder hielt sie inne da sie in ihren Gedanken keinen logischen Zusammenhang fand nein sagte sie bei sich so etwas darf ich nicht schreiben sie zerriss den Brief schrieb ihn noch einmal mit Weglassung der Stelle von der Großmut und siegelte ihn zu einen zweiten Brief musste sie an Wronski schreiben ich habe meinem Manne mitgeteilt schrieb sie und saß dann lange da ohne dass sie in sich die Kraft zum Weiterschreiben gefunden hätte das war so roh so unweiblich und dann was kann ich ihm denn eigentlich schreiben dachte sie wieder überzog Schamröte ihr Gesicht sie musste an sein ruhiges Wesen denken und ein Gefühl des Ärgers über ihn veranlasste sie den Briefbogen mit dem angefangenen Satze in kleine Stücke zu zerreißen ich brauche ihm gar nichts zu schreiben sagte sie sich sie legte die Briefmappe zusammen ging hinauf teilte der Gouvernante und der Dienerschaft mit dass sie heute nach Moskau fahren werde und machte sich sofort daran die Sachen zu packen Ende von Abschnitt 42 gelesen von Eva K Abschnitt 43 von Anna Karinina von Lev Nikolaevic Stahlstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dritter Teil 16 In Eine Kutsche und zwei Droschken hielten vor der Haustür Anna die über die Arbeit des Packens ihre innere Unruhe vergessen hatte stand in ihrem Zimmer am Tische und packte ihre Reisetasche als Anushka sie auf das Geräusch eines herankommenden Wagens aufmerksam machte Anna warf einen Blick aus dem Fenster und sah an der Haustür Alexej Alexandrovichs Kurier der dort die Klingel zog Geh und sieh zu was es gibt sagte sie Mit ruhiger Ergebung in alles was da kommen konnte setzte sie sich auf einen Sessel und legte die Hände über den Knien zusammen Ein Diener brachte einen dicken Brief dessen Anschrift Alexej Alexandrovichs Handschrift aufwies Der Kurier soll auf Antwort warten sagte er Gut erwiderte sie und riss sobald er hinaus gegangen war den Brief mit zitternden Fingern auf ein Päckchen Banknoten die ohne zusammengefaltet zu sein mit einem Papierstreifen umklebt waren fiel aus ihm heraus sie entfaltete den Brief und begann vom Ende anfangend ihn zu lesen alle für ihren Umzug erforderlichen Anordnungen werden getroffen werden las sie ich bitte sie zu beachten dass ich auf die Erfüllung dieser meiner Bitte besonderen Wert lege sie überflog mit den Augen den vorhergehenden Abschnitt las alles und las dann den ganzen Brief noch einmal von vorn als sie an das Ende gelangt war fühlte sie dass sie froh und dass ein so furchtbares Unglück über sie hereingebrochen war wie sie es nicht erwartet hatte sie hatte am morgen bereut es ihrem manne gesagt zu haben und nur den einen Wunsch gehabt diese Worte möchten für so gut wie ungesagt angesehen werden und nun betrachtete dieser Brief die Worte als ungesagt und gewährte ihr das was sie gewünscht hatte aber jetzt erschien ihr dieser Brief furchtbarer als alles was sie sich nur hatte vorstellen können er hat recht er hat recht sagte sie selbstverständlich er hat immer recht er ist ein christ er ist großmütig ja ein niedrig denkender garstiger mensch ist er und das durchschaut niemand außer mir und niemand außer mir wird es je durchschauen und ich kann es niemandem klar machen alle sagen sie so ein religiöser moralischer ehrenhafter kluger Mann aber sie sehen nicht was ich gesehen habe sie wissen nicht dass er acht jahre lang mein Leben erstickt hat alles erstickt hat was in meinem innern lebendig war dass ihm kein einziges mal auch nur der Gedanke gekommen ist dass ich eine lebendige Frau bin die der Liebe bedarf sie wissen nicht wie er mich auf Schritt und Tritt gekränkt hat und dabei doch der selbst zufriedene aller Kraft bemüht meinem Leben einen würdigen Inhalt zu geben habe ich nicht versucht ihn zu lieben und als ich meinen Mann nicht mehr lieben konnte meinen Sohn zu lieben aber dann kam schließlich der Zeitpunkt wo ich einsah dass ich mich nicht mehr selbst betrügen konnte und dass ich ein lebendes Wesen bin und nichts dafür kann wenn Gott mich so geschaffen hat dass es mir ein Mensch jetzt wenn er mich tötete wenn er ihn tötete ich würde alles ertragen alles verzeihen aber nein er wie ist es nur möglich dass ich nicht gleich erraten habe was er tun werde er tut eben das was seinem niedrigen Charakter gemäß ist er bleibt der recht handelnde aber mich die ich ins elend geraten bin stößt er noch schlimmer noch tiefer ins Verderben hinein sie werden sich selbst sagen können was sie und ihren sohn erwartet an diese worte seines briefes musste sie denken das ist eine drohung mir den sohn weg zu nehmen und wahrscheinlich ist das nach ihrem törichten gesetze möglich aber weiß ich denn etwa nicht warum er das sagt er glaubt zwar nicht an meine liebe zu meinem sohn oder er verachtet dieses mein Gefühl wie er ja auch immer darüber gespottet hat aber er weiß dass ich auf meinen sohn nicht verzichten werde nicht auf ihn verzichten kann dass es ohne meinen sohn für mich kein Leben gibt selbst nicht mit dem manne den ich liebe dass wenn ich auf meinen sohn verzichtete und von ihm selbst wegliefe ich wie das schändlichste abscheulichste weib handeln würde das weiß er und er weiß dass ich nicht imstande bin das zu tun es fiel ihr ein anderer Satz aus dem Briefe ein unser Leben muss auch in Zukunft denselben Gang nehmen den es bisher genommen hat ja sagte sie sich dieses Leben war schon früher eine Qual und war in der letzten Zeit geradezu furchtbar geworden wie wird es nun jetzt erst sein und er weiß dass alles er weiß dass ich lieben muss so wie ich atmen muss und dass ich das eine so wenig wie das andere bereuen kann er weiß dass weiter nichts dabei herauskommt als Lüge und Täuschung aber er möchte mich immer weiter quälen ich kenne ihn ich weiß dass wie für den Fisch das Wasser so für ihn die Lüge das Element ist in dem er schwimmt und sich wohl fühlt aber nein ich werde ihm diesen Genuss nicht ermöglichen ich werde dieses Lügennetz zerreißen in das er mich verstricken möchte mag daraus kommen was da will alles ist besser als dieses stete Lügen und Betrügen aber wie kann ich das machen mein Gott mein Gott ist jemals eine Frau so unglücklich gewesen wie ich nein ich zerreiße dieses Lügennetz ich zerreiße es rief sie und sprang auf ihre Tränen zurückdrängend ging sie zum Schreibtisch um einen anderen Brief an ihn zu schreiben aber im tiefsten Grunde ihrer Seele fühlte sie schon dass sie nicht die Kraft haben werde etwas zu zerreißen nicht die Kraft haben werde aus der bisherigen Lage heraus zu kommen wie lügnerisch und ehrlos diese auch sein mochte sie setzte sich an den Schreibtisch aber statt zu schreiben verschränkte sie die Arme auf dem tische legte den Kopf darauf und weinte sie weinte mit starkem schluchzen und mit heftigen Bewegungen der ganzen Brust so wie Kinder weinen sie weinte darüber dass ihre Hoffnung auf eine Klärung und Neuordnung ihrer Lage für alle Zeit zerstört war sie wusste im Voraus dass nun alles beim alten bleiben ja noch weit schlimmer sein werde als bisher sie fühlte dass die Stellung die sie in der Welt einnahm und die ihr noch an diesem Morgen so nichtig und wertlos erschienen war doch für sie von Wert war und dass sie es nicht über sich gewinnen werde sie mit der schmählichen Stellung einer Frau zu vertauschen die ihren Mann und ihren Sohn verlassen und sich mit ihrem Liebhaber vereinigt hat und dass sie mochte sie sich auch noch so sehr anstrengen doch niemals stärker sein werde als sie nun eben von Natur war niemals würde sie in die Lage kommen frei und offen lieben zu können sie würde immer die verbrecherische Gattin bleiben die jeden Augenblick in Gefahr entlarvt zu werden ihren Mann betrog um in einer schmählichen Beziehung mit einem fremden durch nichts gebundenen Mann zu stehen mit dem sie niemals ein gemeinsames Leben führen konnte sie wusste dass es so kommen werde und zugleich war es ihr so entsetzlich dass sie sich gar keine Vorstellung davon zu machen vermochte wie das Ende sein werde und sie weinte ohne einen Versuch sich zu beherrschen so wie bestrafte Kinder weinen sie vernahm die Schritte des herbeikommenden Dieners und zwang sich zu ruhiger Haltung indem sie ihm ihr Gesicht verbarg stellte sie sich als ob sie schriebe der kurier bittet um antwort meldete der diener antwort jawohl antwortete Anna er soll noch warten ich werde klingeln was kann ich schreiben dachte sie welchen entschluss kann ich so allein fassen was weiß ich was will ich was möchte ich und wieder hatte sie die empfindung als ob sich in ihrer seele etwas verdoppele sie erschrak wieder vor diesem gefühle und griff begierig nach dem ersten sich darbietenden anlasse anlasse etwas zu tun in der absicht sich von den gedanken über sich und ihr schicksal abzulenken ich muss alexei sehen so nannte sie in gedanken wronski er allein kann mir sagen was ich tun soll ich will zu betsy fahren vielleicht treffe ich ihn dort sagte sie zu sich vergaß aber dabei vollständig dass sie ihm noch tags zuvor gesagt hatte sie werde nicht zu fürstin tverskaja fahren und er darauf erwidert hatte dass er dann auch nicht hinkommen werde sie trat an den tisch und schrieb ihrem manne ich habe ihren brief erhalten a punkt darauf klingelte sie und übergab das schreiben dem diener wir reisen nicht sagte sie zu der eintretenden annuschka überhaupt nicht das kann ich noch nicht bestimmen vor morgen soll noch nicht wieder ausgepackt werden der wagen soll noch dableiben ich will zur fürstin fahren welches kleid soll ich bringen 17 die spielgesellschaft bei der croquet party zu der die fürstin tverskaja anna eingeladen hatte sollte aus zwei damen und den verehrern der einen bestehen diese beiden damen waren die wichtigsten mitglieder eines neuen adelsstolzen petersburger kreises der in nachahmung einer nachahmung les set merve du monde genannt wurde der kreis dem diese damen angehörten war allerdings sehr hoch stand aber dem wo anna zu verkehren pflegte durchaus feindlich gegenüber außerdem war der alte strem der verehrer von lisa mirkalova und einer der einflussreichsten männer in petersburg auf dem gebiete der amtlichen tätigkeit ein gegner alexei alexandrowitschs aus allen diesen gründen hatte anna ursprünglich nicht hinkommen wollen und auf diese ihre ablehnende antwort bezogen sich die andeutungen in dem schreiben der fürstin tverskaya jetzt aber beabsichtigte anna in der hoffnung wronski dort zu treffen doch hinzufahren anna kam bei der fürstin tverskaya früher an als die anderen gäste in dem augenblicke als sie ins haus trat wollte gerade auch wronskis diener hineingehen der mit seinem nach beiden seiten auseinander gekämmten backen warte wie ein kammerjunker aussah er blieb an der tür stehen nahm die mütze ab und ließ sie vorangehen anna erkannte ihn und erst jetzt fiel ihr ein dass jahr wronski am vorhergehenden tage gesagt hatte er werde nicht hinkommen wahrscheinlich enthielt das schreiben das er durch den diener schickte seine absage während sie im vorzimmer ablegte hörte sie wie der diener der sogar das er wie ein kammerjunker aussprach sagte vom grafen für die fürstin und das schreiben übergab sie hätte ihn gern gefragt wo sein herr sei sie wäre gern wieder umgekehrt und hätte ihm einen brief geschrieben dass er zu ihr kommen möchte oder wäre auch selbst zu ihm gefahren aber weder das eine noch das andere noch das dritte ließ sich ausführen denn schon erscholl vorn das glockenzeichen das ihre ankunft ankündigte und ein diener der fürstin tverskaya stand schon halb zugewandt an der geöffneten tür und wartete darauf dass sie in die inneren gemächer einträte die frau fürstin befindet sich im garten es wird bereits gemeldet ist es vielleicht gefällig sich in den garten zu begeben meldete sie fühlte sich hier ganz ebenso unentschlossen und unklar wie zu hause ja dieser zustand war hier sogar insofern noch schlimmer als sie nichts unternehmen nicht mit wronski zusammen kommen konnte sondern sich hier in einer fremden zu ihrer gemüts verfassung so wenig stimmenden gesellschaft bewegen musste aber sie war in einem kleide das wie sie wusste ihr gut stand sie war nicht allein sondern fand sich mitten in diesem gewohnten prunkenden getriebe des müßigganges und deshalb war ihr leichter zumute als zu hause sie brauchte hier nicht darüber nachzudenken was sie tun müsse alles machte sich ganz von selbst als Betsy ihr in einem weißen kleide entgegen kam von dessen vornehmen geschmack sie überrascht war lächelte ihr Anna zu wie immer begleitet wurde die Fürstin Tverskaya von Tuschkewitsch und einer mit ihr verwandten jungen Dame die zur höchsten Glückseligkeit ihrer in der Provinz lebenden Eltern den Sommer bei der berühmten Fürstin verleben durfte Anna 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 musste wohl irgendetwas Besonderes in ihrem Wesen haben da Betsy es sogleich bemerkte Ich habe schlecht geschlafen antwortete Anna auf Betsys Frage und blickte nach dem Diener der auf die Herrschaften zukam und wie sie vermutete Wronskys Brief brachte Wie freue ich mich dass sie gekommen sind sagte Betsy Ich fühle mich so müde und wollte eben eine Tasse Tee trinken bevor meine Gäste kommen Sie könnten ja wandte sie sich zu Tuschkewitsch inzwischen mit Marsha hingehen und den Crockett Ground probieren da wo der Rasen geschoren ist und wir beide haben noch Zeit nach Herzenslust ein bisschen beim Tee zu plaudern We'll have a cozy chat nicht wahr wandte sie sich lächelnd zu Anna und drückte ihr die Hand in der diese den Sonnenschirm hielt umso mehr da ich nicht lange bei ihnen bleiben kann ich muss unbedingt noch zu der alten Wrede ich habe es ihr schon seit hundert Jahren versprochen erwiderte Anna der das Lügen wie wohl ihrem eigentlichen Wesen fremd im gesellschaftlichen Verkehr nicht nur geläufig und natürlich geworden war sondern sogar einen gewissen Genuss bereitete warum sie das sagte woran sie doch eine Sekunde vorher noch nicht gedacht gehabt hatte das hätte sie nicht erklären können sie hatte dabei nur den Gedanken gehabt da Wronski nicht hierher kommen werde so müsse sie sich Freiheit bewahren und den Versuch machen ihn sonst irgendwie zu treffen aber warum sie gerade das alte Hoffräulein Wrede genannt hatte bei der ein Besuch gleich dringlich oder gleich wenig dringlich war wie bei vielen anderen dafür hätte sie keine Erklärung zu geben gewusst und doch hätte sie wie sich später herausstellte und wenn sie auch nach den schlauesten Mitteln zu einer Zusammenkunft mit Wronski gesucht hätte kein besseres ersinnen können Nein unter keinen Umständen lasse ich sie fort antwortete Betsy und blickte ihr dabei forschend ins Gesicht wirklich wenn ich sie nicht so lieb hätte würde ich es ihnen übel nehmen dass sie fort wollen das sieht ja gerade aus als ob sie fürchteten durch die Gesellschaft die sie bei mir finden bloß gestellt zu werden bitte den Tee für uns in den kleinen salon sagte sie zu dem Diener und kniff dabei die Augen zusammen wie sie das im Verkehr mit der Dienerschaft stets tat sie nahm ihm den Brief ab und las ihn durch da spielt uns Alexei einen Streich sagte sie auf Französisch er schreibt er könne nicht kommen fügte sie in so natürlichem harmlosem tone hinzu als könnte es ihr überhaupt nie in den Sinn kommen zu glauben dass Anna abgesehen vom Krocketspiel an Wronski irgendwelches Interesse nehme Anna wusste dass Betsy vollständig unterrichtet war aber wenn sie hörte in welcher Weise Betsy in ihrer Gegenwart über Wronski sprach so bildete sie sich immer einen Augenblick ein dass jene nichts wisse ach machte Anna gleichgültig als ob sie das wenig interessiere und fuhr dann lächelnd fort wie kann die Gesellschaft die man bei ihnen findet jemanden bloßstellen dieses Spiel mit Worten dieses Verbergen eines Geheimnisses hatte wie für alle Frauen so auch für Anna einen großen Reiz und das reizvolle lag dabei nicht in irgendwelcher Notwendigkeit etwas zu verstecken auch nicht in irgendwelchem Zwecke der mit dem Verstecken verfolgt worden wäre sondern in der Handlung des Versteckens selbst Wozu wozu sollte ich katholischer sein als der Papst antwortete Betsy Stremov und Lisa Merkalova die sind ja die crème de la crème in der guten Gesellschaft und dann verkehren sie doch auch überall und ich sie legte auf dieses ich einen besonderen Nachdruck ich bin niemals streng und undulsam gewesen dazu habe ich einfach keine Zeit aber sie mögen vielleicht nicht gerne mit Stremov zusammentreffen lassen wir doch ruhig ihn und Alexej Alexandrovich in den Komiteesitzungen ihre Fede auskämpfen uns geht das ja nichts an aber in Gesellschaft ist er der liebenswürdigste Mensch den ich überhaupt kenne und ein leidenschaftlicher Crockett Spieler sie werden es ja selbst sehen und trotz seiner komischen Stellung als bejahrter Anbeter Lisas ist es sehenswert wie er sich aus dieser komischen Lage herauswickelt er ist ein sehr netter Mensch Sappho Stolz kennen sie nicht das ist ein neuer ganz neuer Typ während Betsy all dies herredete merkte Anna an ihrem lustigen klugen blicken dass sie ihre Gemütsverfassung zum Teil verstand und irgendetwas im Schilde führte sie befanden sich augenblicklich in Betsys kleinem Arbeitszimmer ich muss aber doch noch an Alexei schreiben sagte Betsy setzte sich an den Tisch schrieb ein paar Zeilen und steckte das Blatt in einen Umschlag ich habe ihm geschrieben er möchte zum Mittagessen kommen es fehle mir heute Mittag für eine Dame ein Tisch her wollen sie einmal zusehen ob ich wohl dringlich genug geschrieben habe um ihn zu überreden verzeihen sie dass ich sie für einen Augenblick verlasse bitte kleben sie dann den Brief zu und schicken sie ihn ab sagte sie noch von der Tür aus ich muss noch einiges anordnen ohne sich einen Augenblick zu besinnen setzte sich Anna mit Betsys Briefe an den Tisch und schrieb ohne ihn zu lesen darunter ich muss sie notwendig sprechen kommen sie in den rädischen park ich werde um sechs Uhr da sein sie klebte den Brief zu und Betsy die gerade zurückkam gab ihn in ihrer Gegenwart einem Diener zur Beförderung beim Tee der ihnen auf einem Tischchen in den kühlen kleinen Salon gebracht wurde entspann sich wirklich zwischen den beiden Damen a cozy chat wie es die Fürstin Tverskaya für die Zeit bis zur Ankunft der Gäste versprochen hatte sie hechelten die Personen die erwartet wurden durch und das Gespräch drehte sich besonders lange um Lisa Merkalova sie ist sehr liebenswürdig und ist mir immer sympathisch gewesen bemerkte Anna sie verdient auch ihre Zuneigung sie ist von ihnen geradezu entzückt gestern kam sie nach dem Rennen zu mir und war in Verzweiflung sie nicht mehr anzutreffen sie sagte sie seien eine richtige Romanheldin und wenn sie ein Mann wäre so würde sie um ihretwillen tausend Torheiten begehen stremmow erwiderte ihr die begehe sie auch so schon aber sagen sie mir nur bitte ich habe das nie verstehen können hob Anna nach einer kleinen Pause an und zwar in einem Tone der deutlich erkennen ließ dass sie nicht eine müßige Frage tat sondern dass das wonach sie fragte ihr wichtiger war als es hätte sein sollen sagen sie mir bitte von welcher Art ist eigentlich ihr Verhältnis zu dem Fürsten Karluschski oder Mischka wie er genannt wird ich bin beiden in der Gesellschaft nur wenig begegnet wie steht es damit Betsy lächelte mit den Augen und blickte Anna scharf an das ist so eine neue Mode antwortete sie alle unsere Damen haben sich für diese Mode entschieden sie lassen sich nicht mehr durch engherzige Rücksichten einschränken aber dabei kann man freilich sehr verschieden verfahren gewiss aber von welcher Art sind denn ihre Beziehungen zu Karluschski Betsy konnte sich nicht halten und brach plötzlich in ein lustiges Gelächter aus was bei ihr nur selten vorkam da pfuschen sie aber der Fürstin Mjachgaj ins Handwerk das ist eine furchtbar kindliche Frage betsy gab sich offenbar mühe sich zu beherrschen vermochte es aber nicht und geriet in ein solches unhemmbares lachen hinein wie es gerade menschen die nur selten lachen eigen ist sie müssen einmal die beiden selbst fragen sagte sie und lachte dabei so dass ihr die tränen kamen ja sie lachen sagte Anna bei der das lachen unwillkürlich ansteckend wirkte aber ich habe nie daraus klug werden können ich verstehe nicht welche Rolle der Gatte dabei spielt der Gatte Lisa Merkalovas Gatte trägt ihr den Schal und das Tuch nach und ist immer liebenswürdig und dienstfertig gegen sie aber was da noch weiter im tieferen Grunde liegt das begehrt niemand zu wissen sie wissen von manchen Einzelheiten der Kleidung spricht man in guter Gesellschaft nicht ja man denkt an der gleichen nicht einmal so ist es auch mit solchen Beziehungen werden sie auf dem Feste bei Ralandakis sein fragte Anna um das Gespräch auf einen anderen Gegenstand nicht antwortete Betsy und begann ohne ihre Freundin anzublicken vorsichtig den duftenden Tee in die kleinen durchschimmernden Tassen zu gießen nachdem sie Anna eine Tasse hingeschoben hatte holte sie eine Pachy ja hervor steckte sie in ein silbernes Mundstück und rauchte ja sehen sie wohl ich befinde mich in einer glücklichen Lage begann sie indem sie die Tasse in die Hand nahm sie lachte jetzt nicht mehr ich verstehe sie und ich verstehe Lisa Lisa das ist eine von jenen naiven Naturen die wie die Kinder nicht wissen was gut und was böse ist wenigstens hat sie es nicht gewusst als sie noch sehr jung war und jetzt weiß sie dass dieses nicht wissen ihr gut steht jetzt ist sie vielleicht absichtlich unwissend sagte Betsy mit feinem Lächeln aber trotzdem steht es ihr gut sehen sie man kann dieselbe Sache herzzerreißend anschauen und sich aus ihr eine Martha machen und man kann sie auch ganz einfach und sogar von der heiteren Seite ansehen vielleicht neigen sie dazu die dinge allzu erschütternd aufzufassen wie sehr würde ich wünschen andere menschen so genau zu kennen wie ich mich selbst kenne sagte Anna ernst und nachdenklich bin ich schlechter als andere oder besser ich glaube schlechter das richtige kind das richtige kind rief Betsy aus aber da sind sie ja Ende von Abschnitt 43 Gelesen von Eva K Abschnitt 44 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dritter Teil 18 Es wurden Schritte und eine Männerstimme hörbar darauf eine Frauenstimme und Lachen und gleich darauf traten die erwarteten Gäste ein Saffo Stolz und ein von Gesundheit strotzender junger Mann den man Vasca zu nennen pflegte man sah dass ihm die Ernährung mit halbblutigen Beefsteaks Trüffeln und Burgunder gut bekam Vasca verbeugte sich vor den Damen und blickte sie an aber nur eine Sekunde er war hinter Saffo in den Salon eingetreten und ging nun im Salon hinter ihr her als ob er an sie angebunden wäre und wandte seine glänzenden Augen auch nicht einen Augenblick von ihr ab wie wenn er sie damit verzehren wollte Saffo Stolz war eine Blondine mit schwarzen Augen sie war mit kleinen festen Schritten auf den hohen Absätzen ihrer Stiefelchen Anna war mit dieser neuen Berühmtheit noch nie zusammengetroffen und war nun überrascht sowohl durch ihre Schönheit wie auch durch das Auffällige ihrer Kleidung und die Keckheit ihres Benehmens Auf ihrem Kopfe war aus eigenem und fremdem Haar von zartgoldiger Farbe eine Frisur von so gewaltiger Höhe aufgebaut dass ihr Kopf ebenso groß war wie die schön gewölbte vorn sehr offene Büste vorn lag das Kleid so eng an dass sich bei jeder Bewegung die Formen der Knie und Oberschenkel unter dem Kleide abzeichneten und was die Rückseite anlangte fragte man sich unwillkürlich wo denn dort in diesem kunstvoll aufgebauten hin und her schaukelnden Berge ihr wirklicher kleiner anmutiger Körper endigen mochte der oben so weit entblößt und am unteren Teile der Rückseite so sorgsam versteckt war Betsy beeilte sich Safo und Anna einander vorzustellen können sie sich das vorstellen wir hätten beinahe zwei Soldaten überfahren begann Safo sogleich lächelnd und mit vergnügtem Augenzwinkern zu erzählen dabei zog sie auch ihre Schleppe nach hinten zurecht die sie zuerst zu sehr nach einer Seite ich fuhr mit Waska ach so sie sind nicht miteinander bekannt sie stellte den jungen mann mit seinem familien namen vor und lachte errötend laut über ihren verstoß dass sie ihn einer unbekannten gegenüber Waska genannt hatte Waska verbeugte sich noch einmal vor Anna ohne jedoch etwas zu ihr zu sagen er wandte sich an Safo sie haben die Wette verloren wir sind früher angekommen also bezahlen sie lächelnd Safo lachte noch lustiger aber doch nicht jetzt erwiderte sie nun dann bekomme ich meinen gewinn später schön schön ach ja mannte sie sich plötzlich an die Wirtin ich bin gut das hatte ich ja ganz vergessen ich habe ihnen einen Gast mitgebracht da ist er ja auch der unerwartete jugendliche Gast den Safo mitgebracht und vergessen hatte war jedoch ein so hoher Gast das trotz seines jugendlichen alters sich die beiden Damen zu seiner begrüßung von ihren Plätzen erhoben dies war ein neuer verehrer Safos ebenso wie Waska folgte er ihr jetzt auf Schritt und Tritt nach bald kamen auch fürst 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 und lisa mer mer kall war mit stre moff lisa mer kall war war eine hagere brünette mit trägem orientalischem gesichtsausdruck und reizenden augen unergründlichen augen wie man allgemein sagte der charakter ihrer dunklen kleidung anna bemerkte dies sofort und wusste es zu würdigen stimmte in denkbar vollkommenster weise zu der eigenart ihrer schönheit wie bei sappho alles fest und straff war so bei lisa weich und lose aber nach annas geschmack war lisa weit anziehender betsy hatte zu anna von ihr gesagt sie habe den ton eines naiven kindes angenommen aber als anna sie jetzt kennen lernte fühlte sie dass das nicht richtig war sie war in wirklichkeit ein naives Wesen verderbt aber liebenswürdig so dass man ihr nicht zürnen konnte allerdings ihr ton war derselbe wie der ton sapphos und ebenso wie dieser folgten ihr wie angeseilt zwei anbeter und verschlangen sie mit den augen bei ihr war der eine jung der andere alt aber in ihr lag etwas was sie über ihre umgebung hinaushob das war der glanz des echten diamanten unter nachbildungen von glas dieser glanz leuchtete aus ihren reizenden in der tat unergründlichen augen hervor der müde und zugleich leidenschaftliche blick dieser von dunklen ringen umgebenen augen überraschte durch seine vollkommene aufrichtigkeit jeder der in diese augen hineinblickte war überzeugt dass er diese frau vollständig kennengelernt habe und musste sie dann notwendig lieb gewinnen bei annas anblick leuchtete ihr ganzes gesicht auf einmal von einem freudigen lächeln auf ach wie freue ich mich sie zu sehen sagte sie und trat auf sie zu ich wollte gestern beim rennen gerade zu ihnen kommen da waren sie weggefahren gerade gestern hatte ich den lebhaften wunsch mit ihnen zu sprechen nicht wahr es war entsetzlich sagte sie und in dem Blicke mit dem sie ja ich hätte nie geglaubt daß das so aufregend ist erwiderte anna errötend unterdessen hatte sich die gesellschaft erhoben um in den garten zu gehen ich gehe nicht mit sagte lisa lächelnd und setzte sich neben anna sie wollen auch nicht hingehen wie kann einem das krokett spiel nur vergnügen machen oh ich spiele ganz gern erwiderte anna wissen sie wie fangen sie es nur an dass sie sich nicht langweilen man braucht sie nur anzusehen dann wird man fröhlich so wie sie leben das ist das wahre leben ich aber langweile mich wie meinen sie denn das sie sind ja doch eins der vergnügtesten mitglieder der petersburger gesellschaft versetzte anna mag sein dass die die nicht zu unserer gesellschaft gehören sich noch mehr langweilen aber bei uns jedenfalls nur von furchtbarer ganz furchtbarer langweile safo hatte sich eine zigarette angezündet und ging nun mit den beiden jungen männern in den garten betsy und stremov blieben am teetisch sitzen aber wie können sie so etwas behaupten sagte betsy zu lisa safo sagt dass sie sich gestern bei ihnen vorzüglich unterhalten haben ach es war so furchtbar öde versetzte lisa mir karlow wir fuhren nach dem rennen alle zu mir nach hause und immer dieselben menschen immer dieselben menschen und immer ein und dasselbe den ganzen abend über haben wir uns auf den sofas herum geregelt was ist denn daran vergnügliches nein wie fangen sie es nur an dass sie sich nicht langweilen wandte sie sich wieder zu Anna man braucht sie nur anzublicken so sieht man das ist eine Frau die glücklich oder auch unglücklich sein kann aber sich nie langweilt lehren sie mich wie sie das zustande bringen ich tue gar nichts dazu antwortete Anna die bei diesen zudringlichen fragen errötete gerade das ist das beste verfahren mischte sich hier stremov in das gespräch stremov war ein mann von etwa 50 jahren schon halb ergraut aber noch frisch sehr unschön aber mit einem gesichte das auf einen festen charakter und klugheit schließen ließ lisa merkarlova war eine nichte seiner frau und er verbrachte alle seine freien stunden in ihrer gesellschaft da er jetzt mit anna karenina zusammen getroffen war so war er ob gleich in der amtlichen tätigkeit ein gegner alexei alexandrowitsch als kluger weltmann bemüht gegen sie die gattin seines gegners besonders liebenswürdig zu sein gar nichts dazu tun bemerkte er annas worte aufnehmend mit feinem lächeln das ist das beste mittel ich habe ihnen schon früher wiederholt gesagt wandte er sich an lisa merkarlova um sich nicht zu langweilen muss man nicht daran denken dass man sich langweilen könnte ganz ebenso wie man wenn besorgnis wegen schlaflosigkeit besteht sich nicht davor fürchten darf dass man vielleicht nicht einschlafen werde ganz dasselbe hat ich würde sehr froh sein wenn ich es gesagt hätte denn es ist nicht nur klug gesagt sondern auch wahr erwiderte Anna lächelnd aber sagen sie mir doch woher kommt es dass man nicht einschlafen kann und dass man sich vor der Langeweile nicht retten kann um einzuschlafen muss man vorher arbeiten und um vergnügt zu sein muss man gleichfalls vorher arbeiten wozu soll ich denn arbeiten nötig oder nützlich ist und mich absichtlich nur so zu stellen das verstehe ich nicht und das will ich auch nicht sie sind unverbesserlich versetzte Stremov ohne sie anzusehen und wandte sich wieder zu Anna da er nur selten mit Anna zusammentraf so konnte er zu ihr nur oberflächliches reden aber diese Oberflächlichkeiten zum Beispiel wann sie wieder nach Petersburg übersiedeln werde wie sehr die Gräfin Lydia Ivanovna sie in ihr Herz geschlossen habe brachte er mit einem Ausdruck vor der deutlich erkennen ließ dass er von ganzem Herzen wünschte ihr angenehm zu sein und ihr seine Achtung und sogar noch mehr zu bezeigen Tuschkewitsch kam herein und meldete die ganze Gesellschaft warte auf die Krocketspieler Nein bitte brechen sie nicht auf bat Lisa Merkalova als sie hörte dass Anna wegfahren wollte Strimov vereinigte seine Bitten mit den ihrigen Es würde ein gar zu starker Gegensatz sein bemerkte er wenn sie nach dieser Gesellschaft das alte Fräulein Wrede besuchen wollten und dann die alte Dame würde sich über ihren Besuch nur deshalb freuen weil sie an ihnen eine erwünschte Zuhörerin haben Würde um ihrer Lästersucht freien Lauf zu lassen hier aber erwecken sie ganz andere Empfindungen die allerbesten Empfindungen das gerade Gegenteil von Lästersucht sagte er zu ihr Anna war einen Augenblick unschlüssig und überlegte die schmeichelhaften Reden dieses klugen Mannes die kindliche Zuneigung die Lisa Merkalova ihr entgegen brachte und dieses Ganze ihr so vertraute vornehme Getriebe alles dies war eine Luft in der sich leicht atmen ließ dort aber stand ihr so schweres bevor dass sie einen Augenblick unschlüssig war ob sie nicht bleiben und den schrecklichen Augenblick der Aussprache noch verschieben sollte aber 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 sie daran dachte was ihrer Zuhause wartete wenn sie ohne einen Entschluss gefasst zu haben dort wieder allein wäre als sie an die ihr noch in der Erinnerung furchtbare Gebärde dachte wie sie sich mit beiden Händen in die Haare gefasst hatte da verabschiedete sie sich und fuhr weg 19 Obgleich Wronski dem Anschein nach das leichtsinnige Dasein eines Lebemannes führte war er doch ein entschiedener Feind der Unordnung als er noch ganz jung noch im Pagenkorps war hatte er das peinliche Erlebnis gehabt dass er in Geld Klemme geriet borgen wollte und eine abschlägige Antwort erhielt und seit jener Zeit hatte er sich sorgsam davor gehütet wieder in eine ähnliche Lage zu kommen Um seine Angelegenheiten immer in Ordnung zu halten setzte er sich etwa fünfmal im Jahre je nach den Umständen häufiger oder seltener ganz allein hin und brachte alle seine Angelegenheiten ins Klare Er nannte das große Wäsche veranstalten oder Faire la Laisseive Am Tage nach dem Rennen wachte Wronski erst spät auf ohne sich rasiert und ein Bad genommen zu haben zog er seine Litievka an ordnete auf dem Tische seinen Barbestand die Rechnungen und allerlei Briefe und machte sich an die Arbeit Petrie Petrie wußte dass er bei dieser Beschäftigung gewöhnlich sehr reizbar war als er daher beim Aufwachen den Kameraden am Schreibtisch erblickte kleidete er sich still an und ging ohne ihn zu stören hinaus jeder der die ganze Schwierigkeit der ihn umgebenden Verhältnisse bis in die kleinsten Einzelheiten kennt ist unwillkürlich der Ansicht dass die Schwierigkeit dieser Verhältnisse und die Möglichkeit ihrer Entwirrung eine zufälligerweise nur ihn persönlich betreffende Besonderheit sei und kann sich gar nicht denken dass andere Leute in ebenso verwickelten persönlichen Verhältnissen stecken wie er selbst diese Anschauung hatte auch Wronski und nicht ohne geheimen Stolz und nicht ohne Grund sagte er sich dass jeder andere wohl schon längst in Verwirrung geraten wäre und sich zu irgendwelchem unschönen Verfahren genötigt gesehen er sich in so schwierigen Verhältnissen befunden hätte aber Wronski fühlte dass es gerade jetzt für ihn ein Ding der Notwendigkeit sei eine Abrechnung vorzunehmen und seine Lage klar zu stellen um nicht in Verlegenheit zu geraten zuerst nahm Wronski die Geldangelegenheiten als das leichteste vor auf einem Bogen Briefpapier verzeichnete er mit seiner kleinen Schrift alles was er schuldig war zählte es dass er 17.000 und einige hundert Rubel schuldete die hunderte strich er weg um klarere Rechnung zu haben nachdem er sein Bargeld und sein Guthaben in seinem Bankbuche zusammengerechnet hatte erhielt er das Ergebnis dass er noch 1800 Rubel besaß eine Einnahme stand vor Neujahr nicht in Aussicht noch einmal zählte er das Verzeichnis seiner Schulden durch und schrieb es dann ab indem er es in drei Abteilungen zerlegte in die erste Abteilung kamen die Schulden die sofort bezahlt werden mussten oder zu deren Bezahlung er in jedem Falle Geld ohne weiteres zu hand haben musste damit im Falle einer Zahlungsforderung keine auch nur einen Augenblick dauernde Verzögerung einträte Die Schulden dieser Art beliefen sich ungefähr auf 4000 Rubel 1500 Rubel für das Pferd und 2500 Rubel Bürgschaft für den jungen Kameraden Wenjewski der in Wronskis Gegenwart dieses Geld an einen Fallspieler verloren hatte Wronski hatte damals diese Summe sofort bezahlen wollen da er sie gerade bei sich hatte aber Wenjewski und Jaschwin hatten darauf bestanden sie wollten es baldigst selbst bezahlen und Wronski der gar nicht am Spiele teilgenommen hatte solle das nicht tun das war ja sehr schön und edel aber Wronski wusste dass er in insofern beteiligt war als er sich mündlich für Wenjewski verbirgt hatte unbedingt diese 2500 Rubel haben musste um sie dem Gauner hinzuwerfen und weitere Auseinandersetzungen mit ihm überhoben zu sein somit musste er für diese erste wichtigste Abteilung 4000 Rubel haben die zweite Abteilung im Betrage von 8000 Rubeln umfasste Schulden die minder wichtig erschienen das waren hauptsächlich Schulden an den Rennstall an den Lieferanten von Hafer und Heu an den Engländer an den Sattler und so weiter für diese Schulden musste er gleichfalls ungefähr 2000 Rubel zur Verfügung haben um ganz ruhig sein zu können die letzte Abteilung Schulden bei Kaufleuten in Gaststätten und beim Schneider verdiente nicht dass er sich um sie Gedanken machte somit brauchte er mindestens 6000 Rubel für die laufenden Ausgaben aber er hatte nur 1800 Einem Manne mit 100.000 Rubeln jährlich denn so hoch wurde Wronskis Einkommen allgemein geschätzt konnten solche Schulden anscheinend keine Schwierigkeiten bereiten aber die Sache war die dass er diese 100.000 Rubel jährlich bei weitem nicht hatte das gewaltige väterliche Vermögen das allein gegen 200.000 Rubel Jahreseinnahme brachte war zwischen den beiden Brüdern nicht geteilt worden als nun der ältere Bruder der eine tüchtige Menge Schulden hatte die Prinzessin Varya Tschirkova die ganz vermögenslose Tochter eines Dekabristen geheiratet hatte da hatte Alexei ihm die gesamte Einnahme von dem väterlichen Gute überlassen und sich nur 25.000 Rubel jährlich ausbedungen Alexei hatte damals zu seinem Bruder gesagt diese Summe würde für ihn ausreichend sein solange er sich nicht verheiratete was aller Wahrscheinlichkeit nach nie geschehen werde und sein Bruder der eines der teuersten Regimenter befehligte und sich soeben verheiratet hatte war gezwungen gewesen dieses Geschenk anzunehmen die Mutter die eigenes Vermögen besaß gab ihrem jüngeren Sohne zu den ausbedungenen 25.000 Rubeln noch 20.000 jährlich dazu und Alexei hatte bisher das alles verbraucht in der letzten Zeit aber hatte seine Mutter die ihm wegen seiner Beziehungen zu Frau Karenina und wegen seiner Abreise aus Moskau grollte ihm kein Geld mehr geschickt da sich Fronski bereits an eine Lebenshaltung gewöhnt gehabt hatte bei der er 45.000 Rubel jährlich ausgab und in diesem Jahre nur 25.000 Rubel erhielt so befand er sich jetzt infolgedessen in einer schwierigen Lage seine Mutter um Geld zu bitten um aus dieser Lage heraus zu kommen war unmöglich ihr letzter Brief der ihm tags zuvor zugegangen war hatte ihn gerade dadurch gereizt dass die Mutter darin andeutete sie sei gern bereit ihn durch eine Beihilfe auf dem Wege zu erfolgen in der Gesellschaft und ihm dadurch ein Leben zu ermöglichen über das die ganze gute Gesellschaft entrüstet sei dieser Versuch ihn zu erkaufen beleidigte ihn in tiefster Seele und erkältete sein Empfinden gegen die Mutter noch mehr das großmütige Zugeständnis aber das er seinem Bruder gemacht hatte konnte er nicht gut wieder rückgängig machen obgleich er jetzt mancherlei Zwischenfälle die sein Verhältnis zu Frau Karinina zur Folge haben Zückel vorausahnte und sich sagte dass jenes großmütige Zugeständnis eine Handlung des Leichtsins gewesen sei und dass er auch als unverheirateter sämtliche hunderttausend Rubeljahreseinnahme möglicherweise nötig haben werde aber das Getane wieder rückgängig zu machen war unmöglich er brauchte nur an die Frau seines Bruders zu denken brauchte nur daran zu denken wie diese liebe prächtige varia bei jeder geeigneten Gelegenheit ihm gegenüber hervorhob dass sie seiner großmütigen Handlungsweise eingedenk sei und sie zu schätzen wisse um sich über die Unmöglichkeit klar zu werden das einmal hingegebene wieder zurückzufordern das war das war ebenso unmöglich wie eine Frau zu schlagen oder zu stehlen oder zu lügen es gab nur ein mögliches und darum auch notwendiges mittel zu dem sich wronski denn auch ohne einen Augenblick zu schwanken entschloss von einem Geldverleiher Geld 10.000 Rubel zu borgen was keine Schwierigkeiten haben konnte seine Ausgaben in jeder Hinsicht einzuschränken und seine Rennpferde zu verkaufen Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte schrieb er sofort ein paar Zeilen an Ralandaki der sich schon mehrmals an ihn mit dem Vorschlag gewendet hatte er wolle ihm seine Pferde abkaufen Darauf ließ er den Engländer und einen Geldverleiher zu sich bestellen und teilte das Geld das er besaß nach Maßgabe einiger Rechnungen in einzelne Summen Nachdem er das erledigt hatte Darauf holte er aus seiner Brieftasche drei Briefe heraus die ihm Anna geschrieben hatte las sie noch einmal durch verbrannte sie und versank bei der Erinnerung an sein gestriges Gespräch mit ihr in ernstes Nachdenken Ende von Abschnitt 44 Gelesen von Eva K. Abschnitt 45 von Anna Karenina von Liev Nikolaevich Talstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dritter Teil 20 Wronski fühlte sich in seinem Leben besonders in Folge davon glücklich, dass er eine Art Kodex von Grundsätzen besaß, durch den in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise bestimmt wurde, was er tun und nicht tun musste. Der Kodex dieser Grundsätze umfasste nur einen sehr kleinen Kreis von Lebensbeziehungen, aber dafür waren auch diese Grundsätze keinem Zweifel unterworfen und Wronski, der nie aus diesem Kreise hinauskam, hatte bei der Ausführung dessen, was ihm zu tun oblag, nie auch nur einen Augenblick geschwankt. Diese Grundsätze bestimmten gebieterisch, dass man seine Schuld an einen Falschspieler bezahlen müsse, es aber bei einem Schneider nicht zu tun brauche, dass man Männer nicht belügen dürfe, wohl aber Frauen, dass es unzulässig sei, jemanden zu betrügen, zulässig sei der Betrug aber einem Ehemanne gegenüber, dass man Beleidigungen nicht verzeihen dürfe, aber das Recht habe, andere Leute zu beleidigen und so weiter. Alle diese Grundsätze waren vielleicht unvernünftig und unmoralisch, aber sie standen über allem Zweifel und bei ihrer Befolgung fühlte Wronski, dass sein Gewissen ruhig war und er mit aufgerichtetem Kopf einhergehen konnte. Nur in der allerletzten Zeit war in Wronski über seine Beziehungen zu Anna eine Ahnung davon erwacht, dass sein Kodex von Grundsätzen vielleicht nicht alle Lebensbeziehungen vollständig regele und die Zukunft ließ ihn in der Ferne Schwierigkeiten und Zweifel sehen, für die er in seinem Kodex keine Richtschnur des Handelns fand. Sein jetziges Verhältnis zu Anna und zu ihrem Manne erschien ihm einfach und klar. Dieses Verhältnis war deutlich und genau in dem Kodex von Grundsätzen geregelt, von dem er sich leiden ließ. Sie war eine anständige Frau, die ihm ihre Liebe geschenkt hatte, und er liebte sie, und daher war sie für ihn ein Weib, das gleicher oder sogar noch höherer Achtung würdig war als eine rechtmäßige Ehefrau. Er hätte sich eher die Hand abhauen lassen, als dass er sich erlaubt hätte, sie durch ein Wort, durch eine Anspielung zu verletzen oder ihr auch nur das geringste von der Achtung vor zu enthalten, die eine Frau überhaupt nur beanspruchen kann. Seine Beziehungen zur Gesellschaft waren gleichfalls klar. Alle mochten sein Verhältnis zu Anna kennen oder vermuten, aber niemand durfte davon zu sprechen. Andernfalls war er bereit, den Betreffenden zum Schweigen zu bringen und die nicht bestehende Ehre der Frau, die er liebte, zu verteidigen. Am allerklarsten war sein Verhältnis zu dem Gatten. Von dem Augenblick an, da Anna Wronski lieb gewonnen hatte, war er der Überzeugung gewesen, dass er und nur er ein unantastbares Recht auf sie besitze. Der Gatte flüssige und störende Persönlichkeit. Zweifellos befand sich dieser in einer kläglichen Lage, aber da war weiter nichts zu machen. Das Einzige, wozu dieser Gatte ein Recht hatte, war, mit der Waffe in der Hand Genugtuung zu fordern und diese zu geben. Dazu war Wronski vom ersten Augenblicke an bereit gewesen. Aber in der letzten Zeit waren neue innerliche Beziehungen zwischen ihm und ihr zu Tage getreten, die ihn durch ihre Unklarheit erschreckten. Gestern erst hatte sie ihm mitgeteilt, dass sie schwanger sei, und er hatte gefühlt, dass diese Nachricht und das, was Anna von ihm erwartete, eine Handlungsweise verlangten, die nicht vollständig in jenem Kodex von Grundsätzen vorgeschrieben war, von dem er sich im Leben leiten ließ. in der Tat er war ganz fassungslos gewesen und im ersten Augenblicke, nachdem sie ihm von ihrem Zustand Mitteilung gemacht, hatte ihm sein Herz eingegeben, von ihr zu verlangen, dass sie ihren Mann verlassen solle. Das hatte er denn auch zu ihr gesagt, aber jetzt, da er darüber nachdachte, erkannte er klar, dass es zweckmäßiger sei, eine solche Trennung von dem Gatten zu vermeiden, aber während er sich dies sagte, fürchtete er zugleich, dass das eine unmoralische Handlung sei. Wenn ich gesagt habe, sie solle ihren Mann verlassen, so bedeutet das, dass sie mit mir leben soll. Bin ich dazu im Stande und bereit? Wie soll ich sie jetzt von hier weg führen, da ich kein Geld habe? Allerdings das würde ich ja einrichten können, aber wie kann ich sie von hier weg führen, da ich im Dienst bin? Indes da ich es gesagt habe, so muss ich auch bereit sein, es zu tun, das heißt ich muss Geld beschaffen und den Abschied nehmen. Und er versank in Nachdenken. Die Frage, ob er den Abschied nehmen solle oder nicht, führte ihn auf eine andere, geheime, ihm allein bekannte Aufgabe seines ganzen Lebens, die aber, wiewohl er es vor anderen verbarg, ihm doch fast das wichtigste von allem war. Der Ehrgeiz war eine alte Zukunftsfantasie seiner Kindheit und seines Jünglingsalters gewesen, eine Zukunftsfantasie, die er nicht einmal sich selbst eingestand, die aber so stark war, dass sogar jetzt diese Leidenschaft mit seiner Liebe rang. Seine ersten Schritte im gesellschaftlichen Leben und im Dienste waren erfolgreich gewesen, aber vor zwei Jahren hatte er einen groben Fehler begangen. In dem Wunsche seine Unabhängigkeit zu zeigen und infolgedessen mit besonderer Schnelligkeit vorwärts zu rücken, hatte er eine ihm angebotene Stellung abgelehnt, da er gehofft hatte, diese Ablehnung werde seinen Wert noch größer erscheinen lassen. Indessen hatte sich herausgestellt, dass er da denn doch zu kühn gewesen war. Man hatte ihn nun da gelassen, wo er war, und da er nun einmal halb mit Willen halb Widerwillen die Rolle des unabhängigen Mannes für sich geschaffen hatte, so führte er sie auch weiter durch, indem er sich in sehr feiner, kluger Weise so benahm, als ob er auf niemand böse sei, sich von niemand für beleidigt halte und weiter nichts wünsche, als in Ruhe gelassen zu werden, da er sich ganz behaglich fühle. In Wirklichkeit aber hatte er schon im vorigen Jahre, als er nach Moskau reiste, aufgehört, sich behaglich zu fühlen. Er fühlte, dass man diese unabhängige Stellung eines Mannes, der sich benehme, als könne er alles vollbringen und erreichen und wolle es nur nicht, schon mit eigentümlichen Blicken zu betrachten anfing, dass viele zu denken begannen, sein Können reiche wohl nicht weiter als dazu, ein ehrlicher, braver Kerl zu sein. Sein Verhältnis zu Frau Karenina, das so viel Lärm machte und die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn lenkte, hatte durch den neuen Glanz, den es ihm verlieh, den an ihm nagenden Wurm des Ehrgeizes für einige Zeit beruhigt, aber vor einer Woche war dieser Wurm mit neuer Kraft erwacht. Sein Spielkamerad aus der Kinderzeit, Serpuchavskoi, der demselben Gesellschaftskreise angehörte wie er, sein Mitschüler im Pagenkorps gewesen war, mit ihm zu gleicher Zeit abgegangen war und mit dem er in der Klasse und im Turnen und bei mutwilligen Streichen und in ehrgeizigen Träumereien gewetteifert hatte, der war dieser Tage aus Mittelasien zurückgekehrt, nachdem er dort um zwei Stellen aufgerückt war und eine Ordensauszeichnung erhalten hatte, wie sie so jungen Generalen selten verliehen wird. Sobald er nach Petersburg gekommen war, begann man von ihm wie von einem neu aufsteigenden Sterne erster Größe zu sprechen. Ein Altersgenosse und Schulkamerad Wronskis war er doch schon General und sah der Ernennung auf einen Posten entgegen, wo er Einfluss auf den Gang der Staatsangelegenheiten haben konnte. Wronski dagegen war zwar ein unabhängiger Vielbewunderter, von einem reizenden Weibe geliebter Mann, aber doch immer nur ein Rittmeister, dem man es überließ, unabhängig zu sein, so viel ihm nur irgend beliebte. Selbstverständlich beneide ich Serbuchavskoi nicht und habe keinen Anlass, ihn zu beneiden, aber seine Beförderung ist mir ein Beweis, dass man nur den richtigen Zeitpunkt abzuwarten braucht, dann kann ein Mann wie ich schnell vorwärts kommen. Vor drei Jahren war er noch in derselben Stellung wie ich. Nehme ich den Abschied, so verbrenne ich meine Schiffe hinter mir. Bleibe ich im Dienst, so verliere ich nichts. Sie hat selbst gesagt, dass sie ihre Lage nicht zu verändern wünscht. Und im Besitze ihrer Liebe kann ich Serbuchavskoi nicht beneiden. Und mit langsamen Bewegungen seinen Schnurrbart drehend, stand er vom Tische auf und ging im Zimmer auf und ab. Seine Augen glänzten besonders hell, und er fühlte sich in jener festen, ruhigen, frohen Gemütsstimmung, die sich bei ihm immer einstellte, wenn er über seine Lage zur Klarheit gelangt war. Alles war, ganz wie bei früheren Rechnungsabschlüssen, reinlich und klar. Er rasierte sich, nahm ein kaltes Wannenbad, zog sich an und verließ das Haus. 21 Ich wollte dich eben holen, deine große Wäsche hat ja heute lange gedauert, sagte Petrizki. Na, alles erledigt? Jawohl, erwiderte Wronski. Er lächelte nur mit den Augen und drehte die Enden seines Schnurrbartes mit solcher Vorsicht, als ob die schöne Ordnung, die er in seinen Angelegenheiten hergestellt habe, durch jede allzu heftige schnelle Bewegung wieder zerstört werden könne. Nach dieser Arbeit bist du immer in einer Verfassung wie wenn du aus dem Dampfbade kämst, sagte Petrizki. Ich komme von Griezka. Dies war der Spitzname des Regimentskommandeurs. Du wirst da erwartet. Wronski sah seinen Kameraden an, ohne zu antworten. Er hatte ganz andere Gedanken. Ist denn da Musik bei ihm? fragte er, indem er nach den wohlbekannten Tönen der Bass-Trompeten horchte, die zu ihnen herüberklangen. Es wurde gerade ein Walzer gespielt. Was ist denn da für ein Fest? Serpuchavskoy ist hergekommen. Ah, machte Wronski, das hatte ich gar nicht gewusst. Seine lächelnden Augen leuchteten noch heller auf. Nachdem er einmal innerlich als Tatsache festgestellt hatte, dass seine Liebe ihn vollständig glücklich mache und er ihr seinen Ehrgeiz zum Opfer gebracht habe, wenigstens hatte er diese Rolle für sich geschaffen, so konnte er keinen Neid gegen Serpuchavskoy empfinden und sich auch nicht darüber ärgern, dass dieser bei dem Besuche, den er dem Regimente machte, nicht zuallererst zu ihm gekommen war. Serpuchavskoy war sein guter Freund und er freute sich aufrichtig darauf, ihn wiederzusehen. Oh, das freut mich aber wirklich. Der Regimentskommandeur Djemin bewohnte ein großes herrschaftliches Haus. Die ganze Gesellschaft befand sich auf der geräumigen Terrasse. Auf dem Hofe waren das Erste, was Wronski auffiel, die Regimentssänger, die in Kitteln bei einem Schnapsfässchen standen und die gesunde, fröhliche Gestalt des Regimentskommandeurs, der von Offizieren umgeben war. Er war gerade auf die erste Stufe der Terrasse vorgetreten, gab mit einer so lauten Stimme, dass er die von der Musik gespielte offenbachsche Quattrie übertönte, einen Befehl und winkte einigen etwas zur Seite stehenden Soldaten mit der Hand. Dieser kleine Trupp Soldaten, darunter ein Wachtmeister und einige Unteroffiziere, ging zusammen mit Wronski zu der Terrasse hin. Der Regimentskommandeur ging zum Tische zurück, trat dann mit einem Sektglase in der Hand wieder an die Freitreppe hinaus und brachte einen Trinkspruch aus. Auf die Gesundheit unseres früheren Kameraden, des tapferen Generals Fürsten Serpuchavskoi, Hurra! Nach dem Regimentskommandeur trat mit dem Glase in der Hand auch Serpuchavskoi lächelnd vor. Du wirst ja immer jünger, Bandarenka, wendete er sich an den gerade vor ihm stehenden strammen rotbackigen Wachtmeister, der über seine Zeit hinaus beim Regimente weiter diente. Bronski hatte seinen Freund drei Jahre lang nicht gesehen. Dieser war in seiner äußeren Erscheinung männlicher geworden, schon durch den Backenbart, den er sich hatte stehen lassen, aber er war noch ebenso schlank und überraschte noch ganz wie früher, nicht sowohl durch Schönheit wie durch die Zartheit und Vornehmheit seiner Gesichtszüge und seines Körperbaues. Die einzige Veränderung, die Bronski an ihm bemerkte, war jenes stille, beständige Leuchten, das auf den Gesichtern solcher Leute heimisch zu sein pflegt, die im Leben Erfolg haben und überzeugt sind, dass alle diesen Erfolg als wohlverdient anerkennen. Bronski kannte dieses Leuchten und es fiel ihm sofort bei Serpuchavskoi auf. Als Serpuchavskoi die Treppe herunterstieg, erblickte er Bronski und ein frohes Lächeln erhellte sein Gesicht. Er nickte ihm durch eine Bewegung des Kopfes nach oben zu und erhob das Glas, in dem er Bronski begrüßte und zugleich durch diese Geste andeutete, dass er unbedingt zuerst zu dem Wachtmeister hingehen müsse, der in strammer dienstlicher Haltung dastand und schon seine Lippen für den erwarteten Kuss in Bereitschaft setzte. Na, da ist er ja, rief der Regimentskommandeur. Und Jaschwin hatte mir schon gesagt, du wärst wieder mal in deiner winsteren Stimmung. Serpuchavskoi küßte den forschen Wachtmeister auf die feuchten frischen Lippen, wischte sich den Mund mit dem Taschentucher ab und trat zu Wronski. Na, das ist mir mal eine Freude, sagte er, drückte ihm die Hand und führte ihn ein wenig zur Seite. Sorgt für sein leibliches Wohl, rief der Regimentskommandeur dem Rittmeister Jaschwin zu, indem er auf Wronski deutete und ging zu den Soldaten hinunter. Warum warst du gestern nicht beim Rennen, fragte Wronski, während er Serpuchavskoi mit lebhaftem Interesse betrachtete. Ich hatte gehofft, dich da zu sehen. Ich bin da gewesen, kam aber erst ziemlich spät, entschuldige, fügte er hinzu und wandte sich zu seinem Adjutanten. Bitte lassen Sie dies in meinem Namen unter die Leute verteilen, so viel wie auf den Mann kommt. Er holte eilig aus seiner Brieftasche 300 Rubelscheine heraus und wurde ganz rot dabei. Wronski, möchtest du etwas essen oder trinken? fragte Jaschwin. Heda, bring mal für den Grafen etwas zu essen her und hier, nimm, trink. Das Trinkgelage bei dem Regimentskommandeur zog sich recht lange hin. Es wurde sehr viel getrunken. Die Offiziere schaukelten als besondere Ehrenbezeigung Serbuchavskoi auf den Armen, warfen ihn in die Höhe und fingen ihn wieder auf. Dann wurde dem Regimentskommandeur dieselbe Ehre erwiesen. Dann tanzte der Regimentskommandeur selbst mit Petrizki nach einer von den dabeistehenden Regimentssängern gesungenen Weise. Dann setzte sich der Regimentskommandeur, der schon etwas matt geworden war, auf dem Hofe auf eine Bank und begann dem Rittmeister Jaschvin Russlands Überlegenheit über Preußen namentlich in der Kavallerieattacke auseinanderzusetzen und die Trinker verhielten sich eine kurze Zeit ruhig. Serbuchavskoi ging ins Haus, ins Ankleidezimmer, um sich die Hände zu waschen und fand dort Wronski, der sich mit Wasser bespülte. Er hatte die Litevka ausgezogen, hielt seinen haarigen roten Hals unter den Wasserstrahl der Wascheinrichtung und rieb Hals und Kopf kräftig mit den Händen. Als er mit dieser Waschung fertig war, setzte er sich zu Serbuchavskoi gleich dort im Ankleidezimmer auf ein kleines Sofa und es entspann sich nun zwischen ihnen ein Gespräch, das sie beide sehr interessierte. Ich habe stets genaue Nachrichten über dich durch meine Frau erhalten, sagte Serbuchavskoi. Ich freue mich sehr, dass du sie öfters besucht hast. Sie ist mit Varja befreundet und das sind die beiden einzigen Damen in Petersburg, mit denen es mir Vergnügen macht, zu verkehren, antwortete Wronski lächelnd. Er lächelte, weil er vorausgesehen hatte, welchem Thema sich das Gespräch zuwenden würde und freute sich, dies richtig beurteilt zu haben. Die einzigen, fragte Serbuchavskoi lächelnd. Auch ich habe viel von dir gehört, aber nicht durch deine Frau, versetzte Wronski und wies durch die ernste Miene, die er auf einmal machte, diese Anspielung zurück. Ich habe mich sehr über deinen Erfolg gefreut, aber ich habe mich darüber in keiner Weise gewundert, ich hatte sogar noch mehr erwartet. Serbuchavskoi lächelte. Es machte ihm offenbar Vergnügen, ein solches Urteil über sich zu hören und er hielt nicht für nötig, das zu verbergen. Ich habe im Gegenteil offen gestanden weniger erwartet, aber ich freue mich, sehr freue ich mich. Ich bin ehrgeizig, das ist eine Schwäche von mir, deren ich mich schuldig bekenne. Vielleicht würdest du sie nicht bekennen, wenn du keinen Erfolg gehabt hättest, erwiderte Wronski. Das mag wohl sein, antwortete Serbuchavskoi wieder lächelnd. Ich will nicht sagen, dass es sich ohne Ehrgeiz überhaupt nicht verlohnte zu leben, aber es wäre dann doch eine langweilige Sache. Natürlich kann ich mich darin vielleicht irren, aber ich möchte doch meinen, dass ich eine gewisse Befähigung für den Wirkungskreis besitze, den ich mir ausgewählt habe, und dass die Macht zu wirken, wie viel auch immer mir davon zufallen mag, wenn mir überhaupt etwas davon zufällt, besser in meinen Händen ruhen wird, als in den Händen vieler anderer Leute, die ich kenne, sagte Serbuchavskoi strahlend und im Bewusstsein seines Erfolges. Und darum bin ich umso zufriedener, je näher ich einem Platze komme, der mir eine größere Wirksamkeit gestattet. Das ist vielleicht für dich zutreffend, aber nicht für alle. Ich habe früher ebenso gedacht, aber nun lebe ich so ganz einfach dahin und finde, dass es nicht lohnt, lediglich für den Ehrgeiz zu leben, entgegnete Wronski. Da haben wir's, da haben wir's, antwortete Serbuchavskoi lachend, ich habe bereits gehört, was du getan hast, dass du eine Stelle abgelehnt hast. Selbstverständlich hattest du dabei meinen Beifall, aber es hat doch alles so seine besondere Art, in der es getan sein will, und da glaube ich, dass der Schritt, den du getan hast, an sich gut war, dass du ihn aber nicht in zweckmäßiger Weise getan hast. Was getan ist, ist getan, und du weißt, ich verleugne nie etwas, was ich einmal getan habe, und dann befinde ich mich ja auch durchaus wohl dabei. Durchaus wohl, eine Zeit lang, aber lebenslänglich, wird dir das keine Befriedigung gewähren. Deinem Bruder würde ich das nicht sagen, der ist ein artiges Kind, so wie unser Wirt hier. Da muss er sein, fügte er hinzu, auf das Hurra rufen horchend. Er fühlt sich dabei wohl, aber dich kann das nicht befriedigen. Das sage ich ja auch nicht, dass mich das befriedigt. Ja, und das ist noch nicht alles. Solche Leute wie dich haben wir nötig. Wer hat sie nötig? Wer sie nötig hat? Der Staat, Russland. Russland hat solche Leute nötig, eine Partei von solchen Leuten, sonst geht bei uns alles in die Brüche. Was meinst du damit? Die Bertenjewsche Partei zur Bekämpfung der russischen Kommunisten? Nein, antwortete Serpukhavskoy und runzelte die Stirn vor Ärger darüber, dass ihm jemand eine solche Dummheit zutraute. Tu sei dün blag. Das war immer so und wird immer so bleiben. Kommunisten gibt es gar nicht, aber ränkesüchtige Leute müssen sich immer eine schädliche gefährliche Partei erfinden, um sie zu bekämpfen. Das ist ein alter Kunstgriff. Nein, wir brauchen eine obrigkeitliche Partei von unabhängigen Männern wie dich und mich. Aber warum sind denn, hier nannte Wronski einige Männer in hohen obrigkeitlichen Stellungen, warum sind die denn keine unabhängigen Leute? Nur deswegen, weil sie die Unabhängigkeit, die man eigenem Vermögen verdankt, entweder nicht besitzen oder wenigstens nicht von ihrer Geburt an besessen haben, namentlich nicht besessen haben, nicht wie wir in der Nähe der Sonne geboren sind. Sie lassen sich entweder durch Geld oder durch Schmeichelei erkaufen. Und um sich behaupten zu können, müssen sie sich irgendeine Tendenz ersinnen. und so suchen sie denn irgendeine Ansicht, eine Tendenz durchzuführen, an deren Richtigkeit sie selbst nicht glauben und die nur Unheil stiftet. Und diese ganze Tendenz ist ihnen nur ein Mittel dazu, eine Dienstwohnung und so und so viel Gehalt zu bekommen. Wenn man ihnen in die Karten blickt, vielleicht bin ich minderwertiger, dümmer als sie, wiewohl ich eigentlich nicht absehen kann, warum ich minderwertiger als sie sein sollte. Aber ich und du, wir haben jedenfalls von vorne herein einen wesentlichen Vorzug vor ihnen, dass wir schwerer zu kaufen sind. Und solche Männer sind heutzutage mehr als sonst in Russland nötig. Wronski hörte aufmerksam zu. Aber was ihn interessierte war nicht sowohl der Inhalt dieser Worte als vielmehr die Stellung, Serbuchavskoi den bestehenden Zuständen gegenüber einnahm. Dass er bereits an einen Kampf mit den Inhabern der Regierungsgewalt dachte und auf diesem hochwichtigen Gebiete schon seine Sympathien und Antipathien hatte, während für ihn selbst in seiner dienstlichen Tätigkeit nur die Interessen seiner Schwadron vorhanden waren. Wronski war sich auch darüber klar, welche persönliche Macht Serbuchavskoi besaß, durch seine zweifellose Befähigung, die Sachen zu durchdenken und zu erfassen, durch seinen Verstand und durch eine rednerische Begabung, wie sie in dem Kreise, in dem er lebte, nur selten vorkommt. Und wie sehr Wronski sich auch dieses Gefühles schämte, er beneidete ihn. Es fehlt mir aber doch dazu ein Haupterfordernis, antwortete er. Es fehlt mir das Streben nach Macht. Dieses Streben habe ich früher einmal gehabt, aber es ist vergangen. Verzeih, aber das ist nicht wahr, erwiderte Serbuchavskoi lächelnd. Doch, es ist wahr, es ist wahr. Um aufrichtig zu sein, will ich hinzusetzen, jetzt, fügte Wronski hinzu. Ja, jetzt ist es wahr, das ist eine andere Sache, aber dieses Jetzt wird bei dir nicht lebenslänglich dauern. Kann sein, antwortete Wronski. Du sagst, kann sein, fuhr Serbuchavskoi fort, als wenn er Wronskis Gedanken erraten hätte. Ich aber sage dir, bestimmt, und eben deswegen hatte ich gern mit dir sprechen wollen. Du hast so gehandelt, wie du handeln musstest, dafür habe ich durchaus Verständnis, aber du darfst nicht eigensinnig sein, ich bitte dich nur um carte blanche, ich werde dich nicht begünstigen, wiewohl, warum sollte ich dich eigentlich nicht auch begünstigen, wie oft hast du mich begünstigt? Ich hoffe, unsere Freundschaft ist über solche Bedenklichkeiten erhaben, ja, sagte er und lächelte ihm ordentlich zärtlich wie eine Frau zu, gib mir carte blanche und tritt aus dem Regimente aus, dann werde ich dich schon unvermerkt in das richtige Geleise bringen. Aber so begreife doch nur, dass ich gar kein Verlangen danach habe, antwortete Wronski. Mein einziger Wunsch ist, dass alles bleiben möge, wie es bisher gewesen ist. Serpuchavskoi stand auf und stellte sich gerade vor ihn hin. Du sagst, alles möge bleiben, wie bisher. Ich verstehe, was für ein Sinn dahinter steckt. Aber höre, wir sind gleichaltrig. Vielleicht hast du der Zahl nach mehr Frauen kennengelernt als ich. Durch sein Lächeln und seine Handbewegungen gab Serpuchavskoi zu verstehen, Wronski habe nichts zu befürchten, er werde den wunden Punkt nur ganz zart und vorsichtig berühren. Aber ich bin verheiratet und glaube mir, ich habe das auch irgendwo gedruckt gelesen. Wenn man nur seine eigene Frau, die man liebt, kennengelernt hat, so kennt man dadurch die Frauen in ihrer Gesamtheit besser, als wenn man ihrer Tausende kennengelernt hätte. Wir kommen sofort, rief Wronski einem Offizier zu, der in das Zimmer hineinblickte und sie zum Regiments Kommandeur rief. Wronski wollte jetzt gern zu Ende hören, um zu erfahren, was Serpuchavskoi ihm eigentlich zu sagen beabsichtigte. Und siehst du, meine Ansicht ist die, die Frauen sind der hauptsächlichste Stein des Anstoßes für das Wirken des Mannes. Es ist schwer, ein Weib zu lieben und sich dabei irgendwelcher ernsten Tätigkeit zu widmen. Um wirken und dabei zugleich behaglich und ungestört lieben zu können, dazu gibt es nur ein Mittel, die Ehe. Wenn ich dir nur deutlich ausdrücken könnte, was ich meine, sagte Serpukhavskoi, der gern Bilder und Vergleiche anwendete. Warte mal, warte mal. Wie man ein Fardot zu tragen und dabei doch etwas mit den Händen zu tun nur dann imstande ist, wenn das Fardot auf dem Rücken festgebunden ist, so ist das auch mit der Ehe. Und das habe ich an mir selbst empfunden, als ich mich verheiratet hatte. Auf einmal waren mir die Hände frei geworden. Aber wenn man ohne Ehe dieses Fardot mit sich umherschleppt, dann hat man beide Hände so voll, dass man nichts anderes tun kann. Sieh nur Masankov und Krupow an. Sie haben sich um der Weiber willen ihre ganze Laufbahn verdorben. Aber was waren das auch für Weiber, rief Wronski, da er an die Französin und an die Schauspielerin dachte, mit denen die beiden genannten Männer Verhältnisse hatten. Die Sache ist umso schlimmer, je fester die Stellung einer Frau in der Gesellschaft ist, umso schlimmer. Das ist dann so, wie wenn man das Fardot nicht einfach mit den Händen zu tragen hat, sondern es einem anderen wegreißen muss. Du hast nie geliebt, sagte Wronski leise. Er blickte gerade vor sich hin und dachte an Anna. Kann sein, aber denke an das, was ich dir gesagt habe. Und noch eins, die Frauen haben sämtlich eine materiellere Anschauungsweise als die Männer. Wir machen uns aus der Liebe ein gewaltiges Ideal, aber sie sind immer terra terre. Gleich, gleich, rief er einem eintretenden Diener zu, aber der Diener war nicht gekommen, um sie nochmals zu rufen, wie Serpukowskoy gedacht hatte. Er brachte einen Brief für Wronski. Ein Diener der Fürstin Tverskaya hat dies für sie gebracht. Wronski öffnete den Brief und wurde dunkelrot. Ich habe Kopfschmerzen bekommen und möchte nach Hause gehen. sagte er zu Serpukowskoy. Nun also dann auf Wiedersehen. Gibst du mir carte blanche? Wir können später noch darüber reden. Ich besuche dich in Petersburg. Ende von Abschnitt 45 Gelesen von Eva K. Abschnitt 46 von Anna Karinina von Levnik Kolajewicz Talstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil 22 Es war Einen Gedanken Gefühl war so stark, dass er unwillkürlich lächelte. Er nahm die Beine von dem Sitze herunter, legte das eine auf das Knie des Anderen, befühlte die straffe Wade des Beines, dass er sich gestern bei dem Sturze verletzt hatte, lehnte sich dann zurück und seufzte mehrmals mit ganzer Brust. Gut, sehr gut, sagte er zu sich selbst. Auch früher war er sich oft der Gesundheit und Kraft seines Körpers mit lebhafter Freude bewusst gewesen, aber noch niemals hatte er sich selbst seinen Körper so geliebt, wie gerade jetzt. Es machte ihm Vergnügen, diesen leichten Schmerz in dem kräftigen Beine zu empfinden. Es machte ihm Vergnügen, die Bewegungen seiner Brustmuskeln beim Atmen zu fühlen. Derselbe klare, kalte Augusttag, der dazu beitrug Anna in eine hoffnungslose Stimmung zu versetzen, wirkte auf ihn ermunternd und belebend und erfrischte ihm Gesicht und Hals, die ihm von dem Übergießen mit Wasser brannten. Der Geruch der Briantine in seinem Schnurrbart war ihm in dieser frischen Luft besonders angenehm. Alles, was er durch das Wagenfenster sah, alles erschien ihm in dieser kalten, reinen Luft, in dieser blassen Abendbeleuchtung, ebenso frisch, heiter und kräftig, wie er selbst es war. Die Hausdächer, die in den Strahlen der sinkenden Sonne glänzten und die scharfen Umrisse der Zäune und Gebäude und die Gestalten der ihm ab und zu begegnenden Fußgänger und Geschirre und das von keinem Lufthaucher bewegte grüne Laub der Bäume und Gras der Wiesen und die Kartoffelfelder mit den regelmäßig gezogenen Furchen und die schrägen Schatten, welche die Häuser und die Bäume und die Sträucher und sogar die erhöhten Streifen zwischen den Furchen der Kartoffelfelder warfen, Alles war so hübsch, wie ein nettes Landschaftsgemälde, das soeben fertiggestellt und lackiert ist. »Fahrtüchtig zu!« rief er, sich aus dem Fenster beugend dem Kutscher zu, und reichte ihm, als er sich umwandte, einen Dreirubelschein, den er schon vorher aus der Tasche geholt hatte. Die Hand des Kutschers tastete nach der bei der Wagenlaterne steckenden Peitsche, ein energischer Hieb klatschte und der Wagen rollte schnell auf der ebenen Chaussee dahin. »Nichts brauche ich weiter als dieses Glück, nichts weiter«, dachte er. Er blickte dabei nach dem knöchernen Klingelgriff in dem Zwischenraum zwischen den beiden Vorderfenstern und vergegenwärtigte sich Anna in der Gestalt, wie er sie das letzte Mal gesehen hatte. »Und ich liebe sie, je länger, je mehr. Da ist ja auch der Park, wo die Hofdame ihre Dienstwohnung hat. Wo ist denn Anna? Wo denn? Und warum hat sie die Zusammenkunft hier anberaumt? Und warum schreibt sie in einem Briefe Betsys?« Erst jetzt fiel ihm dies ein. Aber er hatte keine Zeit mehr zum Nachdenken. Er hieß den Kutscher halten, noch ehe sie die Allee erreicht hatten, öffnete den Schlag, sprang noch im Fahren aus dem Wagen und ging in die Allee, die nach dem Hause führte. In der Allee war niemand, aber als er nach rechts schaute, erblickte er Anna. Ihr Gesicht war mit einem Schleier bedeckt, aber mit freudigem Blicke umfasste er die besondere, ihr allein eigene Bewegung beim Gehen, die Neigung der Schultern und die Haltung des Kopfes und hatte in demselben Augenblicke die Empfindung, als ob ihm ein elektrischer Schlag durch den Körper ginge. Von neuem wurde er sich seiner eigenen Kraft und Gesundheit bewusst, von den federnden Bewegungen der Beine bis zu den Bewegungen der Lunge beim Atmen, und er hatte ein Gefühl, wie wenn ihm etwas die Lippen kitzelte. Als sie beieinander waren, drückte sie ihm kräftig die Hand. »Du bist doch nicht böse, dass ich dich hergebeten habe.« »Ich musste dich unbedingt sehen«, sagte sie. Und der ernste Zug um ihre Lippen, den er durch den Schleier hindurch sah, veränderte mit einem Schlage seine Seelenstimmung. »Wie könnte ich böse sein? Aber wie bist du gerade hierher gekommen?« »Das ist ja unerheblich«, antwortete sie und legte ihre Hand in seinen Arm. »Lass uns gehen, ich muss mit dir sprechen.« Er merkte, dass etwas vorgefallen sein musste und dass dieses Zusammensein kein freudiges sein werde. Sobald er bei ihr war, hatte er keinen eigenen Willen. Ohne den Grund ihrer Aufregung zu kennen, fühlte er bereits, dass sich dieselbe Aufregung unwillkürlich auch ihm mitteilte. »Was gibt es denn? So sprich doch«, bat er. Er drückte mit dem Ellbogen ihren Arm und versuchte, ihr die Gedanken vom Gesichter abzulesen. Schweigend ging sie noch einige Schritte, um Mut zu sammeln, dann blieb sie plötzlich stehen. »Ich habe dir gestern nicht gesagt«, begann sie schnell und mühsam atmend, »dass ich, als ich mit Alexej Aleksandrowitsch nach Hause zurückfuhr, ihm alles mitgeteilt habe. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht länger seine Gattin sein kann und dass... Ich habe ihm alles gesagt.« Er hörte ihr zu und neigte sich dabei unwillkürlich mit dem ganzen Oberkörper zu ihr herunter, als wollte er ihr dadurch das Drückende ihrer Lage erleichtern. Aber sobald sie das gesagt hatte, richtete er sich plötzlich auf und sein Gesicht nahm einen stolzen, festen Ausdruck an. »Ja, ja, das ist das Beste, bei weitem das Beste«, rief er. »Ich verstehe, wie schwer dir das werden musste.« Aber sie hörte nicht auf seine Worte. Sie suchte seine Gedanken an dem Ausdruck seines Gesichtes zu erkennen. Sie konnte nicht wissen, dass dieser Ausdruck seines Gesichtes mit dem ernsten Gedanken zusammenhing, der ihm bei ihrer Mitteilung gekommen war, mit dem Gedanken, dass jetzt ein Duell unausbleiblich sei. Ihr selbst war der Gedanke an ein Duell überhaupt nie in den Sinn gekommen, und daher fasste sie diesen augenblicklichen Ausdruck strengen Ernstes ganz anders auf. Schon nachdem sie den Brief ihres Mannes erhalten hatte, war sie im tiefsten Grunde der Seele überzeugt gewesen, dass alles beim Alten bleiben werde, dass sie nicht die Kraft haben werde, ihre gesellschaftliche Stellung einfach aufzugeben, auf ihren Sohnen zu verzichten und mit ihrem Liebhaber zusammenzuleben. Bei dem Besuche, den sie am Vormittag der Fürstin Tverskaya gemacht hatte, war diese innere Überzeugung bei ihr noch fester geworden. Aber eine Zusammenkunft mit Wronski war ihr trotzdem außerordentlich wichtig erschienen. Sie hatte gehofft, diese Zusammenkunft würde in seiner und ihrer Lage eine Änderung herbeiführen und ihr Rettung bringen. Wenn er bei dieser Mitteilung entschlossen, leidenschaftlich und ohne einen Augenblick zu schwanken zu ihr sagte, »Lass alles im Stich und geh mit mir davon«, dann war sie willens, ihren Sohn zu verlassen und ihm zu folgen. Aber nun hatte diese Mitteilung nicht so gewirkt, wie sie es erwartet hatte. Vielmehr hatte Anna nur den Eindruck, dass er sich durch irgendetwas verletzt fühle. »Schwer ist es mir keineswegs geworden. Es machte sich ganz von selbst«, sagte sie in gereiztem Tone. »Und hier«, sie holte den Brief ihres Mannes aus dem Handschuh hervor. »Ich verstehe, ich verstehe«, unterbrach er sie und nahm den Brief hin, aber er las ihn nicht, da er vor allem sie zu beruhigen wünschte. »Das war das Einzige, das ich wünschte, um das ich dich bat, dass du diese Fesseln zerreißen möchtest, damit ich mein Leben ganz deinem Glück weihen kann.« »Warum sagst du mir das?«, erwiderte sie. »Kann ich denn daran zweifeln?« »Wenn ich daran zweifelte...« »Wer kommt da?«, sagte Wronski plötzlich und wies auf zwei Damen, die ihnen entgegenkamen. »Vielleicht kennen sie uns.« Er bog schnell, sie mit sich ziehend, in einen Seitenweg ein. »Ach, mir ist alles gleich«, versetzte sie. Ihre Lippen zitterten, und es kam ihm vor, als ob ihn ihre Augen durch den Schleier mit seltsamem Ingrimm anblickten. »Also, ich wollte sagen, darum handelt es sich nicht, daran kann ich ja nicht zweifeln. Aber sieh nur, was er mir schreibt. Lies doch!« Sie blieb widerstehen. Wieder, ganz wie im ersten Augenblicke bei der Nachricht, dass sie mit ihrem Manne gebrochen habe, gab sich Wronski beim Lesen des Briefes unwillkürlich jener natürlichen Vorstellung hin, die sein Verhältnis zu dem beleidigten Gatten bei ihm erweckte. Während er jetzt seinen Brief in der Hand hielt, sagte er sich, dass er wahrscheinlich heute oder morgen in seiner Wohnung die Forderung vorfinden werde und stellte sich das Duell vor, bei dem er mit derselben kalten, stolzen Miene, die sein Gesicht jetzt zeigte, in die Luft schießen und sich dann dem Schusse des beleidigten Gatten darbieten werde. Und gleichzeitig blitzte in seinem Kopfe die Erinnerung an das auf, was Sir Buchavskoi ihm soeben gesagt und er selbst am Morgen gedacht hatte, dass es besser sei, sich nicht zu binden, und er war sich bewusst, dass er diesen Gedanken ihr gegenüber nicht aussprechen durfte. Nachdem er den Brief durchgelesen hatte, hob er die Augen zu ihr in die Höhe, es lag keine Festigkeit in seinem Blicke. Sie merkte sofort, dass er bereits selbst im Stillen über diesen Gegenstand früher nachgedacht hatte. Sie wusste, dass, was auch immer er ihr sagen würde, dies nicht alles sein werde, was er dachte. Und sie sah klar, dass sie sich in ihrer letzten Hoffnung getäuscht hatte. Das war nicht das Verhalten, das sie von Wronski erwartet hatte. »Du siehst, was das für ein Mensch ist«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Er...« »Verzeih mir, aber ich freue mich darüber«, unterbrach Wronski sie. »Bitte, bitte, lass mich ausreden«, fügte er hinzu, und sein flehender Blick bat sie, ihm zur Verdeutlichung seiner Worte Zeit zu lassen. »Ich freue mich deshalb, weil dieser Zustand nicht fortdauern kann, unter keinen Umständen fortdauern kann, wie er das annimmt.« »Warum sollte das unmöglich sein?«, erwiderte Anna, ihre Tränen zurückdrängend. Sie betrachtete offenbar alles, was er noch weiter sagen werde, für bedeutungslos. Sie fühlte, dass ihr Schicksal entschieden war. Wronski wollte eigentlich antworten, dass nach dem seines Erachtens unausbleiblichen Duelle dieser Zustand nicht fortdauern könne, aber er sagte etwas anderes. »Es kann nicht so bleiben. Ich hoffe, du wirst ihn jetzt verlassen. Ich hoffe«, hier wurde er verlegen und errötete, »du wirst mir erlauben, unser weiteres Leben zu erwägen und einzurichten. Morgen«, begann er, aber sie ließ ihn nicht ausreden. »Und mein Sohn«, rief sie, »du siehst doch, was er schreibt. Ich müsste meinen Sohn verlassen, und das kann und will ich nicht. Aber ich bitte dich um Gottes Willen, was ist denn besser, dass du deinen Sohn verlässt oder dass du diesen demütigenden Zustand verlängerst?« Demütigend? Für wen? Für alle und am meisten für dich. »Du sagst demütigend. Sage das nicht. Dieses Wort hat für mich keinen Sinn«, sagte sie mit zitternder Stimme. Sie wollte nicht, dass er jetzt eine Unwahrheit sagte. Seine Liebe war das Einzige, was er jetzt noch blieb, und sie wollte ihn weiterlieben. »Du sollst wissen, dass seit dem Tage, da ich dich liebgewonnen habe, alle Dinge sich für mich in ihrem Werte verändert haben. Mein Ein und Alles ist deine Liebe. Wenn diese mir gehört, dann fühle ich mich so hoch und fest, dass nichts für mich demütigend sein kann. Sie sprach es nicht zu Ende aus, worauf sie stolz war. Tränen der Scham und Verzweiflung erstickten ihre Stimme. Sie blieb stehen und brach in Schluchzen aus. Auch er merkte, dass ihm etwas zur Kehle hinaufstieg, dass ihm etwas in der Nase juckte und fühlte zum ersten Mal in seinem Leben, dass er nahe daran war, loszuweinen. Er hätte nicht sagen können, was ihn eigentlich so rührte. Sie dauerte ihn, und er sagte sich, dass er ihr nicht helfen könne und war sich zugleich bewusst, dass er an ihrem Unglück schuld war, dass er etwas Schlechtes getan hatte. Ist denn nicht eine Scheidung möglich? fragte er leise. Sie schüttelte ohne zu antworten den Kopf. Kannst du denn nicht deinen Sohn mit dir nehmen und ihn trotzdem verlassen? Ja, aber das hängt alles von ihm ab. Jetzt muss ich zu ihm hinfahren, sagte sie trocken. Ihre Ahnung, dass alles beim Alten bleiben werde, hatte sie nicht getäuscht. Dienstag werde ich in Petersburg sein, sagte Wronski. Da wird alles zur Entscheidung kommen. Ja, erwiderte sie, aber wir wollen nicht mehr darüber sprechen. Annas Wagen, den sie weggeschickt hatte mit der Weisung, sich nach einiger Zeit am Gittertor des Wredischen Parkes wieder einzufinden, näherte sich. Anna nahm Abschied von Wronski und fuhr nach Hause. 23. Am Montag fand eine ordentliche Sitzung der Kommission vom 2. Juni statt. Alexej Aleksandrowitsch trat in den Sitzungssaal, begrüßte die Mitglieder und den Vorsitzenden wie gewöhnlich, setzte sich auf seinen Platz und legte die Hand auf die vor ihm bereitliegenden Papiere. Unter diesen Papieren befanden sich auch die erforderlichen Unterlagen und eine skizzenartige Gliederung der Rede, die er zu halten gedachte. Übrigens hatte er diese Unterlagen eigentlich gar nicht nötig. Er hatte alles im Kopf und hielt es nicht für notwendig, sich das, was er sagen wollte, vorher noch einmal ins Gedächtnis zurückzurufen. Er wusste, dass wenn der Augenblick da sein und er das Gesicht seines Gegners vor sich sehen werde, der vergeblich bemüht sein werde, eine gleichmütige Miene zu machen, dass dann seine Rede ganz von selbst besser dahin strömen werde, als wenn er sich jetzt noch so sehr vorbereitete. Er war sich bewusst, dass der Inhalt seiner Rede so gewaltig und wuchtig war, dass jedes Wort ein Keulenschlag sein werde. Indessen machte er, während er den üblichen Bericht mit anhörte, die allerunschuldigste, harmloseste Miene. Seine weißen, von hervortretenden Adern überzogenen Hände tasteten mit den langen Fingern sanft an den beiden Rändern des vor ihm liegenden weißen Papierbogens umher. Den Kopf hielt er mit einem Ausdruck von Müdigkeit zur Seite geneigt. Niemand, der ihn so sah, hätte gedacht, dass seinem Munde im nächsten Augenblick Worte entströmen würden, die einen furchtbaren Sturm hervorrufen, die Mitglieder zu laut herausgeschrieenen, einander unterbrechenden Erwiderungen veranlassen und den Vorsitzenden zwingen würden, zur Beobachtung der ordnungsmäßigen Formen zu mahnen. Als der Bericht beendet war, erklärte Alexej Aleksandrowitsch mit seiner leisen, hohen Stimme, er habe einige Erwägungen in Sachen der Verwaltungseinrichtungen der Fremdvölker vorzutragen. Die Aufmerksamkeit aller Anwesenden wandte sich ihm zu. Alexej Aleksandrowitsch räusperte sich und begann seine Gedanken darzulegen. Dabei blickte er nicht seinen Gegner an, sondern wählte sich dazu, wie er es immer beim Vortrage seiner Reden tat, die erste vor ihm sitzende Person aus, einen kleinen, friedlichen alten Mann, der niemals in der Kommission eine eigene Meinung hatte. Als er das organische Grundgesetz erwähnte, sprang sein Gegner in die Höhe und begann zu widersprechen. Stremow, der gleichfalls Mitglied der Kommission war und sich gleichfalls empfindlich gekränkt fühlte, suchte sich zu rechtfertigen und die Sitzung nahm überhaupt einen sehr stürmischen Charakter an. Aber Alexej Aleksandrowitsch triumphierte als Sieger. Sein Vorschlag wurde angenommen, es wurden drei neue Kommissionen ernannt und am anderen Tage war in gewissen Petersburger Kreisen von nichts anderem als von dieser Sitzung die Rede. Alexej Aleksandrowitschs Erfolg war sogar größer, als er es selbst erwartet hatte. Am anderen Morgen, am Dienstag, erinnerte sich Alexej Aleksandrowitsch, so wie er aufgewacht war, mit Vergnügen an seinen gestrigen Sieg. Und obgleich er sich Mühe gab, gleichmütig zu erscheinen, konnte er doch ein Lächeln nicht unterdrücken, als der Subdirektor in dem Wunsche, ihm etwas Schmeichelhaftes zu sagen, ihm von den Gerüchten Mitteilung machte, die ihm über die Vorgänge in der Kommission zu Ohren gekommen seien. Über den Besprechungen mit dem Subdirektor hatte Alexej Aleksandrowitsch vollständig vergessen, dass heute Dienstag war, der Tag, den er für Anna Arkadjewnas Übersiedlung angesetzt hatte. Und er war erstaunt und unangenehm überrascht, als der Diener kam und ihm ihre Ankunft meldete. Anna war früh am Vormittag in Petersburg angekommen. Auf ein Telegramm von ihr war der Wagen hinausgeschickt worden, um sie zu holen, und sie hatte daher angenommen, dass Alexej Aleksandrowitsch ihre Ankunft erwarte. Aber als sie ankam, empfing er sie nicht. Es wurde ihr gesagt, er sei noch nicht aus seinem Zimmer herausgekommen und arbeite mit dem Subdirektor. Sie befahl, ihrem Manne zu melden, dass sie angekommen sei, ging in ihr Zimmer und beschäftigte sich mit dem Einräumen ihrer Sachen, in der Erwartung, dass er zu ihr kommen werde. Aber es verging eine Stunde und er war noch nicht zu ihr gekommen. Sie ging in das Esszimmer, unter dem Vorwande, dort etwas anordnen zu müssen, und sprach absichtlich laut in der Erwartung, er werde dorthin kommen. Aber er kam nicht, obwohl sie hörte, dass er bis zur Tür seines Arbeitszimmers dem Subdirektor das Geleit gab. Sie wusste, dass er seiner Gewohnheit gemäß nun bald zum Dienste wegfahren werde und hätte gern noch vorher mit ihm gesprochen, um ihre künftigen Beziehungen zu regeln. Sie ging ein paar Mal im Salon auf und ab und begab sich dann entschlossen zu ihm. Als sie in sein Arbeitszimmer trat, saß er in seiner Dienstuniform, augenscheinlich zur Abfahrt bereit, an einem kleinen Tische, auf den er die Ellbogen stützte und blickte trübe vor sich hin. Sie sah ihn früher, als er sie, und sie sagte sich, dass er an sie dachte. Als er sie erblickte, wollte er zunächst aufstehen, besann sich aber dann eines anderen. Hierauf wurde er dunkelrot, was Anna früher nie an ihm gesehen hatte, stand nun schnell auf und ging ihr entgegen, wobei er ihr nicht in die Augen blickte, sondern höher hinauf auf die Stirn und das Haar. Er trat zu ihr, ergriff ihre Hand und bat sie, sich zu setzen. Ich freue mich sehr, dass sie gekommen sind, sagte er, indem er neben ihr Platz nahm. Er wollte offenbar noch weiterreden, aber er stockte. Mehrmals wollte er zu sprechen anfangen, hielt aber immer wieder inne. Sie hatte zwar, als sie sich auf diese Zusammenkunft vorbereitete, sich absichtlich in der Anschauung befestigt, dass er ein verächtlicher Mensch sei und allein die Schuld trage, aber jetzt wusste sie doch nicht, was sie zu ihm sagen sollte und er tat ihr leid. So dauerte das Schweigen ziemlich lange. Ist Sergej gesund? fragte er und fügte, ohne die Antwort abzuwarten hinzu. Ich werde heute nicht zum Mittagessen hier sein und muss gleich wegfahren. Ich wollte nach Moskau fahren, bemerkte sie. Nein, sie haben sehr, sehr gut daran getan, dass sie hierher gekommen sind, sagte er und verstummte wieder. Da sie sah, dass er nicht imstande war, die Auseinandersetzung zu beginnen, so fing sie selbst an. Alexei Alexandrovich, sagte sie, indem sie ihn anblickte und die Augen nicht von seinem auf ihre Frisur gerichteten Blicke niederschlug. Ich habe mich vergangen, ich bin ein schlechtes Weib, aber ich bin noch dieselbe, die ich war, dieselbe, als die ich mich damals ihnen zu erkennen gegeben habe, und ich bin hergekommen, um ihnen zu sagen, dass ich daran nichts ändern kann. Ich habe sie nicht danach gefragt, versetzte er und schaute ihr plötzlich mit festem, hasserfülltem Blicke gerade in die Augen. Ich habe das auch vorausgesetzt. Der Zorn verhalf ihm offenbar wieder zum Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten. Aber was ich ihnen damals gesagt und nachher geschrieben habe, fuhr er mit seiner scharfen, hohen Stimme fort, das wiederhole ich ihnen jetzt. Ich bin nicht verpflichtet, dies zu wissen. Ich ignoriere es. Nicht alle Gattinnen haben, wie sie die Güte, so eilig ihren Ehemännern eine so angenehme Mitteilung zu machen. Er legte einen besonderen Nachdruck auf das Wort angenehm. Ich werde es so lange ignorieren, wie die Welt nichts davon weiß. So lange, wie mein Name nicht befleckt ist, und darum beschränke ich mich darauf, ihnen mitzuteilen, dass unsere Beziehungen dieselben bleiben müssen, die sie immer gewesen sind, und dass ich nur in dem Falle, wenn sie sich bloßstellen sollten, genötigt sein werde, die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen, um meine Ehre zu schützen. Aber unsere Beziehungen können nicht von derselben Art sein wie bisher, begann Anna zaghaft und blickte ihn erschrocken an. Als sie wieder diese ruhigen Handbewegungen sah und diese durchdringende, kindlich hohe, spöttische Stimme hörte, da verschwand ihr früheres Mitleid vor dem Widerwillen gegen ihn. Jetzt fürchtete sie sich nur vor ihm, aber sie wollte um jeden Preis eine Klärung ihrer Lage herbeiführen. Ich kann nicht ihre Gattin sein, wenn ich, begann sie, erbrach in ein grimmiges, kaltes Lachen aus. Die Lebensweise, die sie sich erwählt haben, muss wohl auf ihr ganzes Denken zurückgewirkt haben. Ich achte so sehr das, was sie früher waren, und ich verachte so sehr das, was sie jetzt sind, dass mir die Deutung, die sie meinen Worten beilegen, ganz fern lag. Anna seufzte und ließ den Kopf sinken. Übrigens fuhr er, hitziger werdend, fort. Das ist mir nicht verständlich. Wenn sie einen so großen Unabhängigkeitssinn besitzen und ihrem Gatten geradezu von ihrer untreue Mitteilung machen und in ihrem Verhalten anscheinend gar nichts Unpassendes finden, wie können sie dann die Erfüllung der Pflichten, die die Gattin dem Manne gegenüber hat, für unpassend halten? Alexej Alexandrovich, was verlangen Sie von mir? Ich verlange, dass dieser Mensch sich hier nicht blicken lässt. Ich verlange, dass sie sich so benehmen, dass weder die Welt noch die Dienerschaft ihnen Übles nachsagen kann. Ich verlange, dass sie ihn nicht wiedersehen. Ich möchte meinen, das ist nicht zu viel verlangt und dafür werden sie die Rechte einer ehrbaren Frau genießen, ohne ihre Pflichten zu erfüllen. Das ist alles, was ich ihnen zu sagen habe. Jetzt muss ich wegfahren. Ich bin zum Mittagessen nicht hier. Er stand auf und ging zur Tür. Anna erhob sich ebenfalls. Mit einer schweigenden Verbeugung ließ er sie an sich vorbei. Ende von Abschnitt 46 Abschnitt 47 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil Vierundzwanzig Die Nacht, die Lewin auf dem Heuhaufen zugebracht hatte, war für ihn nicht ohne wichtige Nachwirkungen geblieben. Seine bisherige Art der Wirtschaftsführung war ihm zuwider geworden und hatte für ihn alles Interesse verloren. Trotz der vorzüglichen Ernte waren noch nie so viele Misserfolge und so viele Misshelligkeiten zwischen ihm und den Bauern vorgekommen wie in diesem Jahre oder wenigstens schien es ihm so und die Ursache dieser Misserfolge und dieser Misshelligkeiten war ihm jetzt völlig verständlich. Das Vergnügen, das er an der persönlichen Arbeit gefunden hatte, die daraus hervorgehende Annäherung an die Bauern, der Neid, den sie und ihre ganze Lebensweise ihm einflößten, der Wunsch, zu dieser Lebensweise überzugehen, ein Wunsch, der in jener Nacht für ihn nicht mehr eine bloße Fantasterei gewesen war, sondern die Form eines bestimmten Planes angenommen hatte, dessen Ausführung er schon im Einzelnen überdachte, alles dies hatte seine Ansichten über den Wert des bei ihm eingeführten Wirtschaftsbetriebes derart geändert, dass er jetzt an dieser Art des Betriebes schlechterdings nicht mehr das frühere Interesse nehmen und für sein unerfreuliches Verhältnis zu den Arbeitern, dass der Grund zu alledem war, nicht blind sein konnte. Verbesserte Kuhherden von der Art wie Pava, ein in seiner ganzen Ausdehnung verbessertes, mit modernen Pflügen bearbeitetes Ackerland, neun gleiche mit Weidengebüsch eingefasste Felder, neunzig Desjatinen mit tief untergepflügtem einausführen können oder in Kameradschaft mit gleichgesinnten Männern. Aber er sah jetzt klar und seine Arbeit an dem Buche über die Landwirtschaft, in dem er als die wichtigste Grundlage der Landwirtschaft den Arbeiter ansehen wollte, hatte ihm wesentlich mit zu dieser Einsicht verholfen. Er sah jetzt klar, dass sein jetziger Wirtschaftsbetrieb weiter nichts als ein grimmiger, hartnäckiger Kampf zwischen ihm und den Arbeitern war, bei dem auf der einen Seite, das heißt auf seiner Seite, das stete angestrengte Streben stand, alles nach dem für das Beste erkannten Muster umzugestalten und auf der anderen Seite die natürliche Ordnung der Dinge. Und er sah, dass bei diesem Kampfe, bei dem er seinerseits alle seine Kräfte auf das Äußerste anspannte und auf der anderen Seite gar keine Anstrengung stattfand, ja überhaupt keine Absicht vorhanden war, er sah, dass bei diesem Kampfe das Ergebnis lediglich war, dass die Wirtschaft nichts abwarf und die prächtigen landwirtschaftlichen Geräte, das prächtige Vieh und Land völlig ohne Nutzen verdorben wurden. Und was die Hauptsache war, es ging nicht nur die von ihm auf dieses Werk verwandte Tatkraft ganz nutzlos verloren, sondern er konnte sich jetzt, wo er über seine Wirtschaft zu einem richtigen Urteile gelangt war, auch nicht der Einsicht verschließen, dass das Ziel seiner Tatkraft ganz unwürdig war. Denn in der Tat, worum drehte sich der Kampf? Er kämpfte um jeden Groschen, der ihm gehörte oder zukam, und das musste er, denn hätte er in seiner Tatkraft nachgelassen, so hätte es ihm sofort an Geld gemangelt, um den Arbeitern den Lohn zu zahlen. Die Arbeiter aber hatten bei diesem Kampfe nur das Ziel, ruhig und angenehm arbeiten zu dürfen, das heißt, so, wie sie es gewohnt waren. In seinem Interesse lag es, dass jeder Arbeiter so viel wie möglich arbeitete, ferner, dass er es dabei nicht an Achtsamkeit fehlen ließ, dass er sich bemühte, die Worfelmaschine, den Pferde rächen, die Dreschmaschine nicht zu zerbrechen, dass er seine Arbeit mit Überlegungen verrichtete, der Arbeiter aber wollte gern möglichst angenehm arbeiten, mit Ruhepausen und vor allen Dingen sorglos, achtlos, gedankenlos. Das hatte Lewin in diesem Sommer auf Schritt und Tritt beobachten können. Er hatte Leute hingeschickt, um Klee zu mähen, der zu Heu gemacht werden sollte und hatte dazu einige schlechte Desjatinen ausgesucht, die mit Gras und Wermut durchwachsen und zu Saatklee nicht zu gebrauchen waren und sie mähten ihm der Reihe nach die besten Desjatinen mit Saatklee ab, rechtfertigten sich damit, der Verwalter habe es so befohlen und sagten, um ihn zu trösten, dieses Klee-Heu würde aber auch ganz vorzüglich werden. Aber er wusste, dass sie es nur getan hatten, weil diese Desjatinen sich leichter mähen ließen. Er schickte eine Heuwendemaschine auf die Wiese, um das Heu umzuschütteln. Sie zerbrachen sie ihm gleich bei den ersten Schwaden, weil es dem Bauer unbehaglich war, auf dem Bock zu sitzen, wenn sich die Flügel über ihm herumschwenkten. Ihm aber sagten sie, seien sie nur ganz ohne Sorge, die Weiber werden das Heu schon flink umschütteln. Die modernen Flüge erwiesen sich als unbenutzbar, weil es dem Arbeiter nicht einfiel, das in die Höhe gehobene Pflugmesser wieder herunter zu lassen und er durch gewaltsames Umwenden des Bodens die Pferde quälte und den Acker verdarb. Und wieder bat man Lewin, ganz unbesorgt zu sein. Sie ließen die Pferde in die Weizenfelder gehen, weil kein Arbeiter die ganze Nachtwache übernehmen wollte und sie sich trotz des Verbotes, dies zu tun, in die Nachtwache teilten. Da war nun Ivan, der den ganzen Tag über gearbeitet hatte, eingeschlafen und gestand seine Sünde, indem er hinzufügte, ganz wie sie befehlen. Die drei besten Kälber wurden von den Leuten durch falsche Fütterung zugrunde gerichtet, indem sie sie, ohne sie zu tränken, in das Klee grummet hineinließen und sie wollten ganz und gar nicht glauben, dass das der Klee war, der die Tiere so auftrieb, sondern erzählten ihm zum Troste, beim Nachbar seien in drei Tagen hundert zwölf Stück Vieh gefallen. All das geschah nicht etwa, weil jemand Lewin oder seiner Wirtschaft Böses gewünscht hätte. Im Gegenteil, er wusste, dass ihn die Leute gern hatten und ihn für einen einfachen Herrn hielten, was das höchste Lob ist, sondern es geschah nur deshalb, weil sie vergnügt und sorglos arbeiten wollten und seine Interessen ihnen nicht nur fremd und unverständlich waren, sondern auch zu ihren wohlberechtigten Interessen in einem verhängnisvollen Gegensatz standen. Schon seit längerer Zeit hatte sich Lewin von seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit nicht recht befriedigt gefühlt. Er hatte gemerkt, dass sein Kahn Leck war. Aber er hatte das Leck nicht gefunden, auch vielleicht in absichtlicher Selbsttäuschung gar nicht danach gesucht. Es wäre ihm gar nichts mehr an Lebensfreude übrig geblieben, wenn er nun auch mit seiner Wirtschaft eine Täuschung erlebt hätte. Aber jetzt konnte er sich nicht länger täuschen. Seine jetzige Art des Wirtschaftsbetriebes war ihm nicht nur uninteressant, sondern geradezu widerwärtig geworden, und er konnte es nicht über sich gewinnen, sich noch länger damit zu beschäftigen. Dazu kam noch der Umstand, dass Kitty Scherbatskaya, die er so gern gesehen hätte und doch nach seiner Empfindung nicht sehen durfte, sich nur dreißig Werst von ihm befand. Darja Aleksandrowna Ablonskaya hatte ihn, als er bei ihr war, eingeladen wiederzukommen, wiederzukommen, um ihrer Schwester noch einmal einen Antrag zu machen, den diese wie Darja merken ließ jetzt annehmen werde, und Lewin selbst hatte, als er Kitty Scherbatskaya erblickte, gefühlt, dass er sie noch immer liebte. Aber er konnte nicht zu Ablonskis hinfahren, nun er wusste, dass sie da war. Er hatte ihr einen Antrag gemacht, und sie hatte ihn abgelehnt. Dadurch war zwischen ihm und ihr eine unübersteigliche Mauer errichtet. Ich kann sie nicht bitten, mein Weib lediglich deshalb zu werden, weil sie nicht hat das Weib dessen werden können, den sie haben wollte, sagte er zu sich selbst. Der Gedanke daran versetzte ihn in eine kalte, feindselige Stimmung gegen sie. Ich werde nicht imstande sein, mit ihr zu reden, ohne ihr im Stillen einen Vorwurf zu machen, werde sie nicht ansehen können, ohne ihr zu grollen, und sie wird mich nur umso mehr hassen, wie das ja auch ganz natürlich ist, und ferner, wie kann ich jetzt nach dem, was mir Darja Aleksandrovna gesagt hat, zu ihnen hinfahren, kann ich denn tun, als wüsste ich das, was sie mir gesagt hat, gar nicht, und ich soll zu einem Großmuts Akte hinkommen, um ihr zu verzeihen, sie zu Gnaden anzunehmen, ich soll vor sie hintreten in der Rolle des Verzeihenden, der sie seiner Liebe würdigt, warum hat Darja Aleksandrovna das überhaupt zu mir gesagt, ich hätte sie ja zufällig sehen können, und dann hätte sich alles von selbst gemacht, aber jetzt ist es unmöglich, ganz unmöglich. Darja Aleksandrovna schickte ihm ein paar Zeilen, in denen sie ihn um einen Damensattel für Kitty bat. Es ist mir gesagt worden, sie hätten einen solchen Sattel, schrieb sie ihm, ich hoffe, sie werden ihn persönlich herbringen. Das war ihm zu viel, das konnte er nicht mehr ertragen. Wie konnte nur eine kluge, zart fühlende Frau ihre Schwester in solcher Weise erniedrigen? Er schrieb zehn Antworten, zerriss sie sämtlich und schickte ihr den Sattel ohne jedes Begleitschreiben hin. Zu schreiben, er werde hinkommen, das ging nicht, weil er ja doch nicht hinkommen konnte, und zu schreiben, er könne nicht kommen, da er irgendwelche Behinderung habe oder verreise, das war noch schlimmer. So übersandte er denn den Sattel ohne Zuschrift und in dem Bewusstsein etwas getan zu haben, dessen er sich schämen müsse, übergab er gleich am nächsten Tage die ganze ihm so widerwärtig gewordene Wirtschaft dem Verwalter und fuhr nach einem ziemlich weit entfernten Kreise zu seinem Freund Svijaschski, bei der ihn erst kürzlich in einem Briefe gebeten hatte, ein schon längst gegebenes Versprechen auszuführen und ihn zu besuchen. Diese Schnäpfensümpfe im Kreise Surov hatten für Lewin schon lange etwas Verführerisches gehabt, aber wegen seiner Wirtschaftsangelegenheiten hatte er diese Fahrt immer aufgeschoben. Jetzt war er froh, auf diese Art aus Kittis Nähe und besonders von seiner Wirtschaft weg zu kommen, namentlich auch, allen Kümmernissen von jeher der beste Trost gewesen war. 25 Nach dem Kreise Surov gab es weder eine Eisenbahn noch eine Poststraße und Lewin fuhr daher in seinem Reisewagen mit eigenen Pferden. Auf halbem Wege machte er bei einem reichen Bauern Halt, um die Pferde zu füttern. Der kahlköpfige frische Alte mit breitem rötlichem an den Backen ergrauendem Barte öffnete das Tor und drückte sich an den Pfosten um das Dreigespann herein zu lassen. Er wies auf dem großen neu angelegten sauberen und sorgfältig aufgeräumten Hofe, auf dem eine Anzahl angekohlter Hakenflüge standen, dem Kutscher einen Platz unter einem Schutzdache an und lud Lewin ein, in die gute Stube zu kommen. Eine reinlich gekleidete junge Frau mit Gummischuhen an den bloßen Füßen scheuerte gebückt den Fußboden in dem neuen Hausflur. Sie bekam einen Schreck über den Hund, der hinter Lewin hereingelaufen kam und schrie auf, lachte aber sofort über ihren Schreck, da sie sah, dass der Hund sie nicht anrührte. Sie zeigte dem Gaste mit dem ausgestreckten Arme, an dem der Ärmel aufgestreift war, die Tür zur guten Stube, dann bückte sie sich wieder, so dass ihr hübsches Gesicht nicht mehr zu sehen war und scheuerte weiter. Befehlen Sie den Samovar? fragte sie. Ja, bitte. Die gute Stube war geräumig, darin befand sich ein holländischer Ofen und eine Scheidewand. Unter den heiligen Bildern standen ein mit einem bunten Muster bemalter Tisch, eine Bank und zwei Stühle, neben der Eingangstür ein Schränkchen mit Geschirr. Die Fensterläden waren geschlossen, Fliegen gab es in der Stube nur wenige und alles war so sauber, dass Ljewin darauf bedacht war, dass seine Laska, die unterwegs gelaufen war und sich in den Pfützen gebadet hatte, nicht den Fußboden beschmutzte und ihr einen Platz in der Ecke an der Tür anwies. Nachdem Ljewin die Stube besehen hatte, ging er hinaus auf an einer Trage zwei hin und her schaukelnde leere Eimer hängen und lief vor ihm her nach dem Brunnen, um Wasser zu holen. Immer flink, rief ihr der Alte lustig zu und trat zu Ljewin. Also zu Nikolaj Iwanowitsch Swijaschki fahren Sie, gnädiger Herr. Auch Herr Swijaschki kehrt manchmal bei uns ein, begann er rätselig. Er stützte sich mit dem Ellbogen auf das Treppengeländer vor der Hoftür. Mitten in der Erzählung des Alten von seiner Bekanntschaft mit Swijaschki kreischte wieder das Tor und die Arbeiter kamen vom Felde mit Pflügen und Ecken auf den Hof gefahren. Die vor die Pflüge und Ecken gespannten Pferde sahen wohl genährt und kräftig aus. Von den Arbeitern gehörten zwei offenbar zur Familie. Sie waren noch jung und trugen baumwollene Hemden und Schirmmützen. Die beiden anderen waren für Lohn angenommen, der eine ein älterer Mann, der andere ein junger Bursche. Sie hatten Hemden von Hanfleinwand an. Der alte Bauer ging von der Freitreppe weg, trat zu den Pferden und machte sich daran, sie auszuspannen. Was habt ihr denn gepflügt? fragte »Wir haben auch so ein bisschen Land. Du Fjodr, den Wallach nimm nicht wieder mit, sondern stelle ihn an die Stehkrippe. Wir wollen ein anderes Pferd anspannen. Du Vater, ich habe gesagt, sie sollen sich Pflugeisen borgen. Hat er welche gebracht? fragte ein hochgewachsener gesunder Bursche offenbar ein Sohn des Alten. Da im Schlitten sind sie, antwortete der Alte, wickelte die abgenommenen Zügel zusammen und warf sie auf die Erde. Bring sie während des Mittagessens in Ordnung. Die hübsche junge Frau ging mit den gefüllten Eimern, die ihr die Schultern hinunter zogen in den Hausflur. Von allen Seiten erschienen noch mehr Frauen, hübsche Junge und solche von mittlerem Alter und alte hässliche, manche mit Kindern, andere ohne Kinder. Der Samovar begann zu summen. Die Arbeitsleute und die Familienmitglieder gingen, nachdem sie mit den Pferden fertig geworden waren, ins Haus zum Mittagessen. Lewin holte seinen Mundvorrat aus dem Wagen und lud den Alten ein, mit ihm zusammen Tee zu trinken. Aber wir haben ja heute schon Tee getrunken, versetzte der Alte, nahm jedoch die Einladung offenbar mit Vergnügen an. Nun, Während des Teetrinkens erfuhr Lewin die ganze bisherige Geschichte der Wirtschaft des Alten. Dieser hatte vor zehn Jahren von der Gutsbesitzerin 120 Desjardinen gepachtet. Im vorigen Jahre hatte er sie käuflich erworben und von einem benachbarten Gutsbesitzer noch 300 Desjardinen dazu gepachtet. Einen kleinen Teil des Landes, den schlechtesten, hatte er in einzelnen Parzellen weiter verpachtet und vierzig Desjardinen bestellte er selbst mit seiner Familie und zwei Arbeitsleuten als Ackerland. Der Alte klagte, die Wirtschaft ginge nur schlecht, aber Lewin sah klar, dass er nur so um des Anstands Willen klagte und seine Wirtschaft in Wirklichkeit sehr gut im Gange war. Wäre sie schlecht gegangen, so wäre er nicht im Stande gewesen, Land, zu 105 Rubeln die Desjardine zu kaufen und drei Söhne und einen Neffen zu verheiraten und zweimal nach Bränden wieder neu zu bauen und jedes Mal besser als es vorher gewesen war. Trotz der Klagen des Alten war es deutlich, dass er mit gutem Grunde stolz war auf seinen Wohlstand, stolz auf seine Söhne, seinen Neffen, seine Schwiegertöchter, seine Pferde und Kühe und ganz besonders darauf, dass seine Wirtschaft so wohl und sicher begründet war. Aus dem Gespräch mit dem Alten konnte Lewin entnehmen, dass dieser kein Feind von Neuerungen war. Er baute viel Kartoffeln und seine Kartoffeln blühten, wie Lewin auf der Fahrt gesehen hatte, schon ab und setzten an, während Lewins eigene erst im Aufblühen waren. Er häufelte seine Kartoffeln mit Pflugeisen, die er sich vom Gutsbesitzer lieh. Er säte Weizen. Eine geringfügige Einzelheit machte auf Lewin besonderen Eindruck, dass der Alte, wenn er den Roggen ausjäten ließ, mit dem ausgejäteten Roggen die Pferde fütterte. Wie oft schon hatte Lewin, wenn er sah, wie dieses schöne Futter nutzlos umkam, es einsammeln lassen wollen, aber es war immer ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Bei diesem Bauern aber ließ sich das Was haben denn die Weiber sonst zu tun? Sie tragen die Häufchen an den Weg und der Wagen sammelt sie ein und bringt sie nach Hause. Ja, aber siehst du, wir Gutsbesitzer haben mit den Arbeitsleuten immer unsere liebe Not, sagte Lewin und reichte ihm ein Glas Tee hin. Danke sehr, sagte der Alte und nahm das Glas, aber den angebotenen Zucker lehnte er ab, indem er auf den noch übrigen Rest des Stückes hinwies, von dem er bis jetzt abgebissen hatte. Wie kann man überhaupt mit Arbeitsleuten wirtschaften, sagte er, dabei geht man zugrunde, sehen sie zum Beispiel Swijaschski an, wir wissen welch vorzügliches Land er hat, die reine Pracht, aber seine Ernte lobt er trotzdem nicht sonderlich, die Aufsicht bleibt doch immer mangelhaft. Aber du wirtschaftest doch auch selbst mit Arbeitsleuten. Wir sind gewohnt Bauernarbeit zu verrichten und sind überall selbst mit dabei. Ist ein Arbeiter schlecht, dann muss er weg, nötigenfalls schaffe ich es auch mit den Leuten aus meiner Familie. Vater, Finna gehen möchte Teer haben, berichtete ins Zimmer tretend die Frau mit den Gummischuhen. Ja, so ist das gnädiger Herr, sagte der Alte, stand auf, bekreuzte sich umständlich, bedankte sich bei Lewin und ging hinaus. Als Lewin in die gewöhnliche Wohnstube trat, um seinen Kutscher herauszurufen, erblickte er die sämtlichen männlichen Mitglieder der Familie am Tische. Die Frauen standen und warteten ihnen auf. Der eine junge, kerngesunde Haussohn erzählte gerade, den Mundvoll Grütze etwas Komisches und alle lachten, besonders lustig die Frau mit den Gummischuhen die Kohlsuppe in einen Napf goss. Sehr möglich, dass das hübsche Gesicht dieser jungen Frau mit den Gummischuhen viel zu dem Eindruck guter Ordnung beitrug, den dieses Bauernhaus auf Lewin machte. Jedenfalls war dieser Eindruck so stark, dass er sich bei Lewin niemals wieder verlor. Und während der ganzen Fahrt von dem Alten zu Swijaschski musste er immer wieder an diese Wirtschaft denken, als ob etwas daran seiner ganz besonderen Beachtung würdig sei. Ende von Abschnitt 47 Gelesen von Eva K. Abschnitt 48 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Talstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil 26 Swijaschski war Adelsmarschall in seinem Kreise. Er war fünf Jahre älter als Lewin und schon lange verheiratet. Bei ihm im Hause wohnte auch seine junge unverheiratete Schwägerin, die Lewin sehr sympathisch war. Und er wusste, dass Swijaschski und seine Frau den lebhaften Wunsch hegten, aus ihm und diesem jungen Mädchen ein Paar zu machen. Er wusste, dass unzweifelhaft, wie das junge Männer, sogenannte Heiratskandidaten, immer wissen, wie wohl er nie mit jemandem darüber hätte sprechen mögen. Aber Er wusste auch, dass, obwohl er gern heiraten wollte und obwohl nach allen Anhaltspunkten zu urteilen dieses anziehende junge Mädchen eine vortreffliche Gattin zu werden versprach, er ebenso wenig sie heiraten konnte, wie in den Himmel fliegen, selbst wenn er nicht in Kitty Scherbatskaja verliebt gewesen wäre. Und dieses Bewusstsein war eine unangenehme Beigabe zu dem Vergnügen, dass er sich von der Fahrt zu Svijaschski erhoffte. Als Lewin Svijaschskis Brief mit der Einladung zur Jagd erhalten hatte, war ihm dies alles sofort in den Sinn gekommen. Aber er hatte sich trotzdem gesagt, eigentlich sei es doch nur eine ganz grundlose Annahme von ihm, wenn er bei Svijaschski solche Absichten auf seine Person voraussetze. Er könne also ruhig hinfahren. Außerdem stak bei ihm noch in einem verborgenen Winkel seiner Seele der Wunsch, mit sich selbst noch einmal eine Probe vorzunehmen, sich und dieses junge Mädchen noch einmal vergleichend miteinander zusammenzuhalten. Das häusliche Leben bei Svijaschski war höchst angenehm und Svijaschski selbst war, als der beste Typus eines eifrigen Mitgliedes der ländlichen Selbstverwaltung, den Lewin je gekannt hatte, für ihn immer eine außerordentlich interessante Svijaschski gehörte zu einer Menschenklasse, über die sich Lewin immer sehr wunderte, nämlich zu den Menschen, bei denen das sehr logische, wie wohl niemals selbstständige Denken seinen Gang für sich hat und das recht bestimmte in seiner Richtung feste handeln auch seinen Gang für sich hat und zwar ganz unabhängig vom Denken und fast immer im Widerspruche mit ihm. Svijaschski war in seinen Ansichten außerordentlich fortschrittlich. Er verachtete den Adel und war überzeugt, dass die meisten Adligen geheime Anhänger der Leibeigenschaft seien und nur aus Zaghaftigkeit es nicht eingestehen wollten. Er hielt Russland für ein dem Untergange verfallenes Land, ähnlich wie die Türkei und die Regierung Russlands für so schlecht, dass er sich niemals darauf einließ, ihre Handlungen überhaupt auch nur ernsthaft zu kritisieren. Aber zugleich versah er ein Amt und war ein musterhafter Adelsmarschall und trug auf Reisen immer die Dienstmütze mit der Kokarde und dem roten Randstreifen. Er war der Meinung, ein menschenwürdiges Leben sei nur im Auslande möglich, zu längerem Aufenthalte reiste. Aber dabei leitete er in Russland einen sehr verwickelten, vervollkommneten landwirtschaftlichen Betrieb, verfolgte alles mit außerordentlichem Interesse und wusste alles, was in Russland geschah. Er hielt den russischen Bauer für eine Art Übergangsstufe zwischen Affen und Menschen, aber dabei drückte er bei den landschaftlichen Wahlversammlungen mit besonderer Vorliebe gerade den Bauern die Hand und ließ sich von ihnen ihre Meinung vortragen. Er glaubte nicht an Himmel und Hölle, aber er interessierte sich sehr für die Aufbesserung der äußeren Lage der Geistlichkeit und für eine Verkleinerung der Zahl der Kirchspiele, wobei ihm besonders am Herzen lag, dass nur auch ja die Kirche in seinem Dorfe verbliebe. In der Frauenfrage war er auf Seiten der extremsten Verfechter der vollen Freiheit der Frauen und namentlich ihres Rechtes auf Arbeit, aber mit seiner Frau lebte er so, dass jeder Mann an ihrem einträchtigen kinderlosen Familienleben seine Freude hatte, und er hatte das Leben seiner Frau so eingerichtet, dass sie nichts zu tun brauchte und auch nichts weiter tun konnte, als dass sie mit ihrem Manne gemeinsam überlegte, wie sie die Zeit am besten und vergnügtesten verbringen könnten. Hätte Lewin nicht die Eigenheit an sich gehabt, die Charaktere der Menschen in möglichst günstiger Weise zu beurteilen, so würde ihm Svijaschskis Charakter keinerlei Schwierigkeit bereitet und keinerlei Zweifel erregt haben. Er hätte sich gesagt, er ist ein Dummkopf oder ein Lump und alles wäre klar gewesen. Aber einen Dummkopf konnte er ihn nicht nennen, denn Svijaschski war zweifellos nicht nur ein sehr kluger, sondern auch ein sehr gebildeter Mann, der mit seiner Bildung in keiner Weise prallte. Es gab kein Gebiet, auf dem er nicht Bescheid gewusst hätte, aber er zeigte sein Wissen nur, wenn er sich dazu genötigt sah, und noch weniger konnte Lewin sagen, dass er ein Lump sei. Denn Svijaschski war zweifellos ein ehrenhafter, guter, braver Mensch, der heiter, frisch und unermüdlich eine von seiner gesamten Umgebung hoch bewertete Tätigkeit entfaltete und gewiss nie mit Bewusstsein etwas Schlechtes getan hatte und dessen auch nicht fähig war. Lewin versuchte sich über den Charakter seines Bekannten klar zu werden, gelangte aber damit nicht zum Ziele und betrachtete ihn und sein Leben immer wie ein lebendiges Rätsel. Sie waren miteinander gut befreundet und daher erlaubte sich Lewin oft, ihm mit Fragen zuzusetzen in dem Wunsche, bis zum tiefsten Grunde seiner Lebensanschauung durchzudringen, aber dies war ihm nie gelungen. Jedes Mal, wenn Lewin versucht hatte, in Svijaschskis Geist weiter als bis in die einem jeden geöffneten Empfangszimmer einzudringen, hatte er bemerkt, dass Svijaschski eine leise Verlegenheit zeigte, eine ganz schwache Andeutung von Angst prägte sich in seinem Blicke aus, als ob er fürchtete, von Lewin durchschaut zu werden, er wehrte sich gegen solche Versuche dann in gutmütiger, humoristischer Weise. Jetzt, nach der Enttäuschung, die ihm seine wirtschaftliche Tätigkeit gebracht hatte, freute sich Lewin auf ein Zusammensein mit Svijaschski ganz besonders. Ganz abgesehen davon, dass der Anblick dieser glücklichen mit sich und aller Welt zufriedenen Täubchen und ihres wohleingerichteten Nestes ihn immer in vergnügte Stimmung versetzte, verlangte es ihn jetzt, wo er sich mit seinem eigenen Leben so unzufrieden fühlte, in Svijaschskis Seele jene geheimnisvolle Eigenschaft zu ergründen, die diesem im Leben eine solche Klarheit, Bestimmtheit und Heiterkeit verlieh. Außerdem wusste Lewin, dass er bei Svijaschskis einige Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft treffen werde, und es war ihm jetzt höchst interessant, jene wirtschaftlichen Gespräche über die Ernte, über das Mieten von Arbeitern und so weiter zu führen und mit anzuhören, die, wie Lewin wusste, nach dem herkömmlichen Urteile als etwas sehr Niedriges galten, die ihm aber jetzt als etwas sehr Wichtiges erschienen. Mag sein, dass das zur Zeit der Leibeigenschaft nicht wichtig war oder in England heutzutage nicht wichtig ist, in beiden Fällen jedoch handelt es sich um feststehende Verhältnisse, aber bei uns jetzt, wo das alles eine Umwälzung durchgemacht hat und eben erst in der Neugestaltung begriffen ist, bei uns jetzt ist die Frage, wie sich die Verhältnisse gestalten werden, die einzig wichtige Frage in Russland, dachte Lewin. Es stellte sich heraus, dass die Jagd schlechter war, als Lewin erwartet hatte. Der Sumpf war ausgetrocknet und Schnäpfen gab es so gut wie gar keine. Er streifte den ganzen Tag umher und brachte nur drei Stück nach Hause, dafür aber brachte er wie immer von der Jagd einen ausgezeichneten Appetit mit, sowie eine vortreffliche Stimmung und jenen angeregten Geisteszustand, der sich bei ihm stets als Folge starker körperlicher Bewegung einstellte. Auch auf der Jagd in Augenblicken, da er anscheinend an gar nichts dachte, war ihm immer wieder jener alte Bauer mit seiner Familie eingefallen und dieses ihm vorschwebende Bild hatte nicht nur seine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, sondern ihm auch gewissermaßen die Lösung einer damit im Zusammenhang stehenden Frage nahegelegt. Am Abend waren beim Teetrinken noch zwei andere Gutsbesitzer zugegen, die zur Besprechung irgendwelcher Vormundschaftssachen gekommen waren und es kam nun eben jenes interessante Gespräch in Gang, das Lewin erwartet hatte. Lewin saß am Teetisch neben der Hausfrau und musste sich mit ihr und mit der Schwägerin, die ihm gegenüber saß, unterhalten. Die Hausfrau war von kleiner Statur, blond, mit einem runden Gesicht, das fortwährend von einem lustigen Lächeln über und über aufstrahlte und seine hübschen Grübchen zeigte. Lewin gab sich Mühe durch sie zur Lösung des ihn so sehr interessierenden Rätsels zu gelangen, das ihr Mann für ihn bildete, aber er hatte nicht die volle Freiheit des Denkens, weil er eine peinliche Verlegenheit empfand. Diese rührte daher, dass die ihm gegenüber sitzende Schwägerin ein eigenartiges Kleid Kleid trug, das sie, wie es ihm schien, besonders für ihn angezogen hatte, mit einem eigenartigen trapezförmigen Ausschnitt auf der weißen Brust. Obgleich diese Brust sehr weiß war, oder gerade weil sie sehr weiß war, sah sich Lewin durch diesen viereckigen Ausschnitt der Freiheit des Denkens beraubt. Er hatte die wahrscheinlich irrtümliche Vorstellung, dass dieser Ausschnitt mit Rücksicht auf ihn gemacht sei und hielt sich nicht für berechtigt danach hinzusehen und bemühte sich es zu vermeiden, aber er hatte die Empfindung als treffe ihn schon deswegen eine Schuld, weil der Ausschnitt überhaupt gemacht war. Es kam ihm vor, als betrüge er jemanden, als müsse er etwas zu seiner Rechtfertigung sagen, aber als sei dies doch schlechterdings nicht tunlich unruhig und verlegen. Seine Verlegenheit teilte sich auch der hübschen Schwägerin mit, aber die Hausfrau schien dies nicht zu bemerken und zog diese geflissentlich ins Gespräch. Sie sagen, fuhr die Hausfrau in dem begonnenen Gespräche fort, dass mein Mann nichts Russisches interessiere, aber das Gegenteil ist richtig, er ist ja im Auslande meist sehr vergnügt, aber doch nie so wie hier. Hier fühlt er sich in seinem Fahrwasser. Er hat so viel zu tun und er besitzt die Gabe, sich für alles zu interessieren. In unserer Schule sind sie wohl noch nicht gewesen? Ich habe sie von außen gesehen, nicht wahr, das mit Efeu bewachsene Häuschen? Ja, die Schule ist Nastjas Domäne, sagte sie auf ihre Schwester weisend. Unterrichten sie selbst? fragte Lewin und gab sich dabei Mühe, an dem Ausschnitt vorbeizusehen, aber er merkte, dass er mochte in jener Richtung blicken, wohin er wollte, er immer den Ausschnitt sehen werde. Ja, ich habe selbst unterrichtet und unterrichte auch jetzt noch, aber wir haben auch eine ausgezeichnete Lehrerin, auch Turnunterricht haben wir eingeführt. Nein, danke schön, ich möchte keinen Tee mehr, sagte Lewin und stand errötend auf. Er fühlte zwar, dass er damit eine Unhöflichkeit beging, war aber nicht im Stande, dieses Gespräch weiter fortzusetzen. Ich höre da ein sehr interessantes Gespräch, fügte er hinzu und ging nach dem anderen Ende des Tisches hin, wo der Hausherr mit den beiden Gutsbesitzern saß. Sviashki wandte dem Tische die eine Seite seines Körpers zu, den einen Ellbogen hatte er auf den Tisch gelegt und drehte mit der Hand dieses Armes seine Tasse immer herum. Mit der anderen Hand fasste er seinen Bart zusammen, hob ihn zur Nase in die Höhe und ließ ihn wieder los, gerade wie wenn er darin röche. Mit seinen blitzenden schwarzen Augen sah er dem sprechenden und sich dabei ereifernden Gutsbesitzer einem Mann mit grauem Schnurr Barte gerade ins Gesicht und ergötzte sich augenscheinlich an dessen Reden. Der Gutsbesitzer schallt über das Landvolk. Lewin sah deutlich, dass Sviashki auf die Klagen des Gutsbesitzers eine Antwort bereit hatte, die dessen Darlegungen mit einem Schlage zunichte gemacht hätte, dass er aber mit Rücksicht auf seine Stellung als Wirt und Adelsmarschall diese Antwort unterdrückte und mit innerer Heiterkeit die komischen Auslassungen des Gutsbesitzers mit anhörte. Der Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart war offenbar ein hartnäckiger Verteidiger der Leibeigenschaft, ein eingefleischter Landbewohner und leidenschaftlicher Landwirt. Kennzeichen dafür erblickte Lewin sowohl einem altmodischen abgescheuerten Oberrock, der seinem Träger sichtlich etwas Ungewohntes war, wie auch in seinen klugen, streng blickenden Augen und in seiner bündigen, rein russischen Ausdrucksweise und in dem befehlenden Tone, den er offenbar durch lange Gewohnheit angenommen hatte und an den entschiedenen Bewegungen der großen, schönen, von der Sonne verbrannten Hände mit einem alten Trauringer am Goldfinger. 27 Wenn es mir nur nicht leid täte, alles, was ich mir eingerichtet habe, aufzugeben, es steckt eine gehörige Menge Arbeit darin, so würde ich die ganze Geschichte hinwerfen, alles verkaufen und ins Ausland reisen, wie unser Nikolaj Ivanovich hier, um die schöne Helena zu hören, sagte der Gutsbesitzer mit einem angenehmen Lächeln, das seinem klugen alten Gesichter einen hellen Schein verlieh. Aber sie geben es doch nicht auf, erwiderte Nikolaj Ivanovich Swiarski, folglich muss doch ein Vorteil dabei sein. Der einzige Vorteil besteht darin, dass ich in einem altererbten Hause wohne, das ich mir weder gekauft noch gemietet habe, und dann hofft man doch immer noch, dass das Volk endlich einmal zur Vernunft kommt. Aber so wie es jetzt ist, es ist kaum zu glauben, diese Trunksucht, diese Liederlichkeit. Alle sind sie infolge der Wirtschaftsteilungen auf den Hund gekommen. Da ist kein Pferd, keine Kuh zu finden. So ein Bauer krepiert beinahe vor Hunger. Aber nun nehmen sie den Menschen einmal als Arbeiter an. Zuerst verdirbt er ihnen alles Mögliche, und dann verklagt er sie noch beim Friedensrichter. Sie können ihn ja ihrerseits auch beim Friedensrichter verklagen, bemerkte Swiarski. Ich soll ihn verklagen? Um keinen Preis. Das gibt ein Gerede, sodass man von der Klage keine Freude hat. Sehen Sie nur den Fall neulich in der Fabrik. Die Leute haben das Handgeld genommen und sind einfach davongegangen. Und was hat der Friedensrichter getan? Freigesprochen hat er sie. Alles wird nur noch durch das Gemeindegericht und den Dorfschulzen in Ordnung gehalten. Der lässt so einen Kerl einfach nach altem Brauch durchpeitschen. Wenn das nicht noch wäre, dann könnte man nur gleich einpacken und sich davon machen. Es war offenbar, dass der Gutsbesitzer Swiarski reizen wollte, aber dieser ärgerte sich nicht, sondern belustigte sich vielmehr nur über diese Reden. »Na, aber wir führen doch unsere Wirtschaft ohne derartige Maßregeln«, versetzte er lächelnd. »Ich meine mich und Lewin und unseren Nachbar hier«, erwies auf den anderen Gutsbesitzer. »Ja, bei Mikhail Petrovich geht es ja noch so einigermaßen. Aber fragen Sie ihn nur, wie? Ist das etwa eine rationelle Wirtschaft?«, sagte der Gutsbesitzer. Er punkte augenscheinlich mit dem Worte »rationelle«. »Meine Wirtschaft ist sehr einfach«, versetzte Mikhail Petrovich. »Dafür danke ich meinem Gotte. Meine Wirtschaft zielt nur darauf hin, dass das Geld für die Steuern im Herbst bereit darliegt. Aber die Bauern, die kein Geld für die Steuern haben, kommen dann und bitten. »Väterchen, liebes Väterchen, hilf uns aus der Not!« »Na, die Leute sind ja sämtlich meine Nachbarn. Da tun sie einem denn leid, und da gibt man ihnen das Geld für das erste Jahresdrittel.« »Sagt ihnen aber dabei, vergesst nicht, Kinder, dass ich euch geholfen habe. Nun müsst ihr mir aber auch helfen, wenn's nötig ist, beim Hafer säen oder beim Heuen oder bei der Getreideernte.« Na und da setzt man gleich fest, wie viel Mann aus jeder Familie zur Arbeit kommen sollen. Gewissenlose Menschen gibt es dann allerdings auch unter diesen, das ist richtig. Ljewin, dem diese patriarchischen Gebräuche längst bekannt waren, wechselte einen Blick mit Zwiaszki und unterbrach Mikhail Petrovich, indem er sich wieder an den Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart wandte. »Also, wie denken Sie nun darüber?«, fragte er. »Wie muss man jetzt seine Wirtschaft führen?« »So wie Mikhail Petrovich, man kann ja auch die Bauern die Arbeit für die Hälfte des Ertrags verrichten lassen, oder auch ihnen das Land in Pacht geben. Gewiss, das geht auch, nur wird gerade dadurch der allgemeine Wohlstand des Staates vernichtet. Während mein Land früher bei Bearbeitung durch Leibeigene und bei guter Bewirtschaftung das Neunfache brachte, bringt es jetzt bei Bearbeitung auf Halbpart nur das Dreifache. »Die Gleichberechtigung der Bauern hat Russland zugrunde gerichtet.« Zwiaszki blickte Ljewin mit lächelnden Augen an und machte ihm sogar ein ganz leises, spöttisches Zeichen, aber Ljewin fand die Worte des Gutsbesitzers gar nicht lächerlich. Er hatte für sie ein besseres Verständnis als für Zwiaszkis Standpunkt. Vieles von dem, was der Gutsbesitzer noch weiter sagte, um zu beweisen, dass die Gleichberechtigung der Bauern Russlands verderb sei, war ihm neu und erschien ihm durchaus richtig und unwiderlegbar. Der Gutsbesitzer sprach offenbar, was so selten vorkommt, Gedanken aus, die in seinem eigenen Kopf entstanden waren, und zu diesen Gedanken war er nicht etwa durch den Wunsch geleitet worden, den müßigen Geist mit irgendetwas zu beschäftigen, sondern sie waren aus den Erfahrungen des Lebens erwachsen, das er in seiner ländlichen Einsamkeit verbracht und nach allen Richtungen durchdacht hatte. Sehen Sie, sagte er, sichtlich bestrebt zu zeigen, dass er eine gute Bildung besitze, die Sache ist die, dass jeder Fortschritt nur von der autoritativen Macht bewerkstelligt wird. Nehmen Sie die Reformen Peters, Katharinas, Alexanders, nehmen Sie die Geschichte Europas, und ganz besonders gilt das für die Fortschritte auf dem Gebiete der Landwirtschaft, zum Beispiel die Kartoffeln. Auch die sind bei uns nur mit Gewalt eingeführt worden. Auch mit dem Hakenpflug hat man ja nicht immer gepflügt. Auch der ist erst eingeführt worden, vielleicht zur Zeit der Teilfürsten, aber sicherlich nur mit Gewalt. Jetzt, zu unserer Zeit, haben wir Gutsbesitzer als noch die Leibeigenschaft bestand, unsere Wirtschaft mit den modernen Vervollkommnungen geführt, die Trockenböden und die Wurfelmaschinen und das Düngerfahren und alle landwirtschaftlichen Geräte. Alles haben wir Kraft unserer höheren Stellung eingeführt, und die Bauern haben sich anfangs widersetzt, nachher aber es uns nachgemacht. Jetzt nun ist uns bei der Aufhebung der Leibeigenschaft diese Macht genommen worden, und so muss nun auch unser Wirtschaftsbetrieb überall, wo er eine hohe Stufe erreicht hatte, wieder zu dem ursprünglichen Zustand des schlimmster Unkultur hinabsinken. So fasse ich das auf. »Aber weshalb denn nur?«, entgegnete Swiaschski. »Wenn Ihr Wirtschaftsbetrieb rationell ist, so können Sie ihn auch unter Anwendung des Mietsystems durchführen.« »Dazu fehlt mir die Macht. Gestatten Sie die Frage, mit was für Leuten soll ich meine Wirtschaft führen?« »Da haben wir's«, dachte Lewin. »Die Arbeitskraft, das ist der Angelpunkt der Landwirtschaft.« »Mitarbeitern.« »Die Arbeiter wollen nicht gut arbeiten und nicht mit guten Geräten. Unsere Arbeiter verstehen nur eins, sich fisch zu betrinken und alles, was man ihnen in die Hände gibt, zugrunde zu richten. Die Pferde richten Sie zugrunde, indem Sie sie in erhitztem Zustande tränken, das gute Pferdegeschirr zerreißen Sie, die frischbeschienten Räder vertauschen Sie gegen andere und vertrinken den Ertrag. In die Dreschmaschine lassen Sie einen Deichselnagel hineinfallen, um sie entzweit zu machen. Alles, was nicht nach Ihrem Geschmacke ist, ist Ihnen ein Gräuel. Infolgedessen ist die ganze Landwirtschaft gesunken. Weite Felder liegen unbebaut und überziehen sich mit Wermut, oder sie sind an die Bauern verpachtet. Und wo früher eine Million Schädwert erzeugt wurde, erzeugen diese jetzt nur einige Hunderttausend. Der allgemeine Wohlstand ist gesunken. Ja, wenn man dasselbe getan hätte, aber mit mehr Überlegung. Und er begann, seinen eigenen Plan einer Bauernbefreiung zu entwickeln, bei dessen Befolgung nach seiner Ansicht die Übelstände vermieden worden wären. Das interessierte Lewin nicht. Aber als der Redende mit seinen Auseinandersetzungen fertig war, kehrte Lewin zu der ersten Behauptung zurück, die jener aufgestellt hatte. Um Swiaschski dazu zu veranlassen, seine wirkliche Meinung auszusprechen, wandte sich Lewin an diesen und sagte, dass die Bedeutung der Landwirtschaft sinkt und dass es bei unserem Verhältnisse zu den Arbeitern unmöglich ist, mit Vorteil eine rationelle Wirtschaft zu führen. Das ist vollkommen richtig. Das kann ich nicht finden, versetzte Swiaschski. Und zwar jetzt ganz ernsthaft. Ich sehe nur, dass wir nicht verstehen, Landwirtschaft zu treiben und bin im Gegensatz zu dem, was vorhin behauptet wurde, der Ansicht, dass der Wirtschaftsbetrieb, wie er zur Zeit der Leibeigenschaft üblich war, nicht etwa auf einer sehr hohen, sondern auf einer sehr niedrigen Stufe stand. Wir haben keine Maschinen und keine ordentlichen Arbeitstiere und keine richtige Verwaltung, und wir verstehen auch nicht zu rechnen. Wenn Sie einen Landwirt fragen, so weiß er nicht, was für ihn vorteilhaft und was unvorteilhaft ist. Wir können ja die italienische Buchführung lernen, sagte der Gutsbesitzer ironisch. Aber man mag da rechnen, so viel man will. Wenn die Leute einem alles verderben, kommt doch kein Gewinn heraus. Warum sollten Sie denn alles verderben? Ein elendes Ding von Dreschmaschine oder eine russische Stampfe? Die machen Sie entzwei. Aber meine Dampfdreschmaschine, die werden Sie nicht entzwei machen. So eine jämmerliche Meere! Wie pflegen sich doch die Leute auszudrücken? Echt knutener Schlag! Weil sie ohne einen Schlag mit der Knute sich nicht rührt. Die werden Sie ihnen verderben. Aber wenn Sie Percherons einführen oder sonst eine kräftige Sorte von Arbeitspferden, die werden Sie ihnen nicht verderben. Und so steht es mit allem. Wir müssen die Landwirtschaft heben. Wenn man nur wüsste, wo man das Geld dazu hernehmen soll, Nikolaj Ivanovic. Sie sind gut dran, aber ich habe einen Sohn auf der Universität zu unterhalten und die kleineren Knaben auf dem Gymnasium. Da kann ich mir keine Percherons kaufen. Dafür sind die Banken da. Damit das Letzte, was man hat, unter den Hammer kommt. Nein, dafür danke ich. Ich bin nicht Ihrer Ansicht, dass es nötig und möglich wäre, die Landwirtschaft noch mehr zu heben, sagte Lewin. Ich habe das mit Eifer betrieben und besitze auch die nötigen Geldmittel. Aber trotzdem habe ich nichts ausrichten können. Die Banken. Ja, ich weiß nicht, wem die von Nutzen sind. Ich für meine Person habe, so oft ich für irgendeinen Zweck in der Wirtschaft Geld aufwendete, immer nur Schaden gehabt. Beim Vieh Schaden. Bei den Maschinen Schaden. Ja, ja, das ist richtig, bekräftigte der Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart und lachte dabei ordentlich vor Vergnügen. Und ich bin nicht der Einzige, der diese Erfahrung macht, fuhr Lewin fort. Ich berufe mich auf alle Landwirte, die eine rationelle Wirtschaft führen. Alle, mit seltenen Ausnahmen, wirtschaften sie mit Schaden. Nun sagen Sie selbst, ist denn Ihre Wirtschaft gewinnbringend? Fragte Lewin und bemerkte sofort in Swiaskis Blick jenen plötzlichen Ausdruck von Angst, den er immer wahrnahm, wenn er in Swiaskis Geist weiter als bis in die Empfangszimmer eindringen wollte. Übrigens war diese Frage Lewins nicht ganz frei von Hinterlist. Die Hausfrau hatte ihm soeben erst beim Tee erzählt, sie hätten sich in diesem Sommer aus Moskau einen der Buchführung kundigen Deutschen kommen lassen, der ihnen gegen eine Gebühr von 500 Rubeln ihre ganze Wirtschaft berechnet und gefunden habe, dass sie einen Verlust von etwas über 3000 Rubeln bringe. Ganz genau hatte sie diese Zahlen nicht im Kopf, aber der Deutsche hatte es, wie sie sagte, bis auf eine Viertel Kopeke ausgerechnet. Der Gutsbesitzer lächelte, als Lewin sich nach dem Ertrag von Swiaskis Wirtschaft erkundigte. Er mochte wohl wissen, wie es mit dem erzielten Gewinn bei seinem Nachbar, dem Adelsmarschall, stand. Es mag sein, dass sie nicht gewinnbringend ist, antwortete Swiaskis, aber das beweist nur, dass ich entweder ein schlechter Landwirt bin oder dass ich Kapital aufwende, um die Rente zu erhöhen. Ach, die Rente, rief Lewin ganz entsetzt. Vielleicht gibt es in Europa eine Rente, wo der Boden durch die hineingesteckte Arbeit besser geworden ist. Aber bei uns wird der ganze Boden durch die hineingesteckte Arbeit nur schlechter. Das heißt, man mergelt ihn aus. Also ist von Rente nicht die Rede. Wie sollte es denn keine Rente geben? Das ist ein unumstößliches Gesetz. Dann stehen wir eben außerhalb dieses Gesetzes. Durch den Hinweis auf die Rente kann bei uns nichts erklärt werden. Das verwirrt im Gegenteil die Sache nur noch mehr. Nein, sagen Sie selbst, wie kann die Lehre von der Rente... Möchten Sie nicht etwas saure Milch? Mascha, lass uns doch saure Milch bringen oder auch Himbeeren, wandte er sich an seine Frau. Die Himbeeren halten sich in diesem Jahre merkwürdig lange. Damit stand Swiaskis in der vergnügtesten Stimmung auf und trat von Lewin weg. Er war offenbar der Meinung, dass das Gespräch an diesem Punkte beendet sei. Während es nach Lewins Ansicht gerade hier erst anfing. Da ihn sein bisheriger Gesprächsgenosse verlassen hatte, so setzte Lewin die Unterhaltung mit dem Gutsbesitzer fort und bemühte sich ihm zu beweisen, dass die ganze Schwierigkeit daherkomme, dass wir vor den Eigenheiten und Gewohnheiten des Arbeiters unsere Augen verschließen. Aber der Gutsbesitzer war wie alle selbstständigen einsamen Denker schwerfällig im Auffassen fremder Gedanken und zu sehr in seine eigenen verliebt. Er blieb eigensinnig dabei, der russische Bauer sei ein Vieh und habe diesen viehischen Zustand gerne, und um ihn aus diesem viehischen Zustande herauszubringen, seien Machtmittel erforderlich, aber die seien nicht vorhanden. Was nötig sei, sei der Stock, aber wir seien so liberal geworden, dass wir statt der seit tausend Jahren bestehenden Prügelstrafe auf einmal Anwälte und Gefängnishaft eingeführt hätten, wobei man die nichtsnutzigen stinkenden Bauern mit guter Suppe füttere und ausrechne, wie viel Kubikfuß Luft sie brauchten. Warum meinen Sie, sagte Lerwin in dem Bestreben, auf das Thema zurückzukommen, dass es unmöglich ist, ein solches Verhältnis zu den Arbeitskräften ausfindig zu machen, dass dabei die Arbeit nutzbringend wird? Das wird sich mit dem russischen Landvolke nie erreichen lassen. Wir haben keine Machtmittel, antwortete der Gutsbesitzer. Wie könnten wir denn überhaupt noch neue Verhältnisse ausfindig machen? fragte Swiaschski, der einen Teller saure Milch gegessen, sich eine Zigarette angezündet hatte und nun wieder zu den Disputierenden trat. Alle nur denkbaren Verhältnisse zu den Arbeitskräften sind wissenschaftlich bestimmt und studiert worden, sagte er. Jenes Überbleibsel der Barbarei, die urzeitliche Gemeinde mit gegenseitiger Bürgschaft, zerfällt von selbst, die Leibeigenschaft ist aufgehoben, so bleibt nur die freie Arbeit übrig und deren Formen sind genau festgelegt und fix und fertig und die müssen wir annehmen. Knecht, Tagelöhner, Pächter, über diese Möglichkeiten werden sie nicht hinauskommen. Aber Europa ist mit diesen Formen unzufrieden? Das ist richtig und man sucht dort nach Neuen und man wird auch wahrscheinlich welche finden. Davon rede ich ja auch nur, versetzte Lewin. Warum sollen wir nicht auch unsererseits danach suchen? Weil das ganz dasselbe wäre, wie wenn wir Systeme für den Eisenbahnbau neu erfinden wollten. Die sind schon erfunden und fix und fertig. Aber wenn sie nun für uns nicht passen und wenn sie töricht sind, wandte Lewin ein. Und wieder bemerkte er in Swijaschskis Augen jenen Ausdruck von Angst. Ja, ja, so ist das, wir werden den Vogel abschießen. Wir werden das herausbekommen, wonach Europa noch sucht. Ich kenne das alles, aber entschuldigen Sie, kennen Sie wohl Ihrerseits alles, was in Europa in der Frage der Arbeiterorganisation geschehen ist? Nein, nur mangelhaft. Die Frage beschäftigt jetzt die besten Köpfe in ganz Europa. Zum Beispiel die Schulze-Delitzsch-Richtung und dann diese gewaltige Literatur über die Arbeiterfrage von der allerfortschrittlichsten, Lasalschen Richtung. Die Mühlhäuser-Organisation ist ja schon zur wirklichen Tatsache geworden, Sie wissen gewiss davon. Ich habe eine Vorstellung davon, indes nur eine sehr unklare. Ach, das sagen Sie nur so, Sie wissen sicherlich mit allen diesen Dingen nicht weniger Bescheid als ich. Ich bin ja natürlich kein Professor der Sozialwissenschaften, aber die ganze Sache hat mich sehr interessiert und wirklich, wenn Sie sich dafür interessieren, so werden Sie gut tun, sich genauer damit zu beschäftigen. Aber zu welchem Ergebnis ist man denn gelangt? Verzeihung. Die Gutsbesitzer waren aufgestanden und Zwiaszki begleitete seine Gäste hinaus. So hatte er Lewin wieder nicht zum Ziele kommen lassen, als dieser nach seiner hässlichen Gewohnheit versucht hatte, einen Blick in die Teile seines Geistes zu werfen, die hinter den Empfangszimmern lagen. Ende von Abschnitt 48 Gelesen von Eva K. Abschnitt 49 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil 28 Lewin empfand an diesem Abend in der Gesellschaft der Damen eine unerträgliche Langeweile. Es regte ihn wie noch nie zuvor der Gedanke auf, dass der jetzige, ihn so wenig befriedigende Zustand seiner Wirtschaft nicht etwas nur ihm persönlich eigenes, sondern ein Teil des allgemeinen Zustandes sei, in dem sich die Sache in ganz Russland befinde, und dass die Schaffung eines Verhältnisses zu den Arbeitern, bei dem diese so arbeiteten, wie bei jenem Bauern auf der Hälfte des Weges, nicht ein Hirngespinst, sondern eine Aufgabe sei, die unbedingt gelöst werden müsse. Und es schien ihm, dass die Lösung dieser Aufgabe möglich und es seine Pflicht sei, einen Versuch dazu zu machen. Nachdem Lewin den Damen Gute Nacht gesagt und versprochen hatte, noch den ganzen folgenden Tag da zu bleiben, um mit ihnen zusammen auszureiten und in dem staatlichen Walde einen interessanten Erdsturz zu besichtigen, begab er sich vor dem Schlafengehen noch in das Arbeitszimmer des Hausherrn, um sich die Bücher über die Arbeiterfrage, die ihm Swiaschski angeboten hatte, zu holen. Swiaschskis Arbeitszimmer war von gewaltiger Ausdehnung und mit mehreren Bücherschränken sowie mit zwei Tischen ausgestattet, einem massiven Schreibtisch, der mitten im Zimmer stand, und einem runden Tische, auf dem sternförmig um die Lampe herum die neuesten Nummern von allerlei Zeitungen und Zeitschriften in verschiedenen Sprachen ausgebreitet lagen. Neben dem Schreibtische stand ein Ständer mit Schubkasten, an denen goldene Aufschriften, den sehr verschiedenartigen Inhalt angaben. Swiaschski holte die Bücher hervor und setzte sich dann in einen Schaukelstuhl. »Was sehen Sie sich denn da an?« fragte er Lewin, der bei dem runden Tische stehen geblieben war und in den Zeitschriften blätterte. »Ach ja, da ist ein sehr interessanter Artikel drin,« sagte er mit Bezug auf die Zeitschrift, die Lewin gerade in der Hand hatte. »Es stellt sich heraus,« fügte er lebhaft und munter hinzu, »dass der Hauptschuldige bei der Teilung Polens gar nicht friedrig war. Es stellt sich heraus,« und mit der ihm eigenen Klarheit berichtete er in Kürze über diese neuen, sehr wichtigen und interessanten Enthüllungen. Wie wohl Lewin jetzt stark mit seinen Gedanken an die Landwirtschaft beschäftigt war, stellte er doch, während er dem Hausherrn zuhörte, die Überlegung an, »Was hat er eigentlich damit vor?« »Warum in aller Welt interessiert ihn die Teilung Polens?« Als Swiaschski mit seiner Auseinandersetzung zu Ende war, fragte Lewin unwillkürlich, »Und was soll nun geschehen?« »Aber es sollte gar nichts weiter geschehen. Interessant war eben nur, dass sich das herausgestellt hatte.« Aber warum ihn das interessierte, erklärte Swiaschski nicht und hielt er nicht für nötig, zu erklären. »Ja, aber mich hat dieser verbitterte Gutsbesitzer sehr interessiert,« sagte Lewin mit einem Seufzer. »Er ist ein kluger Mann und was er sagte, war zum großen Teil richtig.« »Ach, gehen Sie doch!« »Er ist ein eingefleischter, heimlicher Anhänger der Leibeigenschaft, wie Sie es alle sind,« erwiderte Swiaschski. »Und Sie, als Adelsmarschall, sind Ihr Leiter?« »Ja, nur, dass ich Sie als solcher nach der anderen Seite hinzuleiten suche,« versetzte Swiaschski lachend. »Da ist ein Punkt, der mich sehr beschäftigt,« sagte Lewin. »Er hat Recht, unsere Tätigkeit, das heißt eine rationelle Landwirtschaft, hat keinen Erfolg. Es gedeiht nur eine Wucherwirtschaft, wie bei jenem stillen, ruhigen Herrn, oder eine vom allereinfachsten Zuschnitt. Wer ist daran schuld?« »Natürlich wir selbst, aber es ist auch nicht richtig, dass eine rationelle Wirtschaft nicht vorwärts käme. Bei Vasilchikow geht es ganz gut. Der hat auch eine Fabrik. Aber ich weiß überhaupt nicht, worüber Sie sich eigentlich wundern. Unser Landvolk steht in materieller und geistiger Hinsicht auf einer so niedrigen Entwicklungsstufe, dass es naturgemäß allem widerstreben muss, was ihm fremd ist. In Europa geht ein rationeller Wirtschaftsbetrieb gut vonstatten, weil das Volk gebildet ist, folglich müssen auch wir unserem Volke Bildung geben. Das ist die ganze Sache. Aber wie sollen wir das anfangen? Um dem Volke Bildung zu geben, dazu sind drei Dinge erforderlich. Schulen, Schulen und nochmals Schulen. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass das Volk in materieller Hinsicht auf einer niedrigen Entwicklungsstufe steht. Inwiefern können da die Schulen helfen? Wissen Sie, Sie erinnern mich an die Anekdote von den Ratschlägen, die man einem Kranken gab. Sie sollten es mit einem Abführmittel versuchen. Ich habe eins genommen, aber es ist davon nur noch schlimmer geworden. Versuchen Sie es doch einmal mit Blutegeln. Das habe ich versucht, es ist noch schlimmer geworden. Nun, dann sollten Sie einfach den lieben Gott bitten, Ihnen zu helfen. Das habe ich auch getan, aber es ist nur noch schlimmer geworden. So machen auch wir beide es jetzt. Ich rede von Nationalökonomie, Sie sagen, es wird nur schlimmer. Ich rede von Sozialismus, Sie sagen, es wird nur schlimmer. Ich rede von Bildung, wieder, es wird nur schlimmer. Ja, inwiefern können denn da die Schulen helfen? Sie erwecken bei dem Volke andere Bedürfnisse. Da haben wir es, gerade das ist es, was ich nie habe begreifen können, erwiderte Lewin hitzig. Auf welche Weise können die Schulen dem Volke zur Verbesserung seiner materiellen Lage behilflich sein? Sie sagen, die Schulen und die Bildung erwecken beim Volke neue Bedürfnisse. Umso schlimmer, denn das Volk wird nicht imstande sein, diese neuen Bedürfnisse zu befriedigen. Und auf welche Weise die Kenntnis des Addierens und Subtrahierens und des Katechismus dem Volke zur Verbesserung seiner materiellen Lage behilflich sein soll, das habe ich nie begreifen können. Vorgestern Abend traf ich eine Bauersfrau mit einem Säugling und fragte sie, wohin sie ginge. Sie antwortete, ich bin bei der Hebamme gewesen, das Jungchen hatte den Schreikrampf bekommen, da habe ich es hingetragen, damit sie es heilen sollte. Ich fragte, wie heilt denn die Hebamme den Schreikrampf? Sie setzt das Kindchen zu den Hühnern auf die Sitzstange und sagt etwas dazu. Na, sehen Sie wohl, da sagen Sie es ja selbst, damit so eine Frau nicht ihr Kind hinträgt, um es auf der Hühnerstange vom Schreikrampf verheilen zu lassen. Dazu sind die Schulen nötig, sagte Swiaschski mit vergnügtem Lächeln. Aber nein doch, erwiderte Lewin ärgerlich. Diese Heilmethode benutzte ich ja nur zum Vergleiche mit der Heilung des Volkes durch Schulen. Das Volk ist arm und ungebildet. Das sehen wir ebenso deutlich, wie die Bauersfrau den Schreikrampf daran erkennt, dass das Kind so schreit. Aber auf welche Weise gegen diesen schlimmen Zustand, die Armut und den Mangel an Bildung dem Volke die Schulen helfen sollen, das ist ebenso unbegreiflich, wie es unbegreiflich ist, auf welche Weise die Hühner auf der Sitzstange gegen den Schreikrampf helfen sollen. Die Hilfe muss sich gegen die Ursache der Armut des Volkes richten. Na, wenigstens in diesem Punkt stimmen sie mit Spencer überein, den sie ja so wenig leiden können. Der sagt auch, die Bildung könne eine Folge größeren Wohlstandes und Wohlbehagens, wie er sich ausdrückt, häufigen Waschens sein, nicht aber eine Folge der Kenntnis des Lesens und Schreibens. Nun, sehen Sie, da bin ich ja sehr froh oder vielmehr sehr missvergnügt, dass ich mit Spencer übereinstimme, aber zu dieser Erkenntnis bin ich schon längst gekommen. Schulen helfen da nicht. Helfen kann da nur eine wirtschaftliche Einrichtung, bei der das Volk reicher wird und mehr freie Zeit bekommt. Dann werden die Schulen ganz von selbst entstehen. Und doch ist jetzt in Europa der Schulbesuch Pflicht. Aber wie können denn Sie selbst in diesem Punkt mit Spencer einer Meinung sein, fragte Lewin. Aber in Swiaschskis Augen wurde wieder für einen Augenblick jener Ausdruck von Angst sichtbar und er antwortete lächelnd, Nein, diese Geschichte von dem Schreikrampf ist ausgezeichnet und es haben Sie wirklich selbst gehört. Lewin sah, dass es ihm auf diese Weise nicht gelingen werde, den inneren Zusammenhang zwischen dem praktischen Leben dieses Mannes und seiner Gedankenwelt zu finden. Es war diesem offenbar ganz gleichgültig, zu welchen Ergebnissen ihn seine Denktätigkeit führte. Woran ihm lag, das war eben nur die Tätigkeit des Denkens selbst. Unangenehm war es ihm allerdings, wenn diese Denktätigkeit ihn in eine Sackgasse führte. Nur das mochte er nicht leiden und suchte sich dann dadurch zu helfen, dass er die Rede auf irgendetwas Angenehmes und Vergnügliches brachte. Alle Erlebnisse dieses Tages hatten auf Lewin stark gewirkt, darunter als erstes der Eindruck, den ihm der Bauer auf der Mitte seiner Fahrt gemacht hatte. Ein Eindruck, der gleichsam die Basis für alle weiteren Eindrücke des Tages abgab. Dieser liebenswürdige Swijaschski, der sich eine bestimmte Gattung von Gedanken nur so für die Bedürfnisse des gesellschaftlichen Verkehrs hielt und offenbar noch andere vor Lewins Spürsinn verborgene Grundanschauungen für sein Handeln besaß und zugleich, wie viele andere Leute, deren Name Legion ist, auf die Anschauungen seiner Mitmenschen durch Gedanken, die ihm selbst fremd waren, leidend einwirkte. Dann dieser verbitterte Gutsbesitzer, der durchaus Recht hatte in den Schlussfolgerungen, die ihm das Leben aufgezwungen hatte, aber Unrecht in seiner Verbitterung gegen eine ganze Volksklasse, und zwar gegen die Beste in Russland. Endlich seine eigene Unzufriedenheit mit seiner Tätigkeit und die unklare Hoffnung, dass ich ein Mittel werde finden lassen, um dies alles zu bessern. Alles das floss bei ihm zusammen zu einem Gefühle innerer Unruhe und gespannten Wartens auf eine nahe Klärung. Als Slevin in dem ihm angewiesenen Zimmer allein geblieben war und auf der Sprungfedermatratze lag, die bei jeder Bewegung seine Arme und Beine unerwartet in die Höhe schnellen ließ, da konnte er lange nicht einschlafen. Nichts von dem, was er in den Gesprächen mit Swiaschski zu hören bekommen hatte, interessierte ihn, obgleich gar manche seiner Äußerungen klug und verständig gewesen war. Dagegen fühlte er sich durch die Ausführungen des Gutsbesitzers zum Nachdenken aufgefordert. Unwillkürlich rief er sich alle Worte dieses Mannes ins Gedächtnis zurück und verbesserte in Gedanken das, was er ihm darauf geantwortet hatte. Ja, ich hätte ihm sagen sollen, sie behaupten, ihre Wirtschaft gehe deswegen nicht nach Wunsch, weil der Bauer alle Vervollkommnungen hasse und diese von Staats wegen eingeführt werden müssten. Freilich, wenn eine Wirtschaft ohne diese Vervollkommnungen überhaupt nicht gedeihen könnte, dann würden sie Recht haben. Nun geht aber die Wirtschaft nur da ordentlich, wo der Arbeiter in einer seiner Gewohnheiten entsprechenden Weise beschäftigt wird, wie bei dem alten Bauern auf der Hälfte des Weges hierher. Aus ihrer und unserer allgemeinen Unzufriedenheit mit dem Gange der Wirtschaft muss gefolgert werden, dass wir selbst die Schuld daran tragen und nicht die Arbeiter. Wir versteifen uns schon lange auf unseren, das heißt den europäischen Standpunkt, ohne nach den Eigenheiten der arbeitenden Klasse zu fragen. Versuchen wir es doch einmal, in dem Arbeiter nicht lediglich eine beziehungslose arbeitende Kraft zu sehen, sondern den russischen Bauer mit allen seinen Eigenheiten und richten wir danach unsere Wirtschaft ein. Stellen Sie sich vor, hätte ich zu ihm sagen sollen, dass die Wirtschaft bei Ihnen so geführt wird, wie bei jenem alten Bauern, dass sie ein Mittel gefunden haben, die Arbeiter an dem Erfolge der Arbeit zu interessieren und dass sie in den Vervollkommnungen das Mittelmaß gefunden haben, das den Arbeitern nicht widersteht. Dann werden Sie, ohne den Boden zu erschöpfen, gegen früher den doppelten und dreifachen Ertrag erzielen. Teilen Sie diesen Ertrag in zwei gleiche Teile und geben Sie die eine Hälfte an die Arbeiter. Dann wird der Ihnen verbleibende Teil immer noch größer sein als bisher und auch die Arbeiter werden mehr erhalten. Und das also zu erreichen, muss man den Stand der Landwirtschaft etwas herabsetzen und die Arbeiter an dem Erfolge der Wirtschaft beteiligen. Wie das zu machen ist, das muss noch im Einzelnen überlegt und geprüft werden, aber dass es möglich ist, daran kann kein Zweifel sein. Dieser Gedanke brachte Lewin in starke Erregung. Er schlief die halbe Nacht nicht und durchdachte alle zur Ausführung dieser Idee erforderlichen Einzelheiten. Er hatte eigentlich nicht vorgehabt, schon am folgenden Tage wieder abzureisen, fasste aber jetzt den Entschluss, gleich am frühen Morgen wieder nach Hause zu fahren. Zudem erweckte diese Schwägerin mit dem Ausschnitt im Kleide bei ihm eine Empfindung, die mit der Scham und Reue über eine begangene schlechte Tat große Ähnlichkeit hatte. Der Hauptgrund aber, der seine unverzügliche Abreise nötig machte, war, er musste den Bauern den neuen Plan vorlegen, ehe noch die Winterbestellung begann, damit diese schon aufgrund der neuen Abmachungen stattfinden könne. Er hatte den Entschluss gefasst, seinen ganzen bisherigen Wirtschaftsbetrieb umzugestalten. Die Ausführung dieses Planes machte viele Schwierigkeiten, aber Lewin setzte all seine Kraft daran und erreichte, wenn auch nicht alles, was er wünschte, so doch so viel, dass er ohne Selbstbetrug glauben konnte, die Sache sei die darauf verwandte Mühe wert. Eine der Hauptschwierigkeiten lag darin, dass die Wirtschaft bereits im Gange war und es unmöglich war, alles zum Stillstand zu bringen und von Neuem anzufangen, sondern gleichsam die Maschine, während sie ging, umgeändert werden musste. Als er gleich noch an demselben Abend, an dem er nach Hause zurückgekehrt war, dem Verwalter seine Pläne mitteilte, da stimmte dieser sichtlich mit Vergnügen dem Teile der Auseinandersetzung zu, in dem Lewin nachwies, dass alles bisher unternommene Unsinn und unvorteilhaft sei. Der Verwalter bemerkte dazu, das habe er schon längst gesagt, man habe nur nicht auf ihn hören wollen. Was aber den von Lewin vorgetragenen Plan anlangte, sich als Genossenschaftler mit den Arbeitern zusammen an dem ganzen landwirtschaftlichen Unternehmen zu beteiligen, so setzte der Verwalter demgegenüber nur eine sehr trübselige Miene auf, sprach gar keine bestimmte Meinung aus und begann sogleich von der Notwendigkeit zu reden, am nächsten Tage die noch übrigen Rockenhaufen einzufahren und das Land umackern zu lassen, so dass Lewin merkte, der Verwalter halte den jetzigen Zeitpunkt nicht für geeignet zu solchen Neuerungen. Als er dann über denselben Gegenstand mit den Bauern sprach und ihnen den Vorschlag machte, ihnen unter neuen Bedingungen Land zu überlassen, da stieß er wieder auf dieselbe Hauptschwierigkeit, dass sie nämlich von der laufenden Tagesarbeit zu sehr in Anspruch genommen waren, als dass sie Zeit gehabt hätten, die Vorteile und Nachteile des Unternehmens ordentlich zu überlegen. Ein treuherziger Bauer, der Viehwärter Ivan, schien Lewins Vorschlag an dem Ertrage des Viehhofes mit seiner Familie Anteil zu erhalten, vollständig zu begreifen und das Unternehmen durchaus zu billigen. Aber so oft Lewin ihm die künftigen Vorteile klar zu machen versuchte, prägte sich auf Ivans Gesichter eine gewisse Unruhe und ein Bedauern darüber aus, dass er die Auseinandersetzung nicht bis zu Ende anhören könne, und er fand schleunig irgendeine Arbeit für sich, die angeblich keinen Aufschub duldete. Entweder griff er nach der Heugabel, um Heu aus dem Schuppen herauszuwerfen, oder er machte sich daran, Wasser einzugießen oder den Dünger auszuräumen. Eine zweite Schwierigkeit bestand in dem unbesiegbaren Misstrauen der Bauern, die schlechterdings nicht glauben wollten, dass der Gutsbesitzer ein anderes Ziel im Auge haben könne, als sie so viel wie möglich auszubeuten. Sie waren fest davon überzeugt, dass, er möge zu ihnen sagen, was er wolle, seine wirkliche Absicht immer in dem stecken werde, was er zu ihnen nicht sage. Und wenn sie selbst über den Plan sich äußerten, so sprachen sie zwar sehr viel, verrieten aber niemals ihre wahre Absicht. Außerdem, und hier merkte Lewin, dass der gallige Gutsbesitzer recht hatte, war die erste und unumstößliche Bedingung, die die Bauern für irgendwelche Zustimmung ihrerseits aufstellten, die, dass sie zu keinerlei neuem Verfahren bei der Landwirtschaft und zu keiner Benutzung neumodischer Geräte gezwungen werden dürften. Sie gaben zu, dass der moderne Pflug besser pflüge, dass der Saatdecker erfolgreicher arbeite, aber sie brachten tausend Gründe vor, weswegen sie weder den einen noch den anderen benutzen könnten. Und obgleich Lewin der Überzeugung war, dass er den Stand seines Wirtschaftsbetriebes etwas herabsetzen müsse, so tat es ihm doch leid, auf Vervollkommnungen verzichten zu müssen, deren Vorteile augenfällig waren. Aber trotz aller dieser Schwierigkeiten beharrte er auf seinem Sinne, und zum Herbst kam die Sache in Gang, oder wenigstens schien es ihm so. Anfangs hatte Lewin vorgehabt, die ganze Wirtschaft so wie sie war, den Bauern, den Arbeitern und dem Verwalter unter den neuen genossenschaftlichen Abmachungen zu überlassen. Aber sehr bald hatte er sich überzeugt, dass das unmöglich sei und war zu dem Entschluss gekommen, die Wirtschaft zu teilen. Der Viehhof, der Obstgarten, der Gemüsegarten, die Wiesen und Felder wurden in verschiedene Abteilungen zerlegt und sollten getrennte Betriebsgebiete bilden. Der treuherzige Viehwärter Ivan, der nach Lewins Ansicht die Sache von allen am besten begriffen hatte, wählte sich noch einige Genossen dazu, vorzugsweise aus seiner eigenen Familie, und wurde Genossenschaftler beim Viehhufe. Ein weit entferntes Feld, das acht Jahre lang brach gelegen hatte, wurde mithilfe des klugen Zimmermannes Fyodor Rizunov von sechs Bauernfamilien aufgrund der neuen genossenschaftlichen Abmachungen übernommen und der Bauer Shuraev übernahm auf derselben Grundlage die sämtlichen Gemüsegärten. Alles Übrige blieb vorläufig noch beim Alten, aber diese drei Abteilungen bildeten den Anfang der neuen Wirtschaftsordnung und beschäftigten Lewin voll auf. Allerdings ging die Sache auf dem Viehhufe einstweilen nicht besser als vorher, und Ivan widersetzte sich energisch der Unterbringung der Kühe in warmen Stellen und der Bereitung der Butter aus süßer Sahne, indem er behauptete, die Kuh brauche im Kalten weniger Futter und das Buttern aus saurer Sahne sei ergiebiger. Auch forderte er seinen Lohn wie bei der alten Einrichtung, und es war ihm ganz gleichgültig, dass das Geld, das er erhielt, nicht Lohn, sondern ein Vorschuss auf seinen Anteil am Gewinn war. Allerdings unterließ es Fyodor Rizunovs das Land vor der Aussaat nochmals mit modernen Pflügen umzuackern, wie doch verabredet war, und entschuldigte sich damit, die Zeit sei zu kurz gewesen. Allerdings bezeichneten die Bauern dieser Genossenschaft, obgleich sie mit Lewin übereingekommen waren, die Bewirtschaftung auf der neuen Grundlage durchzuführen, dieses Land dennoch nicht als gemeinschaftliches, sondern als auf Halbpart gepachtetes, und mehr als einmal hatten sowohl die Bauern dieser Genossenschaft wie auch Rizunov selbst zu Lewin gesagt, sie hätten eine bestimmte Geldsumme für das Land nehmen sollen, dann hätten sie mehr Ruhe und wir hätten mehr freie Hand. Außerdem schoben diese Bauern immer unter verschiedenen Vorwänden die mit ihnen vereinbarte Erbauung eines Viehhofes und einer Getreidedarre auf diesem Lande auf, und zogen die Sache bis zum Winter hin. Allerdings hatte Shuraev die größte Lust, die von ihm übernommenen Gemüsegärten in kleinen Losen an einzelne Bauern zu verpachten. Er hatte offenbar die Bedingungen, unter denen ihm das Land übergeben war, völlig missverstanden, und zwar, wie es schien, absichtlich missverstanden. Allerdings hatte Lewin oft, wenn er mit den Bauern sprach und ihnen alle Vorteile des Unternehmens darlegte, die Empfindungen, als ob die Bauern dabei nur auf den Tonfall seiner Stimme hörten und sich fest vornehmen, er möge sagen, was er wolle, sich nicht von ihm hinters Licht führen zu lassen. Ganz besonders hatte er dieses Gefühl, wenn er mit dem Klügsten unter den Bauern, mit Dresunov sprach, und in dessen Augen ein heimliches Aufleuchten bemerkte, in dem sowohl der Spott über ihn, Lewin, wie auch die bestimmte Überzeugung deutlich zum Ausdruck kam, dass, wenn jemand bei der Sache geprellt werden sollte, dies jedenfalls nicht er, Dresunov sein werde. Aber trotz alledem meinte Lewin doch, dass die Sache nun in Gang gekommen sei und dass, wenn er nur streng Rechnung führe und bei seinem Vorsatze beharre, er in Zukunft die Bauern von den Vorteilen einer solchen Einrichtung schon noch werde überzeugen können und dass dann die Sache ganz von selbst gehen werde. Durch diese Geschäfte und dazu noch durch den übrigen Wirtschaftsbetrieb, der in seinen Händen geblieben war, sowie auch durch die schriftstellerische Tätigkeit an seinem Buche, durch all dies war Lewin den ganzen Sommer über so stark in Anspruch genommen, dass er fast gar nicht auf die Jagd fuhr. Ende August erfuhr er von dem ablonskischen Diener, der ihm den Sattel zurückbrachte, dass die Familie wieder nach Moskau gereist sei. Er sagte sich, dass er durch die Unhöflichkeit, mit der er den Brief Darja Aleksandrovnas unbeantwortet gelassen hatte, ein Benehmen, an das er nicht ohne Schamröte zurückdenken konnte, seine Schiffe hinter sich verbrannt habe und sich bei dieser Familie nie mehr blicken lassen könne. Ebenso unartig hatte er sich auch gegen Swiaschski benommen, indem er, ohne Lebewohl zu sagen, abgefahren war. Er nahm sich vor, auch zu diesem nie wieder hinzufahren, aber jetzt war ihm das gleichgültig. Die Angelegenheit mit der Umgestaltung seiner Wirtschaft beschäftigte und interessierte ihn so wie bisher noch nie etwas in seinem Leben. Er las die Bücher durch, die ihm Swiaschski gegeben hatte, ließ sich andere, die dieser nicht besaß, von einer Buchhandlung schicken und las auf diese Art eine Menge nationalökonomische und sozialistische Schriften über diesen Gegenstand, fand aber, wie er das auch erwartet hatte, nichts darin, was auf sein eigenes Unternehmen besonderen Bezug gehabt hätte. In den nationalökonomischen Büchern zum Beispiel bei Mill, den er zuerst und mit großem Eifer durchstudierte, in der Hoffnung, jeden Augenblick bei ihm die Lösung der ihn beschäftigenden Fragen zu finden, fand er Gesetze, die aus der Lage der europäischen Landwirtschaft abgeleitet waren. Aber er konnte nicht einsehen, mit welchem Rechte diese auf Russland nicht anwendbaren Gesetze als allgemeingültig bezeichnet wurden. Dieselbe Beobachtung machte er bei den sozialistischen Büchern. Entweder waren es schöne, aber nicht zu verwirklichende Fantasien, ähnlich denen, für die er sich ehemals in seiner Studentenzeit begeistert hatte, oder Verbesserungen desjenigen Zustandes der Dinge, der in Europa vorhanden war, mit dem aber der Betrieb der Landwirtschaft in Russland nichts gemein hatte. Die Nationalökonomie behauptete, die Gesetze, nach denen sich der Wohlstand Europas entwickelt habe und noch jetzt entwickle, seien allgemeingültig und zweifellos richtig. Die sozialistische Lehre behauptete, eine Weiterentwicklung nach diesen Gesetzen werde zum Untergange führen. Aber weder bei den Nationalökonomen noch bei den Sozialisten war eine Antwort oder auch nur ein Schatten von Antwort auf die Frage zu finden, was er, Lewin, und alle russischen Bauern und Landbesitzer mit ihren Millionen von Händen und Desjatinen anfangen müssten, damit diese dem allgemeinen Wohlstande die größtmögliche Förderung brächten. Da er diese Sache nun einmal in Angriff genommen hatte, so las er gewissenhaft alles durch, was sich auf diesen Gegenstand bezog, und fasste den Plan, im Herbst ins Ausland zu reisen, um diese Frage auch noch an Ort und Stelle zu studieren, damit es ihm auf diesem Gebiete nicht mehr so gehen könne, wie es ihm schon so oft auf verschiedenen anderen Gebieten ergangen war. Denn kaum hatte er manchmal im Gespräche die Ansicht dessen, mit dem er sich unterhielt, erfasst und seine eigene Ansicht darzulegen begonnen, so wurde ihm sofort vorgehalten, aber Kaufmann und Jones und Dubois und Michelli, die haben sie offenbar nicht gelesen. Lesen Sie die, die haben diese Frage gründlich behandelt. Er sah jetzt klar, dass bei Kaufmann und Michelli nichts zu finden war, was er gebrauchen konnte. Er wusste, was er wollte. Er sah, dass Russland gutes Land und gute Arbeiter besaß, und dass in manchen Fällen, wie bei dem alten Bauern auf der Hälfte des Weges, die Arbeiter und das Land etwas Tüchtiges hervorbrachten, in den meisten Fällen aber, wo in europäischer Art Kapital angelegt war, nur wenig erzeugt wurde, und dass dies lediglich daher kam, dass die Arbeiter nur auf ihre eigene Art arbeiten wollten und auch nur dann gut arbeiteten und dass dieses Widerstreben nicht nur gelegentlich, sondern dauernd war und seine Grundlagen im Volksgeiste hatte. Er glaubte, dass das russische Volk, das den Beruf habe, ungeheure noch leer stehende Landstrecken zu besiedeln und zu bebauen, so lange bis alles Land in Benutzung genommen sei, an der dafür notwendigen Art der Bewirtschaftung mit bewusster Absicht festhalten werde und dass diese Art der Bewirtschaftung ganz und gar nicht so schlecht sei, wie man gewöhnlich annehme. Das beabsichtigte er zu beweisen, theoretisch in seinem Buche und praktisch in seiner Wirtschaft. Ende von Abschnitt 49 Gelesen von Eva K. Abschnitt 50 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ende September war das Holz für den Bau des Viehhofes auf dem der Arbeitsgenossenschaft überlassenen Stück Land angefahren, die Butter war verkauft und der Gewinn verteilt. In der Wirtschaft, in der Praxis ging die Sache ausgezeichnet oder wenigstens schien es Lewin so. Um aber die ganze Sache theoretisch klarlegen und seine Abhandlung abschließen zu können, die Lewins kühnen Hoffnungen zufolge bestimmt war, nicht nur einen Umschwung in der Nationalökonomie herbeizuführen, sondern diese Wissenschaft vollständig zu beseitigen und den Grund zu einer neuen Wissenschaft zu legen über das Verhältnis des Volkes zum Erdboden, dazu brauchte er nur ins Ausland zu reisen und an Ort und Stelle alles, was dort nach dieser Richtung hin geschehen war, zu studieren und den zwingenden Beweis zu führen, dass alles, was dort geschehen war, nicht das Richtige und Nötige sei. Lewin wartete nur, bis er den Weizenwerde abgeliefert und das Geld dafür empfangen haben, um ins Ausland zu reisen. Aber es trat andauernder Regen ein, der es nicht nur unmöglich machte, die Kartoffeln und was noch von Korn auf dem Felde stand einzubringen, sondern überhaupt alle landwirtschaftlichen Arbeiten hemmte, ja, selbst die Ablieferung des Weizens. Auf dem Wege war ein unergründlicher Schmutz, zwei Mühlen wurden durch plötzlich eintretendes Hochwasser weggerissen und das Wetter wurde noch von Tag zu Tag schlechter. Am 30. September ließ sich frühmorgens die Sonne wieder ein klein wenig blicken und in der Hoffnung auf gutes Wetter traf nun Lewin die endgültigen Vorbereitungen zur Abreise. Er ließ den Weizen aufschütten, schickte den Verwalter zum Händler, um das Geld in Empfang zu nehmen und tritt selbst auf seinem ganzen Gebiete umher, um vor seiner Abreise die letzten Anordnungen zu treffen. Nachdem Lewin alle Geschäfte erledigt hatte, ritt er ganz durchnässt von den Regenbächlein, die ihm trotz seines Lederrockes teils in den Hals, teils in die Stiefelschäfte gelaufen waren, aber in der muntersten und angeregtesten Gemütsstimmung am Abend nach Hause zurück. Das Unwetter tobte gegen Abend noch schlimmer. Der graupe Schnee peitschte das Pferd, das am ganzen Leibe nass war und fortwährend Kopf und Ohren schüttelte, so schmerzhaft, dass es in schräger Haltung vorwärts schritt. Lewin aber fühlte sich unter seiner Regenkappe ganz wohl und blickte fröhlich um sich bald nach den trüben Bächlein, die in den Wagen geleisen dahin liefen, bald nach den Tropfen, die an jedem kahlen Zweige hingen, bald nach dem weißen Fleck, noch nicht geschmolzenen Graupelschnees auf den Brückenbohlen, bald nach dem saftigen, noch fleischigen Laube einer Ulme, das in dicker Schicht um den entblätterten Baum herumlag. Trotz des düsteren Aussehens der ihn umgebenden Natur fühlte er sich in besonders gehobener Stimmung. Die Gespräche mit den Bauern auf dem weit entlegenen Felde hatten ihm gezeigt, dass sie anfingen, sich an ihre neuen Verhältnisse zu gewöhnen. Der alte Herbergswirt, bei dem er für ein Weilchen eingekehrt war, um sich zu trocknen, hatte sich über Lewins Plan sehr beifällig geäußert und sich aus freien Stücken erboten, in die Genossenschaft als Vieheinkäufer einzutreten. Man muss nur beharrlich sein Ziel verfolgen, dachte Lewin. Auf die Art werde auch ich das meinige schon erreichen, und die Sache ist die darauf verwandte Mühe und Arbeit wert. Es ist das nicht etwa nur meine persönliche Angelegenheit, Sondern hier handelt es sich um das Wohl der Gesamtheit, die ganze Landwirtschaft, der wichtigste Teil des Volkslebens, muss vollständig umgestaltet werden. Statt der Armut allgemeiner Wohlstand und Zufriedenheit, statt der Feindschaft, Eintracht und Interessengemeinschaft. Mit einem Worte eine unblutige Umwälzung, aber eine ganz gewaltige Umwälzung, zuerst in dem kleinen Raume unseres Kreises, dann im Gouvernement, in Russland, in der ganzen Welt, denn eine wahre, gerechte Idee kann nicht ohne Frucht bleiben. Ja, das ist ein Ziel, für das zu arbeiten, es sich verlohnt. Und dass gerade ich auf diese Idee gekommen bin, Konstantin Lewin, derselbe Mensch, der einmal in schwarzer Krawatte zum Ball gefahren ist und dem Kitty Scherbatska ja einen Korb gegeben hat und der sich selbst so kläglich und unbedeutend vorkommt. Das beweist gar nichts dagegen. Ich bin überzeugt, dass Franklin sich für ebenso unbedeutend hielt und ebenso wenig Selbstvertrauen besaß, wenn er über seine gesamte Persönlichkeit nachdachte. Das will gar nichts besagen. Auch der hat gewiss seine Agafia Mikhailovna gehabt, der er seine Geheimnisse anvertraute. Unter solchen Gedanken langte Ljewin, es war schon ganz dunkel geworden, wieder zu Hause an. Der Verwalter war von seiner Fahrt zu dem Händler zurückgekommen und hatte einen Teil des Geldes für den Weizen mitgebracht. Der Vertrag mit dem Herbergswirte wurde aufgesetzt. Unterwegs hatte der Verwalter bemerkt, dass das Getreide noch überall auf dem Felde stand, so dass, wie er hervorhob, seine noch nicht eingebrachten 160 Haufen nichts dem, was noch bei anderen draußen war. Nach dem Mittagessen setzte sich Ljewin wie gewöhnlich mit einem Buche in den Lehnstuhl und fuhr während des Lesens fort, zwischendurch an seine bevorstehende Reise und in Verbindung damit an seine Abhandlung zu denken. Heute trat ihm die ganze Bedeutsamkeit dieser seiner Arbeit besonders klar vor Augen und ganz von selbst bildeten sich in seinem Kopfe vollständige Satzgefüge, die den Kern seiner Ideen ausdrückten. Das muss ich mir aufzeichnen, dachte er, das soll eine kurze Einleitung bilden, die ich früher für unnötig gehalten habe. Er erhob sich, um an den Schreibtisch zu gehen und Laska, die zu seinen Füßen lag, stand sich reckend gleichfalls auf und sah ihn an, wie wenn sie fragte, wohin es gehen solle. Aber er fand keine Zeit, sich seine Aufzeichnungen zu machen, denn die Vorarbeiter waren gekommen, um sich Anleitungen zu holen, und Lewin ging zu ihnen hinaus in die Vorhalle. Nachdem er ihnen die erforderlichen Anleitungen erteilt, das heißt Anordnungen für die Arbeiten des nächsten Tages getroffen und auch alle Bauern empfangen hatte, die ihn sprechen wollten, kehrte Lewin wieder in sein Zimmer zurück und setzte sich an die Arbeit. Laska legte sich unter den Tisch, Agafja Mikhailovna setzte sich mit ihrem Strickstrumpf auf ihren gewohnten Platz. Nachdem Lewin eine Zeit lang geschrieben hatte, erinnerte er sich auf einmal in ungewöhnlich lebendiger Weise an Kitty, an ihre ablehnende Antwort und an die letzte Begegnung mit ihr. Er stand auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Sie brauchen sich ja hier nicht mehr zu langweilen, sagte Agafja Mikhailovna zu ihm. Wozu sitzen Sie denn immer noch zu Hause? Sie sollten nach einem Bade Ort mit warmen Quellen fahren. Mit Ihren Vorbereitungen sind Sie ja glücklicherweise fertig. Ich will ja auch übermorgen abreisen, Agafja Mikhailovna. Ich muss nur erst mein Unternehmen zum Abschluss bringen. Na ihr Unternehmen, das ist schon so das Richtige. Sie haben so schon den Bauern mehr als genug in den Rachen geworfen. Sie sagen ohnehin schon, euer Herr wird vom Zaren dafür eine Gnade erhalten. Ich muss mich immer wundern, warum machen sie sich so viele Sorge um die Bauern? Ich mache mir nicht um die Bauern Sorge, ich tue das um meinet Willen. Agafja Mikhailovna wusste mit Levins wirtschaftlichen Plänen ganz genau Bescheid. Lewin hatte ihr seine Absichten oft mit allen Einzelheiten auseinander gesetzt und nicht selten mit ihr gestritten und sich ihren Anschauungen nicht anschließen können Aber jetzt hatte sie das was er sagte völlig missverstanden Ja das ist gewiss an sein Seelenheil muss man vor allen Dingen denken sagte sie mit einem Seufzer Da ist zum Beispiel Parfien Denisic wenn er auch nicht lesen und schreiben konnte aber er ist doch so gestorben dass man nur Gott bitten möchte jedem einen solchen Tod zu geben sagte sie es war dies ein unlängst verstorbener Hofknecht er hatte das Abendmahl genommen und die letzte Ölung erhalten Davon rede ich nicht antwortete er ich wollte sagen dass ich um meines eigenen Vorteils willen so handle es ist für mich vorteilhafter wenn die Bauern besser arbeiten da können sie tun was sie wollen wenn so ein Bauer ein Faulpelz ist dann wird er sich doch immer ungeschickt anstellen wenn einer ein Gewissen hat wird er arbeiten und wenn er keins hat ist nichts dagegen anzufangen aber ihr habt doch selbst gesagt dass Ivan jetzt besser für das Vieh sorgt ich sage nur eins erwiderte Agafia Mikhailovna und zwar offenbar nicht infolge eines plötzlichen Einfalls sondern als Ergebnis eines streng logischen Gedankenganges sie müssen heiraten das ist die ganze Sache dass Agafia Mikhailovna ganz denselben Punkt erwähnte an den er soeben gedacht hatte ärgerte und verdross ihn er runzelte die Stirn und setzte sich ohne ihr zu antworten wieder an seine Arbeit er wiederholte sich noch einmal im Kopf alles was er sich vorhin über die hohe Bedeutsamkeit dieser Arbeit gesagt hatte nur zuweilen horchte er in der tiefen Stille auf das Klappern von Agafia Mikhailovnas Stricknadeln und wenn ihm dann das einfiel woran er nicht denken wollte so zog er wieder die Stirn in Falten um neun Uhr wurde Schellengeläut hörbar und das dumpfe Geräusch eines Wagens der in dem tiefen Schmutze hin und her schwankte nun sehen sie da bekommen sie Besuch nun werden Mikhailovna stand auf und ging nach der Tür hin aber Lewin überholte sie seine Arbeit wollte ihm jetzt nicht recht von der Hand gehen und er freute sich über jeden Gast mochte kommen wer da wollte 31 Als Lewin die Treppe zur Hälfte hinuntergelaufen war hörte er in der Vorhalle ein ihm wohl bekanntes Husten aber er hörte es wegen des Geräusches seiner eigenen Schritte nur undeutlich und zu haben dann erblickte er die ganze lange knochige ihm so wohl bekannte Gestalt des Ankömmlings und nun schien die Annahme dass er sich doch vielleicht täusche eigentlich nicht mehr möglich aber immer noch hoffte er dass er sich irre und dass dieser lange Mann der da seinen Pelz auszog und so heftig hustete nicht sein Bruder Nikolai sei Konstantin Lewin liebte seinen Bruder aber mit ihm zusammen zu sein war ihm immer eine Qual gewesen und nun gar jetzt wo Konstantin infolge jenes Gedankens der zuerst ihm selbst in den Sinn gekommen und dann von Agafia Mikhailovna ausgesprochen war sich in einem unklaren verwirrten Seelenzustande befand gerade jetzt erschien ihm das bevorstehende Wiedersehen mit seinem Bruder besonders peinlich statt mit einem lustigen gesunden fremden Gaste der ihm wie er oft hatte bei seiner seelischen Benommenheit einige Zerstreuung gebracht hätte musste er nun mit seinem Bruder zusammen sein der ihn durch und durch kannte die geheimsten Gedanken aus ihm herauslocken und ihn zwingen würde sich vollständig auszusprechen und das mochte Konstantin Ljewin nicht aber sofort schallt er auch sich selbst wegen dieser hässlichen Empfindung aus und lief in die Vorhalle hinunter und sobald er seinen Bruder aus der Nähe gesehen hatte war auch dieses Gefühl persönlicher Enttäuschung sofort verschwunden und ein tiefes Mitleid an seine Stelle getreten wie schrecklich Nikolai auch schon früher infolge seiner Abmagerung und Krankheit ausgesehen hatte jetzt war er noch magerer und kraftloser geworden er war nur noch ein mit Haut überzogenes Gerippe er stand in der Vorhalle riss sich unter heftigen zuckenden Bewegungen des langen hageren Halses einen Schal ab und lächelte in seiner seltsam kläglichen Art als Konstantin dieses stille ergebungsvolle lächeln sah da fühlte er dass ihm ein Krampf die Kehle zusammenpresste siehst siehst du wohl da bin ich zu dir gekommen sagte Nikolai mit hohler stimme ohne die Augen auch nur eine Sekunde von dem Gesicht seines Bruders weg zu wenden ich hatte es schon längst tun wollen war aber immer kränklich aber jetzt habe ich mich recht erholt sagte er und wischte sich mit den großen mageren Händen die Nässe aus dem Barde ja ja antwortete Konstantin und sein Entsetzen steigerte sich noch als er seinen Bruder küsste und dabei mit den Lippen die Trockenheit seines Körpers fühlte und diese großen seltsam glänzenden Augen ganz nahe vor sich sah einige Wochen vorher hatte Konstantin Ljewin seinem Bruder geschrieben dass jener kleine Teil des ererbten Landes den die Brüder bisher noch ungeteilt zusammen besessen hatten nunmehr verkauft sei und dass der Bruder jetzt als seinen Anteil gegen 2000 Rubel zu erhalten habe Nikolai sagte er sei jetzt gekommen um dieses Geld in Empfang zu nehmen hauptsächlich aber in der Absicht einmal eine Zeit lang auf dem Familiensitze zu wohnen und den heimischen Erdboden zu berühren um daraus wie jene Riesen Kraft für die ihm bevorstehende Tätigkeit zu gewinnen trotz seiner gekrümmten Haltung mit der es noch schlimmer geworden war trotz der bei seinem hohen Wuchse besonders auffälligen Hagerkeit waren seine Bewegungen wie auch schon früher schnell und hastig Konstantin führte ihn in sein Arbeitszimmer Der Bruder kleidete sich mit besonderer Sorgfalt um was früher nicht seine Art gewesen war kämmte sein dünnes schlichtes Haar und ging dann lächelnd hinauf Er befand sich in der freundlichsten heitersten Stimmung wie Konstantin ihn in ihrer Kindheit oft gesehen zu haben sich erinnerte Selbst von Sergej Ivanovic sprach er ohne Bitterkeit Als er Agafia Mikhailovna sah scherzte er mit ihr und erkundigte sich nach den alten Dienern Die Nachricht von Parfien Denisic Tode erweckte bei ihm eine unangenehme Empfindung Eine Art von Schrecken malte sich auf seinem Gesicht aber er nahm sich sofort wieder zusammen Er war ja auch schon alt sagte er und begann dann von etwas anderem zu sprechen Ja ich möchte also etwa zwei Monate bei dir bleiben und dann nach Moskau fahren Weißt du Merkow hat mir eine Stelle versprochen Ich will in den Staatsdienst treten Jetzt werde ich mir mein Leben ganz anders einrichten Fuhr er fort Weißt du diesem Frauenzimmer habe ich den Laufpass gegeben Wen Marja Marja Nikolaevna wie ist das zugegangen warum denn Ach sie war ein grässliches Frauenzimmer sie hat mir eine Menge Unannehmlichkeiten gemacht Aber er erzählte nicht von welcher Art diese Unannehmlichkeiten gewesen seien Er konnte doch auch nicht sagen dass er Marja Nikolaevna deshalb weggejagt hatte weil sie ihm den Tee nicht so stark gekocht hatte wie er ihn hatte haben wollen und hauptsächlich deshalb weil sie ihn wie einen kranken gepflegt hatte und dann will ich jetzt überhaupt mein Leben vollständig umgestalten ich habe ja natürlich Dummheiten gemacht wie alle Menschen aber mein Vermögen das ist das letzte worum es mir leid tut die Hauptsache ist doch immer dass man gesund ist nun und meine Gesundheit hat sich Gott sei Dank gebessert Konstantin Lewin hörte zu und überlegte was er nun seinerseits sagen könnte vermochte aber keine passende Erwiderung zu finden wahrscheinlich fühlte Nikolai ihm das nach er begann den Bruder nach dem Gange seiner Wirtschaftsangelegenheiten zu fragen und Konstantin freute sich von sich selbst sprechen zu können weil er da reden konnte ohne sich zu verstellen er erzählte dem Bruder von seinen Plänen und Unternehmungen der Bruder hörte zu interessierte sich aber augenscheinlich nicht dafür diese beiden Menschen waren miteinander so eng verwandt und standen sich so nahe dass die geringste Bewegung der bloße Ton der Stimme für sie mehr besagte als alles was man mit Worten sagen kann jetzt jetzt hatten sie beide nur einen Gedanken der alles übrige erstickte den an Nikolais Krankheit und nahen Tod aber weder der eine noch der andere wagte davon zu sprechen und daher trug alles was sie nur reden konnten den Charakter der Unwahrhaftigkeit an sich weil es nicht das zum Ausdruck brachte was sie ausschließlich beschäftigte noch nie hatte sich Konstantin so sehr darüber gefreut dass der Abend vorbei war und man schlafen gehen musste wie heute noch nie keinem Fremden gegenüber und bei keinem bloßen Höflichkeits Besuche war er so verstellt und unaufrichtig gewesen wie an diesem Tage und von dem Bewusstsein dieser Verstellung und dem Schamgefühl darüber wurde sein Benehmen noch unnatürlicher er hätte weinen mögen über seinen geliebten Bruder der dem Tode entgegenging und er musste ihm zuhören wie dieser seine künftige Lebensweise auseinandersetzte und selbst darüber mitreden da es im Hause feucht und nur ein Zimmer geheizt war so ließ Konstantin für seinen Bruder in seinem eigenen Schlafzimmer ein Bett hinter einem Wandschirm zurecht machen Nikolai legte sich hin ob er nun schlief oder nicht jedenfalls wälzte er sich wie ein Kranker umher er hustete viel und wenn er beim Husten die Kehle nicht ordentlich frei bekam so brummte er etwas vor sich hin manchmal wenn ihm das Atmen schwer wurde sagte er ach mein Gott manchmal wenn ihm der Schleim zu ersticken drohte fluchte er ärgerlich zum Teufel nochmal Konstantin konnte lange nicht einschlafen weil er ihn immer hörte seine Gedanken waren von sehr verschiedener Art hatten aber alle ein und denselben Endpunkt den Tod der Tod das unvermeidliche Ende von allem trat ihm zum ersten Mal mit unwiderstehlicher Gewalt vor Augen dieser Tod hauste bereits dort in dem geliebten Bruder der im Halbschlaf stöhnte und nach seiner Gewohnheit unterschiedslos bald Gott bald den Teufel anrief und war auch ihm Konstantin gar nicht so fern wie es ihm früher geschienen hatte der Tod steckte auch schon in ihm selbst das fühlte er wenn nicht heute dann morgen wenn nicht morgen dann nach 30 Jahren kam das nicht auf dasselbe hinaus aber was dieser unvermeidliche Tod eigentlich war das wusste er nicht und er hatte auch nachgedacht ja er hatte auch gar nicht verstanden darüber nachzudenken und es nicht gewagt ich arbeite ich will etwas schaffen und ich habe vergessen dass alles ein Ende nimmt dass es einen Tod gibt er setzte sich im Dunkeln auf dem Bette aufrecht beugte sich vor umfasste seine Knie und dachte in dieser Haltung so angestrengt nach dass er dabei den Atem anhielt aber je mehr er seine Denkkraft anstrengte umso deutlicher wurde es ihm dass es sich unzweifelhaft so verhielt er hatte tatsächlich im Leben einen kleinen Umstand vergessen und übersehen den Umstand dass der Tod komme und alles ein Ende nehme dass es nicht der Mühe lohne etwas zu beginnen und dass es dagegen schlechterdings keine Hilfe gebe ja das ist furchtbar aber es ist so aber noch lebe ich ja was muss ich also jetzt tun ja was fragte er sich verzweifelt er zündete ein Licht an stand leise auf ging zum Spiegel und betrachtete sein Gesicht und seine Haare ja an den Schläfen waren schon graue Haare zu sehen er machte den Mund auf die Backzähne begannen bereits schlecht zu werden er entblößte seine muskulösen Arme ja Kraft besaß er viel Kraft aber auch Nikolai der dort mit den kläglichen Resten seiner Lunge atmete hatte ehemals einen gesunden Körper gehabt und auf einmal fiel ihm ein wie sie als Kinder zusammen schlafen gegangen waren und oft nur darauf gewartet hatten dass Fjodor Bogdanovic aus der Tür ging um sich wechselseitig mit den Kissen zu werfen und zu lachen unbändig zu lachen sodass selbst die Furcht vor Fjodor Bogdanovic diese überströmende überschäumende Lebensfreude nicht hatte hemmen können und jetzt diese verkrümmte hohle Brust und ich der ich nicht weiß wozu ich da bin und was aus mir werden wird zum Teufel was treibst du denn da warum schläfst du nicht rief ihm sein Bruder zu ich habe weiter nichts besonderes ich weiß nicht ich kann nicht schlafen aber ich habe gut geschlafen ich schwitze jetzt gar nicht mehr überzeuge dich selbst fühle nur mal mein Hemd nicht wahr es ist gar nicht feucht Konstantin befühlte das Hemd ging dann wieder hinter den Wandschirm zurück und löschte das Licht aus aber er konnte lange nicht einschlafen nun war er erst vor kurzem mit sich einigermaßen über die Frage ins klare gekommen wie er leben müsse und schon trat ihm eine neue unlösbare Frage entgegen der Tod er ist schon im dahin sterben im Frühjahr wird es mit ihm zu Ende sein wie soll ich ihm helfen was kann ich zu ihm sagen was weiß ich über den Tod ich hatte ja sogar vergessen dass es einen Tod gibt 32 Konstantin Lerwin hatte schon längst die Beobachtung gemacht dass wenn Leute einem den Verkehr mit ihnen durch übermäßige Nachgiebigkeit und Unterwürfigkeit unbehaglich gestalten sie ihn einem sehr bald unerträglich machen durch übermäßige Ansprüche und Händelsucht er ahnte dass es auch mit seinem Bruder so kommen werde und in der Tat dauerte die Sanftmut seines Bruders Nikolai nicht lange gleich am nächsten Morgen zeigte er sich reizbar und suchte geflissentlich Streit mit Konstantin indem er dessen wundeste Punkte berührte Konstantin fühlte sich schuldig ohne doch an der Sache etwas bessern zu können er wusste wenn sie sich beide nicht verstellen sondern ihre wahre Herzensempfindung aussprechen wollten das heißt nur das was sie wirklich dachten und fühlten dann würden sie nur einer dem anderen in die Augen sehen und er Konstantin würde nur sagen du wirst sterben du wirst sterben und Nikolai würde nur antworten ich weiß dass ich sterben werde aber ich fürchte mich davor ich fürchte mich ich fürchte mich und weiter würden sie nichts sagen wenn sie eben nur ihre Herzensempfindung aussprechen wollten aber in dieser Weise konnten sie natürlich nicht nebeneinander leben und daher versuchte Konstantin zu tun was er sein ganzes Leben lang zu tun versucht und nicht fertig gebracht hatte was aber nach seiner Beobachtung viele Leute so ausgezeichnet verstanden und was im Leben geradezu eine Notwendigkeit ist er gab sich Mühe etwas anderes zu sagen als was er dachte und hatte dabei fortwährend die Empfindung dass er den Eindruck der Unaufrichtigkeit mache dass sein Bruder ihn durchschaue und darüber in gereizte Stimmung komme Am dritten Tag forderte Nikolai seinen Bruder auf ihm nochmals seinen Plan vorzutragen und verurteilte diesen Plan nicht nur als ganz verfehlt sondern warf ihn auch absichtlich in einen Topf mit dem Kommunismus Du hast lediglich einen fremden Gedanken aufgegriffen aber du hast ihn verhunzt und willst ihn auf einem Gebiet anwenden wo er gar nicht hin passt Aber ich sage dir ja dass mein Unternehmen mit dem Sozialismus nichts gemein hat Die Sozialisten leugnen die Berechtigung des Eigentums des Kapitals der Erbfolge Ich aber verwerfe diesen wichtigsten Ansporn menschlicher Tätigkeit nicht Es war ihm selbst widerwärtig dass er solche Ausdrücke gebrauchte aber seit er sich so eifrig der Arbeit an seiner Abhandlung widmete hatte er unwillkürlich angefangen immer häufiger nicht russische Worte zu verwenden Ich will nur die Arbeit regeln Das ist es eben Du hast einen fremden Gedanken aufgegriffen ihm alles das genommen was seine eigentliche Kraft ausmacht und möchtest einem nun einreden das sei etwas Neues versetzte Nikolai und zerrte ärgerlich an seiner Krawatte Aber mein Gedanke hat ja gar nichts gemein Beim Kommunismus fuhr Nikolai mit ironischem Lächeln fort und seine Augen blitzten dabei recht boshaft Beim Kommunismus kann man wenigstens an dem Reize der Klarheit und Zweifellosigkeit seine Freude haben Ich möchte sagen so ähnlich wie bei der Mathematik Mag sein dass das Ganze ein Hirngespinst ist Aber nehmen wir einmal an es wäre möglich mit der ganzen Vergangenheit reinen Tisch zu machen Das Eigentum die Familie aufzuheben Dann würde sich auch die Arbeit regeln lassen Aber bei dir ist ja gar nichts Warum rührst du meinen Gedanken mit dem Kommunismus zusammen Ich bin nie Kommunist gewesen Aber ich bin einer gewesen und finde dass der Kommunismus zwar verfrüht aber doch etwas Verständiges ist und eine Zukunft hat Er befindet sich in derselben Lage wie das Christentum in den ersten Jahrhunderten Ich meine ja auch nur man muss die Arbeitskraft vom naturwissenschaftlichen Gesichtspunkte aus betrachten Das heißt sie studieren ihre Eigenschaften bestimmen und Ach was das ist ganz zwecklos Diese Kraft findet ganz von selbst nach dem maße ihre Entwicklung in eine bestimmte Form in der sie sich betätigt Überall hat es Sklaven gegeben Dann später Metailles Auch bei uns gibt es die Halbpart Arbeit Es gibt die Pacht Es gibt die Tagelöhner Arbeit Wonach suchst du eigentlich noch weiter Bei diesen Worten seines Bruders geriet Konstantin plötzlich in Hitze weil er in tiefster Seele fürchtete dass jener Recht habe und dass er Konstantin wirklich nur so eine Art Mittelding zwischen Kommunismus und fest bestimmten Formen schaffen wolle und dass das kaum möglich sei Ich suche nach Mitteln die Arbeit sowohl für mich als auch für den Arbeiter Gewinn bringen zu machen Es liegt mir daran eine Organisation zu schaffen antwortete er in starker Erregung Es liegt dir gar nicht daran eine Organisation zu schaffen Du willst einfach wie du das dein ganzes Leben lang getan hast dich als original hinstellen und zeigen dass du die Bauern nicht nicht in kunstloser Weise sondern nach einem bestimmten System ausbeuten kannst Nun wenn du das glaubst dann gib dich nicht weiter mit mir ab antwortete Konstantin Er fühlte wie sein linker Backenmuskel unhemmbar zuckte Du hast nie Überzeugungen gehabt und hast auch jetzt keine Du willst nur deiner Eitelkeit frönen Ausgezeichnet dann gib dich nicht weiter mit mir ab Ich will mich auch nicht weiter mit dir abgeben dumm von mir dass ich es so lange getan habe hol ich der Teufel es tut mir nur leid dass ich überhaupt hergekommen bin Konstantin gab sich nachher die größte Mühe seinen Bruder wieder zu beruhigen aber Nikolai wollte nichts hören er sagte es wäre schon das Beste wenn er wieder weg führ und Konstantin sah dass seinem war Nikolai hatte bereits alles zur Abreise zurecht gemacht als Konstantin noch einmal zu ihm trat und ihn in gezwungen klingendem Ton um Verzeihung bat wenn er ihn irgendwie gekränkt habe sieh mal wie großmütig erwiderte Nikolai lächelnd wenn du gern recht haben möchtest so kann ich dir ja dieses Vergnügen machen also du hast recht aber abreisen tu ich trotzdem erst unmittelbar vor der Abreise küsste Nikolai seinen Bruder sah ihn auf einmal mit seltsam ernstem Blicke an und sagte trotz alledem Konstantin gedenke meiner nicht im Bösen seine Stimme zitterte das waren die einzigen Worte die er in wirklich herzlichem Tone gesprochen hatte Konstantin fühlte dass er sich bei diesen Worten hinzudenken sollte du siehst und weißt dass es mit mir schlecht steht wir sehen uns vielleicht nicht wieder Konstantin verstand dies und die Tränen stürzten ihm aus den Augen er küsste seinen Bruder noch einmal aber er konnte nicht reden und wusste auch nicht was er ihm hätte sagen sollen drei Tage nach der Abreise seines Bruders fuhr auch Konstantin Lewin weg ins Ausland auf der Eisenbahn traf er mit Kittis Vetter Scherbatsky zusammen und dieser war über Lewins düsteres Wesen sehr erstaunt was hast du denn fragte ihn Scherbatsky nichts nichts besonderes es gibt so wenig vergnügliches auf der Welt aber wieso komm doch mit mir nach Paris statt nach deinem Mühlhausen zu fahren du sollst mal sehen wie vergnüglich es da ist nein damit habe ich schon abgeschlossen für mich ist es Zeit zu sterben na so ein toller Gedanke rief Scherbatsky lachend ich will gerade erst anfangen so recht zu leben ja so habe ich vor kurzem auch noch gedacht aber jetzt weiß ich dass ich bald sterben werde was Lewin da sagte war in der letzten Zeit seine aufrichtige Überzeugung geworden er sah in allem nur den Tod oder das Herannahen des Todes aber das Unternehmen das er in die Wege geleitet hatte interessierte und beschäftigte ihn nur umso mehr er musste doch das Leben ausnutzen ehe der Tod kam Dunkelheit verhüllte ihm die ganze Zukunft aber gerade infolge dieser Dunkelheit hatte er die Vorstellung dass der einzige leitende Faden in dieser Dunkelheit sein Unternehmen sei und mit letzter Kraft griff er nach diesem Faden und hielt ihn fest Ende von Abschnitt 50 Ende des dritten Teils Gelesen von Eva K. Abschnitt 51 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Vierter Teil 1 Karinins Mann und Frau fuhren fort unter demselben Dache zu leben und trafen täglich miteinander zusammen aber sie waren sich vollständig fremd geworden Alexei Alexandrovich hatte es sich zur Regel gemacht seine Frau täglich zu sehen damit die Dienerschaft keinen Anlass habe sich irgendwelche Gedanken zu machen aber er vermied es das Mittagessen zu Hause einzunehmen Vronsky zeigte sich niemals in Alexei Alexandrovichs Hause aber Anna traf mit ihm außerhalb des Hauses zusammen und ihr Mann wusste das Diese Lage war für alle drei qualvoll und keiner von ihnen wäre im Stande gewesen auch nur einen Tag lang in ihr auszuhalten wenn nicht ein jeder darauf gerechnet hätte dass diese Lage sich ändern werde und sich gesagt hätte dass es nur eine zeitweilige leidvolle Prüfung sei die vorüber gehen werde alex 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 alexander alexander witz wartete darauf dass diese leidenschaft vergehen werde wie ja alles in der welt vergehe und dass dann bei allen leuten diese geschichte in vergessenheit kommen und sein name unbefleckt bleiben werde anna durch die diese lage herbeigeführt war und für die sie noch qualvoller war als für die beiden anderen ertrug sie weil sie nicht nur hoffte sondern fest davon überzeugt war dass sich alles bald entwirren und klären werde sie wusste zwar ganz und gar nicht wodurch diese entwirrung und klärung herbeigeführt werden sollte aber sie war fest überzeugt dass irgendein derartiges ereignis in aller nächster zeit eintreten werde wronski der sich ihren anschauungen unwillkürlich anschloss wartete gleichfalls auf irgendein von seinen eigenen entschließungen unabhängiges geschehen durch das alle schwierigkeiten behoben werden sollten um die mitte des winters verlebte wronski eine woche in recht langweiliger weise er war zu einem ausländischen prinzen kommandiert worden der sich besuchsweise in petersburg aufhielt und musste diesem die sehenswürdigkeiten der residenz zeigen wronski war in seiner äußeren erscheinung zu würdevollem auftreten sehr geeignet außerdem verstand er die kunst sich in würdiger weise achtungsvoll zu benehmen und war an den verkehr mit solchen hohen herren gewöhnt daher eben hatte man ihn dem prinzen beigegeben aber er empfand diese obliegenheit als eine sehr unbequeme last der prinz wollte nichts weglassen wonach man ihn zu hause fragen könnte ob er es auch in russland gesehen habe und zweitens hegte er auch persönlich den wunsch die russischen vergnügungen nach möglichkeit durchzukosten wronskis aufgabe war es ihm in der einen wie in der anderen hinsicht als führer zu dienen vormittags fuhren sie umher um die sehenswürdigkeiten in augenschein zu nehmen abends beteiligten sie sich an den echt russischen vergnügungen der prinz erfreute sich einer sehr guten gesundheit wie sie sogar bei prinzen selten ist durch turnen und gute körperpflege hatte er sich derart gekräftigt dass er trotz des übermaßes mit dem er sich den vergnügungen hingab so frisch war wie eine große grüne glänzende holländische Gurke der dass einer der wichtigsten gewinne aus der jetzigen vervollkommnung der verkehrsmittel darin bestehe dass einem die vergnügungen der verschiedenen völker zugänglich geworden seien er war in spanien gewesen hatte dort serenaden gebracht und war mit einer spanierin die mandoline spielte in nähere beziehungen getreten in der schweiz hatte er eine gemse geschossen in england hatte er im roten frack sein pferd über zäune setzen lassen und aus anlass einer wette 200 fasanen geschossen in der türkei war er in einem harem gewesen in indien auf einem elefanten geritten und jetzt in russland wollte er alle echt russischen vergnügungen genießen wronski der bei ihm gewissermaßen das amt eines ober zeremonien meisters versah hatte die größte mühe all diese russischen vergnügungen die dem empfohlen waren auf dem programm unter zu bringen da waren spazierfahrten mit trabern und russische pfannkuchen und bärenjagden und fahrten mit dem dreigespann und zigeunerkonzerte und trinkgelage bei denen nach russischem brauche die gläser zerschlagen wurden und der prinz machte sich mit bewundernswerter leichtigkeit das russische wesen zu eigen zerschlug ganze präsentierbretter voll gläser nahm eine zigeunerin auf den schoß und machte immer ein gesicht als ob er fragen wollte was nun noch weiter oder ist das alles worin das russische wesen besteht in wahrheit gefielen von allen russischen vergnügungen dem prinzen am meisten die französischen schauspielerinnen eine balletttänzerin und der weiß gesiegelte champagner bronski war gewohnt mit prinzen zu verkehren aber ob nun daher dass er selbst sich in letzter zeit verändert hatte oder weil er mit diesen prinzen in allzu nahe berührung kam diese woche wurde ihm furchtbar schwer er hatte diese ganze woche über ununterbrochen ein ähnliches gefühl wie wenn jemand einem gefährlichen irrsinnigen beigesellt ist den irrsinnigen fürchtet und zugleich wegen des steten verkehrs mit ihm um seinen eigenen verstand besorgt ist bronski war sich beständig der notwendigkeit bewusst den ton streng offizieller ehrerbietigkeit auch nicht für eine sekunde sinken zu lassen um nicht selbst beleidigt zu werden denn mit einer Art von verachtung behandelte der prinz gerade diejenigen personen die zu wronskis verwunderung sich gar nicht genug darin tun konnten ihm den genuss russischer vergnügungen zu verschaffen das prinzen urteil über die russischen frauen die er zu studieren wünschte trieb seinem begleiter wronski mehrmals die röte der entrüstung ins gesicht aber der hauptgrund weshalb ihn der verkehr mit dem prinzen so verdross war der dass er unwillkürlich in dem prinzen sein eigenes ebenbild sah und was er in diesem spiegel erblickte das war für sein selbst gefühl nicht besonders schmeichelhaft der prinz war ein sehr törichter sehr selbstbewusster sehr gesunder und sehr reinlicher mensch und weiter nichts er war ein gentleman das war richtig und wronski konnte es nicht leugnen er benahm kriecherei gegen höher gestellte unbefangen und natürlich im verkehr mit seinen standes genossen und behandelte leute die unter ihm standen mit geringschätzigem wohlwollen wronski selbst war von derselben art und hielt das für eine sehr wertvolle eigenschaft aber im verkehr mit dem prinzen war er der tiefer stehende und dieses halb geringschätzige halb wohlwollende benehmen ihm gegenüber versetzte ihn in empörung ein dummes stück vieh bin ich wirklich auch so ein kerl dachte er wie dem auch sein mochte als sich wronski am siebenten tage vor der abreise des prinzen nach moskau von ihm verabschiedet und eine dankes bezeigung empfangen hatte war er glücklich aus dieser unbehaglichen lage und von diesem unerfreulichen spiegel frei zu kommen der abschied fand morgens auf dem bahnhof statt wohin sie soeben von einer bärenjagd zurückgekehrt waren bei der man ihnen die ganze nacht hindurch eine vorstellung auf dem gebiete der russischen unerschrockenheit gegeben hatte nach hause zurückgekehrt fand wronski ein paar zeilen von anna vor sie schrieb ich bin krank und unglücklich ich kann nicht ausfahren aber ich kann es nicht länger ertragen sie nicht zu sehen kommen sie heute abend um sieben uhr fährt alexei alexandrowitsch in die sitzung und bleibt dort bis zehn er überlegte einen augenblick wie seltsam es doch sei dass sie ihn so ohne weiteres zu sich rufe trotz der von ihrem manne gestellten forderung ihn nicht zu empfangen aber dann entschied er sich dafür hinzufahren wronski war in diesem winter zum obersten befördert worden war damit aus dem regiment ausgeschieden und wohnte nun allein für sich nachdem er gefrühstückt hatte legte er sich sofort auf das sofa und nach fünf minuten erfüllten sein gehirn in wirrem durcheinander erinnerungen an die widerwärtigen szenen die er in den letzten tagen mit angesehen hatte dabei verknüpfte sich der gedanke an anna wunderlich mit dem an einen bauer der bei der bärenjagd als aufstörer des tieres aus seinem winterlager eine wichtige rolle gespielt hatte darüber schlief wronski ein er erwachte erst am abend im dunkeln vor furcht zitternd und zündete hastig eine kerze an was ist los was war das was ja ja das war's der bauer der das tier aufstörte ich glaube so ein kleiner schmutziger kerl mit zerzaustem barter tat in gebückter haltung irgendetwas und fing auf einmal an französisch zu sprechen so ganz sonderbare worte ja weiter habe ich nichts geträumt sagte er zu sich aber was war nur daran so entsetzliches er erinnerte sich noch einmal mit voller Deutlichkeit an den bauer und jene unverständlichen französischen worte die der bauer gesprochen hatte und ein kalter schauer lief ihm über den rücken was für ein unsinn dachte wronski und blickte auf die uhr es war schon halb neun er klingelte dem diener kleidete sich eilig an und trat vor die haustür den traum hatte er bereits vollständig vergessen es quälte ihn nur der gedanke dass er nach der uhr und sah dass es zehn minuten vor neun war eine hohe schmale kutsche mit zwei grauschimmeln bespannt stand in der nähe der haustür er erkannte den wagen in dem anna zu fahren pflegte sie will zu mir fahren dachte er und das wäre auch das beste es ist mir unangenehm dieses haus zu betreten aber einer lei verstecken kann ich mich jetzt nicht sagte er zu sich und in der schon von klein auf ihm geläufigen haltung eines mannes der keinen anlass hat sich zu schämen stieg er aus dem schlitten und ging zur haustür in diesem augenblick eröffnete sich die haustür und der pförtner der ein tuch auf dem arme hielt rief den wagen heran ob es nicht in wronskis art lag nebensächliche einzelheiten zu beachten fiel ihm doch die erstaunte miene auf mit der der pförtner ihn ansah gerade in der tür prallte wronski beinahe mit alexei alexandrowitsch zusammen die gasflamme beleuchtete aus nächster nähe das blutleere abgemagerte gesicht unter dem schwarzen hute und die weiße krawatte die aus dem biberkragen des überziehers hervorschimmerte karenins starre trübe augen hefteten sich auf wronskis gesicht dieser verbeugte sich alexei alexandrowitsch hob unter leeren kaubewegungen des mundes die hand zum hute und ging vorüber wronski sah wie er ohne sich umzuschauen sich in den wagen setzte tuch und opernglas durch das fenster in empfang nahm und davon fuhr wronski ging in das vorzimmer hinein seine brauen waren finster zusammengezogen und seine augen funkelten in ingrimmigem stolzem glanze eine heillose lage dachte er wenn er kämpfen seine ehre verteidigen wollte dann könnte ich handeln und meinen gefühlen freien lauf lassen aber diese schwächlichkeit oder gemeinheit er drängt mich in die lage eines betrügers was ich doch nie habe sein wollen und nicht sein will seit seiner unterredung mit Anna im wretischen parke hatten sich wronskis anschauungen geändert unwillkürlich sich der schwächer annas anbequemend die sich ihm ganz hingab nur von ihm eine entscheidung ihres schicksals erwartete und sich im voraus in alles fügte hatte er längst aufgehört zu denken dass dieses verhältnis jemals in der weise ein ende nehmen könne wie er es damals gedacht hatte seine ehrgeizigen pläne waren wieder in den hintergrund getreten und da er sich sagte dass er nun doch einmal jenen kreis der tätigkeit verlassen hatte in dem alles in bestimmter form geregelt war so überließ er sich ganz seinem gefühle und dieses gefühl fesselte ihn immer fester und fester an Anna als er noch im vorzimmer war hörte er ihre sich entfernenden Schritte er schloss daraus dass sie auf ihn gewartet nach jedem geräusche auf der Straße hingehorcht hatte und nun in den salon zurück ging nein rief sie als sie ihn erblickte und beim ersten Worte das sie sprach traten ihr die Tränen in die Augen nein wenn das so weiter geht so geschieht es noch viel viel früher was hast du liebe Anna was ich habe ich warte ich martere mich schon eine Stunde lang zwei Stunden lang nein ich will dir keinen Vorwurf machen ich kann dir keinen Vorwurf machen es ist dir gewiss nicht früher möglich gewesen nein ich will dir keinen Vorwurf machen sie legte ihre beiden Hände auf seine Schultern und sah ihn lange mit einem tiefen entzückten und zugleich forschenden Blicke an sie betrachtete jeden Zug seines Gesichts um sich für die lange Zeit da sie ihn nicht gesehen hatte schadlos zu halten wie bei jedem Wiedersehen verglich sie das Bild das sie sich in Gedanken von ihm gemacht hatte ein unvergleichlich schöneres in der Wirklichkeit Unmögliches Bild mit ihm wie er tatsächlich war Ende von Abschnitt 51 gelesen von Eva K. Abschnitt 52 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Talstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Vierter Teil 3 Bist du ihm begegnet? fragte sie ihn als sie am Tisch bei der Lampe saßen siehst du das ist deine Strafe dafür dass du zu spät gekommen bist ja aber wie ist das nur zu gegangen er sollte ja doch in der Sitzung sein er ist auch da gewesen kam aber früher zurück und fuhr dann wieder fort ich weiß nicht wohin aber über diese Begegnung wollen wir uns weiter nicht aufregen sprich nicht mehr davon wo bist du inzwischen gewesen immer mit dem Prinzen zusammen sie kannte alle Einzelheiten seines Lebens er wollte ihr schon sagen dass er die ganze Nacht nicht geschlafen habe und dann vom Schlaf übermannt worden sei aber als er in ihr erregtes glücklich Gesicht blickte schämte er sich zu sagen dass er die Zeit verschlafen habe er sagte lieber er habe ausfahren müssen um von der Abreise des Prinzen Meldung abzustatten aber jetzt ist das zu Ende er ist abgereist ja Gott sei Dank es ist zu Ende du glaubst gar nicht wie widerwärtig mir die Sache gewesen ist aber warum denn das ist doch das Leben das ihr jungen Männer immer führt erwiderte sie griff die braun zusammenziehend nach einer Häkelarbeit die auf dem tische lag und schickte sich an ohne Wronski anzusehen den Häkelhaken aus ihr heraus zu ziehen ich habe dieses Leben schon längst aufgegeben versetzte er erstaunt über die Veränderung ihres Gesichtsausdrucks und bemüht die Bedeutung dieser Veränderung zu erkennen und ich muss bekennen fuhr er fort und lächelte dabei so dass seine lückenlosen weißen Zähne sichtbar wurden ich habe diese Woche über während ich dieses Leben mit ansah mich wie in einem Spiegel betrachtet und es war mir recht unerfreulich sie hielt die Häkelarbeit in den Händen häkelte aber nicht daran sondern sah ihn mit einem sonderbaren funkelnden unfreundlichen Blicke an heute morgen hat mich Lisa besucht die Damen scheuen sich noch nicht mit mir zu verkehren trotz der Gräfin Lydia Ivanovna schaltete sie ein und mir von eurer athenischen Soiree erzählt wie ekelhaft ich wollte nur sagen dass sie unterbrach ihn war das jene französin Therese mit der du früher bekannt warst ich wollte sagen wie abscheulich seid ihr Männer doch könnt ihr denn nicht begreifen dass eine Frau so etwas nicht vergessen kann sagte sie sie wurde dabei immer heftiger und verriet ihm dadurch die Ursache ihrer Gereiztheit besonders eine Frau die nicht wissen kann wie du fern von ihr lebst was weiß ich denn von deinem Leben was habe ich denn davon gewusst nur was du mir sagst und woher soll ich wissen ob du mir die Wahrheit sagst Anna du kränkst mich glaubst du mir denn nicht habe ich dir nicht gesagt dass in meinem Kopf kein Gedanke ist den ich niederzukämpfen aber wenn du wüsstest wie schwer mir ums Herz ist ich glaube dir ja ich glaube dir also was wolltest du sagen aber er konnte sich nicht so gleich erinnern was er hatte sagen wollen diese Anfälle von Eifersucht die sich in der letzten Zeit immer häufiger bei ihr wiederholten erschreckten ihn und machten wie sehr er dies auch zu verbergen suchte sein Gefühl ihr gegenüber kälter obschon er wusste dass die Ursache dieser Eifersucht lediglich ihre Liebe zu ihm war wie oft sagte er sich dass sein Glück darin bestehe von ihr geliebt zu werden und nun liebte sie ihn mit aller Kraft mit der ein Weib nur lieben konnte dem die Liebe höher stand als alle Güter des Lebens und doch war er jetzt viel weiter davon entfernt sich damals hatte er sich für unglücklich gehalten und sein Glück von der Zukunft erwartet aber jetzt fühlte er dass das schönste Glück bereits hinter ihm lag sie war ganz und gar nicht mehr so wie er sie in der ersten Zeit gesehen hatte seelisch und körperlich hatte sie sich zu ihrem Nachteil verändert ihre ganze Figur hatte sich verbreitert und auf ihrem Gesichte lag als sie von der Schauspielerin sprach ein böser Ausdruck der es unangenehm entstellte er betrachtete sie wie jemand eine Blume betrachtet die er gepflückt hat und die nun verwelkt so dass er nur mit Mühe an ihr die Schönheit wieder erkennt um deren Willen er sie gepflückt und zugrunde als seine Liebe stärker war im Stande gewesen wäre wenn er es ernstlich gewollt hätte diese Liebe aus seinem Herzen heraus zu reißen aber jetzt wo er wie in diesem Augen blicke keine Liebe zu ihr zu empfinden meinte war er sich bewusst dass das Band das ihn an sie knüpfte nie zerreißen konnte nun also was wolltest du mir von dem Prinzen erzählen ich habe den fügte sie hinzu teufel war im verkehr zwischen ihnen die bezeichnung der eifersucht ja also was fingest du an von dem prinzen zu erzählen warum ist dir denn die sache so widerwärtig gewesen ach es war geradezu unerträglich antwortete er und bemühte sich den verlorenen Gedanken wiederzufinden er gewinnt nicht bei näherer Bekanntschaft wenn ich dir einen Begriff von ihm geben soll er ist ein vortrefflich gefüttertes Stück Vieh wie sie auf den Ausstellungen die ersten Preise bekommen weiter nichts sagte er in einem ärgerlichen tone durch den ihre Aufmerksamkeit erregt wurde aber wie kann das nur sein erwiderte sie er hat doch vieles gesehen und ist ein gebildeter Mensch das ist eine ganz andere Art von Bildung die Bildung solcher Leute auch was er von Bildung besitzt hat er sich offenbar nur deshalb angeeignet um ein Recht zu haben die Bildung gering zu schätzen wie denn diese Leute alles geringschätzen mit Ausnahme der sinnlichen Vergnügungen aber ihr alle liebt ja diese sinnlichen Vergnügungen sagte sie und wieder bemerkte er ihren finsteren Blick der es vermied sich auf ihn zu richten warum verteidigst du ihn denn so fragte er lächelnd ich verteidige ihn nicht er ist mir vollständig gleichgültig aber ich meine wenn du nicht selbst diese Vergnügungen liebtest so hättest du ja den Auftrag ablehnen können aber es macht dir Vergnügen diese Therese im Eva Gewande zu sehen da ist der Teufel doch wieder sagte Wronski er griff ihre auf dem tische liegende hand und küsste sie ja aber ich kann mich nicht zwingen du weißt nicht welche pein ich ausgestanden habe während ich auf dich wartete ich meine dass ich nicht eifersüchtig bin ich bin nicht eifersüchtig ich vertraue dir wenn du hier bist bei mir bist aber wenn du irgendwo anders allein dein mir unverständliches leben führst sie bog sich von ihm weg machte endlich den häkelhaken aus der arbeit los und schnell bildete sich nun mit hilfe des zeigefingers masche auf masche aus der weißen im lampenlichte schimmernden wolle und schnell und nervös drehte sich das feine handgelenk in der gestickten manchette hin und her nun und wie war es denn damit wo bist du mit alexei alexandrowitsch zusammengestoßen fragte sie auf einmal mit unnatürlich klingender stimme wir trafen in der tür aufeinander und er hat dich so gegrüßt sie zog das gesicht in die länge änderte indem sie die augen halb zudrückte schnell ihre ganze miene legte die hände zusammen und wronski erblickte auf ihrem schönen antlitz plötzlich genau denselben Ausdruck mit dem alexei alexandrowitsch ihn gegrüßt hatte er lächelte und sie lachte fröhlich auf mit jenem hübschen aus voller brust kommenden lachen das einen ihrer hauptreize bildete ich habe für sein verhalten schlechterdings kein verständnis sagte wronski wenn er nach dem was du ihm im landhause mitgeteilt hast mit dir gebrochen hätte wenn er mich zum duell gefordert hätte aber das begreife ich nicht wie kann er eine solche lage ertragen dass er darunter leidet ist ja deutlich der erwiderte sie höhnisch der ist vollständig zufrieden weshalb müssen wir alle eine solche pein ausstehen während doch alles so gut sein könnte er ist der einzige von uns der nicht leidet ich kenne ihn ja ich kenne die unwahrhaftigkeit mit der sein ganzes Wesen durchdrängt ist ist es denn möglich dass jemand der auch nur eine spur von gefühl besitzt so lebt wie er mit mir lebt er begreift nichts er fühlt nichts ist es denn möglich dass ein mensch wenn er nicht aller empfindungen bar ist mit seinem verbrecherischen weibe unter einem dach lebt mit ihr spricht du zu ihr sagt und wieder kam sie unwillkürlich darauf ihm nachzumachen du machère du Anna das ist kein Mann kein Mensch das ist eine Puppe das weiß sonst niemand aber ich weiß es oh wenn ich an seiner Stelle wäre ich hätte längst so eine Frau wie ich eine bin getötet in Stücke zerrissen und würde nicht zu ihr sagen du machère Anna das ist kein Mensch das ist eine dem Ministerium gehörige Maschine er begreift nicht dass ich dein weib bin dass er ein fremder eine überflüssige person ist wir wollen nicht mehr von ihm sprechen nein nein du bist ungerecht sehr ungerecht liebste erwiderte wronski bemüht sie zu beruhigen aber ganz gleich wir wollen nicht weiter von ihm reden erzähle mir lieber was du inzwischen getan hast wie geht es dir was ist das für eine Krankheit von der du mir schriebst und was hat der arzt gesagt sie sah ihn mit spöttischer freude an offenbar waren ihr noch andere komische und hässliche züge ihres mannes eingefallen und sie wartete auf einen geeigneten zeitpunkt um sie vorzubringen aber er fuhr fort ich denke mir dass du keine eigentliche krankheit sondern deinen zustand gemeint hast wann wird es denn so weit sein der spöttische glanz erlosch in ihren augen aber ein anderes lächeln ein stilles trauriges lächeln wie wenn sie etwas wüsste wovon er nichts ahnte trat an die stelle jenes früheren ausdrucks bald wie das alles kommen erschien erschien sie sich selbst so bemitleidenswert dass ihr die tränen in die augen traten und sie nicht weiter zu reden vermochte sie legte ihre hand an der im lampenlichte die weiße haut schimmerte und die ringe blitzten auf seinen arm es wird nicht so werden wie wir es uns denken ich hatte es dir nicht sagen wollen aber du zwingst mich dazu bald sehr bald wird das alles ein ende finden und wir alle alle werden zur ruhe kommen und uns nicht länger quälen ich verstehe dich nicht antwortete er obgleich er sie verstand du fragtest wann bald ich werde es nicht überleben unter brich mich nicht sie fing an hastig zu sprechen ich weiß das und ich weiß es bestimmt ich werde sterben und ich bin sehr froh darüber dass ich sterben und mich und euch erlösen werde die tränen strömten ihr aus den augen er beugte sich über ihre hand bedeckte sie mit küssen und versuchte seine aufregung zu verbergen die wie er wusste keinen tatsächlichen grund hatte deren er aber doch nicht Herr werden konnte so wird es kommen so ist es das beste sagte sie und drückte ihm kräftig die hand das ist das einzige das einzige was uns noch übrig geblieben ist er hatte sich wieder gefasst und hob den kopf in die höhe was ist das für torheit was für sinnlose torheit redest du da nein das ist die Wahrheit was soll die Wahrheit sein was denn dass ich sterben werde ich habe es geträumt geträumt wiederholte wronski und musste im gleichen Augenblick an den bauer denken von dem er selbst geträumt hatte ja geträumt sagte sie diesen traum habe ich schon vor längerer zeit gehabt mir träumte ich lief in mein schlafzimmer ich musste da etwas holen oder nachsehen du weißt das kommt im traum so oft vor bemerkte sie und öffnete vor grausen weit die Augen und da stand im schlafzimmer etwas in der ecke ach was für unsinn wie kann man nur an so etwas glauben aber sie ließ sich nicht unterbrechen das was sie da erzählte war ihr zu wichtig und dieses ding drehte sich um und ich sah dass es ein kleiner furchtbar aussehender bauer mit zerzaustem barter war ich nach wie er mit den händen darin herum gewühlt hatte entsetzen malte sich auf ihren gesichte und wronski der sich seines eigenen traumes erinnerte fühlte wie das gleiche entsetzen seine seele erfüllte er fühlte darin herum und sagte dabei etwas auf französisch ganz schnell ganz schnell und weißt du er schnarrte dabei das r vor angst wünschte ich aufzuwachen und ich wachte auch auf aber es träumte mir nur dass ich aufwachte und fragte ich mich immer noch im traume was das zu bedeuten habe und der kammerdiener karne sagte mir im wochenbette werden sie sterben mütterchen im wochenbette jawohl im wochenbette werden sie sterben und da erwachte ich was für ein unsinn was für unsinn rief wronski aber er fühlte selbst dass seiner stimme der ton eigener überzeugung mangelte aber wir wollen nicht mehr davon reden klingle ich möchte tee bringen lassen ja warte nur jetzt dauert es nicht mehr lange ich aber plötzlich hielt sie inne der ausdruck ihres gesichtes änderte sich in einem augenblick an die stelle der aufregung und des entsetzens trat auf einmal der ausdruck eines stillen ernsten beglückten aufmerkens wronski konnte die bedeutung dieser verwandlung nicht verstehen anna hatte in sich die regung eines neuen lebens gespürt 4 nachdem alexei alexandrewitsch in seiner haustür mit wronski zusammengetroffen war fuhr er wie es auch seine absicht gewesen war in die italienische oper er saß dort zwei akte ab und begrüßte alle die die zu begrüßen ihm wichtig war nach hause zurückgekehrt musterte er aufmerksam den kleider ständer und als er festgestellt hatte dass sich daran kein militär mantel befand begab er sich wie gewöhnlich in sein zimmer aber gegen seine gewohnheit legte er sich nicht schlafen sondern wanderte bis drei uhr morgens in seinem arbeitszimmer auf und ab der zorn ließ ihm keine ruhe der zorn gegen seine frau die die gebote des anstandes nicht beobachten und die einzige von ihm gestellte bedingung ihren liebhaber nicht in diesem hause zu empfangen nicht erfüllen wollte sie hatte seine forderung nicht erfüllt und er musste sie daher jetzt bestrafen und seine drohung zur ausführung bringen das heißt er musste die scheidung verlangen und er den sohn wegnehmen er kannte alle schwierigkeiten mit denen dieses verfahren verknüpft war aber er hatte gesagt dass er es tun werde und musste jetzt seine drohung ausführen die gräfin lydia andeutung gemacht dass dies der beste ausweg aus seiner lage sein werde und in letzter zeit hatten die rechtsanwälte ihre methode in ehescheidungsprozessen derart vervollkommnet dass alexei alexandrewitsch es für möglich erachtete die förmlichen schwierigkeiten zu überwinden außerdem hatte er wie denn ein unglück selten allein kommt von der angelegenheit der verwaltungseinrichtungen der fremdvölker und von der angelegenheit der berieselung der unannehmlichkeiten in dienstlicher hinsicht gehabt dass er sich während der ganzen letzten zeit in äußerst gereizter stimmung befunden hatte er schlief die ganze nacht nicht und sein zorn der in gewaltiger steigerung wuchs hatte am morgen die denkbar größte höhe erreicht er kleidete sich eilig an und ging zu seiner frau sobald er erfahren hatte dass sie aufgestanden sei er trug ihr gleichsam die volle schale seines zornes hin besorgt etwas davon zu verschütten und mit dem zorne zugleich einbuße an der energie zu erleiden deren er bei der auseinandersetzung mit seiner frau bedurfte obgleich anna ihren mann so genau zu kennen glaubte war sie doch als er in ihr zimmer trat von seinem aussehen überrascht seine stirn war gerunzelt die augen blickten finster vor sich hin und wichen ihrem blicke aus der mund war fest und verächtlich zusammengepresst in seinem gange in seinen bewegungen und im ton seiner stimme lag eine entschlossenheit und festigkeit wie Anna wahrgenommen hatte er trat ins zimmer ging ohne sie zu begrüßen gerade auf ihren schreibtisch zu ergriff die schlüssel und öffnete eine schublade was suchen sie da rief sie die briefe ihres liebhabers antwortete er die sind nicht hier sagte sie und schob die schublade wieder zu aber an dieser bewegung bemerkte er dass seine vermutung richtig gewesen war heftig stieß er ihre hand zur seite und ergriff schnell eine mappe in der sie wie er wusste ihre wichtigsten papiere aufbewahrte sie wollte ihm die mappe entreißen aber er stieß sie zurück setzten sie ich habe mit ihnen zu reden sagte er die mappe hatte er unter den arm genommen und presste sie mit dem ellbogen so stark an sich dass sich seine schulter in die höhe hob erstaunt und ängstlich blickte sie ihn an und schwieg ich habe ihnen gesagt dass ich ihnen nicht gestatte ihren liebhaber in diesem hause zu empfangen ich muss ihn sehen um sie hielt inne da sie keine ausrede fand es liegt mir nicht daran die näheren gründe zu hören weswegen eine frau ihren liebhaber sehen muss ich wollte ich wollte nur begann sie sie war dunkelrot geworden sein grobes benehmen empörte sie und machte sie mutig haben sie denn gar kein Gefühl dafür eine wie leichte Sache es für sie ist mich zu fragte sie beleidigen kann man einen ehrlichen man und eine ehrliche frau aber wenn man zu einem diebe sagt dass er ein dieb ist so ist das lediglich la constatation d'une fête diesen neuen zug von grausamkeit habe ich an ihnen noch nicht gekannt das nennen sie grausamkeit wenn ein man seiner frau alle freiheit lässt sie mit dem ehren schilde seines namens deckt dass der anstand gewahrt werde ist das grausamkeit das ist schlimmer als grausamkeit es ist gemeinheit wenn sie es denn wissen wollen rief Anna in einem heftigen wut ausbruch sie stand auf und wollte hinaus gehen nein schrie er mit seiner kreischenden stimme die sich jetzt noch um einen ton höher gehoben hatte als gewöhnlich mit seinen großen Fingern packte er sie so heftig am rote spuren von dem armband das er dagegen gepresst hatte zurückblieben so zwang er sie gewaltsam sich wieder auf ihren Platz zu setzen gemeinheit wenn sie sich dieses wortes bedienen wollen so ist das eine gemeinheit den gatten und den sohn um des liebhabers willen aufzugeben und doch das brot des gatten weiter zu essen sie ließ den kopf sinken was sie gestern zu ihrem geliebten gesagt hatte dass er ihr wahrer gatte sei und ihr bisheriger gatte eine überflüssige person das sprach sie heute nicht aus ja sie dachte es nicht einmal sie fühlte die ganze berechtigung dessen was alexei alexandrowitsch gesagt hatte und erwiderte nur leise sie können meine lage nicht schlimmer darstellen als ich sie selbst auffasse aber warum sagen sie das alles warum ich das sage warum fuhr er ebenso zornig fort damit sie wissen dass ich da sie meinen Willen wegen der Wahrung des Anstandes nicht erfüllt haben nunmehr Maßregeln ergreifen werde um dieser Lage ein Ende zu machen sie wird schon sowieso bald ein Ende nehmen sehr bald versetzte sie und wieder traten ihr bei dem Gedanken an den nahen jetzt ersehnten Tod die Tränen in die Augen sie wird schneller ein Ende nehmen als sie sich das mit ihrem Liebhaber zurecht gelegt haben was sie wünschen ist Befriedigung der sinnlichen Leidenschaft Alexei Alexandrovich einen am Boden liegenden zu schlagen zeugt nicht nur von Mangel an Großmut sondern auch von Mangel an Anstands Gefühl ja sie denken nur an sich selbst aber die Leiden des Mannes der ihr Gatte war die sind ihnen gleichgültig das kümmert sie nicht dass sein ganzes Leben zerstört ist und dass er so viel Leid durch 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 gemacht hat Alexei Alexandrovich sprach so schnell dass er ins Stottern geriet und dieses Wort gar nicht aussprechen konnte endlich kam Dulch gemacht heraus das erschien ihr lächerlich aber sofort schämte sie sich darüber dass ihr in einem solchen Augenblicke etwas hatte lächerlich erscheinen können und zum ersten Male wurde in ihrem Herzen einen Augenblick lang ein milderes Gefühl für ihn rege sie versetzte sich in seine Lage und bemitleidete ihn aber was hätte sie sagen oder tun können sie ließ den Kopf sinken und schwieg auch er schwieg eine Zeit und hob dann mit minder kreischender Stimme und in nicht ganz so kaltem Tone von neuem an wobei er willkürlich herausgegriffene Worte betonte die gar keine besondere Wichtigkeit hatten ich bin gekommen um ihnen zu sagen fing er an sie blickte ihn an nein das ist mir doch nur so vorgekommen dachte sie mit Bezug auf den Ausdruck den sie auf seinem Gesichte wahrzunehmen geglaubt hatte als er bei dem Worte dulch gemacht ins stottern geriet nein kann denn ein mensch mit diesen trüben augen und mit dieser selbst zufriedenen ruhe überhaupt irgendetwas empfinden ich kann nichts darin ändern flüsterte sie ich bin gekommen um ihnen zu sagen dass ich morgen nach Moskau reise und nicht wieder in dieses Haus zurückkehren sie von meinem entschlusse durch den rechts an walt nach richt erhalten werden den ich mit der ein reichung der klage auf scheidung beauftragen werde mein sohn aber wird zu meiner schwester übersiedeln erklärte alexei alexandrovich er erinnerte sich nur mit anstrengung an das was er über seinen sohn hatte sagen wollen sie wollen sergé nur haben um mir wehe zu tun antwortete sie und warf ihm einen finsteren blick zu sie lieben ihn nicht lassen sie mir sergé ja sogar die liebe zu meinem sohn ist mir abhanden gekommen weil sein anblick mich immer an meinen abscheu gegen sie erinnert aber ich nehme ihn doch für mich leben sie wohl er wollte hinaus gehen aber jetzt hielt sie ihn zurück alexei alexandrovich lassen sie mir sergé flüsterte sie noch einmal weiter kann ich nichts sagen lassen sie mir sergé bis zu meiner ich werde bald einem kinde das leben geben lassen sie ihn mir alexei alexandrovich gesicht bedeckte sich mit dunkler glut er entriss ihr seine hand und verließ schweigend das zimmer ende von abschnitt 52 gelesen von eva k abschnitt 53 von anna karinina von jew nikolaevich talstoi übersetzt von hermann röhl diese libriVox aufnahme ist in der public domain vierter teil 5 das warte zimmer das warte des berühmten petersburger rechtsanwaltes war gefüllt als alexei alexandrovich es betrat drei klientinnen eine alte dame eine junge dame und eine kaufmannsfrau mittleren alters sowie drei klienten ein deutscher bankier mit einem siegelring am finger ein bärtiger kaufmann und ein beamter mit grimmiger miene in uniform mit einem orden am halse warteten offenbar schon lange zwei schreiber des rechtsanwaltes saßen mit schreiben beschäftigt an tischen man hörte das geräusch ihrer federn auf dem papier die schreibgeräte waren außerordentlich schön alexei alexandrovich dessen besondere liebhaberei dies war konnte nicht umhin es zu bemerken einer der schreiber wandte sich ohne aufzustehen mit zusammengekniffenen augen ärgerlich zu alexei alexandrovich was ist ihnen gefällig ich habe geschäftlich mit dem herrn rechtsanwalt zu sprechen der herr rechtsanwalt ist sehr in anspruch genommen antwortete der schreiber in strengem tone indem er mit der feder auf die wartenden wies und schrieb dann weiter hat er vielleicht dazwischen einen augenblick für mich zeit fragte alexei alexandrovich er hat keinen freien augenblick er ist immer beschäftigt bitte zu warten möchten sie dann nicht so freundlich sein ihm meine karte zu überreichen sagt sagte alexei alexandrovich da er die notwendigkeit einsah sein inkognito aufzugeben der schreiber nahm die karte hin machte ein gesicht als ob ihn deren inhalt sehr wenig befriedigte und ging zu dem rechtsanwalt hinein alexei alexandrovich billigte grundsätzlich das öffentliche gerichtsverfahren nur gewisse Einzelheiten in seiner praktischen Anwendung bei uns in Russland hatten mit Rücksicht auf höhere ihm wohl bekannte dienstliche Verhältnisse nicht seinen vollen Beifall und er missbilligte diese Einzelheiten soweit er im Stande war etwas was die allerhöchste Bestätigung gefunden hatte zu missbilligen sein ganzes Leben lang war er auf dem Verwaltungsgebiete tätig gewesen so oft es daher vorkam dass er etwas missbilligte wurde sein Missvergnügen gemildert durch die Erwägung dass Fehler bei allen Dingen unvermeidlich sein immer aber die Möglichkeit einer Verbesserung vorliege an der neuen Gerichtsordnung missbilligte er die Stellung die dem Anwalts Stande zugewiesen war aber bisher hatte er mit Rechtsanwälten noch nichts zu schaffen gehabt und daher war seine Missbilligung nur theoretisch gewesen jetzt jedoch wurde diese Missbilligung noch verstärkt durch den unangenehmen Eindruck den er in dem Wartezimmer des Rechtsanwaltes empfangen hatte der Herr Rechtsanwalt wird sogleich herauskommen meldete der Schreiber und wirklich erschien nach zwei Minuten in der Tür die lange Gestalt eines bejahten juristischen Kollegen der mit dem Rechtsanwalt verhandelt hatte und die Gestalt des Rechtsanwaltes selbst der Rechtsanwalt war ein kleiner stämmiger kahlköpfiger Mann mit dunklem rötlich schimmerndem Barte hellen langhaarigen Braun und vorstehender Stirn geputzt war er wie wenn er auf die Freite ging von der Krawatte und der doppelten Uhrkette bis zu den Lackstiefeln sein Gesicht trug einen Ausdruck von Klugheit und plebejischer Verschmitztheit aber der Anzug war geckenhaft und zeugte von schlechtem Geschmack Bitte näher zu treten sagte der Rechtsanwalt zu Alexej Aleksandrovich gewendet Mit finsterer Miene ließ er ihn an sich vorbeigehen und machte dann die Tür zu Wenn es gefällig ist Er wies auf einen Lehnsessel neben dem mit Papieren bedeckten Schreibtische nahm selbst auf einer Art von Präsidenten Sitz Platz rieb sich die kleinen Hände deren kurze Finger mit weißen Haaren bewachsen waren und neigte den Kopf auf die Seite Aber kaum war er in dieser Haltung zur Ruhe gekommen als über dem Tische eine Motte vorbeiflog Mit einer Geschwindigkeit die man gar nicht von ihm hätte erwarten können machte der Rechtsanwalt die Arme auseinander fing die Motte und nahm wieder seine frühere Haltung ein Bevor ich anfange meine Angelegenheit darzulegen begann Alexej Alexandrovich der erstaunt die Bewegungen des Rechtsanwaltes mit den Augen verfolgt hatte muss ich bemerken dass die Angelegenheit über die ich mit ihnen sprechen möchte Geheimnis bleiben muss Ein kaum merkbares Lächeln ließ den rötlichen herabhängenden Schnurrbart des Rechtsanwaltes ein wenig auseinander gehen Ich wäre kein Rechtsanwalt wenn ich nicht im Stande wäre die mir anvertrauten Geheimnisse zu bewahren aber wenn sie die ausdrückliche Versicherung wünschen Alexej Alexandrovich blickte ihm ins Gesicht und sah dass die klugen grauen Augen lachten sie machten den Eindruck als hätten sie schon alles durchschaut Sie kennen meinen Namen fuhr Alexej Alexandrovich fort Ich kenne sie und ihre verdienstvolle wieder fing er eine Motte Tätigkeit wie jeder Russe versetzte der Rechtsanwalt mit einer Verbeugung Aufseufzend nahm Alexej Alexandrovich seinen Mut zusammen aber da er sich nun einmal dazu entschlossen hatte fuhr er mit seiner dünnen schrillen Stimme fort ohne Verlegenheit ohne zu stocken mit besonderer Betonung einzelner Worte Ich Ich habe das Unglück begann er ein betrogener Ehemann zu sein und wünsche die Beziehungen zu meiner Frau in gesetzlicher Form zu lösen das heißt mich von ihr scheiden zu lassen aber so dass der Sohn nicht der Mutter verbleibt Die grauen Augen des Rechtsanwaltes bemühten sich nicht zu lachen aber sie hüpften förmlich in unhemmbarer Freude und Alexej Alexandrovich sah dass dies nicht etwa nur die Freude darüber war einen gewinnbringenden Auftrag zu erhalten nein das war ein triumphieren ein frohlocken ein aufleuchten ähnlich jenem hässlichen Aufleuchten das er manchmal in den Augen seiner Frau gesehen hatte Sie wünschen meine Mitwirkung zur Durchführung der Ehescheidung ja ganz richtig nur muss ich vorher bemerken dass ich ihre Aufmerksamkeit vielleicht unnötigerweise in Anspruch nehme ich bin heute nur gekommen um mir vorläufig ihren Rat zu erbitten ich wünsche die Scheidung aber für mich sind die Formen von Wichtigkeit unter denen die Scheidung sich bewerkstelligen lässt es ist sehr wohl möglich dass wenn diese Formen meinen Wünschen nicht entsprechen sollten ich von dem Rechtswege Abstand nehme oh das ist immer so erwiderte der Rechtsanwalt das steht dann ganz in ihrem belieben der Rechtsanwalt richtete seine blicke nach unten auf Alexej Alexandrovichs Füße da er wohl die Empfindung hatte dass der Anblick seiner unbezwingbaren Freude seinen Klienten verletzen könne er bemerkte eine Motte die vor seiner Nase vorbeiflog und zuckte schon mit der Hand aber aus achtungsvoller Rücksicht auf Alexej Alexandrovichs Lage fing er sie nicht obgleich mir unsere gesetzlichen Bestimmungen über diesen Gegenstand in den Hauptzügen bekannt sind fuhr Alexej Alexandrovich fort so würde ich doch wünschen die Formen genauer kennenzulernen in denen derartige Angelegenheiten in der Praxis erledigt werden sie wünschen also antwortete ohne die Augen zu erheben der Rechtsanwalt dem es Vergnügen machte auf den Ton seines Klienten einzugehen dass ich ihnen die Wege darlege auf denen die Erfüllung ihres Wunsches möglich ist und auf Alexej Alexandrovichs bejahendes Kopfnicken fuhr er fort indem er nur ab und zu einen flüchtigen Blick auf dessen Gesicht richtete das sich mit roten Flecken bedeckt hatte nach unseren Gesetzen begann er und in seinem Tone lag eine leise Andeutung dass er diese unsere Ehescheidung wie ihnen bekannt sein wird in folgenden Fällen möglich warten rief er dem Schreiber zu der den Kopf durch die Tür hereinsteckte stand aber trotzdem auf sagte ein paar Worte zu ihm und setzte sich dann wieder hin in folgenden Fällen körperliche Mängel der Ehegatten ferner fünfjährige Abwesenheit ohne Benachrichtigung sagte er und bug einen seiner kurzen mit Haaren bewachsenen Finger ein ferner Ehebruch dieses Wort sprach er mit sichtlichem Vergnügen aus die Unterabteilungen sind folgende er fuhr fort seine dicken Finger einzubiegen obgleich die Fälle offenbar nicht mit ihren Unterabteilungen wie Bestanddeile derselben Klasse zusammengezählt werden konnten körperliche Mängel des Mannes oder körperliche Mängel der Frau ferner Ehebruch des Mannes oder Ehebruch der Frau Da er nun alle Finger verbraucht hatte so bog er sie alle wieder gerade und fuhr fort Das ist die theoretische Anschauung aber ich nehme an dass sie mir die Ehre sich an mich zu wenden deswegen erwiesen haben um die praktische Anwendung kennen zu lernen und und daher muss ich ihnen aufgrund meiner Kenntnis früherer Prozesse mitteilen dass alle Fälle von Ehescheidungen auf folgende Vorbedingungen zurückzuführen sind körperliche Mängel kommen ja doch soweit ich verstanden habe nicht in Frage und ebenso wenig Abwesenheit ohne Benachrichtigung Alexej Alexandrovich neigte bestätigend den Kopf auf folgende Vorbedingungen zurückzuführen sind Ehebruch eines der Gatten und Überführung des schuldigen Teiles aufgrund beiderseitiger Übereinkunft und zweitens in Ermangelung einer solchen Übereinkunft die zwangsweise Überführung ich muss dazu bemerken dass dieser Fall in der Praxis nur selten vorkommt sagte der Rechtsanwalt warf einen flüchtigen Blick auf Alexej Alexandrovich und schwieg dann wie ein Pistolenhändler der die Vorzüge der einen und der anderen und nun abwartet welche der Käufer wählen wird aber Alexej Alexandrovich schwieg und daher fuhr der Rechtsanwalt fort das gewöhnlichste einfachste und vernünftigste ist nach meinem Urteile Ehebruch aufgrund beiderseitiger Übereinkunft ich würde mir nicht erlauben mich in dieser Weise auszudrücken wenn ich mit einem Mann von geringer geistiger Entwicklung spräche aber ich nehme an dass ihnen das Gesagte verständlich ist Alexej Alexandrovich war jedoch derart verstört daß er die Vernünftigkeit des Ehebruchs aufgrund beiderseitiger Übereinkunft nicht sogleich zu verstehen vermochte und diese Verständnislosigkeit gab sich in seinem Blicke zu erkennen aber der Rechtsanwalt kam ihm sofort zu Hilfe die betreffenden Ehegatten können nicht mehr miteinander leben das ist die zugrunde liegende Tatsache und wenn über diese Tatsache beide einverstanden sind werden die Einzelheiten und Form Fragen gleichgültig zugleich ist dies das einfachste und zuverlässigste Mittel Alexej Alexandrovich hatte die Sache jetzt völlig verstanden aber er hatte gewisse religiöse Bedenken die ihm die Anwendung dieses Mittels unmöglich machten das das kommt das erwiderte er hier ist nur eine Möglichkeit die zwangsweise Überführung mit Hilfe der in meinen Händen befindlichen Briefe Bei Erwähnung Einzelheiten Er sagte das mit einem Lächeln das zeigte dass er diesen Geschmack der Protopopen teilte Briefe können ja ohne Zweifel bis zu einem gewissen Grade als Bestätigung dienen aber die Beweise müssen auf geradem Wege erbracht werden das heißt durch Zeugen Überhaupt aber wenn sie mir die Ehre erweisen mich ihres Vertrauens zu würdigen so überlassen sie bitte es mir die anzuwendenden Mittel auszuwählen Wer den Erfolg will muss sich auch die Mittel gefallen lassen Wenn es so ist begann Alexej Alexandrovich der plötzlich ganz blass geworden war aber in diesem Augenblicke stand der Rechtsanwalt auf und ging wieder nach der Tür zu dem Schreiber hin der von Neuem das Gespräch unterbrochen hatte Sagen sie ihr dass wir hier keine billige Schundware führen sagte er und kehrte wieder zu Alexej Alexandrovich zurück Während er sich wieder auf seinen Platz begab fing er unvermerkt noch eine Motte Mein Rips wird im Sommer gut aussehen dachte er stirnrunzelnd Also sie beliebten zu sagen wandte er sich fragend an seinen Klienten Ich werde Ihnen meinen Entschluss brieflich mitteilen antwortete Alexej Alexandrovich stand auf und fasste nach dem Tische Nachdem er eine kleine Weile schweigend dagestanden hatte sagte er Aus ihren Worten kann ich somit schließen dass es möglich ist die Scheidung durch zu setzen Ich möchte Sie bitten mir auch noch mit zu teilen welches Ihre Bedingungen sind Es ist durchaus möglich wenn Sie mir volle erwiderte der Rechtsanwalt ohne auf die Frage zu antworten Wann kann ich darauf rechnen von Ihnen Nachricht zu erhalten fragte er indem er mit zur Tür kam seine Augen glänzten nicht minder als seine Lackstiefel in einer Woche und Sie werden dann die Güte haben mir Ihre Antwort zukommen zu lassen ob Sie meine Vertretung in dieser Angelegenheit übernehmen wollen und unter welchen Bedingungen sehr wohl Der Rechtsanwalt verbeugte sich achtungsvoll ließ seinen Klienten aus der Tür und überließ sich dann als er allein geblieben war seiner freudigen Stimmung Er war so vergnügt dass er ganz gegen seine sonstigen Grundsätze der Dame die von der Gebühr etwas abhandeln wollte wirklich etwas abließ und keine Motten mehr fing da er fest beschloss im nächsten Winter seine Möbel mit Samt beziehen zu lassen ihn war 6 Alexei Alexandrovich hatte am 17. August in der Kommissionssitzung einen glänzenden Sieg davon getragen aber die Folgen dieses Sieges wurden ihm sehr nachteilig Die neue Kommission zur allseitigen Untersuchung des Zustandes der Fremdvölker war auf Alexei Alexandrovichs Betreiben mit außerordentlicher Schnelligkeit und Energie gebildet und an Ort und Stelle abgeschickt worden Nach drei Monaten ging der Bericht ein Der Zustand der Fremdvölker war in politischer administrativer ökonomischer ethnografischer materieller und religiöser Hinsicht untersucht worden Für alle Fragen lagen Antworten in vortrefflicher Ausarbeitung vor und zwar Antworten die keinem Zweifel unterlagen weil sie eben nicht ein Ergebnis des stets dem Irrtum ausgesetzten menschlichen Denkens sondern sämtlich ein Ergebnis dienstlicher Tätigkeit waren Alle diese Antworten waren die Ergebnisse amtlicher Feststellungen der Berichte der Gouverneure und Bischöfe die auf den Berichten der Kreisbehörden und Pröbste beruhten die ihrerseits sich wieder auf die Berichte der Gemeinde vorsteher und Pfarrgeistlichen stützten und daher konnte sich an all diese Antworten kein Zweifel heranwagen Alle jene Fragen zum Beispiel weshalb mitunter Missernten vorkommen warum die Einwohner an ihren religiösen Überzeugungen festhalten Fragen die ohne die angenehme Beihilfe der amtlichen Maschine jahrhundertelang ungelöst geblieben waren und ohne diese Beihilfe überhaupt nicht gelöst werden konnten diese Fragen erhielten hier eine klare über jeden Zweifel erhabene Lösung und diese Lösung war zugunsten von Alexei Alexandrovits Ansicht ausgefallen Abast Tremov der sich in der letzten Sitzung an einem wunden Punkte berührt gefühlt hatte wandte beim Eintreffen der Kommissions Berichte eine Taktik an auf die Alexei Alexandrovits nicht gefasst gewesen war nachdem er sich nämlich für seinen Plan des Beistandes einiger anderer Mitglieder versichert hatte ging er plötzlich auf Alexei Alexandrovits Seite über und befürwortete nicht nur mit großer Wärme die Einführung der von diesem vorgeschlagenen Maßregeln sondern schlug auch noch in demselben Geiste weitere über das Ziel hinausschießende Maßregeln vor diese Maßregeln eine Übertreibung des Grundgedankens Alexei Alexandrovits wurden angenommen und nun wurde der Zweck den Stremov mit seiner Taktik verfolgte verständlich diese auf die Spitze getriebenen Maßnahmen erwiesen sich sehr schnell als so töricht dass gleichzeitig hohe Staatsmänner und die öffentliche Meinung und kluge Damen und die Zeitungen alle zusammen über diese Maßregeln herfielen und ihrer Entrüstung sowohl über diese Maßregeln selbst wie auch über Alexei Alexandrovits der als deren Vater galt lebhaften Ausdruck gaben Stremov trat nun sachte zur Seite und stellte sich als habe er sich nur blindlings Karinins Plänen angeschlossen und sei nun selbst erstaunt und bestürzt über das was dabei herausgekommen sei dadurch wurde Alexei Alexandrovitsch sehr in Nachteil gebracht aber trotz seiner angegriffenen Gesundheit trotz seiner häuslichen Kümmernisse ergab er sich nicht innerhalb der Kommission trat eine Spaltung ein manche Mitglieder mit Stremov an der Spitze entschuldigten ihren Irrtum damit dass sie sagten sie hätten der von Alexei Alexandrovitsch ins Leben gerufenen Revisionskommission die den Bericht erstattet habe Glauben geschenkt aber der Bericht dieser Kommission sei lauter dummes Zeug und nur unnützvoll geschriebenes Papier Alexei Alexandrovitsch und mit ihm die Partei derer die das gefährliche eines derartigen umstürzlerischen Verhaltens amtlichen Schriftstücken gegenüber erkannten verharrten in ihrer Stellung als Verteidiger der von der Revisionskommission beschafften Unterlagen infolgedessen gerieten in den höheren und selbst in den besseren gesellschaftlichen Kreisen die Ansichten vollständig in Verwirrung und obwohl alle sich auf das Lebhafteste dafür interessierten so konnte doch niemand zu einer klaren Anschauung gelangen ob nun die Fremdvölker wirklich in Not und Elend versunken seien und dem Untergange entgegengingen oder sich im blühendsten Zustande befänden Alexei Alexandrovitschs Stellung wurde hierdurch und zum Teil auch durch die Missachtung welche die Untreue seiner Frau über ihn gebracht hatte stark erschüttert in dieser Lage fasste Alexei Alexandrovitsch einen hoch bedeutsamen Entschluss zum größten Erstaunen der Kommission erklärte er er werde um die Genehmigung einkommen sich zur Untersuchung der Sache selbst an Ort und Stelle begeben zu dürfen und nachdem Alexei Alexandrovitsch diese Genehmigung erhalten hatte machte er sich auf die Reise nach den fernen Gouvernements Seine Abreise erregte viel Aufsehen umso mehr da er im Augenblicke der Abfahrt in amtlicher Form mit einem Begleitschreiben die Reisegelder zurückgereicht hatte die ihm für zwölf Pferde zur Fahrt bis nach den Bestimmungsorte ausgezahlt worden waren Ich finde das ist sehr vornehm von ihm gedacht sagte mit Bezug darauf Betsy zur Fürstin Merkaja Wozu werden denn Gelder für Postpferde gezahlt während doch jeder Mensch weiß dass es jetzt überall Eisenbahnen gibt Aber die Fürstin Merkaja war anderer Ansicht und geriet über die Meinung der Fürstin Tverskaya sogar in Entrüstung Sie haben gut reden eiferte sie Wo sie ich weiß nicht wie viele Millionen besitzen aber ich für meine Person habe es sehr gern wenn mein Mann im Sommer auf Revisionsreisen fährt so ein bisschen umherzufahren ist ihm gesund und macht ihm Vergnügen und es ist bei uns schon so herkömmlich dass ich mir für das Geld das er dabei spart einen Wagen und einen Kutscher halte Auf seiner Reise nach den fernen Gouvernements nahm Alexei Alexandrovich in Moskau drei Tage Aufenthalt Am Tage nach seiner Ankunft fuhr er zum Generalgouverneur um ihm einen Besuch zu machen An der Kreuzung bei der Gazetney Gasse wo stets ein großes Gedränge von Kutschen und Droschken ist hörte Alexei Alexandrovich auf einmal seinen Namen von einer so lauten fröhlichen Stimme rufen dass er nicht umhin konnte sich umzusehen An der Ecke des Fußsteigs stand in einem kurzen modernen Überzieher den niedrigen modernen Hut schief auf dem Kopfe mit einem lustigen Lächeln das die weißen Zähne zwischen den roten Lippen sichtbar werden ließ vergnügt jugendfrisch und strahlend Stepan Arkadievich der ihn energisch anrief und dringend zum Anhalten aufforderte Mit der einen Hand hielt er das Fenster einer an der Ecke haltenden Kutsche angefasst aus der ein Frauenkopf unter einem Samthute und zwei Kinderköpfchen herausschauten und mit der anderen Hand winkte er seinem Schwager lächelnd zu Auch die Dame lächelte herzlich und freundlich und winkte gleichfalls mit der Hand nach Alexei Alexandrovich hin Es war Dolly mit ihren Kindern Alexei Alexandrovich hatte in Moskau mit niemandem in Berührung kommen wollen und am allerwenigsten mit dem Bruder seiner Frau Er lüftete den Hut und wollte weiter fahren aber Stepan Arkadjewitsch befahl dem Kutscher seines Schwagers zu halten und lief durch den Schnee hindurch zu diesem hin Na Schäme schäme dich was daß du mich gar nichts hast wissen lassen bist du schon lange hier ich war gestern bei Dussaut und las auf dem fremden Brett Karenin aber es kam mir gar nicht in den Sinn dass du das wärst sagte Stepan Arkadjewitsch den Kopf durch das Wagenfenster herein steckend Sonst hätte ich dich aufgesucht wie freue ich mich dich wieder »Schäme dich, dass du uns von deinem Hiersein nichts mitgeteilt hast,« sagte er noch einmal. »Ich hatte keine Zeit, ich bin sehr beschäftigt,« erwiderte Alexej Aleksandrowitsch in trockenem Tone. »Komm doch mit zu meiner Frau, sie wünscht so sehr, dich zu sprechen.« Alexej Aleksandrowitsch wickelte das Reisetuch ab, in das er seine gegen Kälte empfindlichen Beine eingewickelt hatte, stieg aus dem Wagen und arbeitete sich durch den tiefen Schnee zu Darja Aleksandrowna hindurch. »Aber was stellt das vor, Alexej Aleksandrowitsch, warum lassen Sie uns so links liegen?« fragte Dolly lächelnd. »Ich bin sehr beschäftigt gewesen, es freut mich sehr, Sie wiederzusehen,« sagte er in einem Tone, aus dem man deutlich heraushörte, wie verdrießlich er über diese Begegnung war. »Wie ist Ihr Befinden? Nun, und wie geht es meiner lieben Anna?« Alexej Aleksandrowitsch murmelte irgendetwas und wollte sich wieder entfernen. Aber Stepan Arkadiewitsch hielt ihn zurück. »Hör mal, was wir morgen tun wollen. Dolly, lade ihn doch zum Mittagessen ein. Wir laden dann noch Kasniuschev und Pieszov dazu, um ihm die Spitzen unserer Moskauer Intelligenz vorzustellen.« »Also bitte kommen Sie, ja?« sagte Dolly. »Wir werden Sie um fünf Uhr erwarten, oder, wenn Sie wollen, um sechs Uhr.« »Nun, wie geht es meiner lieben Anna? Wie lange...« »Sie ist gesund,« brummte Alexej Aleksandrowitsch mit mürrischem Gesicht. »Es ist mir eine große Freude gewesen.« Damit ging er wieder zu seinem Wagen hin. »Sie kommen also doch,« rief Dolly ihm nach. Alexej Aleksandrowitsch antwortete etwas, was Dolly vor dem Lärm der vorbeifahrenden Wagen nicht verstehen konnte. »Ich komme morgen zu dir,« rief ihm Stepan Arkadiewitsch noch zu. Alexej Aleksandrowitsch setzte sich in seinen Wagen und lehnte sich so tief in eine Ecke, dass er niemand sah und von niemand gesehen wurde. »Ein wunderlicher Geselle,« sagte Stepan Arkadiewitsch zu seiner Frau. Dann sah er nach der Uhr, machte vor seinem Gesichte mit der Hand eine Bewegung, die eine Liebkosung für seine Frau und für die Kinder bedeutete, und schritt mit jugendlichem Gange auf dem Fußweg dahin. »Stiva, Stiva!« rief ihm Dolly errötend nach. Er wendete sich um. »Ich muss ja für Grigori und Tanja Mäntel kaufen. Gib mir doch Geld.« »Ach, das macht nichts. Sage nur, ich würde es bezahlen.« Er nickte noch einem vorbeifahrenden Bekannten vergnügt zu und war verschwunden. Ende von Abschnitt 53 Abschnitt 54 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil Sieben Der folgende Tag war ein Sonntag. Stepan Arkadjewitsch fuhr nach dem großen Theater zur Ballettprobe, überreichte dem Fräulein Marsha Chibisova einer hübschen, dank seiner Fürsprache soeben angestellten Tänzerin, den Korallenschmuck, den er ihr am Abend vorher versprochen hatte, und machte es möglich, hinter den Kulissen in der Dunkelheit, die bei Tage in Theatern zu herrschen pflegt, ihr hübsches Vorfreude über das Geschenk strahlendes Gesichtchen zu küssen. Abgesehen von der Einhändigung des Korallenschmucks wollte er auch noch mit ihr ein Stelldichein nach dem Ballett verabreden. Er teilte ihr mit, es sei ihm nicht möglich, zum Anfange des Balletts da zu sein, versprach aber, zum letzten Akte zu kommen und sie zum Abendessen mitzunehmen. Vom Theater fuhr Stepan Arkadjewitsch nach der Markthalle, suchte dort persönlich die Fische und den Spargel für das Mittagessen aus und war schon um zwölf Uhr bei Dussault, wo er drei Herren besuchen wollte, die glücklicherweise alle in diesem selben Hotel wohnten. Erstens Ljewin, der unlängst aus dem Auslande zurückgekehrt war und sich nun ein Weilchen in Moskau aufhielt, zweitens seinen neuen Vorgesetzten, der eben erst dieses höhere Amt angetreten hatte und nun in Moskau eine Revision vornahm und drittens seinen Schwager Karinin, um ihn unter allen Umständen zum Mittagessen mitzunehmen. Stepan Arkadjewitsch war überhaupt ein Freund vom Essen, ganz besonderes Vergnügen aber machte es ihm, ein Essen zu geben, klein aber fein, sowohl was die Speisen und Getränke wie auch was die Auswahl der Gäste anlangte. Das Programm des heutigen Mahles gefiel ihm außerordentlich. Es sollte Barsche geben, die er lebend gekauft hatte, Spargel und, als etwas Besonderes, ein wundervolles, aber ganz einfaches Roastbeef, dazu die zugehörigen Weine, dies also würden die Speisen und Getränke sein. An Gästen sollten da sein Kitty und Ljewin und, damit das nicht zu auffällig aussähe, noch eine Cousine und der junge Scherbatski und als Überraschung unter den Gästen Sergei Kasniuschev und Alexei Kareinin. Sergei Kasniuschev war Moskauer und Philosoph, Alexei Kareinin Petersburger und Praktiker. Dazu wollte er dann, außer seinem Schwiegervater und Herrn Turowczen, noch den bekannten, sonderbaren Schwärmer Pestzov einladen, einen Fortschrittler, eifrigen Redner, Musiker, Historiker und überaus liebenswürdigen 50-jährigen Jüngling. Dieser sollte gleichsam die Soße oder Garnierung zu Kasniuschev und Kareinin vorstellen. Diese beiden beabsichtigte Stepan Arkadiewicz, ein bisschen aufzureizen und aneinander zu hetzen. Die zweite Rate des Kaufpreises für den Wald hatte er von dem Händler erhalten und noch nicht verausgabt. Dolly war in der letzten Zeit sehr lieb und gut gewesen und der Gedanke an dieses Mal machte Stepan Arkadiewicz in jeder Hinsicht viel Freude. So befand er sich denn in der fröhlichsten Stimmung. Zwei Umstände waren allerdings einigermaßen unerfreulich, aber diese beiden Umstände gingen unter in den Meere gutmütiger Fröhlichkeit, das in Stepan Arkadiewiczs Seele wogte und wallte. Die beiden Umstände waren folgende. Erstens war ihm tags zuvor, als er Alexej Alexandrovich auf der Straße getroffen hatte, dessen kühles, trockenes Benehmen ihm gegenüber aufgefallen und wenn er diesen Gesichtsausdruck Alexej Alexandrovichs sowie den Umstand, dass dieser ihn nicht besucht und ihm von seiner Anwesenheit keine Mitteilung gemacht hatte, mit den Gerüchten zusammenhielt, die ihm über Anna und Wronski zu Ohren gekommen waren, so musste er auf die Vermutung kommen, dass dort zwischen Mann und Frau nicht alles in Ordnung sei. Das war die eine Unannehmlichkeit. Die andere kleine Unannehmlichkeit war die, dass der neue Vorgesetzte, wie alle neuen Vorgesetzten, bereits in dem Rufe eines schrecklichen Menschen stand, der früh um sechs aufstehe, wie ein Pferd arbeite und ein gleiches Arbeitsquantum auch von seinen Untergebenen verlange. Außerdem hieß es noch von diesem Vorgesetzten, er sei im Umgange ein wahrer Bär und den Gerüchten zufolge gehörte er einer Richtung an, die der völlig entgegengesetzt war, die der frühere Vorgesetzte und bisher Stepan Arkadiewicz selbst angehört hatten. Gestern hatte sich Stepan Arkadiewicz ihm dienstlich in Uniform vorgestellt und der neue Vorgesetzte war sehr liebenswürdig gewesen und hatte sich mit ihm wie mit einem guten Bekannten unterhalten. Daher hielt es Stepan Arkadiewicz für seine Pflicht, ihm nun einen Besuch im Oberrock zu machen. Der Gedanke, dass der neue Vorgesetzte ihn vielleicht unfreundlich empfangen werde, war der zweite unangenehme Umstand. Aber Stepan Arkadiewicz hatte das unwillkürliche Gefühl, das werde sich alles schon ganz vortrefflich einrenken. »Wir sind ja alle Menschen und sind allzu mal Sünder. Wozu soll man sich da übereinander ärgern und sich miteinander zanken?« dachte er, als er in das Hotel hineinging. »Guten Tag, Vassili«, sagte er, als er mit schief aufgesetztem Hute den Seitengang entlanggehend einen ihm bekannten Kellner traf. »Du hast dir ja einen Backenbart stehen lassen.« »Herr Lewin wohnt in Nummer 7, nicht wahr? Bitte führe mich hin. Und dann erkundige dich, ob Graf Anitschkin, das war der neue Vorgesetzte, Besuch annimmt.« »Zu Befehl«, antwortete Vassili lächelnd, »Sie haben uns lange nicht die Ehre gegeben.« »Ich war gestern hier, aber ich bin durch das andere Tor gekommen. Das ist Nummer 7?« Lewin stand mit einem Bauern aus Tver mitten im Zimmer und maß mit einer Elle ein frisch abgezogenes Bärenfell aus, als Stepan Arkadiewicz eintrat. »Ah, habt ihr den geschossen?«, rief Stepan Arkadiewicz. »Ein prächtiges Stück! Wohl eine Bären!« »Guten Tag, Archib!« Er drückte dem Bauern die Hand und setzte sich, ohne Überzieher und Hut abzulegen, auf einen Stuhl. »Aber so lege doch ab und bleib ein Weilchen hier«, sagte Lewin, indem er ihm den Hut vom Kopf her nahm. »Nein, ich habe keine Zeit, ich bin nur auf eine Sekunde hergekommen«, antwortete Stepan Arkadiewicz. Er schlug den Überzieher nur auseinander, nachher aber zog er ihn doch aus, blieb eine ganze Stunde da und unterhielt sich mit Lewin über die Jagd und über seine eigenen geheimsten Herzensangelegenheiten. »Nun sage doch mal, was hast du denn im Auslande gemacht? Wo bist du eigentlich gewesen?«, fragte er. Der Bauer war inzwischen weggegangen. »Ich bin in Deutschland, in Preußen, in Frankreich und in England gewesen, aber nicht in den Hauptstädten, sondern in den Fabrikorten und habe viel Neues gesehen. Ich freue mich, dass ich da gewesen bin. Ja, ich kenne deine Pläne über die Organisation der Arbeiter. Darum handelt es sich ganz und gar nicht. In Russland kann es keine Arbeiterfrage geben, In Russland dreht sich die Frage nur um das Verhältnis der arbeitenden Bevölkerung zum Grund und Boden. Diese Frage besteht ja auch dort, aber dort handelt es sich um eine Besserung verdorbener Verhältnisse. Bei uns hingegen...« Stepan Arkadiewicz hörte ihm aufmerksam zu. »Ja, ja«, sagte er, »sehr möglich, dass du recht hast. Aber ich freue mich, dass du so munter und unternehmungslustig bist. Du fährst auf die Bärenjagd und arbeitest und bist mit Leib und Seele bei dem, was du vorhast. Und da hat mir der junge Scherbatsky gesagt, der hat dich ja getroffen, du wärst in gedrückter Stimmung und redetest immer nur vom Tode.« »Nun ja, ich denke auch fortwährend an den Tod,« versetzte Lewin. »Es ist wahr, dass uns der Tod nahe ist und dass das ganze Treiben hier Torheit ist. Ich muss dir aufrichtig sagen, ich lege ja auf meine Pläne und auf meine Arbeit einen hohen Wert, aber wenn man's ernsthaft überlegt, so ist doch diese unsere ganze Menschenwelt nur so eine Art Schimmelüberzug, der sich auf einem kleinwinzigen Planeten gebildet hat. Und da bilden wir uns ein, es könne bei uns etwas Großes geben, große Pläne, große Taten, all das sind nur Sandkörnchen.« »Brüderchen, diese Erkenntnis ist so alt wie die Welt!« »Gewiss aber, weißt du, wenn man das so recht klar erfasst hat, so erscheint einem auf einmal alles so klein und nichtig. Wenn man einsieht, dass man bald sterben muss und nichts von einem übrig bleibt, dann kommt einem alles so klein und nichtig vor. Ich halte ja meine Pläne für etwas sehr Wichtiges, aber es stellt sich dann doch heraus, dass sie, selbst wenn ich sie durchführen könnte, etwas ebenso Geringfügiges und Unbedeutendes sind wie die Einkreisung und Erlegung dieser Bärin. Und so verbringt man sein Leben, indem man sich durch Jagd und Arbeit zerstreut, um nur nicht an den Tod zu denken.« Stepan Arkadjewitsch lächelte in einer feinen, freundlichen Weise, während er das mit anhörte. »Na, selbstverständlich! Da bist du ja ganz meiner Meinung geworden, besinnst du dich noch, wie du über mich herfielst, weil ich eingestand, dass ich im Leben mir möglichst viel Genuss zu verschaffen suche? Also sei nicht zu streng, du Moralprediger!« »Nein, es gibt doch auch wahrhaft Gutes im Leben!« Levin geriet in Verwirrung. »Aber ich weiß darüber nichts. Ich weiß nur, dass wir bald sterben werden.« »Aber warum denn bald?« »Und weißt du, das Leben hat ja zwar weniger Reiz, wenn man an den Tod denkt, aber man wird doch ruhiger.« »Im Gegenteil, zu guter Letzt wird es immer lustiger.« »Aber nun muss ich gehen«, sagte Stepan Arkadjewitsch und stand zum zehnten Male auf. »Aber nein, so bleib doch noch ein bisschen hier«, bat Levin und hielt ihn fest. »Wann werden wir uns denn nun wiedersehen? Ich reise morgen ab.« »Ich bin aber gut, und ich bin besonders deshalb hergekommen. Du musst unter allen Umständen heute zu uns zum Mittagessen kommen. Dein Bruder kommt auch, und auch mein Schwager Karenin kommt.« »Ist er denn hier?« erwiderte Levin und wollte schon nach Kitty fragen. Er hatte gehört, dass sie zu Anfang des Winters in Petersburg bei ihrer anderen Schwester, der Frau eines Diplomaten, zu Besuch gewesen war, wusste aber nicht, ob sie von dort schon zurückgekehrt sei oder nicht. Er besann sich jedoch eines anderen und fragte nicht. »Ob sie heute da ist oder nicht, mir kann es gleich sein«, sagte er sich. »Also du kommst?« »Ja, natürlich.« »Also um fünf Uhr im Oberrock.« Stepan Arkadievich stand auf und ging ein Stockwerk tiefer zu seinem neuen Vorgesetzten. Sein Gefühl hatte ihn nicht betrogen. Der schreckliche neue Vorgesetzte erwies sich als ein sehr umgänglicher Mann. Stepan Arkadievich frühstückte mit ihm und blieb dabei so lange sitzen, dass er erst zwischen drei und vier Uhr zu Alexei Alexandrovich kam. Nachdem Alexei Alexandrovich vom Messgottesdienste zurückgekehrt war, hatte er den ganzen Vormittag zu Hause zugebracht. An diesem Vormittag hatte er zweierlei zu tun. Erstens musste er eine Abordnung der Fremdvölker, die sich nach Petersburg begeben wollte und sich augenblicklich in Moskau befand, empfangen und unterweisen. Zweitens musste er dem Rechtsanwalte den in Aussicht gestellten Brief schreiben. Obgleich die Abordnung auf Alexei Alexandrovichs eigene Anregung hin nach Petersburg gerufen worden war, konnte ihre Ankunft dort doch mancherlei missliche Folgen haben, ja sogar gefährlich werden. Und Alexei Alexandrovich war sehr froh, dass er sie noch in Moskau angetroffen hatte. Die Mitglieder dieser Abordnung hatten nicht die geringste Vorstellung von der Rolle, die sie zu spielen, und von den Pflichten, die sie zu erfüllen hatten. Sie hatten die naive Anschauung, dass ihre ganze Aufgabe darin bestände, ihre Nöte und die wirkliche Lage der Dinge darzulegen, und die Regierung um Hilfe zu bitten, und konnten ganz und gar nicht begreifen, dass einige ihrer Mitteilungen und Forderungen zur Unterstützung der feindlichen Partei dienen und somit die ganze Sache verderben würden. Alexei Alexandrovich mühte sich lange mit ihnen ab. Er schrieb ihnen für das, was sie sagen sollten, ein Programm auf, innerhalb dessen sie sich zu halten hatten, und schrieb, nachdem er die Leute entlassen hatte, noch einige Briefe nach Petersburg, um die Abordnung dort auf dem richtigen Wege zu halten. Eine sehr wesentliche Hilfe in dieser Angelegenheit erwartete er von der Gräfin Lidia Ivanovna. Sie galt als Sachverständige in Abordnungsangelegenheiten, und niemand verstand es so gut wie sie, eine solche Sache ordentlich in Gang zu bringen und die Abgeordneten zweckmäßig zu führen. Nach Erledigung dieses Geschäftes schrieb Alexei Alexandrovich auch noch den Brief an den Rechtsanwalt. Ohne auch nur im Geringsten zu schwanken, gab er ihm Vollmacht, zu verfahren, wie er es für nützlich halten werde. In diesen Brief legte er drei Briefe Wronskis an Anna ein, die sich in der von ihm beschlagnahmenden Briefmappe befunden hatten. Seit Alexei Alexandrovich von zu Hause mit der Absicht weggereist war, nicht wieder zu seiner Frau zurückzukehren, und seit er den Besuch bei dem Rechtsanwalt gemacht und so wenigstens einem einzigen Menschen von seiner Absicht Mitteilung gemacht hatte, und namentlich, seit er diese Sache des wirklichen Lebens zu einer papierenden Aktensache gemacht hatte, seitdem fand er sich immer mehr und mehr in sein Vorhaben hinein und erkannte jetzt klar die Möglichkeit, es auszuführen. Er war gerade dabei, den Brief an den Rechtsanwalt zuzusiegeln, als er Stepan Arkadiewiczs laut schallende Stimme hörte. Dieser stritt sich mit Alexei Alexandrovichs Diener herum und bestand darauf, dass er ihn anmelden solle. »Es ist ja doch ganz gleich«, dachte Alexei Alexandrovich, »oder vielleicht ist es sogar das Beste, ich will ihn sofort von meinem Verhältnisse zu seiner Schwester in Kenntnis setzen und ihm auf diese Weise klar machen, warum ich nicht bei ihm speisen kann.« »Ich lasse bitten«, rief er laut, indem er die Papiere zusammenfasste und in seine Schreibmappe legte. »Na, da siehst du ja, dass du mir etwas vorschwindelst und er doch zu Hause ist«, hörte er nun Stepan Arkadiewicz zu dem Diener sagen, der ihn nicht hatte hineinlassen wollen und im Gehen den Überzieher ausziehend trat Abolonski ins Zimmer. »Na, ich freue mich sehr, dass ich dich zu Hause getroffen habe. Also, ich hoffe«, begann Stepan Arkadiewicz in munterem Tone. »Es ist mir unmöglich zu kommen«, erwiderte Alexei Alexandrovich, der selbst stand und auch den Besucher nicht zum Sitzen aufforderte. Alexei Alexandrovich gedachte sofort, das kühle Verhältnis in Kraft treten zu lassen, indem er mit dem Bruder seiner Frau, gegen die er die Scheidungsklage einleitete, künftig werde stehen müssen. Aber er hatte nicht mit jenem Meere von Gutmütigkeit gerechnet, das in Stepan Arkadiewiczs Seele über alle Ufer trat. Stepan Arkadiewicz öffnete weit seine klaren, glänzenden Augen. »Warum kannst du nicht kommen? Was willst du eigentlich damit sagen?« fragte er in höchstem Erstaunen auf Französisch. »Nein, du hast es nun doch einmal schon versprochen, und wir alle rechnen bestimmt auf dein Kommen.« »Ich will damit sagen, dass ich in Ihrem Hause nicht verkehren kann, weil ich die verwandtschaftlichen Beziehungen, die zwischen uns bestanden haben, abbrechen muss.« »Aber wie denn? Wie meinst du denn das? Warum?« fragte Stepan Arkadiewicz lächelnd. »Weil ich gegen ihre Schwester, meine Frau, die Scheidungsklage einleite. Ich habe mich dazu genötigt gesehen.« Aber Alexej Aleksandrewicz hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, als Stepan Arkadiewicz sich in einer Weise benahm, wie es jener ganz und gar nicht erwartet hatte. Er stöhnte auf und ließ sich in einen Lehnsessel sinken. »Nein, Alexej Aleksandrewicz, was redest du da nur?« rief er mit einem Ausdruck geschmerzlicher Betrübnis auf dem Gesicht. »Es ist so.« »Nimm es mir nicht übel, aber ich kann das nicht glauben, kann es schlechterdings nicht glauben.« Alexej Aleksandrewicz setzte sich nun gleichfalls, da er fühlte, dass seine Worte nicht die Wirkung gehabt hatten, die er von ihnen erwartet hatte, und dass er nun eine nähere Erklärung werde geben müssen, und dass, welches auch immer der Inhalt der Erklärung sein mochte, sein Verhältnis zu seinem Schwager dasselbe bleiben werde wie bisher. »Ja, ich sehe mich in die traurige Notwendigkeit versetzt, die Scheidung zu verlangen«, sagte er. »Ich möchte nur eins sagen, Alexej Aleksandrewicz. »Ich kenne dich als einen vortrefflichen, gerechtigkeitsliebenden Menschen, und ich kenne Anna«, »verzeih mir, aber ich kann meine Meinung über sie nicht ändern, als eine prächtige, vortreffliche Frau, und darum«, »verzeih mir, vermag ich es nicht zu glauben, hier liegt ein Missverständnis vor«, sagte er. »Ja, wenn es nur ein Missverständnis wäre.« »Erlaube, ich verstehe«, unterbrach ihn Stepan Arkadiewicz. »Aber natürlich, nur eins, keine Übereilung. Hier darf keine Übereilung stattfinden, um alles in der Welt nicht.« »Ich habe mich nicht übereilt«, versetzte Alexej Aleksandrewicz kalt. »Aber in einer solchen Sache kann man niemand um Rat fragen. Ich bin fest entschlossen.« »Das ist furchtbar«, erwiderte Stepan Arkadiewicz mit einem schweren Seufzer. »Aber eins würde ich an deiner Stelle tun, Alexej Aleksandrewicz. Ich bitte dich, inständig tue das«, sagte er. »Die Sache ist noch nicht eingeleitet, wenn ich dich recht verstanden habe. Ehe du einen solchen Schritt tust, komm einmal zu meiner Frau und sprich mit ihr. Sie liebt Anna wie eine Schwester, und sie hat auch dich sehr gern, und sie ist eine bewundernswerte Frau. Um Gottes Willen, sprich mit ihr. Tu mir die Liebe, ich bitte dich inständig.« Alexej Aleksandrewicz überlegte schweigend, und Stepan Arkadiewicz blickte ihn teilnahmsvoll an, ohne ihn darin zu stören. »Willst du zu ihr kommen?« fragte er endlich. »Ich bin mir noch nicht schlüssig. Dies ist auch der Grund, weshalb ich nicht zu Ihnen gekommen bin. Ich bin der Ansicht, dass unser Verhältnis sich jetzt ändern muss.« »Aber warum denn?« »Das sehe ich nicht ein. Gestatte mir zu glauben, dass du, ganz abgesehen von unseren verwandtschaftlichen Beziehungen, mir gegenüber wenigstens bis zu einem gewissen Grade die freundschaftlichen Empfindungen hegst, die ich immer für dich gehegt habe.« »Und eine aufrichtige Hochachtung«, fügte Stepan Arkadiewicz noch hinzu, indem er ihm die Hand drückte. »Und selbst wenn deine schlimmsten Vermutungen zutreffen, so würde ich mich nie für berufen halten, über die eine oder die andere Partei den Stab zu brechen, und ich sehe keinen Grund, weshalb unser gegenseitiges Verhältnis sich ändern sollte. Aber jetzt tu, was ich sage, und komm zu meiner Frau.« »Nun, wir haben über die Sache eine verschiedene Anschauung«, versetzte Alexej Alexandrovich kühl. »Übrigens, wir wollen nicht weiter davon reden.« »Und warum solltest du denn nicht wenigstens heute zu uns zum Essen kommen? Meine Frau erwartet dich. Bitte komm, und vor allen Dingen sprich mit ihr darüber. Sie ist eine bewundernswerte Frau. Ich bitte dich herzlich, auf den Knien bitte ich dich.« »Wenn Sie es so sehr wünschen, so will ich kommen«, erwiderte Alexej Alexandrovich seufzend. Und in dem Wunsche, dem Gespräche eine andere Richtung zu geben, fragte er nach etwas, was sie beide interessierte, nach Stepan Arkadievichs neuem Vorgesetzten, einem noch ziemlich jungen Manne, der trotzdem auf einmal einen so hohen Posten erhalten hatte. Alexej Alexandrovich hatte schon vorher den Grafen Anitschkin nicht leiden können und sich immer in Meinungsverschiedenheiten mit ihm befunden. Jetzt nun aber konnte er, wie das bei einem Beamten erklärlich ist, sich nicht erwehren, einen Menschen zu hassen, dem eine Beförderung zuteil geworden war, während er seinerseits im Dienste eine Niederlage erlitten hatte. »Nun also, bist du schon mit ihm zusammengekommen?«, fragte Alexej Alexandrovich mit boshaftem Lächeln. »Gewiss, er war gestern bei uns in unserem Amt. Er scheint mir eine vortreffliche Geschäftskenntnis zu besitzen und sehr arbeitseifrig zu sein.« »Ja, aber worauf richtet sich sein Arbeitseifer?«, versetzte Alexej Alexandrovich. »Will er Neues schaffen oder nur an dem, was er fertig vorfindet, herumändern? Das ist das Unglück unseres Staates, diese papierne Verwaltungsmethode, deren würdiger Vertreter er ist.« »Wirklich, ich weiß nicht, was an ihm auszusetzen wäre. Seine Richtung kenne ich noch nicht, aber das eine weiß ich, er ist ein sehr netter Kerl,« antwortete Stepan Arkadiewicz. »Ich war jetzt eben bei ihm und wirklich, er ist ein sehr netter Kerl. Wir haben zusammen gefrühstückt und ich habe ihm gezeigt, wie man ein schönes Getränk herstellt aus Wein und Apfelsinen. Du wirst es ja kennen. Es ist sehr erfrischend, ganz erstaunlich, dass er es noch nicht kannte, aber es schmeckte ihm sehr gut. Nein, wirklich, er ist ein prächtiger Mensch.« Stepan Arkadiewicz sah nach der Uhr. »Ach, Herrgott, es geht schon auf fünf und ich muss noch zu Dolga Wuschin. Also bitte komm zum Essen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du mich und meine Frau kränken würdest.« Alexej Alexandrovich begleitete seinen Schwager hinaus und benahm sich hierbei schon ganz anders als beim Empfange. »Da ich nun einmal zugesagt habe, so werde ich auch kommen,« antwortete er trübe. »Sei überzeugt, dass ich es zu schätzen weiß und ich hoffe, du wirst es nicht bereuen,« antwortete Stepan Arkadiewicz lächelnd. Als er im Gehen den Überzieher anzog, stieß er dabei unversehens mit der Hand den Diener gegen den Kopf, lachte laut auf und ging hinaus. »Um fünf Uhr bitte und im Oberrock,« rief er noch einmal, indem er zur Tür zurückkehrte. Ende von Abschnitt 54 Gelesen von Eva K. Abschnitt 55 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil Neun Es war bereits zwischen fünf und sechs Uhr und einige Gäste waren schon anwesend, als auch der Hausherr selbst erschien. Er trat zugleich mit Sergej Ivanović Kazniewschew und Pestzov ein, die sich an der Haustür getroffen hatten. Dies waren die beiden Hauptvertreter der Moskauer Intelligenz, wie Ablonski sie zu nennen pflegte. Beide erfreuten sich sowohl wegen ihres Charakters wie auch wegen ihres Verstandes allgemeiner Achtung. Auch achteten sie sich gegenseitig, aber es bestanden in fast allen Dingen zwischen ihnen die stärksten Meinungsverschiedenheiten, deren Überbrückung ganz aussichtslos erschien, nicht etwa, weil sie beide entgegengesetzten Richtungen angehört hätten, sondern gerade, weil sie sich zwar zu einer und derselben Partei hielten, von ihren Feinden wurden sie beide in denselben Topf geworfen, innerhalb dieser Partei jedoch ein jeder von ihnen seine besondere Schattierung hatte. Und da nichts eine Einigung hinderlicher ist als eine Meinungsverschiedenheit in halb abstrakten Dingen, so fanden sie sich nicht nur niemals mit ihren Meinungen zusammen, sondern sie hatten sich auch schon längst gewöhnt, einer über des anderen unverbesserliche Verirrungen einfach zu lachen, ohne sich weiter zu ärgern. Sie traten gerade in einem Gespräch über das Wetter begriffen in den Salon, als Stepan Arkadievich sie einholte. Im Salon saßen schon Fürst Aleksandr Dmitrievich Scherbatsky, der Junge Scherbatsky, Durovtsin, Kitty und Karjenin. Stepan Arkadievich sah auf den ersten Blick, dass die Sache hier im Salon, solange er noch nicht anwesend war, einen schlechten Lauf nahm. Darja Aleksandrovna in ihrem grauseidenen Staatskleide war offenbar in großer Unruhe, sowohl wegen der Kinder, die allein in der Kinderstube essen mussten, wie auch wegen des Ausbleibens ihres Mannes und hatte es nicht verstanden, ohne ihn diese Gesellschaft hübsch durcheinander zu rühren. Alle saßen sie da wie Popentöchter auf Besuch, wie sich der alte Fürst ausdrückte, augenscheinlich, in verständnislosem Staunen darüber, weshalb man sie eigentlich hierher geladen habe, und drückten ein paar Worte heraus, um nicht ganz stumm zu sein. Der gutmütige Turovtsin hatte offenbar das Gefühl, dass er sich hier in einem Kreise befinde, in den er nicht hineinpasse, und das Lächeln seiner dicken Lippen, mit dem er Stepan Arkadjewitsch begrüßte, besagte so deutlich, wie es Worte nur gekonnt hätten, »Aber hör mal, Bruder, da hast du mich ja mit gelehrten Leuten zusammengebracht. Mein Geschmack ist vielmehr, gehörig zu trinken und mich am Chateau de Fleur zu ergötzen.« Der alte Fürst saß schweigend da und warf manchmal mit seinen blitzenden kleinen Augen einen Blick zur Seite nach Karienin hin, und Stepan Arkadjewitsch merkte, dass er bereits irgendein Bonmot ersonnen hatte, um diesen hohen Staatsbeamten zu charakterisieren, der den eigens dazu eingeladenen Gästen wie ein feiner Sterlett vorgesetzt wurde. Kitty blickte nach der Tür und nahm alle ihre Kraft zusammen, um bei Konstantin Ljewins Eintritt nicht zu erröten. Der junge Scherbatsky, der versehentlich Karienin nicht vorgestellt worden war, bemühte sich zu zeigen, dass ihn das in keiner Weise störe. Karienin selbst war, wie es in Petersburg bei einem Essen mit Damen Sitte ist, in Frack und weißer Binde, und Stepan Arkadjewitsch ersah an seinem Gesicht, dass er nur, um sein gegebenes Wort zu halten, gekommen sei und durch seine Anwesenheit in dieser Gesellschaft eine lästige Pflicht erfülle. Er war auch in erster Linie schuld an der eisigen Temperatur, die alle Gäste vor Stepan Arkadjewitschs Eintreffen in Erstarrung versetzt hatte. Bei seinem Eintritt in den Salon bat Stepan Arkadjewitsch um Entschuldigung, erklärte er sei von dem Fürsten N. N. Ein solcher Fürst diente ihm immer als Sündenbock, so oft er sich verspätete oder ganz ausblieb, aufgehalten worden und brachte dann in einem Augenblick seine Gäste miteinander in Berührung. Er führte Alexej Aleksandrewitsch und Sergej Kazniuschev zusammen und warf ihnen als Gesprächsthema die Russifizierung Polens hin, in die sie sich denn auch sogleich, ebenso wie Pestzov, verbissen. Er klopfte Turovzin auf die Schulter, flüsterte ihm etwas Lächerliches zu und setzte ihn zu seiner Frau und dem Fürsten. Dann sprach er ein paar Worte mit Kitty darüber, dass sie heute besonders hübsch aussähe und stellte den jungen Scherbatsky Herrn Karinin vor. In einem Augenblick hatte er diese ganze Gesellschaft wie einen Teig derart durchgeknetet, dass der Salon einen sehr hübschen Anblick bot und die Stimmen munter und lebhaft durcheinander klangen. Nur Konstantin Ljewin war noch nicht da. Aber das war ein wahres Glück, denn Stepan Arkadjewitsch hatte beim Betreten des Speisesaals zu seinem Schrecken bemerkt, dass der Portwein und der Sherry von Dupré und nicht von Löwe entnommen waren. Er hatte darauf angeordnet, der Kutscher solle so schnell wie möglich zu Löwe geschickt werden und wollte sich nun wieder in den Salon begeben. Auf dem Seitengang traf er mit Konstantin Ljewin zusammen. Ich bin doch nicht zu spät gekommen. Als ob du überhaupt jemals pünktlich sein könntest, erwiderte Stepan Arkadjewitsch und fasste ihn unter den Arm. Hast du viele Gäste? Wer ist denn alles da? fragte Ljewin mit unwillkürlichem Erröten und klopfte mit dem Handschuh den Schnee von seiner Mütze ab. Nur Familie und gute Bekannte. Kitty ist auch da. Komm nur, ich will dich mit Karinin bekannt machen. Stepan Arkadjewitsch war trotz seiner fortschrittlichen Gesinnung überzeugt, dass es einem jeden schmeichelhaft sein müsste, Karinins Bekanntschaft zu machen und hatte deshalb seine besten Freunde mit diesem zusammen eingeladen. Aber augenblicklich war Ljewin außerstande, das Vergnügen dieser Bekanntschaft völlig zu würdigen. Er hatte Kitty nach jenem unauslöschlich in seinem Gedächtnisse haftenden Abende, an dem er mit Wronski zusammengetroffen war, nicht wiedergesehen, wenn er den kurzen Augenblick nicht rechnete, wo er sie auf der Landstraße erblickt hatte. In der Tiefe seines Herzens wusste er, dass er sie heute hier wiedersehen werde, aber um imstande zu sein, auch an anderes zu denken, hatte er versucht, sich einzureden, dass er es nicht wisse. Jetzt nun aber, wo er hörte, dass sie da sei, bemächtigte sich seiner eine solche Freude und zugleich eine solche Furcht, dass es ihm den Atem benahm und er das, was er sagen wollte, nicht herausbringen konnte. Wie wird sie sein? Wie wird sie sein? So wie sie früher war oder so wie sie im Wagen war? Wie nun, wenn Darja Alexandrovna die Wahrheit gesagt hat? Und warum sollte es nicht die Wahrheit gewesen sein? dachte er. Ach ja, bitte stelle mich Herrn Karjenin vor, brachte er endlich mühsam heraus, trat mit dem Mute der Verzweiflung in den Salon und erblickte sie. Sie war weder so wie früher noch so wie sie im Wagen gewesen war, sie war eine ganz andere. Sie war erschrocken, schüchtern, beschämt und dadurch noch reizender. Sie sah ihn sofort, als er ins Zimmer trat. Sie hatte auf sein Kommen gewartet. Sie freute sich über sein Kommen und wurde über ihre Freude so verlegen, dass es einen Augenblick, gerade als er zur Hausfrau herantrat und ihr wieder einen Blick zuwarf, ihr und ihm und Dolly, die alles beobachtete, schien, sie würde sich nicht beherrschen können und in Tränen ausbrechen. Sie errötete, erblasste, errötete wieder und wurde dann ganz starr, nur ihre Lippen zuckten. So wartete sie auf seine Annäherung. Er trat zu ihr, verbeugte sich und streckte ihr schweigend die Hand hin. Wäre nicht das leise Zittern ihrer Lippen gewesen und der feuchte Schimmer, der ihre Augen überzog und ihren Glanz noch erhöhte, so hätte ihr Lächeln beinahe ruhig und gleichmütig ausgesehen, als sie sagte, »Wie lange wir uns nicht gesehen haben!« und mit einem verzweifelten Entschlüsse drückte sie mit ihrer kalten Hand die seinige. »Sie haben mich nicht gesehen, aber ich habe sie gesehen!« erwiderte Ljewin mit strahlendem, glückseligem Lächeln. »Ich habe sie gesehen, als sie von der Eisenbahn nach Yerguscheva fuhren.« »Wir landen?« fragte sie erstaunt. »Auf ihrer Hinreise nach Yerguscheva,« antwortete Ljewin, und es war ihm, als ob der Strom des Glücks, der seine Seele überflutete, ihn ersticken müsste. »Wie habe ich es nur wagen können,« dachte er, »mit diesem rührenden Wesen den Gedanken an irgendwelches Verschulden zu verknüpfen.« »Ja, was Darja Alexandrovna gesagt hat, scheint wirklich die Wahrheit zu sein.« Stepan Arkadjewitsch ergriff ihn bei der Hand und führte ihn zu Karjenin. »Gestattet, dass ich euch miteinander bekannt mache.« Er nannte beider Namen. »Es ist mir sehr angenehm, Ihnen wieder zu begegnen,« sagte Alexej Alexandrovitsch kühl und reichte Ljewin die Hand. »Ihr kennt euch schon?« fragte Stepan Arkadjewitsch verwundert. »Wir haben drei Stunden lang zusammen im Eisenbahnwagen gesessen. versetzte Ljewin lächelnd. Trennten uns aber wie bei einem Maskenball sehr neugierig, wer wohl der andere sein möge. Wenigstens war das bei mir der Fall.« »Ei, so etwas! Aber wenn ich bitten darf,« sagte Stepan Arkadjewitsch und wies mit der Hand in der Richtung nach dem Speisesaal. Die Herren begaben sich in den Speisesaal und traten an den Tisch mit den kalten Vorspeisen heran. Dort standen sechs Sorten Liköre und ebenso viele Sorten Käse, teils mit kleinen silbernen Schaufeln, teils ohne solche, ferner Kaviar, Hering, allerlei Konserven und mehrere Teller mit Scheiben von Weißbrot. Die Herren standen um die duftenden Liköre und Vorspeisen herum und das Gespräch über die Russifizierung Polens, das Sergej Ivanović, Kasniuschev, Karenin und Peszov führten, verstummte in Erwartung des nun nahe bevorstehenden Mittagessens. Sergej Ivanović, der es wie kein anderer verstand zum Zwecke der Beendigung des ernstesten Streites über die weltentrücktesten Gegenstände unerwartet etwas Attisches Salz auszustreuen und dadurch die Stimmung der Streitenden zu verändern, befolgte diese Praxis auch jetzt. Alexei Alexandrovich hatte zu Beweisen gesucht, dass die Russifizierung Polens nur mit den höheren Verwaltungsgrundsätzen durchgesetzt werden könne, die von der russischen Regierung dort eingeführt werden müssten. Peszov hingegen hatte behauptet, ein Land könne nur dann ein anderes sich angleichen, wenn es selbst dichter bevölkert sei. Kasniuschev hatte das eine wie das andere als richtig anerkannt, jedoch mit gewissen Einschränkungen. Als sie nun aus dem Salon in den Speisesaal gingen, sagte er, um das Gespräch abzuschließen, lächelnd, Darum gibt es für die Russifizierung fremder Völker nur ein Mittel, möglichst viele Kinder zu erzeugen. Sehen Sie, ich und mein Bruder, wir entwickeln auf diesem Gebiet schmählicherweise die allergeringste Tätigkeit, aber Sie, die verheirateten Herren und namentlich Sie, Stepan Arkadiewicz, wirken im höchsten Grade vaterländisch. Wie viele haben Sie denn eigentlich? wandte er sich freundlich lächelnd an den Hausherrn und hielt ihm ein winzig kleines Likörgläschen zum Füllen hin. Alle lachten, besonders lustig, Stepan Arkadiewicz. Ja, das ist das beste Mittel, versetzte er, indem er seinen Käse hinterkaute und eine besonders feine Sorte Likör in das hingehaltene Gläschen einschenkte. So wurde das Gespräch wirklich durch dieses Späßchen beendet. Dieser Käse ist nicht übel, ist Ihnen nicht davon gefällig, sagte der Hausherr. Hast du wirklich wieder Gymnastik getrieben? wandte er sich an Lewin und befühlte mit der linken Hand dessen Armmuskel. Lewin lächelte, straffte den Arm und unter Stepan Arkadiewiczs Fingern erhob sich wie ein rundlicher Käse eine stahlharte Erhöhung unter dem feinen Tuche des Oberrockes. So ein Bizeps, du bist ja ein wahrer Simson. Ich glaube, dass man zur Bärenjagd große Kraft besitzen muss, bemerkte Alexej Alexandrovich, der von dieser Jagd nur eine sehr nebelhafte Vorstellung hatte. Er strich sich Käse auf ein Scheibchen Weißbrot und zerriss dabei die Krume, die so dünn wie ein Spinngewebe geschnitten war. Lewin lächelte. Keineswegs, im Gegenteil, ein kleines Kind kann einen Bären töten, antwortete er und trat mit einer leichten Verbeugung vor den Damen zur Seite, die von der Hausfrau geleitet sich jetzt dem Tische mit den kalten Vorspeisen näherten. Sie haben einen Bären erlegt, wie mir gesagt worden ist, redete ihn Kitty an, sie bemühte sich vergebens einen widerspenstigen, immer wieder wegrutschenden Pilz mit der Gabel aufzuspießen und schüttelte dabei ihre Spitzenmanschette, durch die ihre weiße Hand hindurchschimmerte. Gibt es denn bei ihnen Bären? fügte sie hinzu und wandte in halber Drehung ihr reizendes Köpfchen lächelnd nach ihm hin. In dem, was sie sagte, schien nichts Außergewöhnliches zu liegen, aber welch ein Sinn, den sie ihm durch Worte nicht hätte ausdrücken können, lag in jedem Laute, in jeder Bewegung ihre Lippen, Augen und Hände, während sie das sagte. Es lag darin, eine Bitte um Verzeihung und ein zuversichtliches Vertrauen und etwas wie ein zartes, schüchternes Streicheln und ein Versprechen und eine Hoffnung und Liebe zu ihm, eine Liebe, an der er nicht zweifeln konnte und die ihm vor Glückseligkeit den Atem benahm. Nein, wir sind nach dem Gouvernement Tuer auf die Jagd gefahren. Auf der Rückkehr von dort traf ich im Eisenbahnwagen mit ihrem Schwager zusammen oder vielmehr mit dem Schwager ihres Schwagers, antwortete er lächelnd. Es war eine komische Begegnung und er erzählte lustig und humoristisch, wie er, nachdem er die ganze Nacht nicht geschlafen hatte, in seinem kurzen Schafpelz in Alexej Alexandrovichs Abteil eingedrungen war. Der Schaffner wollte mich wegen meiner Kleidung hinausweisen, aber da fing ich an, mich in gebildeter Sprache auszudrücken und auch sie, wandte er sich an Karinin, dessen vollständigen Namen er vergessen hatte, auch sie wollten mich zuerst wegen meines Schafpelzes hinausjagen, aber dann traten sie für mich ein, wofür ich ihnen sehr dankbar war. Die Rechte der Reisenden auf die Wahl ihrer Plätze sind überhaupt nur sehr mangelhaft festgelegt, versetzte Alexej Alexandrovich und wischte sich mit dem Taschentuche die Fingerspitzen ab. Ich sah, dass sie über mich im Unklaren waren, sagte Lewin mit gutmütigem Lächeln und darum beeilte ich mich, ein gebildetes Gespräch anzufangen, um meinen Schafpelz wieder wettzumachen. Sergej Ivanovic, der ein Gespräch mit der Hausfrau führte und mit einem Ohre nach seinem Bruder hinüberhorchte, schielte jetzt nach ihm hin. Was mit ihm heute nur ist? Ganz wie ein siegreicher Feldherr, dachte er. Er wusste nicht, dass jenem zumute war, als seien ihm Flügel gewachsen. Lewin wusste, dass sie seine Worte anhörte und gern anhörte. Nichts weiter als dieses eine interessierte und beschäftigte ihn. In diesem Zimmer, ja in der ganzen Welt, lebten jetzt für ihn nur zwei Personen. Er, der in seinen eigenen Augen eine gewaltige Bedeutung und Wichtigkeit erlangt hatte und sie. Er fühlte sich auf einer Höhe, von der ihm schwindlig wurde und irgendwo da unten, in weiter Ferne, waren all diese guten, prächtigen Menschen, Karenin und Ablonski und die ganze übrige Welt. Ganz unauffällig, ohne sie anzusehen, als ob er keinen anderen Platz mehr wüsste, setzte Stepan Arkadjevic Lewin und Kitty nebeneinander. Na, du könntest dich ja etwa dort hinsetzen, sagte er zu Lewin. Das Essen war ebenso vorzüglich wie das Tafelgerät, wie denn für feines Tafelgerät Stepan Arkadjevic eine besondere Liebhaberei hatte. Die Suppe Marie-Louise war ausgezeichnet gut geraten, die kleinen Pastetchen, die einem im Munde zergingen, waren tadellos. Zwei Lohndiener und Mathieu mit weißen Binden walteten ihres Amtes beim Auftragen der Speisen und Einschenken der Weine unauffällig, leise und eifrig. In materieller Hinsicht war das Mahl entschieden wohl gelungen und nicht minder, was geistige Genüsse anlangte. Das Gespräch, das bald gemeinsam war, bald sich in Einzelunterhaltungen auflöste, verstummte keinen Augenblick und wurde gegen Ende der Mahlzeit so lebhaft, dass die Herren nicht einmal durch die Aufhebung der Tafel sich in ihrem Meinungsaustausch unterbrechen ließen und sogar Alexej Aleksandrovich auftaute. 10 Peszov liebte es, eine Erörterung bis zur Erschöpfung des Gegenstandes fortzusetzen und fühlte sich von dem, was Sergej Ivanovic vor Tisch gesagt hatte, nicht befriedigt, umso weniger, da er die Unrichtigkeit seiner eigenen Ansicht fühlte. Ich hatte, sagte er, während der Suppe zu Alexej Aleksandrovich gewendet, nicht ausschließlich die Dichtigkeit der Bevölkerung gemeint, sondern diese in Verbindung mit der geistigen Grundrichtung des Volkes. Von den Verwaltungsgrundsätzen würde ich mir allerdings keine besondere Wirkung versprechen. Mir scheint, antwortete Alexej Aleksandrovich langsam und in mattem Tone, dass das ein und dasselbe ist. Meiner Ansicht nach kann auf ein anderes Volk nur ein solches einwirken, das auf einer höheren Stufe der Entwicklung steht und das, aber das ist gerade die Frage, unterbrach ihn mit seiner tiefen Stimme Peszov, der es immer sehr eilig hatte, zu Worte zu kommen und anscheinend immer mit ganzer Seele bei dem Gegenstand eines Gespräches war. Worin haben wir die höhere Entwicklung zu finden? Die Engländer, die Franzosen, die Deutschen, welches von diesen Völkern steht auf der höchsten Stufe der Entwicklung? Welches von ihnen wird eins der anderen zu seiner eigenen Nationalität hinüberführen können? Wir sehen, dass die Rheingegend gallisiert worden ist. Und doch stehen die Deutschen nicht auf einer niedrigeren Stufe, rief er. Da liegt noch ein anderes Gesetz vor. Mir scheint, dass das Übergewicht immer auf Seiten der wahren Bildung ist, bemerkte Alexej Aleksandrovich, indem er die Brauen ein wenig in die Höhe zog. Aber woran sollen wir denn die Merkmale der wahren Bildung erkennen? fragte Peszov. Ich meine, diese Merkmale sind bekannt, versetzte Alexej Aleksandrovich. Sind sie wirklich so genau bekannt? mischte sich Sergej Aleksandrovich mit feinem Lächeln ein. Heutzutage gilt den meisten die rein klassische Bildung als die einzig wahre. Aber wir sehen, dass die beiden Parteien einen erbitterten Kampf miteinander führen und es ist nicht in Abrede zu stellen, dass auch die Gegner starke Beweise für sich ins Treffen zu führen haben. Nun, sie sind ja ein echter Vertreter der klassischen Bildung, Sergej Iwanowitsch. Befehlen sie Rotwein? sagte Stepan Arkadiewitsch. Ich spreche jetzt nicht mein Urteil über die eine und die andere Art der Bildung aus, versetzte Sergej Iwanowitsch mit einem herablassenden Lächeln, wie wenn er zu einem Kindes spräche und hielt sein Glas hin. Ich sage nur, dass beide Parteien starke Gründe für sich haben, fuhr er, sich wieder zu Alexej Aleksandrewitsch wendend fort. Ich persönlich habe eine klassische Bildung genossen, aber bei diesem Streite weiß ich nicht, auf welche Seite ich mich stellen soll. Ich sehe keine klaren Gründe, weshalb man den klassischen Wissenschaften vor den Realen den Vorzug gegeben hat. Die Naturwissenschaften haben den gleichen pädagogischen Wert für die geistige Entwicklung. fiel Pirszov ein. Nehmen Sie nur zum Beispiel die Astronomie. Nehmen Sie die Botanik, die Zoologie mit ihrem strengen System allgemeingültiger Gesetze. Ich kann da nicht völlig zustimmen, entgegnete Alexej Aleksandrewitsch. Mir scheint, es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass schon die eigenartige Verstandestätigkeit bei der Erlernung fremder Sprachen besonders günstig auf die geistige Entwicklung einwirkt. Außerdem ist auch nicht zu leugnen, dass die klassischen Schriftsteller einen im höchsten Grade moralischen Einfluss ausüben, während leider mit dem naturwissenschaftlichen Unterrichte jene schädlichen Irrlehren eng verbunden sind, die eine Seuche unserer Zeit bilden. Sergej Iwanowitsch wollte etwas erwidern, aber Pirszov mit seiner tiefen Bassstimme kam ihm zuvor. Er machte sich hitzig daran, die Unrichtigkeit dieser Ansicht nachzuweisen. Sergej Iwanowitsch wartete ruhig, bis die Reihe zu reden an ihn kommen werde, offenbar hatte er eine schlagende Erwiderung in Bereitschaft. Aber begann er endlich mit feinem Lächeln, indem er sich an Karenin wandte. Man wird zugeben müssen, dass es eine schwere Aufgabe ist, alle Vorteile und Nachteile der einen und der anderen Gattung von Wissenschaften vollständig gegeneinander abzuwägen und dass man nicht so rasch zu einer endgültigen Entscheidung der Frage, welche Gattung vorzuziehen sei, gelangt wäre, wenn nicht auf Seiten der klassischen Bildung eben jener Vorzug vorhanden wäre, den sie soeben hervorhoben, die moralische Disson le mot, die antinihilistische Wirkung. Unzweifelhaft wäre nicht auf Seiten der klassischen Wissenschaften dieser Vorzug der antinihilistischen Wirkung vorhanden, so würden wir die Sache doch länger in Erwägung ziehen, die Gründe beider Parteien sorgfältig gegeneinander abwägen, sagte Sergej Ivanovic mit feinem Lächeln und der einen wie der anderen Richtung freie Bahn lassen. So aber wissen wir, dass diesen Pillen der klassischen Bildung eine antinihilistische Heilkraft beiwohnt und daher verordnen wir sie unbedenklich unseren Patienten. Aber wenn es nun mit dieser Heilkraft nichts ist, schloss er wieder damit, dass er eine Prise Attischen Salzes in das Gespräch streute. Bei dem Vergleiche mit den Pillen fingen alle an zu lachen, besonders laut und lustig Turowzin, der als Zuhörer des Gespräches immer schon darauf gelauert hatte, dass einmal etwas Komisches vorkäme und nun endlich auf seine Rechnung gekommen war. Stepan Arkadjewitsch hatte keinen Fehlgriff damit getan, dass er Pestzov eingeladen hatte. Wo Pestzov dabei war, konnte ein ernstes, verständiges Gespräch auch nicht einen Augenblick lang abreißen. Kaum hatte Sergej Ivanovic das bisherige Gespräch mit einer scherzhaften Wendung zum Abschluss gebracht, als Pestzov auch schon einen neuen Gegenstand zur Sprache brachte. Selbst das kann man nicht zugeben, sagte er, dass die Regierung dieses Ziel dabei im Auge hätte. Die Regierung lässt sich offenbar nur von Erwägungen ganz allgemeiner Art leiten und kümmert sich herzlich wenig darum, welche Wirkungen die von ihr ergriffenen Maßregeln haben mögen. So müsste zum Beispiel das Anwachsen der Frauenbildung von jenem Standpunkte aus als schädlich erachtet werden, aber die Regierung richtet Ausbildungskurse für Frauen ein und lässt die Frauen zum Universitätsstudium zu. Die Unterhaltung sprang nun sofort auf das neue Thema der Frauenbildung über. Alexei Alexandrovich sprach den Gedanken aus, dass die Frage der Frauenbildung gewöhnlich mit der Frage der Frauen Gleichberechtigung zusammengeworfen werde und dass man die Frauenbildung nur deshalb für schädlich erachte. Ich bin im Gegenteil der Ansicht, dass diese beiden Fragen unlösbar miteinander verknüpft sind, sagte Pestzov. Es liegt da ein irreführender Zirkelschluss vor. Der Frau werden die Rechte versagt wegen des Mangels an Bildung und der Mangel an Bildung ist eine Folge des Fehlens von Rechten. Man darf nicht vergessen, dass die Knechtung der Frauen so allgemein und so alt ist, dass wir oft eine Abneigung dagegen haben, uns über die Kluft, die uns von ihnen trennt, klar zu werden. Sie sagten Rechte, begann nun Sergej Ivanovic, der abgewartet hatte, bis Piszow schwieg, und meinten wohl damit das Recht, die Tätigkeiten eines Geschworenen, eines Stadtverordneten, eines Gerichtspräsidenten, eines Verwaltungsbeamten, eines Parlaments Mitgliedes auszuüben. Gewiss, aber selbst wenn die Frauen, was immer eine seltene Ausnahme sein wird, imstande sein sollten, solche Stellen auszufüllen, so scheint mir doch, dass sie dabei den Ausdruck Rechte falsch angewandt haben. Es wäre richtiger Pflichten zu sagen. Jeder wird mir zugeben, dass wir bei der Ausübung irgendwelcher amtlichen Tätigkeit, der Tätigkeit eines Geschworenen, eines Stadtverordneten, eines Telegrafenbeamten, das Gefühl haben, dass wir damit eine Pflicht erfüllen. Und daher würde man sich richtiger ausdrücken, wenn man sagte, die Frauen streben nach Pflichten, und zwar in einer durchaus rechtmäßigen gesetzmäßigen Weise. Und diesem ihrem Wunsche, bei der gemeinsamen Arbeit der Männer mitzuhelfen, kann man nur beifällig gegenüberstehen. Vollkommen richtig, stimmte Alexej Alexandrovich zu. Meiner Ansicht nach ist nur die Frage, ob die Frauen zur Erfüllung dieser Pflichten auch befähigt sind. Wahrscheinlich werden sie sich als in hohem Grade befähigt herausstellen, warf Stepan Arkadiewicz dazwischen, sobald die Bildung unter ihnen eine weitere Verbreitung gefunden haben wird. Wir sehen das ja. Aber was sagt das Sprichwort? Unterbrach ihn Fürst Scherbatski, dessen kleine Augen schon lange spöttisch gefunkelt hatten, während er dem Gespräche zuhörte. Da von Damen nur meine Töchter da sind, kann ich's ja sagen, langes Haar und kurzer Verstand. Genau ebenso urteilte man über die Neger vor der Aufhebung der Sklaverei, erwiderte Pestzov ärgerlich. Ich finde es nur sonderbar, dass die Frauen nach neuen Pflichten suchen, sagte Sergej Ivanovic, während wir bedauerlicherweise sehen, dass die Männer sich ihren Pflichten gern entziehen. Pflichten sind mit Rechten verbunden und nach denen streben die Frauen nach Macht, Geld, Ehre, bemerkte Pestzov. Das wäre dieselbe Geschichte, wie wenn ich nach dem Rechte Amme zu sein streben und mich gekränkt fühlen wollte, weil man Frauen für diesen Dienst bezahlt und mich nicht haben will, meinte der alte Fürst. Turowzin brach in ein lautes Gelächter aus und Sergej Ivanovic fühlte ein gewisses Bedauern, dass er das nicht selbst gesagt hatte. Selbst Alexei Aleksandrovic lächelte. Ja, aber ein Mann kann nicht nähren, wendete Pestzov ein. Hingegen kann eine Frau Nun, ein Engländer hat doch einmal auf dem Schiffe seinen Säugling selbst genährt, erwiderte der alte Fürst, der sich durch die Anwesenheit seiner Töchter nicht davon abhalten ließ, sich im Gespräche ein bisschen gehen zu lassen. Es wird wohl so herauskommen, dass es ebenso viel weibliche Beamte gibt wie solche Engländer, sagte Sergej Ivanovic. Ja, aber was soll ein Mädchen tun, das keine Familie hat, wandte Stepan Arkadievic ein und dachte dabei an Fräulein Chibisova, die er die ganze Zeit über im Sinne gehabt hatte, wo er mit Pestzov übereingestimmt und ihm seinen Beifall bekundet hatte. Wenn man sich aber dem Lebenslauf dieses Mädchens etwas genauer ansieht, so wird man finden, dass dieses Mädchen sich von ihrer eigenen Familie oder von der Familie ihrer Schwester losgesagt hat, wo sie eine für ein weibliches Wesen passende Stellung hätte einnehmen können, mischte sich unerwarteterweise Darja Alexandrovna in gereiztem Tone in das Gespräch. Sie mochte wohl erraten haben, welches Mädchen Stepan Arkadievic im Sinne hatte. Aber wir treten für den Grundsatz ein, für den Grundgedanken, erwiderte Pieszov mit seiner volltönenden Bassstimme. Die Frau will das Recht haben, selbstständig und gebildet zu sein. Das Gefühl, dies nicht erreichen zu können, beengt sie und drückt sie nieder. Und ich fühle mich dadurch beengt und niedergedrückt, dass man mich im Findelhaus nicht als Ammer annehmen will, sagte der alte Fürst wieder zum größten Vergnügen Turovcins, der vor Lachen den Spargel mit dem dicken Ende in die Soße fallen ließ. Ende von Abschnitt 55 Gelesen von Eva K.